Marius, ich habe dich gerade kurz gefragt, bevor wir hier rausgegangen sind, ob du vor einem Live-Konzert auch ein Ritual hast? Ja, weil ich liebe Routine, weil das macht mich sicherer, das heißt, ich bin immer um 5 Uhr in der Halle oder im Theater oder wie auch immer und gehe dann direkt in meine Garderobe und dann laufe ich überall rum, gehe ins Catering, frage, was es heute Abend zu essen gibt, begrüße die Leute, die vorne auf der Bühne arbeiten und check alles aus soweit. Und eine Stunde vorher ist dann wirklich bei mir absolute Ruhe angesagt, da kommt auch keiner mehr in die Garderobe rein, außer Leuten, die sehr, sehr nah mir stehen, weil dann bereite ich mich vor und dann fange ich auch an, sehr, sehr nervös zu werden. Und das brauchst du aber auch, weil du musst einfach dieses Adrenalin aufbauen. Woran merkst du, dass du nervös wirst? Ja, es geht näher und es ist auch, da gibt es auch so ein Ritual, da kommt immer einer rein und sagt 30 Minuten und dann kommt er wieder rein und sagt 20 Minuten, dann kommt rein 10 und bei den 5 ist es immer Minutenhaft, also du wirst da schon so abgefeiert, dass du irgendwie auch darauf hinarbeitest und man braucht das auch. Und dann bin ich, gehe ich auf die Bühne und sobald die Musik losgeht, ist das einfach mein Zuhause. Gott sei Dank. Man hat ja immer Angst, dass das nicht mehr so ist, aber bisher geht es. Hast du, ist es so? Ja, natürlich. Aber es ist wirklich so, wie man so platt sagt, es ist viel Radfahren. Ich war ab jetzt, war einiger Zeit am Brandenburger Tor gesungen und war seit 2018, 2019 nicht mehr auf der Bühne und bin dann raus und es war so, als wäre ich gestern da draußen gewesen. Also das verlernt man vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Herzlich willkommen bei Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet. Nun sei alles gesagt, das ist jetzt für die Audiospur, heute mit einem der erfolgreichsten deutschen Musiker, Marius Müller, Westernhagen, nochmal herzlich willkommen. Danke. Wir senden heute aus dem komplett bis aufs letzte Ticket ausverkauften Radialsystem. Wir durften nicht mehr als 800 Menschen hier rein quetschen. Das ist streng verboten. Du spielst sonst vor Sälen, die haben so 100.000 Leute. Ja, ja, das ist ja so lange die Art. Ja, ja, aber das gibt es, ja, das gab es. Also insofern ist das hier ein cozy Rahmen für dich heute. Wir haben schon lange über das Ritual dieses Podcasts gesprochen. Also wir haben dich versucht, ein bisschen zu briefen. Es geht, es kann länger gehen und das Zentrale ist, du müsstest, bevor wir loslegen, ein Schlusswort überlegen. Wenn dieses Schlusswort fällt, endet der Podcast direkt nach diesem Wort. Welches Schlusswort? Aber wenn ich das jetzt sage, ist dann schon vorbei oder was? Nee, jetzt kannst du es einmal sagen. Einmal. Dann könnte es länger werden. Ja, wir kommentieren dann mit. Das organisieren wir jetzt hinter der Bühne. Aber das Schlusswort, ich soll Schlusswort sagen jetzt. Gerne. Feierabend. Ich verstehe dich nicht so gut. Ja, wir arbeiten bestimmt noch mal am Ton hier für uns auf der Bühne. Marius versteht mich nicht. Das liegt daran, ich spreche immer so leise. Grundsätzlich, ich verstehe dich grundsätzlich nicht. Auch das, auch das. Die Stimme, die Stimme, abgesehen von der Stimme von Marius Müller-Westernhagen, die Sie gerade gehört haben, ist die Stimme des Chefredakteurs von Zeit Online und dem Gastgeber von Allesgesagt, Jochen Wegner. Und die andere Stimme ist die von Christoph Ahmend, dem Editorial Director des Zeitmagazins, herausgegeben. Wir sind nicht im Wohnzimmerstudio von Maria Lorenz-Buckelberg, die sitzt aber auf dem Hot Seat hier ganz vorne. Hallo Maria. Und wir mussten unser Rechercheteam erweitern für Marius. Anna Meinecke, Vincent Bank, Sophia Hubel und Hannah Schraben haben diesen Podcast über mehrere Wochen vorbereitet. Dafür vielen Dank. Es ist so toll, Publikum zu haben. Leonie Weber, Gästemanagement, die Frau, die den Bundespräsidenten ein Jahr lang angerufen hat, bis er endlich in den Podcast gekommen ist. Hallo Leonie. Und wenn Sie das hören, was Sie jetzt hören, wenn Sie meine Stimme im Internet auf iTunes oder Spotify oder sonst wo hören, können Sie unter zeit.de slash Podcast Festival einen Live-Mitschnitt per Video von dieser Ausgabe hören. Jetzt geht es los. Und ich fragte mich, ob wir heute... ...einen Politik-Podcast, den wir auch machen. André Mellnick. Und ich dachte, wir schließen auch damit, indem wir das nochmal aufgreifen. Du hast mal in irgendeinem Gespräch... Also wir lesen ja alles, was wir kriegen können über unsere Gäste. Du hast kürzlich mal gesagt, wir leben in Zeiten, die du dir nicht mehr so richtig erklären kannst. Du verstehst nicht so genau, was gerade passiert. Sag nochmal, weil ich verstehe dich wirklich schlecht, weil es so hallig ist hier. Die Regie hat gesagt, wenn das passiert, würden die die Monitorboxen noch ein bisschen aufdrehen. Aber es wurde mir vorher gesagt, nicht so, dass ich schwerhörig wäre, aber es wurde mir vorher gesagt, man versteht sich wahnsinnig schwer hier auf der Welt. Ja, ja, wir haben alles versucht, um es diesmal ein bisschen besser zu machen. Marius, ich habe in einem Interview gelesen, kürzlich, dass du sagtest, wir leben in Zeiten, die man nicht mehr so richtig versteht, also die du dir nicht mehr erklären kannst. Ja, ist richtig. Woran liegt denn das? Ich weiß es nicht. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, auch unter anderem mit Journalisten, auch mit politischen Journalisten. Ich habe das Gefühl, wir leben wirklich in einer Zeit. Erstmal glaube ich, dass wir alle überrannt worden sind von der digitalen Revolution, dass wir alle im Augenblick so unfassbar viel Informationen und damit auch Manipulationen ertragen müssen, speichern müssen, reflektieren müssen, um überhaupt da mitzukommen, was wir nicht mehr können. Und mir ist auch aufgefallen, dass du nur noch wenige Menschen triffst, die eigene Gedanken bilden. Also praktisch das, was sie gehört haben oder gelesen haben, reflektieren und ihre ganz privaten und eigenen Schlüsse daraus ziehen. Sondern mir kommt es so vor, als würde heute unter den Menschen nur noch zitiert. Und das würde mich, wenn das der Fall wäre, ich lasse mich da gerne belehren, dann wäre das für mich Stillstand. Das ist das Ende jeglicher Kreativität und auch das Ende von Menschsein. Und das macht mir Angst und mir macht auch zum Beispiel Social Media so eine Angst aus dem Einfangrunde, weil wir da eine Plattform geschaffen haben, die keinerlei Regeln hat. Und ich glaube zu wissen, dass jede Gesellschaft, jede Gruppe, selbst jede Partnerschaft nur funktioniert mit Werten, mit gewissen Regeln, dass man weiß, das kannst du nicht tun und das kannst du tun. Und ich sehe da einfach, dass da etwas entsteht. Und wenn Leute irgendwas ins Internet setzen können, was vollkommen blödsinnig ist und damit auch wieder andere Leute finden, die das bejahen, dann ist das für mich eine rechtsfreie Zone und es führt zu Chaos. Und ich glaube, die Politiker haben das lange ignoriert, weil sie nicht gedacht haben, dass sie das in irgendeiner Art und Weise berühren würde. Aber wie wir jetzt sehen, werden Wahlen manipuliert, es werden Personen zerstört im Internet mit Behauptungen, die absolut nicht stimmen. Und das nützt dir nichts. Die Dementieren nützt dir nichts, weil es ist dann im Netz. Und da wird es immer noch genügend Leute haben, die das glauben und auch kolportieren immer wieder. Und das macht mir Angst. Und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich denke manchmal, das ist nicht mehr meine Welt. Weil es einem widerspricht, woran ich glaube und den Werten, die ich habe, widerspricht. An welche Werte glaubst du? Wie würdest du das definieren? Na, ich glaube, man konnte ja früher wirklich, wenn wir uns treffen, machen wir ein Geschäft und geben uns die Hand. Und dann konnte man sich auch verlassen. Das ist so. Ich glaube wirklich, dass ich hasse Lügen. Ich bin allerdings auch Schütze. Wir sind da ohne Filter unterwegs. Jochen ist ein großer Fan von Sternzeichen. Sternzeichen, ich bin übrigens auch Schütze. Ja, aber man wird mir reden. Die meisten Schütze, die ich kenne, reden ohne Filter. Die sagen, was sie denken. Das trifft immer zu. Ich hasse es zu lügen, weil ich glaube, dass es wirklich eine Lüge produziert, die nächste, die nächste, die nächste und jede Lüge deckt wieder die erste Lüge, die du gemacht hast ab. Deshalb glaube ich nicht daran. Es tut manchmal weh, aber es ist im Endeffekt für alle Seiten immer besser, die Wahrheit zu sagen. Das ist vielleicht naiv, aber ich glaube an sowas. Und ich glaube auch, dass man Dinge mit Würde tun muss. Und was du heute hast, auch in meinem Geschäft, dass Menschen auf einmal alles für Geld machen. Egal, was es ist. Wie viel bezahlst du mir? Nicht genug? Mehr? Okay, dann mache ich das. Und das widerspricht meiner ganzen Natur. Das widerspricht, was ich in meiner Kindheit von meinem Vater vermittelt bekommen habe, von meiner Mutter vermittelt bekommen habe. Und da fängt für mich auch das Problem schon an. Weil das, was du tun solltest für deine Kinder, ist ihnen wirklich diese Werte zu vermitteln. Und dass sie wissen, es gibt Dinge, die tut man einfach nicht. Und das geht mir so ein bisschen kaputt. Weil du brauchst schon, um durchs Leben zu kommen, einen moralischen Kompass irgendwie. Du musst wissen, das macht man nicht. Weil du gerade deine Eltern kurz angesprochen hast. Ich rede schon mit jemandem von der CDU. Nein. Hast du jemals CDU gewählt? Hast du jemanden, der... Hast du jemals CDU gewählt? Nein. Ja. Haben wir das einmal für Wikipedia dokumentiert. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Jochen und ich wechseln uns da immer ab, unseren Gast kurz vorzustellen, was bei dir natürlich sozusagen ein Witz ist, dich nochmal vorzustellen. Aber in der Beschäftigung auf unser Gespräch heute in den letzten Wochen ist mir auch nochmal selber klar geworden, erstens, wie unglaublich lange du schon da bist. Ja, erstaunlich. 50 Jahre auf der Bühne, über 50 Jahre auf der Bühne und nicht nur eben diese große Karriere gemacht hast als Musiker, sondern ja auch, das haben viele heute nicht mehr so präsent, weil du vor einigen Jahren schon damit aufgehört hast, als Schauspieler unglaublich erfolgreich warst in der Hauptrolle von Theo gegen den Rest der Welt, bis heute einer der erfolgreichsten Filme der deutschen Nachkriegsgeschichte und... Erstaunlicherweise. Warum? Naja, es war vielleicht für die damalige Zeit neu, auch diese Art, ich glaube, ich habe sehr früh verstanden, was Schauspielerei im Filmgenre bedeutet. Und das war vielleicht mein Vorteil. Ich fand, es gab einen ersten Film mit dieser Figur Theo im Fernsehen, den ich vom Drehbuch her sehr viel besser fand, authentischer fand. Und das war das erste Mal, weil ich immer gesagt habe, ich will keine Rolle zweimal spielen, weil die Identifikation geht dann einfach zu weit und du kommst dann aus diesem Charakter nicht mehr raus. Das ist aber nicht das, was mich an der Schauspielerei interessiert hat. Außer man macht diese damals Fernsehfigur zu einer Filmfigur. Und das ist dann geschehen und dann kam der zweite Film, der im Drehen ein absolutes Chaos war, weil das Geld immer ausging und irgendwelche dubiosen neuen Geldgeber kamen. Das war damals doch auch schon so ein bisschen so, das mit dem Geld. Ja, und das funktionierte. Und ich glaube, es funktionierte aufgrund dieser beiden Figuren, Theo und Enno. Ich glaube, dass Theo ohne Enno nicht funktioniert hätte und umgekehrt auch nicht. Erzähl doch noch mal kurz, wer war denn dieser Theo? Guido, Theo war, das war ich. Ja, ja. Ich hatte aber... Aber du hattest doch immer erzählt, dass du eigentlich mit Theo gar nicht so viel gemein hattest. Nee, ich war vorher nie in meinem Gebiet. Ich meine, ich bin in Düsseldorf groß geworden, aber ich war nie wirklich im Ruhrgebiet. Ich war nie vorher in meinem Leben in Herne. Ich hatte vorher zwar jede Menge Bandbusse gefahren, aber nie in Lkw. Und es war einfach ein Charakter, den ich zu spielen hatte. Und dieser Theo war ja jemand, ein Lkw-Fahrer, dem ja was abhandengekommen war. Der hatte seinen, im zweiten Theo-Film, ja, wurde der Lkw geklaut an der Raststätte. Und die Dramaturgie des Filmes war auch wirklich so unter, 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 unter. Und man hat, glaube ich, einfach diesen beiden Figuren so wahnsinnig gerne zugesehen. Und das hat, glaube ich, funktioniert. Und danach wollte ich dann aber auch nicht mehr. Das war dann auch genug für mich, diesen Charakter zu spielen. Weil ich hatte viele Jahre auch darunter zu leiden. Weil die Leute haben mich gleichgesetzt mit dieser Figur, die ich nicht war. Das ist ein Kompliment für einen Schauspieler. Aber... Irgendwann nervt es. In deiner Karriere ist das hindernd. Ja, weil du deine Eltern kurz gerade angesprochen hast. Dein Vater, Hans, war im Nachkriegsdeutschland ein richtig bekannter Schauspieler, ein Star. Er war im Grundgensensemble in Düsseldorf, auch schon vor dem Krieg. Er kam dann aus dem Krieg zurück, war dann weiterhin am Theater, war aber auch im Fernsehen zu sehen. Man kannte ihn. Und er ist sehr früh gestorben. Ich glaube, im Alter von 44? 44, ich war 14 Jahre alt. Weil er einfach sich zu... Du hast es mal so formuliert, er hat sich zu Tode gesoffen? Erstmal muss man erklären, man war zu den Zeiten... Ich komme mir schon vor wie so ein Opa. Man war zu den Zeiten mit 14 noch ein Kind. Das ist nicht so wie heute, dass man dann schon vielleicht eine Internetfirma besitzt oder so. Man war wirklich ein Kind voller Naivität, voller Vorstellungen vom Leben, die Träume beschwaren. Und dann stirbt dein Vater und für dich zerbricht das Tabu, dass zwar alle sterben, aber nicht die Leute um dich herum, die sehr nahe sind. Das war schon hart. Ich wusste, mein Vater war immer krank, seit er aus dem Krieg zurückkam. Er trank sehr viel, nahm eigentlich alles, was man nur nehmen kann. Und litt unter sehr, sehr starken Depressionen, was aber damals gar nicht so bekannt war. Und dann wurde ihm gesagt, ja, der faule Sack liegt nur im Bett und weiß ich was. Aber es war wirklich so, dass er manchmal für Monate im Bett lag und sich aus dem Zimmer nicht raustraute, wo er war. Wie bist du damit als Sohn umgegangen? Das war ja für mich in dem Augenblick normal. Und man verdrängt es. Also ich habe meine Kindheit mit all diesen Erlebnissen, auch mit dem Streit zwischen meiner Mutter und meinem Vater, ich habe das lange, lange verdrängt. Und bis meine Schwester mir dann alles dann nochmal erzählt hat, was da alles passiert ist. Und dann kam das natürlich alles wieder hoch, ist klar. Wie kam das, dass deine Schwester angefangen hat, alles zu erzählen? Na, die war ein bisschen älter und die hatte dann wahrscheinlich auch die Erinnerung noch daran. Also ich habe immer so gesagt, ich hatte eine tolle Kindheit und bla bla bla. Was man halt immer so sagt. Jeden Abend irgendwie besoffen von der Vorstellung kam, immer noch akkurat das Auto einparkte, aber dann aus der Autotür rausfiel. Und der hat großartig gespielt. Das war ein unfassbarer Schauspieler. Was war so toll an seiner Art zu spielen? Ich erinnere ihn noch bewusst, was ich gesehen habe, war die Nashörner von UNESCO. Und da war er grandios. Und ich habe, glaube ich, auch von meinem Vater sehr viel gelernt, sehr viel auch Schutz mitbekommen. Weil er war so, dass er aus diesem Charakter, den er spielte, dann nicht rauskam. Und dieses Problem hatte ich Gott sei Dank nie. Das ist für mich genauso wie auf der Bühne stehen mit der Musik. Ich komme von der Bühne runter und du befindest dich auf der Bühne in so einer Twilight Zone. Eigentlich in so einem Gefühl, als wärst du ein Medium. Da passieren Dinge durch dich durch, die du einfach passieren lassen musst, aber die du selbst gar nicht auslöst. Und wenn ich von der Bühne runterkomme, bin ich noch so eine halbe Stunde wie verstrahlt. Und dann bin ich halt wieder der normale Bürger Westernhagen. Deshalb habe ich auch Gott sei Dank nie wirklich Applaus gebraucht. Ich genieße das unglaublich. Ich genieße wahnsinnig auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Aber ich weiß, dass es Schall und Rauch ist. Ich weiß, dass Ruhm und Geld und alles Sachen, die vergänglich sind, dass man darauf nicht sein Leben aufbaut. Aber du hast natürlich über Jahre so viel Applaus bekommen, fällt es einem vielleicht auch ein bisschen leichter zu sagen, ach na ja, so wichtig ist es nicht. Vielleicht ist es das. Ich weiß nicht. Man hat ja natürlich in seiner Jugend hat man so Vorstellungen, dass man allen Leuten was beweisen möchte und wie toll man ist und wie gut man ist. Und dann hat man auch die Vorstellungen, wenn man dann den Erfolg hat, was wahnsinnig viel mit Glück zu tun hat auch. Einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es hat was mit Zeitgeist zu tun. Es hat was mit der politischen Situation zu tun, die herrscht. Und ich glaube zum Beispiel, dass die Beatles nie dagewesen wären, wenn in England in der Zeit nicht diese gesellschaftliche und politische Situation dagewesen wäre. Also ich hatte dieses Glück. Und dann siehst du ein, dass viele Sachen, die du dir vorgestellt hast, also wenn du jetzt genügend Geld hast und wenn die Leute dich alle kennen, dass du dann wesentlich glücklicher wirst. Aber ich war in der absoluten Hochzeit, wo ich Stadien noch gespielt habe und auch noch Stadien spielen wollte, ich war nie in meinem Leben so unglücklich. Woran hast du das gemerkt? Dass du in eine Situation gedrängt wirst und eine Position einnimmst, die du einfach nicht erfüllen kannst und auch nicht erfüllen willst, also in meinem Fall. Du wirst für die Menschen, auch durch die Größe, so eine Riesenprojektion und du wirst bigger than life. Und irgendwann war ich in der Situation, dass Leute mir ihre Kinder auf die Bühne gereicht haben, wie bei Diktatoren. Und ich war so in einer Position, wo du gedacht hast, ja was soll ich jetzt noch kreativ machen? Eigentlich erwartet man von mir, dass ich als nächstes übers Wasser gehe. Und das ist nicht, was ich möchte, sondern ich möchte was, ich habe was mitzuteilen und ich möchte gerne, dass die Leute, Menschen zuhören, was ich mitzuteilen habe. Und wenn das halt weniger sind, ist das für mich auch okay. Aber ich möchte, dass das vermittelt wird, was mir wichtig ist und nicht, dass ich wichtig bin. Weil ich finde, bei jedem künstlerischen Prozess ist das Produkt wichtig, nicht die Leute, die es herstellen. Es gibt einen sehr guten Dokumentarfilm über dein Leben vom Westdeutschen Rundfunk, ist schon ein paar Jahre alt. Die Besten im Westen 2005. Leute, googelt es, ist auf YouTube, ich sage das öfter in diesem Podcast. Wo habt ihr das denn gefunden? YouTube Internet, weißt du da, wo die Social Media... Ja, ich weiß, was YouTube ist. Ein wahnsinnig toller Film. Ja, und gestern Nacht bin ich erst drauf gestoßen, wenn man wissen will, wie sein Leben war bis 2005. Fantastisches, fantastisches Teil. Und in dem Film, deswegen fällt mir das nur gerade ein. Da ist der Film rausgekommen. Es gibt, ich glaube, sechs, sieben Dokus über dich, aber das ist... Ja, das ist richtig. Wir reden ja eigentlich nie vorher, aber hast du den Film gesehen? Ja, der ist wirklich toll. Ja, und in dem Film gibt es eben diese Szene auf diesem absoluten Höhepunkt der Stadionrock-Nummer. Da erzählst du so mit leichtem Amüsement im Rückblick, dass dein damaliger Manager acht verschiedenen Magazinen eine exklusive Titelgeschichte versprochen hatte, die daraufhin, also alle acht Magazine erschienen, also parallel mit einem exklusiven Titel von Marius. Ja, der hat alles versprochen, das ist ja dein, nein, das ist exklusiv. Und auf einmal waren an den Zeitungsständen, war überall ich, überall. Und dann waren Plakate in der ganzen Stadt, überall. Aber ich schwöre dir, das hat bei mir jetzt dazu geführt, ich habe mich da selbst als Produkt gesehen und es hat mich nicht in irgendeiner Art und Weise dazu gebracht zu denken, das bist du, der das auslöst. Wirklich nicht. Gott sei Dank. Und mir ist das bis heute auch nicht klar. Also ich habe auch oft, ich gehe an die Tür und morgens und total verschlafen und alles und nehme was entgegen. Und dann stehen Leute da, die so gucken, als wäre ihnen der Heilige Geist erschienen. Und bis heute kapiere ich das nicht. Und Gott sei Dank. Hattest du das selber nie als Teenager, dass du irgendwie Stars angehimmelt hast? Nicht in dem Sinne. Ich habe mitgekriegt, dass meine Schwester, die zwei Jahre älter war als ich, die hatte natürlich dieses Teenager-Leben mit Autogrammen und allem möglichen Tra-Ra. Ich habe auch Leute bewundert und sie auch kopiert, was heute die Menschen gar nicht mehr so machen, leider. Weil du lernst wahnsinnig viel durch die Kopie. Wen hast du kopiert? Man hat sich ja selbst nie vorstellen können, dass man selbst mal ins Studio darf oder selbst mal mit dem, was man macht, Geld verdienen kann mit der Musik oder so. Also hat man Leute kopiert bis zum Exzess und hat dadurch gelernt. Das erzeugt aber auch so eine gewisse Demut. Man hat sich gar nicht getraut, am Anfang selbst was zu schreiben, zu komponieren oder zu texten. Man hat gecovert. Ja, aber dadurch war, das war viel zu groß, weißt du, wenn du so eine englische Band gesehen hast und die konnten richtig spielen und die sangen ganz toll und so, da warst du voller Bewunderung. Und das finde ich im Grunde genommen gesünder, als wenn man von Anfang an denkt, man ist der Größte. Es gibt eine Szene in dem Film, wie hieß nochmal diese Band mit, wie hieß die, mein Gedächtnis? Ich gucke jetzt nicht nach. Welche Band? Die zweite, die du hattest. Harakiri. Danke. Nee, noch, und was, wie noch? Harakiri Wum. Harakiri Wum, nee, das war eine Geschichte, da war ich 18, glaube ich. Und wir bekamen ein Angebot von einem Kölner Produzenten, der wollte einen Film drehen, so im Richard Lester Stil. Und es ging darum, eine Band gewann irgendwie den Wettbewerb Deutschlands Beste Beat Band, das hieß ja damals noch Beat. Also man muss es erklären, Deutschlands Beste Beat Band war das, Deutschland sucht den Superstar aus den 60ern. Ja, du musst aber noch richtig spielen, also es war nicht so im Fernsehen oder so, das war so. Und diese Wettbewerber gab es und diese Band gewann den Wettbewerb Deutschlands Beste Beat Band und mit einem Plattenvertrag dann, war ja auch verrückt. Und der Bandleader wurde dann zur Bundeswehr eingezogen. Das war der Film. So ein Filmchen. Und die versuchten dann alles, dass er nicht zur Bundeswehr eingezogen wird. Der trat als Jogi auf, der trat als Frau auf, der trat als das, also funktioniert alles nicht, der wurde zur Bundeswehr eingezogen. Und es gab noch dieses letzte Konzert, wo es darum ging, wer wird Deutschlands Beste Beat Band. Und der wurde dann von der Band entführt auf dem Ball der Bundeswehr, wo er Schlagzeug spielte. Und ich wurde ausgetauscht gegen einen anderen Trommler übrigens, Klaus Dinger, der später bei Neu, glaube ich, hat er getroffen. Es gab die berühmte Klaus Dinger, die damals riesig, richtig gute, tolle Leute. Und daraufhin sollte der gesendet werden, auf einmal wurde der abgesetzt. Und da habe ich mich erkundigt, warum? Und dann hat die Bundeswehr gesagt, das wäre wertversetzend, der Film. Man muss sich das damals nochmal vorstellen. Also das Verteidigungsministerium ist vorab gegen diesen Film vorgegangen. Das hat verhindert, dass es im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß mich zu wehren, habe den Spiegel angerufen. Und dann brachte der Spiegel einen Artikel und dann wurde er auf einmal doch gesendet. Zu dem, warum ich gerade auf den Film kam. Ich saß gestern mit offenem Mund vor einer Szene, die nämlich, dieser Film ist nicht mehr zu kriegen. Und es gibt kaum Aufnahmen, aber in der Doku, die Christoph erwähnt hat, taucht das auf. Und du siehst, es gibt eine Phase in deinem Leben, da sahst du aus wie David Bowie. Ich weiß nicht, ob das 100 Leute schon gesagt haben. Ich saß da, das ist David Bowie, so wie er damals auch aussah. Du hast ja gesagt, man hat erst mal sich Ikonen gesucht, die imitiert. Das ist wirklich frappierend. Na, Bowie war erst sehr spät bei mir, also mit Ziggy Stardust. Genau, so sahst du aus. Großartige Platte, wobei er das auch von Mark Bohlen alles gestohlen hat. Mark Bohlen war wirklich der, der Glamrock erfunden hatte. Und man, das kann man auch hören. Aber Bowie, ich wurde das erste Mal verglichen mit Bowie, das war von Don Pennebaker. Verdammt, okay, ich bin nicht der erste. Ich dachte, das ist ein origineller Einsicht. Don Pennebaker sagte immer zu mir, als er unsere Tour dokumentiert hat, der sagte zu mir, you're a Bowie look alike. Ja. Also der hat mich mit Bowie immer verglichen. Und das war natürlich eine Ehre, weil der, ich fand den schon großartig, weil er sich immer wieder neu erfunden hat und immer neue Herausforderungen, wo der gesucht hat und auch seinen Stil gewechselt hat, dieses Erscheinungsbild gewechselt hat. Weil das ist auch für mich interessant, nicht irgendwie das goldene Ei zu haben und das dann zu kochen, bis es gelb und grau wird. Das war nie mein Interesse. Also man kreiert so Sachen und da musst du sie aber auch, wenn sie konsumierbar werden, versuchen wieder zu brechen. Das war immer mehr mein Interesse. Kann man sich halt, also für mich war das jedenfalls nochmal so ein augenöffneter Moment, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Man kennt dich eigentlich nur in schwarz, heute jetzt nicht, aber sonst. Oder in sehr feinen Anzügen, also es gab ja so verschiedene Phasen und die waren mir komplett neu. Na, ich ziehe an, was ich anziehen möchte. Das ist einfach. Ach so ist das. Ja, also mit den Anzügen, damals hatte ich einen gewissen Plan, aufgrund des Theo-Filmes, weil ich für alle immer so der Kumpel war und alle auch rumliefen. Die Bands waren damals so, die sahen alle aus wie ihre Rodis. Ist wahr. Mit so schlecht sitzenden Jeans und das. Und ich war immer sehr, was, was, ich war immer sehr interessiert an Formen und sehe Mode fast wie Architektur. Und ich glaube auch, was an Mode faszinierend ist, ist die Silhouette erst mal. Das kommt vor Farbe, vor Fabrik, vor allem die reine Silhouette. Und dann, wenn du dann weißt und ein Gefühl, dass du hast, welche Silhouette zu dir passt, dann bist du schon sehr, sehr weit. Aber es ist auch nicht so, dass ich mir da große Gedanken drüber mache. Also meine Frau, wenn wir irgendwo hin müssen, überlegt die schon zwei Wochen vorher, was sie anzieht und sagt dann, ja, was siehst du denn an? Was siehst du denn da zu diesem Auftritt? Anzug. Dann sage ich, weiß ich nicht. Ich nehme mir irgendwas, was mir gerade an dem Tag passend erscheint oder wo ich mich wohlfühle. Viel mehr ist gar nicht dahinter. Bei den Anzügen damals war der Fall. Ich wurde eingeladen nach einem Konzert in Hannover vor 65.000 und das war, glaube ich, drei oder vier Mal Ausverkauf von Herrn Armani nach Mailand zu kommen und du wurdest da auch eingekleidet. Und da habe ich Clapton getroffen, Lauren Bacall getroffen, also nur riesige Berühmtheiten und bekam dann von dem Anzüge und habe dann gemerkt, dass wenn du einen Anzug trägst, dass das Respekt erzeugt, dass das Distanz erzeugt. Und das war mir damals sehr recht, weil ich immer war, ah, da kommt der Marius und unser Kumpel und so, was ich nie war. Ich war nie ein Kumpeltyp. Und dann wurdest du ja auch, also der sogenannte Armani-Rocker, wurde ja dann von der Musikpresse dann auch gegen dich verwendet. Da sagt man, der ist nicht mehr einer von uns, sondern das ist jetzt der Armani-Rocker. War das in Wahrheit für dich ein Kompliment? Du, ich habe mit so viel Label gelebt in meinem Leben. Alle waren idiotisch. Ich war Superstar, ich war dann der erste Megastar, ich war der, ich war der deutsche so und so, der deutsche so und so. Nie jemand ist auf die Idee gekommen, dass ich ich bin. Ja. Das gibt es zu verteidigen einfach. Wir springen ja noch im Lebenslauf kurz hin. Wir fangen ja gerade erst an. Also nur ein kurzer Seitenaspekt, ist eine der ikonischsten Szenen aus der dann späteren Zeit, als du wirklich vor 100.000 Leuten gespielt hast. Ich meine in Düsseldorf, die Szene, die sich mir eingeprägt hat, diese gigantomanische Tour mit diesem Radioteleskop, was im Hintergrund als Bildschirm hochgefahren wird. Man kann sich, also ich war noch nie in so einem Konzert, ich sehe diese Bilder jetzt so unfassbar, dass du so einen schillernden Armani-Anzug auch getragen hast. Nein, nein, die, was wir damals an hatten, war folgendes. Ich hatte mir überlegt, ich hatte die Beatles gesehen mit 16 Jahren, glaube ich, 15, 16, war kurz, musste in Köln sein zu einem Hörspiel. Ich habe sehr viele Hörspiele gemacht. Als Schauspieler. Was wunderbar war, weil du hast mit den tollsten Schauspielern und dem Mikrofon rum und hast gespielt. Ja. Und hatte Karten für die Beatles in der Essener Krugerhalle. War damals die größte Halle. 6.000 Leute. Ja, war riesig. Und musste den Zug kriegen, damit ich da hinkam. Habe ich knapp geschafft, kam dann in die Halle und habe nur gedacht. Wow, was? Ich habe noch nie so eine große Halle gesehen. Und dann kamen die Beatles und das war zu der Zeit, war sie auch noch, Paperback Rider. Und die hatten alle die gleichen Anzüge an. Das ist mir nie aus dem Kopf gegangen, weil ich dachte, das ist ja toll, das sieht ja toll aus. Und dieses Konzert ging dann los und ich habe gar nichts mehr gesehen, weil kreischende Teenies auf mir saßen, standen und weiß ich was alles. Aber das ist eine bleibende Erinnerung. Und ich habe gedacht, es wäre eigentlich schön, so eine Band mal wieder und jetzt ist auch genug Kohle da, wo man das machen kann, die alle mal wieder einzukleiden gleich. Ja. Und das haben wir da gemacht. Und es war wirklich geplant, dass das, weil ich es nicht mehr wollte, die letzte Stadion-Tournee ist und habe gesagt, die will ich richtig genießen. Und wir müssen auch da was machen, was Leute, war für mich immer wichtig, dass sie das nicht vergessen. Weil ich habe mir immer gedacht, was nützt hier Geld? Mir nützt heute, wenn ich Leute treffe, die sagen, ich war damals, als du diese Show gemacht hast, war ich in dieser Show und ich habe das nie vergessen, ich hatte neulich eine Optikerin in einem Brillenladen, kam da rein und die fing an zu weinen. Nee. Und das rührt mich zu Tode. Und wenn ich jetzt sagen würde, jetzt hätte ich, wenn ich, Leute nannten mich immer Geldverbrennungsanlage, weil ich so viel Geld in die Produktion reingetan habe, weil ich es einfach so wollte. Was kostet so eine Produktion nur mal so für allein? Es war absoluter Schwachsinn. Also jemand, der Bruder von Professor Jürgen Flimm, der war ja Bühnenbildner, inzwischen auch dort. Und ich arbeite seit langem mit Leuten zusammen, die beim Theater arbeiten, weil es einfach für mich wichtig ist, auch vom Licht her eine Dramaturgie zu entwickeln. Wenn du ein Licht wechselst auf der Bühne, muss das einen Sinn haben. Das darf nicht nur sagen, mehr Lampen. So wie bei uns. Also einfach. Naja, aber mehr so, dass es szenisch ist. Du wechselst eine Szene und dann wechselt sich das Licht. Aber es muss dramaturgisch begründbar sein für mich. Das Gleiche mit dem Bühnenbild. Und der hatte dann die Idee, diese riesige... Ist das ein Teil? So ein Satelliten... Das kann man sich gar nicht... Wie groß war das Ding? Riesig. Weil die größte, um zu der Zeit die größte Videoleinwand der Welt. 3.000 Leute tot, also so groß. Und das wurde am Anfang stand das so, und dann wurde es so hochgefahren. Das hatte viele Probleme bereitet. Glaube ich. Aber allein diese ganze Mechanik, die da bestand, kostete damals, ich glaube, 65.000. Aber die gesamte Satellitenwand kostete eine Million. Ich hätte jetzt mehr gedacht. Das hat es jetzt insgesamt bekommen. Ja, aber pass auf. Dann kam raus, wir haben das Ding gebaut, und dann kam raus, dass gar nicht die Zeit war, zwischen den Konzerten das aufzubauen. Also praktisch... Mehrere. Da brauchte ich auf einmal zwei Produktionen. Alter Schwede. Das dauerte drei Tage, diesen Scheiß aufzubauen. Sorry. Das ist okay. Mein Language. Und einmal hatten wir das Problem, und da war ich auch sauer auf dem Bühnenbildner. Wir waren in Düsseldorf im Stadion, und sagte er, wir kriegen die hier gar nicht rein. Und dann habt ihr die Wand weggerissen? Nein, wir haben zwei riesige russische Transporthubschrauber, die... Nee, Antonov? Nee, das sind die Leute, wie heißen die? Absoluter Gigantismus. Und die mussten dann dieses Ding in das Stadion reinfliegen und dann auch wieder rausfliegen. Und es wurde immer teurer. Es wurde immer teurer. Dann waren wir... Das Erste war, was passierte, wir waren in Hannover. Mein Lichtmann war Patrick Woodruff, der auch Rolling Stones und Michael Jackson gemacht hat. War auch witzig, weil wir waren beim Proben in Hannover im Stadion, und Mick Jagger rief an. Wo ist mein Lichtmann? Nein, der hat gesagt, where are you, Patrick, where are you? Und Patrick war funny, weil der klingt genau wie Jagger. Also die eigene Frau hat mal, der hat mal bei Jerry Hall angerufen, und Jerry Hall hat gesagt, Mick, ja, and this and that, und der hat den gleichen Akzent und die gleiche Stimme. Und Mick sagte, where are you? Und er sagt, ja, ich bin hier mit Westernhagen, und wir fangen morgen Stadionturnier an, und wir sind hier. Und Jagger sagte, was wieder zeigt, wie informiert er ist, und was der für ein Geschäftsmann ist. Is that that guy that sells out every show? Weil sonst hatten sie damals Probleme. Wir waren zur gleichen Zeit auf der Tour. Und er war nicht ausverkauft. Der hat da angerufen. Auch Wahnsinn. Und dann auf einmal, einen Abend bevor die Premiere war, funktionierte diese scheiß Watt, die so viel Geld kostete. Und da bin ich das erste Mal dann auch etwas bütender geworden, und ich habe gesagt, ich gehe jetzt in die Garderobe. Und wenn ich in 15 Minuten rauskomme, und das Ding bewegt sich nicht, dann rufe ich meinen Anwalt an. Und nach 15 Minuten kam ich raus, und das Ding funktionierte. Dafür sind Anwälte gut. Ja, aber wenn ich das weiter erzählen darf, wir haben ja Zeit, wir haben dann in München gespielt. Ja, ja, wir haben Zeit. Gerade erst angefangen. Wir haben in München gespielt, Olympiastadion. Und es kam eine Ansage. Da haben die Stones auch gerade gespielt, ne? Was? Da haben die Stones auch gerade gespielt. Das ist genau die Liga. Und es kam die Ansage, es kommt ein wahnsinniges Unwetter. Und ich habe gesagt, ach Gott, das wäre, okay. Okay, wir spielen trotzdem. Und im Endeffekt war das so, sagt der Mars, wir können aber die Video-Wall nicht hochfahren. Ich sage, wieso nicht? Das ist die Sensation der Schau überhaupt. Wahnsinn. Ja, weil die ist voller Wasser. Wenn wir die hochfahren, dann werdet ihr einfach von der Bühne runtergespült. Und ich kam raus auf die Bühne, und vor mir waren nur nackte Menschen, weil die sich alle ausgezogen haben. Es war Hochsommer, aber der Flughafen war gesperrt, die Haut war gesperrt. Und wir standen, was auch nicht ungefährlich ist, bis zu den Knien im Wasser. Nee. Haben die Show aber durchgezogen. Ist da nicht so Starkstrom auch? Und das wäre, ja, es ging, aber es war auch ein wahnsinniges Konzert, weil du wieder gesehen hast, im Endeffekt zählen dann doch die Songs und die Performance und diese ganzen Kladderadatsch, den man so um sich rumbaut, ist eigentlich unnötig. Sagt der Mann, der eine Million für so eine Teleskopantenne braucht? Ja, aber ich wollte es unbedingt machen. Natürlich habe ich dann nicht mehr so viel von dir da dran, um Gottes Willen. Aber es war ein Riesenrisiko. Aber was hat die Tournee nochmal insgesamt gekostet? Die Zahl habe ich vorher nicht gehört. Das weiß ich nicht, weil ich mich um sowas immer nie, blöderweise nie gekümmert habe. Aber Größenordnung, was kostet sowas? Also das muss ja dann schon viele Millionen gekostet haben. Ja, es ist so, dass du damals so zwischen 30.000 und 40.000 Leute überhaupt braucht es, um auf Break-Even zu kommen. Aber wie gesagt, leider haben sie mir da damals auch alles recht gemacht. Und ich bin halt so ein Typ, wenn ich sage, da ist ein Farbklecks, den würde ich gerne weg haben. Und dann wird mir gesagt, ja, aber das sieht doch keiner. Ich sage, ja, aber ich sehe das. Das ist mir wichtig, dass das alles die höchstmögliche Qualität hat. Das heißt, es hat dir selber auch gar nicht so gut getan? Finanziell sicher nicht, aber man soll Geld auch nicht so wichtig nehmen. Entschuldigung, wir sind abgeschwiffen. Ich war gerade noch beim Vater. Also insofern, wir fangen ja gerade erst an. Deine Mutter, Lieselotte, war Regierungsbeamtin? Die war was? War sie Regierungsbeamtin? Die war dann Regierungsbeamtin. Weil meine Mutter war ja die Einzige, die kam immer, wie sie selbst sagte, aus einer Off-Ziers-Familie. Ihr Vater war Militär und war Chefingenieur der U-Boot-Flotte und war ein absoluter Anti-Nazi, wie die meisten Militärs damals. Und er hat immer gesagt, wenn einer von euch hier bei mir zu Hause die Hand erhebt zum Gruß, hake ich dem die Hand ab. Und das war schon ein großer Zwiespalt. Und die wuchs aber in einer sehr disziplinierten Familie auf, wo alle auch am Abendessen sein mussten, auf dem Punkt, wo alle auch gerade sitzen mussten. Und die war halt so, die hat dann, wenn es bei uns zu Hause mal wieder so ging, dass nichts mehr lief, wenn mein Vater so krank war oder Depressionen hatte, dann die Ärmel hochgekrempelt hat und einfach einen Job angenommen hat. Also da war die fantastisch. Und dennoch hattest du, glaube ich, bis kurz vor ihrem Tod ein eher kompliziertes Verhältnis zu ihr, oder? Ich hatte ein kompliziertes Verhältnis, weil als sie in der Welt lebte, die ich nicht verstand und ich in der Welt lebte, die sie nicht verstand. Und meine erste Frau hat mir dann geraten, ist doch egal, du hast die Pflicht, deine Mutter glücklich zu machen. Telefoniere einmal die Woche mit ihr. Du hörst sie dann an, was sie sagt und sagst, ja, ist gut. Und dann war das auch entspannt. Ich habe 52 Jahre dafür gebraucht, für diese Erkenntnis. Ja, man denkt, man könnte seine Eltern noch belehren. Das wird aber nicht funktionieren. Nein, kann man nicht. Nein, kannst du nicht. Und das Verhältnis hat sich wann eigentlich nochmal gebessert? Es hat sich entspannt. Aber für mich war es schwer, weil ich war gerade auf dieser Tour, dieser gigantischen Tour, und sie lag im Krankenhaus und lag im Sterben. Aber wie meine Mutter tickt, kann man daran sehen, oder getickt hat. Meine Mutter hat immer für ihr Bild gelebt, was Menschen außen von ihr gesehen haben. Die waren nie frei. Auch das war für mich so ein Prozess, wo ich sehr viel gelernt habe, dass das vollkommen unwichtig ist. Und ich war bei ihrem Krankenhaus, immer zwischendurch, zwischen den Konzerten, und meine Mutter tickte so. Die sagte, wenn ich sterbe, du sagst, kein Konzert ab. Und ich habe gesagt, natürlich sage ich ein Konzert ab. Wenn du stirbst, natürlich sage ich die Konzerte ab. Und sie hat gesagt, das tust du auf keinen Fall. Das musst du mir versprechen. Das ist deine Pflicht. Offizierstochter. Ja, das ist deine Pflicht. Und meine Mutter ist gestorben, in der Nacht, nach meinem letzten Konzert. Die hat abgewartet wirklich, bis diese Tour beendet war und ist dann gestorben. Und so ist meine Mutter so getickt. Und ich habe auch meiner jetzigen Frau immer gesagt, wenn du aufhörst, durch den Applaus anderer zu leben oder durch die Bestätigung anderer zu leben, das ist ein großer Schritt zur Freiheit. Wann war der bei dir? Spät. Spät auch. Ich war unfassbar verletzbar durch Kritik, weil ich auch immer das Problem hatte, mit dem Ganzen immer zu glauben, du hast das nicht verdient, du bist nicht gut genug. Ich habe mir gedacht, jetzt eines Tages kommen die dir auf die Schliche und sagen, der hat es einfach nicht drauf, der ist nicht gut. Und die Bestätigung kam sehr spät, im Grunde genommen, erst als ich angefangen habe, in Amerika mit diesen unfassbaren amerikanischen Musikern zu arbeiten, die aufgrund dessen, was ich geschrieben habe und komponiert habe, auch mich einfach respektiert und akzeptiert haben, als wäre ich einer von ihnen. Also das war ja im Grunde genommen, es war ja dann nach deinen riesigen Erfolgen. Also du warst schon... Ja, ja, lange danach. Der große Westernhagen, hast du aber immer noch... Na, habe ich noch nie geglaubt. Habe ich aber... Also wirklich nicht. Wirklich nicht. Es ist auch keine Koketterie und so. Natürlich, wenn du in so eine Situation gerätst, wo Leute dich so fast für Gott gleich halten, ist das gefährlich. Du gerätst auf einmal auch in eine Situation, wo du mehr Geld zur Verfügung hast, als du dir jemals hast vorstellen können. Und dann hast du ja auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst immer demütiger und dankbarer oder du drehst vollkommen durch und denkst, du bist wirklich unfassbar gut. Das ist bei mir Gott sei Dank nie passiert. Ich gehe heute noch durch meine Wohnung und denke, wer hätte das gedacht, dass ich mir das hätte mal leisten können. Du hast mal gesagt, also du hast ja schon erwähnt, dein Vater hatte nach dem Krieg wirklich, heute würde man sagen, schwere Depressionen. Du hast mal darüber gesprochen, dass du selber auch therapeutischen Rat schon gesucht hast, zu Schwermut neigst und solche Dinge. War das sozusagen korreliert mit dieser Hyperphase mit den 100.000 Leuten und der Parabolantenne? Nee, eher das Gegenteil. Eher das Gegenteil. Ich hatte während einer Tournee und das muss gar nicht Traurigkeit gewesen sein, aber du musst das aushalten. Man kann das Menschen auch nicht vermitteln. Wenn du auf die Bühne gehst und da sind 80, 100, 110.000 Leute, die alle auf dich projizieren, das ist körperlich spürbar. Und du musst das ja aushalten können und musst versuchen, also ich habe mich immer wahnsinnig verantwortlich gefühlt für ein Publikum, das zu steuern, das im Griff zu behalten und selbst den Menschen noch Energie zu geben. Das ist ja das, wenn du bereit bist, dahin zu gehen, wo es weh tut, also wirklich zutiefst, wenn du singst, zutiefst zu empfinden, ist das sehr anstrengend. Das ist gar nicht mal so eine physische, aber es ist eine sehr starke mentale Arbeit. Und ich hatte oft auf diesen Krisentourneen, dass ich dann im Hotel war und du wachst nächsten Morgen auf, du siehst, was gestern passiert ist, nicht als Realität. Siehst du nicht als Realität. Du denkst einfach nur, bist du bekloppt, da rauszugehen? Und dann, ich hatte wirklich oft sehr Heulkrämpfe, wo meine damalige Partnerin sehr irritiert war, weil sie immer dachte, vielleicht ist sie das oder sonst was. Aber es ist einfach so eine Spannung, die sich dann lösen musste, weil du auch siehst. Also für mich war es immer erstaunlich. Ich hatte Publikum aus mehreren Generationen, aus verschiedenen sozialen Schichten und auf einmal funktionierte das alles. Es war alles so einfach. Das war so eine Solidarität da und du weißt am nächsten Morgen, du hast eigentlich nichts erreicht. Heute Abend geht es wieder neu los, obwohl du gestern Abend praktisch alles gegeben hast, was du hast. Und das habe ich wirklich. Das habe ich wirklich. Ich habe nie mich zurückgehalten. Ich habe oft versucht, okay, wir sind heute Abend nur hier, da kann man vielleicht ein bisschen weniger. Ist mir nie gelungen. Wenn ich vor so Leuten stehe, dann will ich auch alles geben, was ich habe. Das ist auch meine Verantwortung. Komplette Laienfrage. Man spielt jeden Abend oder hat man auch mal einen Abend frei? Doch, hast du. Hast du. Also in der Größenordnung geht es gar nicht anders. Ja. Weil, wie gesagt, mit dem Aufbau, du hast bei den, die Stadionkonzerte waren in der Sinne, was physisch angeht, am einfachsten, weil du hast frische Luft und du hast auch zwischen den verschiedenen Städten ein paar Tage Pause. Das war ganz am Anfang. Das könnte ich gar nicht mehr durchstehen. Wir sind am Anfang mit dem VW-Bus rum. Da war die Anlage drin, die Band drin und du hast fünf Tage hintereinander gespielt und hattest dann vielleicht einen Tag Pause. Und du hast doch mal dir auf der Bühne den Arm gebrochen. Alter, es gibt einen Bind, ne? Und dann liegst du im Krankenhaus nach der Operation und dein Tourmanager fragt dich, sag mal jetzt mal was ganz anderes, kannst du morgen wieder spielen. Ja, ich war gerade aufgewacht. Weil ich habe die Tournee leider nicht versichert. Stimmt, ja. Was ging dir da durch den Kopf? Idiot. Und dann war ich ganz schnell wieder auf der Bühne mit so einem Gipsarm und dann haben die Ärzte gesagt, Marius, wenn du nochmal fällst, kannst du den Arm vergessen. Alter. Ich hatte so eine Ledermanschette dann nach vier Wochen und dann musste ich wieder auf Tour. Aber das sind ja die Sachen, wo du lernst, wo ich ja auch heute so junge Musiker, das tut mir leid, weil wir haben angefangen zu spielen in Clubs, wirklich acht, zwölf Stunden die Nacht. Und du spielst es zum Tanz und musstest nach einer halben Stunde immer eine Pause machen, weil die verdienten durch Getränkeverkauf. Und dann musstest du auch abends, dann kam immer irgendein Mädchen und sagt, du kannst du nochmal Sunny singen oder so. Und dann am Abend sang sie irgendwie zehn, zwölf Mal den gleichen Song, weil irgendjemand das gerne hören wollte. Das war eine harte Schule, aber du hast gelernt, die Psyche des Publikums und wie du ein Publikum handeln sollst oder kannst, das lernst du da. Das ist nicht so wie heute eine Castingshow und dann bin ich auf einmal berühmt, wo sowieso keiner dachte, das wird jemals passieren. Hat man ja auch vergessen, dass die Beatles zum Beispiel waren ja auch eine Coverwende. Das war das Gleiche, ja. Und das war harte Arbeit, weil ich war der Idiot, der Einzelne, der da einen Führerschein hatte sehr früh, also musste ich den Bus fahren. Das hieß aber auch selbst, die Sachen einladen im Übungsraum, ausladen, aufbauen, zusammenbauen. Du hattest ja keine Rohde. Ich habe das später so genossen. Da ist jemand, der zieht dir deine Gitarrensaiten auf oder der trägt dir alles hinterher. Aber ich habe die anderen Zeiten erlebt und wenn du gegessen hast, hast du hinter den Verstärkern gegessen eine Currywurst. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Aber ich möchte diese Zeit wirklich nicht missen. Wirklich nicht. Du bist ja in Düsseldorf mit 14 vom Gymnasium abgegangen, dann Handelsschule, gerade noch so die mittlere Reife und dann, aber wichtiger war eigentlich die Gesangsschule in Hamburg und überhaupt der Umzug nach Hamburg. und legendär ist die Villa Kunterbund, eine WG, in der Udo Lindenberg, Otto Walkes, Willem und Marius Müller-Westernhagen und Conny Plank, der große Kraftwerk-Photel. Durch Conny kam ich da hinten auf. Also du musst uns mal kurz mitnehmen in diese Zeit, in diese Welt, während Jochen uns das erste Glas Wein einschenkt. Ja, ich fühlte mich inspiriert durch die Villa Kunterbund. Wie kamst du in diese Villa Kunterbund? Es kam daher, Otto, Udo und ich bekam eine Verbindung durch Colli Spinnraths. Colli Spinnraths war ein wirklich legendärer Fernsehredakteur, die damals natürlich noch viel mehr durften. Es war viel, viel mehr möglich. Der so progressive Shows machte. Unter anderem auch eine Show mit damals Vicky Leandros. Das waren wirklich tolle Shows. Und der hatte die verrückte Idee, ich suche mir jetzt drei Jungs, die vollkommen unbekannt sind, die wahrscheinlich auch nie bekannt werden. Und wir machen jetzt eine Show mit denen, wo wir alle behandeln, als wären alle drei Superstars. Das war Otto, das war Udo und das war ich. Und man versteht den Witz nicht, weil es sind ja Superstars, aber damals kannte euch? Keiner. Man kannte mich in der Szene, man kannte Udo in der Szene, der wirklich großartiger Schlagzeuger war. und Otto fing gerade an, seine legendären Audimax-Konzerte in Hamburg zu machen. Stimmt es, dass ihr euch eigentlich im Grunde genommen habt, weil ihr kein Geld hattet, dass Otto abends zu dir gegangen ist und gesagt hat, wir müssen jetzt mal in ein paar Kneipen und du singst ein bisschen und ich mache ein paar Witze. Ja, in seinem Renault R4, der hatte keine Außenspiegel und er hatte immer hinten, weil Otto wollte ja am Anfang auch keine Plattenfirma sein und er hatte immer die gepressten Platten von sich hinten im Kofferraum und hat die überall verschenkt. Sein Manager war da immer stinksauer, als Otto merkt es. Der war immer, hast du sie nicht alle, du Spinner. Und wir sind abends rumgefahren und hat gesagt, wir fahren jetzt mal da und da hin. Hat er wirklich so gesprochen? Ich spiele Gitarre und du singst den Blues und dann können wir da umsonst saufen. Spricht der privat wirklich so? Spricht der wirklich so privat, wie du ihn gerade nachmachst? Ja, also Otto war ja immer, ich kenne ihn ein bisschen genauer und ich weiß, dass das ein sehr intelligenter, sehr begabter und sehr ernsthafter Mensch auch sein kann. Aber ich glaube, sobald da zwei Leute sind, ist das Publikum. Okay. Und dann ist er auch so, wie er in seiner Rolle ist. Aber ich liebe ihn sehr. Ja, ja. Und er ist wirklich kluger und sehr, sehr ernsthafter Junge, der sich aber hinter, halt hinter dieser sicheren Maske dann verbirgt. Was viele tun. Auf die Villa Kunterbund, auf Otto. Auf die Villa Kunterbund. Auf euch. Auf euch. Ich habe eine Bitte an unsere Kolleginnen und Kollegen, die hier rumwuseln. Wir hatten eigentlich ein Spiel vor, das machen wir nicht, aber wir haben ein bisschen Moselwein gebunkert. Wenn also jemand Moselwein will, können wir vielleicht versuchen, den ins Publikum diffundieren zu lassen. Ich glaube, es sind mehrere Schisten. Grauenhafter Wein, grauenhaft, wisst ihr ja, Moselwein. Und natürlich sind wir auch nicht böse, wenn ihr mal rausgeht, guckt, ob es noch was zu essen gibt, wiederkommt. Es dauert länger. Wir haben ja gerade erst angefangen. Insofern, bitte esst, trinkt. Manche haben was dabei, habe ich gehört, aber draußen gibt es auch noch was. Also wir sind gar nicht böse, wenn Leute mal rausgehen, wiederkommen. Wir werden das auch machen. Aber du vielleicht nicht. auch Marius wird tolerant darüber hinweg. Villa Kunterbund, wie kamst du da hin? Also sozusagen über den Fernsehredakteur, aber du hast da nicht so... Ich wollte nach Hamburg, weil in Hamburg war was, was es in Düsseldorf schon nicht mehr gab. Es gab überall Clubs, es gab jeden Abend Live-Musik, die Plattenfirmen waren da. Und ich kam im Grunde nach Hamburg, wo ich viel auch gedreht hatte. Dadurch, dass ich diese Filmmusik gesungen habe vor Rolands Klick-Film Supermarkt. Übrigens sehr guter Film. Und Roland lief durch Hamburg und suchte jemanden, der einen Titelsong, der Blues singen konnte und den Titelsong für seinen Film singen konnte. Und dann haben alle gesagt, ja Inga, Inga Rumpf damals. Und nein, 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 ich will einen Jungen haben. Bei der Hauptdarsteller ist ein Junge, der ein Laie war, der in dem Film aber großartig ist. Und dann haben alle gesagt, ja Marius, dann musst du Marius nehmen. Und man sagt, ja, aber Marius ist doch eigentlich Schauspieler. Dann sagt er, nee, 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 der singt auch, der tritt auch manchmal hier im Onkelpö mit uns auf. Und dann rief er mich an und sagte, du, ich hätte gerne, dass du meine Hauptdarsteller synchronisierst, weil der ist zwar sehr gut in dem Film, aber der kann nicht sprechen. Und ich habe damals sehr viel synchronisiert, unter anderem auch Roman Polanski. Aber bring doch mal die Gitarre mit. Ich habe gehört, du singst. Und dann kannst du mir was vorsingen. Und so kam ich an den Job und sang dann diesen Titel Celebration, der dann in jedem Fall in Hamburg ein Riesenradio-Hit wurde. Und dann kamen die Plattenfirmen. Für mich war aber zu der damaligen Zeit überhaupt undenkbar, in Deutsch zu singen. Weil ich hatte in meinen Bands immer in Englisch gesungen, war das gewohnt und wollte es auch nicht anders. Das machte man so. Aber da hat nun der erste dann schon erfolgreich wurde, langsam Udo und wie die Plattenfirmen so denken, wir wollen jetzt so wie, so wie, so wie. Und da habe ich mich lange, lange gewehrt, überhaupt was Deutsches zu machen. Und habe dann keinen Plattenvertrag unterschrieben. und hatte dann irgendwann mal was gehört im Radio und dann wurde gesagt, einer unserer begabtesten Texter und bla bla bla. Und ich fand das ganz abwegig und furchtbar. Und dann habe ich in einer Woche mein erstes Album geschrieben. Und das Verrückte ist ja, wenn man sozusagen von heute aus auf deine Karriere schaut und diese 12 Millionen Tonträger, die du verkauft hast in deiner Karriere anguckt. Und alle sind 17. Wie viele? Es gab verschiedene, 17. Nee, 17. Ja, das geht sehr viel. Es sind ungefähr, also wenn ich da den Abrechnungen geben kann, sind es 15, 16 Millionen. Offiziell versteuerte 16 Millionen Platten. Ja, nach Steuern sind es 16 Millionen. Die werden nur nicht so, also wo diese Quellen immer herkommen, die werden nicht so gerechnet, weil die rechnen nur immer nach den Einheiten von Gold- und Platinplatten. Wenn du jetzt zum Beispiel, du machst jetzt eine Goldplatte, dann wird das gerechnet 250.000. Wenn du aber jetzt 400.000 verkauft hast, fallen die 200 unter den Tisch. Also ist, wenn ich dir wirklich, wenn ich der Steuer treuen darf, sind es mehr, ja. Also dann haben wir einmal für Wikipedia, weil es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Angaben, 16 Millionen, können wir uns einmal darauf einigen. Dann denkt man so, okay, ist einfach gut gelaufen, viele Hits, viele große Alten. Viel Glück. Viel Glück. Aber jetzt hatte ich ja nie, ich hatte einen, nee, jetzt habe ich sogar zwei. Also Entschuldigung. Ich hatte als Single, ich hatte einen Top Ten Single Hit, der war wieder hier. Okay, aber es gab ein paar Alben, die auf Platz 1 waren. Ja, jede Menge, ich glaube neun oder zehn. Das sind ja auch die, mit denen man dann auch mehr Geld verdient, als mit den Singles. Damals noch, ja. Aber was ich eigentlich sagen will, deine ersten vier Alben, glaube ich, waren doch alle nicht so richtig erfolgreich und du warst doch sehr auf der Suche nach einem eigenen Sound. Ich, was nach der Zeit oder? Am Anfang. Am Anfang, das waren Achtungserfolge, weil da gab es noch, da gab es Schlager, was ich immer gehasst habe. Das war für mich nie was, was ich gerne mochte. Und dann kam diese Platte das erste Mal und die hatte einen Achtungserfolg. Das war für jemanden, der das ernsthaft betreiben wollte und auch so einen künstlerischen Ansatz hatte. mit 20.000, da wurde damals weitergemacht mit Plattenfirmen. Und es wurde auch beim zweiten Mal weitergemacht und beim dritten Mal. Meine Platten wurden immer schrecklicher und immer weniger erfolgreich. Trotzdem saß da jemand, ein Music-Lover, wie ich gerne sage, in der Plattenfirma, der gedacht hat, irgendwas ist mit dem Kerl, lass den weitermachen. Und ich war so arrogant, nach der dritten Platte hinzugehen, in die Plattenfirma. Da war nur noch der Chef da, Sigi Loch, damals, mit dem ich heute noch befreundet bin. Damanlicher Chef von Warner Records. Ja, so eine richtig charismatische Figur, der auch selbst Jazz produzierte und heute das erfolgreichste Jazz-Label in Europa hat. Und der saß da und ich habe gesagt, ich mache keine Musik mehr. Ich konnte große Klappe haben, weil ich hatte mit der Schauspielerei ein zweites Standbein. Außer du setzt jetzt mir ein Schrieb auf, dass ich so lange, ich bei deiner Firma bin, totale künstlerische Freiheit habe. Also ich diskutiere meine Texte nicht mehr mit deinen Leuten, die eh zu blöd sind, die zu verstehen. Und ich will auch nicht, dass im Studio jemand anruft und sagt, wie läuft es denn? Und spiel doch schon mal was vor. Das war natürlich die Oberfrechheit. Und der hat wahrscheinlich gedacht, der ist so frech, das mache ich. Und der hat sich hingesetzt, hat fast die Schreibmaschine kaputt gemacht und hat mir das reingetippt. Und seitdem habe ich es auch so beibehalten, bei mir darf keiner von einer Plattenfirma ins Studio kommen oder so. Und heute wissen sie es noch nicht mehr, wenn ich was mache. Ich unterschreibe immer noch einen Vertrag für eine Platte, finanziere die selbst, mache meine Platte, keiner weiß, dass ich dabei bin, mache das Cover fertig und dann gehe ich da hin und sage, hört es euch an. Mit Cover? Mit allem. Mit allem, was irgendwie kreativ vorher zu bewältigen ist und sagt dann, take it or leave it. Nee. Doch. Und dann sagen die? Ja, weil guck mal, ich glaube, das Manko heute an der Musik, die so kommerzialisiert ist und so durchdacht ist und durch Umfragen bei Leuten, was mögen sie, was mögen sie nicht, auf einmal ist das keine künstlerische Arbeit mehr, sondern setzt sich aus der Meinung von wahnsinnig vielen Leuten auseinander. Und wenn du gar kein Selbstbewusstsein hast, dann kannst du jeden fragen, jeder hat eine eigene Meinung. Ja, das finde ich nicht so gut. Und es wird immer geändert, geändert, geändert. Im Endeffekt hat das ja nichts mehr mit der Person zu tun, die das Ganze kreiert. Also will ich alles vorher fertig machen, fertig stellen und alles gehört für mich auch zusammen. Dann auch, was PR angeht, was Design angeht, das muss alles von einer Person kommen, für mich. und Gott sei Dank, dank den Menschen, die Platten gekauft haben von mir und die in die Shows gekommen sind, habe ich mir diese Freiheit erarbeiten können. Und da mir nicht so wichtig ist, ob ich noch ein Auto kaufen kann oder noch irgendwie... Wie viel hast du denn? Ich persönlich. weil du sagst, nein, nicht noch ein Auto. Ich bin zwar Autofan, aber ich bin sehr vernünftig. Also wenn ich ein Schrauber wäre, hätte ich wahrscheinlich nur Vintage-Gars, aber ich will, wenn ich morgens in ein Auto steige, dass das funktioniert. Ja, ich habe die Zahl nicht gesagt. Also ich habe zwei. Ah ja. Nee. Nur zwei. Zwei. Entschuldigung, ich habe von... Mehr ist doch idiotisch. Allein in den Quellen ist dann mehr, wahrscheinlich hast du auch mal eins verkauft. Ja, da kriege ich ja auch immer geschimpft, weil ich verkaufe dann ein Auto, weil ich dachte, ich kaufe ja ein neues, dann brauche ich das alte nicht mehr. Ja. Und viele Menschen denken, behalte das doch, das ist doch so schön. Aber ich bin heute noch, ich bin mir nicht im Klaren, ich frage heute noch Leute, die einen Überblick haben und mich beraten, wenn ich mir was kaufe, ob ich mir das leisten kann. Das tue ich. Und ich will auch nicht, dass mir das bewusst wird. Weißt du, wie viel Geld du auf dem Konto hast? Ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Wenn ich mir mehr als ein Hemd kaufe, dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Weißt du, wie viel du auf dem Konto hast? Nee. Will ich auch nicht wissen. Aber ich bin auch schon betrogen und beschissen worden von... Aber ich will einfach nicht anfangen, Leuten von vornherein zu misstrauen und denken, oh, da muss ich jetzt aufpassen, der bescheißt mich vielleicht. Ich will das nicht. Das ist für mich kein Leben. Aber du hast ja trotzdem immer wieder auch mit neuen Managern und Anwälten im Laufe deines Lebens gearbeitet. Ja, musst du wahrscheinlich nach einer gewissen Periode. Musst du wahrscheinlich. Woran merkt man das da, dass man denkt, jetzt... Ich habe so lange gebraucht. Ich habe wirklich tolle Manager gehabt, aber deren Fokus doch immer war Erfolg. Erfolg. Also das erste Interesse war da. Was ja auch der Job des Managers ist. Ist im Grunde genommen der Job des Managers. Ich verstehe es auch. Ich verstehe auch eine Position von einer Plattenfirma, die sagt, das wollen wir nicht haben, weil wir sehen nicht, wie man das verkaufen kann. Da sehe ich alles. Da fühle ich mich aber nicht schmaler, sondern eher bestätigt, weil für mich hat Erfolg nichts mit Qualität zu tun. Wenn es zusammenkommt, ist toll, aber wenn nicht, es kann zusammenkommen, kann man immer nur wieder sagen, Beatles, großartig und sehr erfolgreich. Aber für mich ist erst mal wichtig, habe ich das erreicht, was ich erreichen kann und erkenne ich mich in meiner Arbeit wieder. Das ist meine erste Befriedigung, die ich habe. Wenn Leute das dann mögen, freue ich mich wahnsinnig. Wenn sie es nicht mögen, entzieht sich das meiner Kontrolle und ist auch vollkommen okay. Es gab ja zum Beispiel mal eine Phase Anfang der 80er. Da hast du Synthesisern und elektronischer Musik, sagen wir mal so, experimentiert. Und da blieb plötzlich, plötzlich der Erfolg aus. Warst du denn damals mit dem Sound selber happy? Warst du selber glücklich damit oder hast du das eigentlich im Nachhinein gemacht, weil man damals das halt so machte? Und es gab aus England diese... Vielleicht sogar deshalb. Ich weiß es nicht. Aber es war auch so, dass du manchmal in der Karriere, besonders in so einer langen Karriere, an so Wegbiegungen kommst, wo du nicht mehr weißt, wie geht es jetzt weiter und wohin soll ich gehen? Ich hatte oft das Glück, dass dann jemand kam und mich an die Hand nahm. Den musst du aber auch erst mal erkennen. Das kommen wahrscheinlich viele, ne? Und natürlich geht es nicht immer vorwärts in der Entwicklung. Manchmal geht es auch rückwärts. Aber für mich ist es wichtiger, dass es sich bewegt, dass es dabei bleibt, der Bewegung. Und es waren einfach Sachen, die ich ausprobieren wollte. Und ich glaube, wir waren manchmal, also zum Beispiel bei dem Album lausige Zeiten, da glaube ich, wir waren sogar der Zeit ein bisschen voraus. Und das ist ja eher ein Kompliment. Wobei ich auch sagen muss, ich komme vom Blues, die erste Musik, die mich wirklich gepackt hat, wo ich gedacht habe, das ist für dich eine Art, sich auszudrücken. Du kommst irgendwie immer wieder darauf zurück. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, wenn ich Leute immer höre, die sagen, ja, das ist nicht modern oder das ist das nicht oder für mich gibt es nur gute Musik und schlechte Musik, gutes Theater und schlechtes Theater. Da gibt es nicht modern oder unmodern oder das ist jetzt der Stil oder der Stil. Das interessiert mich auch nicht, sondern mich interessiert, fühle ich etwas dabei, vermittle ich etwas damit und schaffe ich es Menschen, wirklich fast physisch anzufassen damit. Das ist faszinierend. Das ist zum Beispiel auch in der Schauspielerei faszinierend. Und da ist es egal, ob du vor 100.000 spielst oder vor drei Leuten. Du merkst dieses Gefühl in dem Augenblick, wahrhaftig zu sein. Das spürst du. Und das ist natürlich so eine Sucht wieder, das zu erreichen. Und woran spürt man das? Kannst du das versuchen, das nochmal zu beschreiben? Und du spürst diese Energie. Es ist wirklich verrückt. Und sobald du versuchst, das zu produzieren, gelingt es nicht, sondern es gelingt nur, wenn du wirklich fähig bist, in dem Augenblick den Zugriff auf alle deine Gefühle zu haben und das zutiefst zu empfinden. dann ist auf einmal diese unmittelbare Nähe da. Und ich habe das, ich fand zum Beispiel, was an Sinatra so faszinierend war als Sänger, dass du bei dem immer geglaubt hast, der singt nur für dich. Und das ist auch dieses Faszinierende an, wenn du eine Rede und du bist in dem Raum und Bill Clinton hält eine Rede, du hast echt das Gefühl, der redet zu dir. Der spricht nur unmittelbar zu dir, zu keinem anderen Menschen. Das ist eine Gabe. Das ist eine Gabe. Und das erzeugt dann auch selbst bei 110.000 eine gewisse Intimität und auch so ein Zusammenhörigkeitsgefühl. Jetzt hast du ja so viele Lieder geschrieben, die jeder hier im Saal sofort mitsingen könnte. Also Freiheit, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, weil ich dich liebe. Also wir könnten jetzt einfach so unendlich fortsetzen. So wie die Evergreens. Evergreens. Woran merkt man eigentlich selber? Merkst du selber, dass du da was geschrieben hast, was viele Menschen erreichen wird? Also zum Beispiel ein Lied wie Freiheit. Ich habe es eigentlich nur einmal gespürt bei Wieder hier. Was einfach, wir haben das richtige Tempo getroffen, wir haben die richtige, den richtigen Key getroffen. Und da, dieses Stück hat für mich so eine Magie, dass du selbst beim Gitarrenintro, du hörst drei, vier Akkorde und du fühlst dich so reingezogen. Und das habe ich schon im Studio gewusst. Ich dachte, ach, das ist special. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Ja, das wusste ich. Und mit Freiheit war es ja wirklich so, über eine ganz, ganz lange Zeit, dass es gar nicht beachtet wurde. Das war auf einem Album und ich habe damals etwas gemacht, was ungewöhnlich war. Es war ja nur Stimme und Klavier. Das gab es eigentlich nicht mehr. Aber für mich war das schon so ein Lied, wie man das sitzt einer am Klavier und der andere singt. Und dann fing ich an, es mehr zu singen in Konzerten und auf einmal fingen die Leute an, es mit zu singen. Und das gab so eine Riesenwelle, vollkommen unbeabsichtigt. Und ich glaube, der entscheidende Satz ist, in dem Song, was Menschen gefühlt haben, ist, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Weil das ist natürlich eine wunderschöne Illusion. Weil Freiheit ist eine Illusion. Ist das jetzt ein Dementi des Songs? Oder dementierst du jetzt deinen eigenen Song gerade? Sagst du, das, was in diesem Song erzählt wird, entspricht nicht der Wahrheit? Nein, es ist eine Illusion. Es ist ja klar. Ich meine, wir haben eine Illusion gehabt im Westen von Sicherheit. Dann kamen die Zwillingsfirme. Wir waren alle ganz empört, was für furchtbar das da war. Dabei erleben Menschen in anderen Teilen der Welt diese Situation jeden Tag. Und da war Empörung gar nicht angebracht. Sondern eigentlich eine Reflexion, zu sagen, warum sind Menschen so verzweifelt, dass die diese Türme zum Einsturz bringen? Das ist für mich die Frage, die daraus ist. Und bei Freiheit ist es so, wie gesagt, dass ich glaube, dass nichts funktioniert ohne Regeln. das würde zur Anarchie führen. Und dazu sind wir als Menschen noch gar nicht weit genug, weil wir keine alten Verantwortung übernehmen können. Ich google jetzt in meinem Gehirn. War es, es war doch 86, 87, kam der Song raus oder habe ich das falsch im Kopf? Der ist ja schon ein bisschen, Freiheit ist ja, wann rausgekommen? Vor der Wende. Aber unmittelbar davor, oder? Ja, aber kurz, also zwei. Ja, und ich habe nicht eine Sekunde, als ich es geschrieben habe, an die Mauer gedacht. Ja, ja, genau. Kannst du nicht, weil ich glaube, für mich war das klar, für mich war das klar, da gibt es Ost und West, wie es Nord- und Südkorea gibt, da wachsen Menschen auf in total verschiedenen gesellschaftlichen Programmen und politischen Formen. Wie soll das zusammengehen? Es war im wahrsten Sinne des Wortes festgemauert. Ja, aber das war ja auch, der Song kam sozusagen kurz davor, wenn ich mich recht entsinne, und das hat ja unheimliche Resonanz dann auch ausgelöst, als es plötzlich eine Situation von Freiheit gab. Ich hatte Glück damit, weil es kann in die Richtung gehen und es kann in die Richtung gehen. Aber es ist ja auch, was du gerade sagst, eigentlich brauchen wir Regeln. Es gibt immer wieder Situationen in der Historie und auch im eigenen Leben, wo du einmal alle Regeln einfach über Bord wirfst und neu anfängst. Also das war ja so eine Situation. Es gab weitere, dann gab es ja die verrückte Situation, dass der Song viel später zum Beispiel gekapert wurde von den Menschen, die jetzt in der Pandemie auf der Straße waren. Übrigens müssen wir kurz, wir sind ja noch bei der Vorstellung, aber kurz drüber reden. Und dann hast du lange, lange geschwiegen dazu, glaube ich. Also ich habe das so wahrgenommen. Und der Mann hat nichts gesagt, kein Wort. Ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, um nachzudenken. Und dann gab es auf diesen sozialen Medien, die du nicht magst, hast du, glaube ich, etwas sehr, sage ich jetzt mal, als Mensch, der sich mit Kommunikation beschäftigt, Intelligentes gemacht. Du hast ein Bild gepostet von dir mit einer natürlichen schwarzen Maske. Du trägst ein schwarzes Outfit und lässt dir so eine Spritze gerade reinjagen und da steht Freiheit. Das war das Post. Damit hast du alles gesagt in einem Bild und das war dein Kommentar zu diesem insofern Hijacken des Songs. Ich kann dir die Geschichte dazu erzählen. Und zwar, ich habe am Anfang gedacht, ignoriere es, weil du gibst sonst noch eine größere Aufmerksamkeit. Das wollte ich nicht. Und dann schrieb die Süddeutsche einen langen Artikel darüber und dann rief die FAZ an und ich mich dazu stelle und so und der Druck, sich da was dann zu sagen, wurde größer und ich weiß noch genau, wir saßen in einem Kreis in einer Plattenfirma zusammen und alle sagten, du musst dich jetzt äußern und bla 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 und dann habe ich gedacht, wie äußert man sich, ohne Menschen zu verurteilen und zu bewerten, weil ich weiß ja nicht, aus welchen Motiven diese Menschen das da singen. Für mich hat das Masken tragen und sich impfen lassen eher was mit einer Notwendigkeit zu tun, mit einer medizinischen anstatt mit Freiheit. Das hat gar nichts zu tun. Ich könnte dann auch hingehen und sagen, ich habe ein schnelles Auto, ich will nicht mehr an der roten Ampel halten, weil das beschneidet meine Freiheit. Also wo fängt es an und wo hört es auf? Und dann habe ich gedacht, ich kann eigentlich nur zeigen, was meine Haltung ist dazu und dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo du die Freiheit hast, zu entscheiden, was da zu tun ist. Und dann kam ich auf die Idee, warum machen wir nicht einfach ein Foto von meiner Impfung, die übrigens nicht erst da passiert ist, sondern lange vorher, weil ich bin so ein Typ, die sagen, die Impfung, da haben alle Argumente für mich gestimmt und warum sollen auf einmal alle Wissenschaftler dieser Welt und vernünftigen Mediziner sich zusammenschließen und sagen, wir spritzen denen jetzt eine Sonde ein, weil die wollen uns überwachen. Was eh übrigens passiert ist, lange vorher von Herrn Zuckerberg, brauchen wir gar nicht mehr. Wir sind eh vollkommen transparent von allem, ist eh alles bekannt und auch furchtbar. Und ich fand es idiotisch und deshalb habe ich mich impfen lassen und ich hätte das am ersten Tag, wo man gesagt hat, man kann sich jetzt impfen lassen, dann hätte ich mich impfen lassen, natürlich. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Freiheit, Impfpflicht oder nicht? Noch mal? Impfpflicht, du würdest aber nicht so weit gehen, zu sagen, so eine Impfpflicht. Doch. So weit gehe ich. Und ich glaube, man hätte... Stimmung im Saal. Ich glaube, man hätte viel vermeiden können, am Anfang, als die Hysteria und die Angst noch sehr groß war, viel vermeiden können, wenn wir eine Regierung gehabt hätten und überhaupt Regierungen haben, die nicht populistisch arbeiten, wenn diese Regierung gesagt hat, wir haben das jetzt und wenn wir dieses Riesen, was übrigens wirklich ein Riesenglück ist, innerhalb kürzer Zeit einen Impfstoff haben, damit hat in der Medizin keiner gerechnet, dann müssen sich alle impfen lassen. Du hättest nicht die Zeit gehabt, diesen ganzen Humbug aufzubauen. Und das ist das wieder, was ich an den sozialen Medien so kritisiere, ist, wenn, als es die sozialen Medien noch nicht gab und irgendjemand hätte so ein Bullshit erzählt mit Sonden im Arm oder irgend so einen absoluten Quatsch, der durch nichts belegbar ist, der wäre zur damaligen Zeit vielleicht zur Bild-Zeitung gerannt und selbst die Bild-Zeitung hätte gesagt, junger Freund, gehen Sie mal nach Hause und erzählen Sie das keinem. Aber heute findet der, indem er das propagiert, findet er durch die sozialen Medien eine Million andere Vollidioten, die das auch weitertragen. Und das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr der sozialen Medien. Wir geben dummen, inkompetenten Menschen eine Plattform, die von anderen dann wieder geglaubt und korportiert werden. Ich halte das für höchst gefährlich. Für absolut höchst gefährlich. Und sind das nicht die Leute? Also ist es sozusagen, gäbe es das Internet nicht, gäbe es das Problem nicht? Stimmt ja nur dann, wenn sozusagen dann Menschen nicht auch genauso, die verrückte Million gibt es ja trotzdem. Und früher hat sie sich vielleicht andere Wege gesucht. Jetzt tritt es etwas transparenter zu Tage. Das ist ja auch eine relativ komplizierte Anfrage. Aber ist diese Transparent wünschenswert? Ist diese Transparenz, das wollte ich gerne von euch auch wissen, ist diese Transparenz wünschenswert zum Beispiel, diese totale Transparenz in der Politik? Also ich habe Politik auch, als ich sehr nah war, festgestellt, dass politische und weise politische Entscheidungen getroffen werden von sehr kompetenten Menschen. Diese Entscheidungen, diese Gespräche aber im Verborgenen stattfinden. Und das kriegst du heute nicht mehr hin. Und wir unterwerfen uns ja auch, also zum Beispiel auch Platten heutzutage. Das wird irgendwelche 100 oder auch vielleicht 1000 Menschen vorgespielt. Die hören eine Minute und dann die Beurteilung ist, ja, finde ich geil. Oder, nee, finde ich scheiße. Und danach richten sich auch Radioprogramme und alles. Ist das demokratisch? Ist das wünschenswert? Ist das für die Kultur, für die Kunst wünschenswert, dass man sich nach dem Geschmack auf den kleinsten Nennern bringt, also auf die große Masse? Ich finde, man hat sowohl in der Kunst, in der Politik auch eine pädagogische Verantwortung, wenn man etwas besser weiß, dass man auch Menschen dahin bringen kann. Das Komplizierte ist, dass dasselbe Medium, dass endlich Leuten eine Stimme gibt, die nicht Popstar sind oder Journalist, dass dasselbe Medium einfach allen eine Stimme gibt. Das ist ein trivialer Satz, aber daraus folgt der ganze Mist. Und ich bin mir nicht sicher, welches Gut höher ist. Ich bin schon der Meinung, das Netz, auch Facebook, hat so viel Interessantes, Gutes und Tolles bewirkt. Natürlich, es sind beide Seiten. Genau. Und es ist nicht so einfach, das zu regeln. Es ist, glaube ich, wirklich nicht einfach. Aber will es jemand, will es überhaupt jemand regeln? Ich glaube, alle wollen das regeln. Ganz viele Leute wollen das regeln. Es findet ein riesiger Diskurs mittlerweile dazu statt. Leute kaufen für 44 Milliarden oder dann vielleicht doch nicht Twitter, um das zu regeln. Ja. Ich glaube, dass man quasi über nichts anderes mehr redet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das den Fokus nicht zu stark schon verschoben hat. Ich rede darüber. Ich weiß es nicht genau. Nein, wir müssen den Diskurs darüber haben. Aber geht es bisher nicht grundsätzlich erst mal nur um Geld? Ich fand schon Facebook am Anfang so eine Lüge. Es geht um Teilen und so. Und der Einzige, der bei dieser Teilerei reich wird, ist Herr Zuckerberg. Das ist richtig. Sagen wir mal, das Geldverdienen hat, dazu gibt es Leaks, die wirklich, wirklich interessant sind, die Übermacht gewonnen bei aktionotierten Unternehmen. Das ist so. Also das ist auch übrigens durch Leaks transparent geworden, durch Whistleblower, die von Facebook kommen. Gerade in den letzten ein, zwei Jahren war das eine Riesendebatte. Da würde ich sagen, ja, also da ist was schiefgelaufen. Die viel weitreichendere Frage, ein Medium, was jedem eine Stimme gibt, weil das steht letztlich dahinter und du brauchst irgendein Modell, wie man das verhandelt und organisiert, halte ich nach wie vor für eine gute Sache. Aber doch nicht, wenn es ständig irgendwelche Lügen transportiert und falsche, jetzt wird es interessant, wir reden nicht über mich. Ich merke das. Sag mal, apropos. Naja, aber die Frage ist ja nicht, also wenn jeder jetzt Sender ist, ja, das ist, und wir sagen, das ist erstmal eine gute Sache, was ist dann die Regel, nach der du das entscheiden möchtest? Ich glaube, dass viele damit gerade ringen und es nicht so eine einfache Antwort gibt. Glaubst du, das glaube ich nämlich nicht, dass es für die Tech-Companies nicht möglich wäre, rassistische Äußerungen, Beleidigungen von Menschen, die viele, viele Menschen in Selbstmord getrieben haben, das rauszufiltern? Doch. Here we go. Das ist die Regel. Und das will ich. Und ich will auch nicht, dass alle Leute das anonym dürfen. Wenn ich irgendwie Scheiße erzähle, muss ich dafür die Konsequenzen tragen. Das ist auch richtig so. Ja, die Kehrseite ist, es gibt unheimlich viele tolle Dinge, die nur deswegen besprochen werden können, weil ich das anonym sagen kann. Also es gibt auch Dinge, Das gibt es auch. die unheimlich heilsam sind, dadurch, dass Leute, die da unter Schnuffi43 twittern, mir Dinge erzählen, die sie mir nie als Marius erzählt hätten. Auch das ist eine Debatte, es ist eine Abwägung von Gütern. Ich versuche mal so die Gegenseite, weil es ist sehr einfach zu sagen, na ja, das Netz hat uns an den Abgrund geführt, es ist aber sehr schwer, die Alternative zu definieren, glaube ich. Also ich glaube nicht. Wir müssen aufpassen, dass die Medizin nicht schlimmer wird, als die Krankheit, glaube ich. Und ich, also in dem Augenblick, wo Wahlen manipuliert werden und, guck mal, selbst so ein wirklich intelligenter Kerl wie Obama hat das ja unterschätzt, weil auch die, wie gesagt, die nicht so guten Menschen haben halt auch Zugriff und die können halt auch das alles Mögliche erzählen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, absolut. Aber das bewegt mich, weil ich bin immer der Meinung, wenn irgendjemand über dich morgen ins Netz stellt, du vorgewaltigst kleine Jungs und es ist klar, dass du das nicht tust und es gibt auch dann tausende Artikel, dass das vollkommener Blödsinn ist. Lasst euch von mir nicht stören. Wird es aber immer noch Leute geben, die das glauben würden, weil es stand im Netz. Und das finde ich nicht gut, was ich vorhin auch sagte. Leute reflektieren nicht mehr, sondern sie plappern Dinge nach, die sie irgendwo gelesen haben. Und das halte ich für, ich finde es hochinteressant und ich finde es toll, dass du dagegen hältst und wir darüber sprechen. Ich glaube, es ist vielen nicht klar, was für ein Problem das wirklich ist. Ich habe was gekocht, Lüge. Und alles zwischendurch ist es ja ein bisschen wie eine Mutter zu. Ja, Lieselotte. Aber ich finde es toll. Also ich wollte darauf hinweisen, dass es eine Güterabwägung ist und dass das Gut, das wir beschützen wollen, nämlich Redefreiheit, auch ganz hoch, ein hoch einzuschätzendes Gut ist. Also viele kleine und große Revolutionen, die wir gut finden, haben auch so begonnen. Es gibt Wege, sich zu informieren in Staaten, die keine Demokratie sind und eine harte Zensur haben, auch über diese, dieselben Mechanismen, die wir gleichzeitig dazu benutzen, um falsche Nachrichten zu verbreiten. Absolut. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Internet abschalten würde. Nein, das ist, das finde ich, das möchte ich auch nicht. Ja, genau. Weil es halt auch wahnsinnig viele positive Dinge gibt, was auch mitunter in Revolutionen passiert ist und so, diese Kommunikation. Auf der anderen Seite sage ich, denke ich auch, dass es diesen internationalen Terrorismus in der Form nicht gäbe, wenn es das Internet nicht gäbe. Glaubst du, die Menschen wären besser, wenn es das Netz nicht gäbe? Ja. Also sie wären, in jedem Fall, haben sie wieder mehr Zeit. Also wir sind ja heute alle so, und ich beobere das bei mir selbst, dass wir keinen Weg mehr selbstständig finden, weil wir ein Navigationssystem haben, dass ich, ich bin ein News-Junkie. Ja. Dass du immer wieder über den Tag guckst und denkst, jetzt ist wieder was passiert und es passiert eigentlich gar nichts. Und ich sehe das bei meiner Frau, die ja wesentlich jünger ist, man entwickelt schon so eine Abhängigkeit und ich verstehe auch nicht, also ich lasse zum Beispiel, wenn ich essen gehe oder so, lasse ich oft das Handy auch zu Hause, dass man immer 24 Stunden erreichbar sein muss und von dir auch immer 24 Stunden am Tag verlangt wird, dass du das zurückmachst. Ich habe immer ein Disput mit Leuten, die was für mich machen müssen, wenn du dann fragst, hast du da angerufen, hast du das erledigt? Nee, ich habe eine Mail geschrieben und ich warte auf eine Antwort. Und ich habe neulich gelesen, dass du, um ein Problem zu lösen, 44 SMS brauchst. Da brauche ich einen Anruf für. Und sag, hör mal zu, was ist da los, wie können wir das regeln, wie können wir das lösen? Dann lege ich auf und das Problem ist gelöst. Kannst du dir vorstellen, dass es eine Generation gibt, die genau... Vielleicht komme ich auch einfach noch nicht mehr mit. Kann man auch sagen. Nee, ohne Witz, ich bin ruhiger, wenn ich ein Handy dabei habe. Ich bin jetzt zum Beispiel minimal nervös. Siehst du das schon in der Abhängigkeit? Nee, 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 nee. Ich habe mal mit einer Hirnforscherin darüber gesprochen, mich genau darüber gestritten, die hat auch gesagt, Sucht. Oder es ist einfach ein Verbundenheitsgefühl. Es ist das Gefühl, ich bin sozusagen auf dem Laufenden. Wenn was ist, bekomme ich das mit. Das beruhigt mich wahnsinnig. Willst du alles mitbekommen? Ja, zum Beispiel, wenn man ein kleines Kind hat zu Hause. Ja, das ist ganz was anderes. Naja, aber man hat eine Firma, man hat irgendwie Freunde. Aber gehst du nur ran, wenn deine Kinder anrufen? Nee, die rufen ja nicht an. Das ist ja schon mal... Also meine Frau als Amerikanerin, weil das war für die absolut abwegig am Anfang, dass ich mir ein Telefon klingel und ich will da nicht rangehen, dann gehe ich da nicht ran. Das war für die unvorstellbar. Inzwischen geht sie selbst nicht mehr ran. Wenn ich nicht telefonieren will, will ich nicht telefonieren. Das ist einfach. Also je nach Alter, niemand ruft an. Also ich weiß nicht, man ruft noch nicht an, man schickt eine WhatsApp oder was auch immer man tut, aber man würde nie jemanden anrufen. Das ist total unhöflich. Was? Wenn man nicht ans Telefon geht, ist es unhöflich? Nein, wenn man an... Nein, nein, man ruft nicht an. Also das ist sozusagen, du bewegst dich ins Fähren. Also Christoph und ich zum Beispiel, wir rufen es schon mal an. Ja, ich gehe auch dran. Ich rufe auch, ich pflege meine Freundschaften, ich rufe Menschen an und wenn die was Tolles gemacht haben, dann rufe ich die an und dann sage ich ihnen das. Aber so ohne Ankündigung einfach... Ja. Weil ich finde, das ist viel zu wenig, weil du immer meinst, Menschen, die zum Beispiel künstlerisch tätig sind, dass sie das immer wissen, dass sie was Tolles gemacht haben. Ja, ist aber nicht so. Natürlich brauchen die das auch. Also ich rufe zum Beispiel, also als Tom Tickwa den ersten Berlin-Film gemacht hat, da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, grandios, tolles Ensemble, toll, toller Film und der hat sich wahnsinnig gefreut. Aber wenn der jetzt gerade in der Badewanne ist, ist das dir egal, also du rufst Tom Tick einfach so, Marius hier. Ja. Ja. Und du freust dich selber auch auf Anrufe? Also ich bin ja zum Beispiel so, dass ich überhaupt keinen, wenn andere was Tolles machen, Neid empfinde. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn ich einen Schauspieler sehe und denke, Jesus Christ, das hättest du, so gut wärst du nie in deinem Leben gewesen. Da freue ich mich. Oder wenn ich eine Band sehe, wo ich denke, boah, was haben die gespielt. Wahnsinn. Ist nicht so, dass ich denke, ja, aber ich bin eigentlich viel besser, also das ist so eine Scheiße. Ist mir fern. Wenn wir über das Schauspielern reden, du hast ja auch mal gesagt, dass du im Nachhinein schon traurig bist, dass du den Weg nicht weitergegangen bist. Oder zumindest manchmal auch, oder manchmal bedauerst. Ne, ich habe immer Spaß, wenn wir zum Beispiel ein Video machen und so und du hast natürlich schon Spaß am Spielen. Was mir gefehlt hat, waren zwei Dinge. Ich fing an, mich zu langweilen und war ich damals auch in der Schauspielerei tätig, als es eine Menge Regisseure gab, aber wenig Regisseure. Können wir das bitte festhalten? So bescheiden. Ach, Jochen. Ja, wahnsinnig bescheiden. Das war für dich. Du machst ja sehr viel Hunger. Greif doch zu, Jochen. Guck mal, ich glaube, die Pasta ist kalt geworden. Ich schnubbel mal rum. Interessant. Man sollte dir eine Kochsendung geben. Es hieß, du würdest gerne, mir läuft sonst der Fließkäse in den Rechner, der dann abstützt. Das stimmt. Es ist schon live und stage passiert. Es hieß, du hast gerne Pasta. Christoph ist der Caterer heute. Ne, ich bin nicht der Caterer. Jetzt hast du uns unterbrochen. Ne, der Grund war folgende. Also erstmal hattest du viele, es wurde besetzt immer so, das kann der. Ja. Aber für mich war so, ab wie weit kannst du überhaupt noch kommen? Und ich weiß heute gar nicht, ob ich wirklich der, der gute Schauspieler war, zu dem mich heute viele machen. Ja. Je länger du nicht spielst, desto besser wirst du immer. In der Legende wirst du immer größer. Es war eigentlich gar nicht so doll, aber boah, toller Schauspieler. Boah. Hast du wirklich das Gefühl, heute im Nachhinein? Ja, also ich habe sicher ein paar Sachen gemacht, wo ich denke, ja, das ist in Ordnung. Aber meistens, ich bin mit mir selbst da schon, kritisch, nee, danke. Und ich habe auch den ab. Passt er? Ja. Aber du machst dich gut als Kellner. Gibt es doch jemanden im Publikum, da hat sicher jemand sehr viel Hunger. Vielen Dank. Hat jemand Hunger? Ja. Ja, das ist eine gemeine Frage. Wir geben das gleich rum. Es ist ein Klotz, ja, also müsste... Das ist so typisch, weißt du, Dreiecktypen auf der Bühne, die fressen, trinken Wein und euch lassen sie da sitzen. Draußen gibt es einen Muselwein standen. Und so. Um dich als Gast. So was vielleicht? Ein bisschen? Nein, danke. Wir haben ein bisschen recherchiert, das... Wirklich nicht, ich arbeite. Wir nicht. Das Restaurant Mädchen Italiener, da sollst du irgendwie eine Zeit lang gerne hingegangen sein. Ja? Ja. Herz Keißen. Herz Keißen. Stimmt, oder? Also, liebe Grüße an den Mädchen Italiener. Ich habe auch gegessen um... Noch einmal so lange her, um drei oder so. Okay. Also, die Frage war dann, es hat einfach angefangen, wo ich dachte, du kommst nicht mehr weiter. Ja. Du erreichst nicht das, was du dir vorstellst, wie das sein sollte. Heute habe ich das Bech, heute gibt es die Regisseure und heute spiele ich halt nicht mehr. Aber du könntest doch wieder spielen. Weiß ich nicht. Also, wenn dich jetzt jemand fragen würde. Ich hatte keine Übung eine lange Zeit, aber vielleicht könnte ich, vielleicht. Und vielleicht besser. Hättest du Lust? Kommt das Buch an. Also, ja. War bei mir immer so. Ich habe immer gedacht, wenn irgendwann mal ein Script kommt und du sagst, dann musst du spielen, sonst bestraft dich der liebe Gott. Dann ja, aber so hoch liegt die Latte. Nicht einfach nur, um zu sagen, guck mal, ich bin auch ein toller Schauspieler noch. Naja, aber da du ja vor vielen Jahren gesagt hast, ich höre auf mit diesem Beruf. Ich hatte mal ein Script, was ich machen wollte. Ah ja. Und zwar ist das Leviathan von Julian Green. und da haben alle, dann denken halt Menschen dann doch, oh, Kostümfilm, teuer, schwierig und der Film ist so toll, weil auch in dem Roman so viel passiert in den Menschen drin. Es ist sehr wenig Dialog und so, aber jede Rolle in diesem Buch, da würde jeder Schauspieler sagen, spiel ich. selbst die kleinste Rolle. Das ist wirklich grandios. Und da habe ich keinen gefunden, der das machen wollte und gesagt, ja, okay, gut, dann nicht. Weil mir geht es wirklich darum, nicht um irgendwie zu beweisen, was ich nun alles Tolles kann und so, das ist vollkommen unwichtig. Was war der letzte Film, wo du im Kino warst zum Beispiel und gesagt hast, sensationell da? Das war mit, komischerweise, jemand, der bei euch lange gearbeitet und geschrieben hat, das war der Der Madonnamann mit Blumenberg. Ah ja. Lange Filmkritiker. Und da haben wir die Dreharbeiten, das war für mich schwierig, weil der war ja ein genialer Filmkritiker, absolut. Aber ich fand, die Filme bestanden zum großen Teil halt auch aus Zitaten von anderen Filmen. Und der war auch so aufgelöst, wo ich immer gedacht habe, in der Zeit, auch von MTV, als es startete, wurden Spielfilme so geschnitten, dass du dafür keine Schauspieler mehr brauchst. Weil ein Schauspieler braucht auch Zeit und Raum, um ein Gefühl zu entwickeln. und zu zeigen. Und wenn es so, 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 geschnitten ist, kannst du Models nehmen. Brauchst keinen Schauspieler für. Das hat mir nicht gefallen und ich hatte einfach dann auch so die Leidenschaft verloren. Und ich war sehr leidenschaftlich damit. mit, ich war auch jemand, den Regisseure mit in die Musternahmen, was normalerweise verboten ist. Weil ich kann, so eine Figur, die ich dann spiele, kann ich als die Figur ansehen. Und ich kann sehen, was man, was da nicht gut ist und was man verbessern kann. und mir hat ein Regisseur sehr, 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 sehr früh, Wilhelm ten Haff, da habe ich gespielt im Ostern von Strindberg, der hat gesagt, du denkst wie ein Regisseur, du denkst nicht wie ein Schauspieler. Wollte ich auch immer machen, habe ich mich nie getraut, weil ich immer dachte, boah, das ist eine Verantwortung. So ein Film kostet richtig viel Geld. Fast so wie eine Tournee. Hä? Fast so wie eine Tournee. einen Filmproduzenten. Ja. Bavaria-Film lange. Der traute mir das zu, einen Film zu machen, wo ich die Hauptrolle spielte und Regie führte. Aber da dachte ich, das ist ein bisschen größenwahnsinnig. Also ein Genie bist du nun nicht und aus dem Welt schon gar nicht. Da lass mal lieber die Finger von. Also ich habe mir auch vieles versaut in meinem Leben aus dieser Angst heraus, du bist nicht gut genug, das kannst du nicht. Ich hatte große, große Chancen im Film, aber ich war damals halt wirklich absolut nicht selbstbewusst genug zu sagen, ja okay, come on, let's go. Da haben mir meine erste Frau auch sehr geholfen, die dieses amerikanische Weltbild mir hatte. Ich weiß, wenn das erste Mal der Tourneeveranstalter kam und sagte, du hast jetzt alle Hallen gefüllt und mehrmals, lass uns doch mal ein Stadion probieren. Und das war für mich ein Tabu. Das war für die Großen. Das war für... Stones. Stones. Das war nur für die heiligen amerikanischen und englischen Bands. und er hat gesagt, lass doch mal machen. Und ich wollte es nicht machen und dann sagte meine Frau, if you don't try it, you don't know. What can happen? They won't hang you. They won't kill you. Und dann habe ich es versucht und es hat halt grandios funktioniert. Und dieses amerikanische hattest du eben nicht in dir eigentlich? Es hat ja unglaubliche Vorteile. Ich liebe die Amerikaner für ihre Naivität. Nein, das ist wirklich, es ist wirklich eine gesunde Naivität. Du kannst in Amerika, wenn du ein Drehbuch schreibst, dann wirst du nicht verschlossene Türen finden. Die werden sich das in jedem Fall durchlesen, weil die denken, vielleicht ist das was. So weit an die Tür kommst du noch nicht mal in Deutschland. Da musst du schon Connections haben, Beziehungen haben und so. Da sind die sehr viel naiver als wir. Und ich weiß noch, ich bin sogar mal mit einem, meiner Amateurband, da hatten wir unsere erste Eigenkomposition und haben die aufgenommen auf so ein gründig TK oder TDK24. Bandmaschine. Da bin ich nach London mit einem Freund im Zug und wir fanden bei Apple Einlass, damalige Firma der Beatles. Damalige Plattenfirma, die nichts mit Apple... Da haben die nicht gesagt, haut ab ihr Spinner, sondern da wurdest du dies und behandelt über das einzige Mal, wo ich John Lennon gesehen habe. Ah ja? Weil wir waren im Foyer von Apple und die Zeit war irre, weil London war voller Hippies. Ich habe auch in meinem Leben nie wieder sowas gesehen. Und da hielten weißer Rolls Royce und rausstiegen Yoko Ono und John Lennon wie so Märchenfiguren, beide mit wahnsinnig langen Haaren und rauschten vorbei. Und ich habe nie das Glück gehabt, John Lennon, den ich nach wie vor sehr verehre, kennenzulernen. Ich habe McCartney kennengelernt und habe ihn mehrmals gesehen. Ich habe Ringo Starr kennengelernt, aber den Rest leider nicht. Wenn du die Gelegenheit gehabt hättest, John Lennon zu treffen, hättest du eine Frage gehabt an ihn? Jede Menge Fragen. Zum Beispiel? Also jede Menge Fragen, weil das ist natürlich eine Figur, es gibt eine tolle Biografie über ihn, die auch seine dunklen Seiten zeigt. Und ich habe da auch, und seine unglaubliche Vorliebe für Nonsens. und dass das ein Junge war, der von frühester Jugend an sehr, sehr viel gelesen hat. Es macht dir sehr viel begreifbarer, warum er diesen oder jenen Text geschrieben hat, worauf er ja immer, wenn sie ihn gefragt haben, warum hast du das und das geschrieben, sehr, sehr patzige und ironische Antworten gehabt hat. Aber er war halt ein zutiefst zerrissener Mensch, der auch eine wahnsinnige Jugend hatte. Und das macht dir dann, wenn du die dunklen Seiten von Menschen siehst, macht, es hat für mich die Person wertvoller gemacht und nicht abgewertet. Weil du in dem Augenblick denkst, das ist auch ein Mensch, der die gleichen Schmerzen erleidet, die du auch erleidest und die gleichen Beleidigungen erfährt, mit den gleichen Dingen zurechtkommen muss. Das macht diese Figuren viel, viel begreifbarer. Und mich haben vor allen Dingen die Texte, seine Texte fasziniert aus der Zeit nach den Beatles. Warum? Weil die so zutiefst persönlich waren und die waren zum Teil auch weise. Der hat wirklich Erfahrungen, die er gemacht hat und diese extremen Erfahrungen, die er gemacht hat als Beatle, wirklich verarbeitet und seine Lehren herausgezogen. Und darauf kommt es auch an und das schützt dich auch in so einer großen Karriere, indem du dich immer wieder hinterfragst. Deine Position hinterfragst, hinterfragst, was gerade mit dir passiert, was das in dir auslöst. Dich fragst, wo willst du hin? Und ganz wichtig, was ist das, was dich glücklich macht und was dich unglücklich macht? Nach meiner Lebenserfahrung ist es so, dass wenn du unglücklich bist, dann kannst nur du das ändern. Da wird dir keiner helfen. Das wird niemand anders für dich erlegen. Sondern du musst sagen, okay, das macht mich unglücklich und deshalb muss ich diesen Schritt gehen und mich von dem trennen, auch wenn das im Augenblick unglaublich Schmerzen bereitet. Also diese Konsequenz muss man lernen. Hast du das irgendwie lernen müssen oder konntest du das immer schon? Nein, ich konnte es nicht immer schon. Ich habe zum Beispiel von Klaus Vormann, ja auch Bassist bei der Plastik-Ono-Band und mit den Beatles sehr verbandelt. Mit dem habe ich gelernt, von dem habe ich gelernt. Ich war mit ihm im Studio, er spielte Bass bei mir auch und ich habe damals viel mit Klaus zusammengearbeitet, außer als er aus Amerika zurückkam und der hat mir gesagt, Marius, im Studio, du bist zu nachsichtig mit deinen Musikern. Wenn John hier wäre, der hätte den und den schon gefeuert. Und das musst du lernen, weil es geht um das, was du herstellen willst und nicht, dass der dein guter Freund ist oder du mit dem schon seit 20 Jahren zusammenarbeitest. All das musste ich lernen. Aber das ist auch hart, weil man verabschiedet sich mit von Bickelpferten. Mörderhart. Also ich tue wirklich ungern Menschen weh. Es ist für keinen, glaube ich, angenehm, aber manchmal musst du das. Es gibt so ein Muster, das mir auffällt in deinem Leben. Du erzählst zwar immer, es gab diese Situation, wo zum Beispiel deine damalige Frau gesagt hat, warum nicht mal ein Stadion, haben, aber es scheint so zu sein, dass du schon relativ früh immer danach gestrebt hast, dich mit den Großen zu messen. Also du gehst ins Apple-Studio, wenn du mal was zeigen willst, dann gehst du... Wenn ich die Gelegenheit hatte, ja. ...an den besten Ort. Oder jetzt das... Ja, aber wo willst du deine Ziele sonst setzen? Ja. Das letzte Album, was du aufgenommen hast, ich hoffe, ich habe das richtig gespeichert, hast du da aufgenommen, wo Bruce Springsteen auch aufgenommen hat? Oder habe ich das falsch gemacht? Also das S-Bell Park-Studio? Das hatte mit dem Boss nichts zu tun. Naja, aber das ist da, wo man halt ein Album aufnimmt, wenn man eine bestimmte Art von... Na, ich suche Orte, die für mich inspirierend sind und die eine Geschichte haben und suche auch... Also ich würde nie ins Studio gehen, wo jemand aufgenommen hätte, den ich nicht respektiere. Sondern ich will da reingehen und ich will die Energie da spüren. Und dies war der Fall, weil Jack, mein Bassist, der hat da ein Studio und hat gesagt, guck dir das doch mal an. Das ist in Asbury Park und Springsteen lebt hier. Ein legendärer Ort. Der spielt auch manchmal mit Springsteen zusammen, weil der Bassist von der Springsteen-Band, die sind ja auch schon alle in einem gesetzten Alter, der will nicht mehr fliegen. Also wenn wir jetzt in New York spielen oder der hat bei dem mit Saturday Night Live, dann rufen sie Jack an und sagt, Jack, kannst du einsteigen und dann spielt er mit Springsteen. Ich habe Springsteen leider bisher nicht getroffen. Den halte ich auch für, halte ich für wirklich noch unterschätzt. Das ist einer der großen, großen Singer-Songwriter für mich, die es gibt. Hast du ein Lieblingslied von Springsteen? Ich liebe diese ganze Akustikplatte, die er gemacht hat. Wie hieß denn die noch? Da war er unterwegs und hat im Hotelzimmer aufgenommen, nur mit Gitarre und für mich ist er auch wirklich unheimlich faszinierend als Country-Sänger, viel, viel mehr als als Rock-Sänger. Er ist ein großartiger Country-Balladensänger und die Texte sind auch einfach berührend, ja, weise, gar nicht mal so clever oder so, sondern einfach nur, wo du denkst, ja, das ist wirklich das Leben. Wie ist das denn bei deinen eigenen Texten? Also fällt dir das dann leicht? Texte zu schreiben? Texte zu schreiben? Wahnsinnig schwer. Also ich finde, das hat, Schreiben hat für mich, sich mit Sprache auseinanderzusetzen, das ist auch immer schwerer geworden, weil deine Ansprüche höher werden an dich selbst und auch die Ansprüche an Sprache. Wenn du so 20 bist und dann schreibst du so rotzig, so einen Song runter, hat natürlich dann auch seine Qualität, aber dann wird es dann noch schwieriger und ich habe gelernt von befreundeten Schriftstellern, es hat einfach mit Disziplin zu tun. Es ist vollkommen ein Blödsinn, zu sagen als Künstler, ja, ich konnte heute nicht schreiben, ich hatte keine Inspiration, sondern es ist, dass du dich hinsetzen musst und sagst, ich schreibe jetzt und dann musst du... Also wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Also hast du da einen speziellen Raum in deinem Haus oder... Ja, ich setze mir an den Schreibtisch. Ich kann eigentlich überall, weil ich kann von der Schauspielerei schon, ich kann um mich rum alles, wenn ich auf was einen Fokus habe, mich auf was konzentriere, auch wenn ich lese, dann höre ich nicht, wenn du mich ansprichst. Oder ich merke auch nicht, wenn Leute in den Raum kommen. Meine Frauen haben sich immer beschwert, wenn ich im Studio gearbeitet habe und die kommen und alle sagen, hallo und guten Tag und Küsschen und so, dann kriege ich das nicht mit. Ich weiß nicht, ob das von Vorteil oder von Nachteil ist, aber ich befinde mich in so einem Vakuum. Und deshalb kann ich mich auch hinsetzen und ihr sitzt hier alle und ich könnte dann jetzt, wenn ich einen Text schreiben will, könnte ich den vielleicht schreiben. Also wie würdest du jetzt... Aber es ist Arbeit, es ist Arbeit. Ich schmeiße wahnsinnig viel weg. Ich bin nicht so, dass man jeden Scheiß, den ich nun schreibe, aufnehme. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Text schreiben würdest, dann würdest du jetzt sagen, okay, jetzt heute, Samstagabend, ich habe mir vorgenommen, die drei Stunden habe ich jetzt Zeit. Ja, und wenn es drei Stunden nicht klappt, dann musst du halt auch vier, fünf Stunden sitzen. So ist das Nummer. Das ist ja bei allen so. Und wenn du jetzt das machen müsstest, was würde dir jetzt in dem Moment durch den Kopf gehen? Ich muss warten. Wie gesagt, weil ich ja Künstler grundsätzlich für Medien halte, ich muss warten, bis diese Stimme zu mir spricht und mir diktiert, was ich schreiben soll. Ich hatte, als ich das letzte Argon geschrieben habe, was für mich toll war, weil es gab auf einmal eine Situation, wo du, wo vieles so wegfiel, was dich so ablenkt und wo du auch glaubst, du brauchst das. Vieles wurde so unfassbar unwichtig. War ja wie so ein Brennglas. Während der Pandemie. Und ich saß in Südafrika und es war Lockdown, der viel, viel schärfer war als hier, weil du durftest noch nicht immer das Haus verlassen. War wirklich heavy. Und draußen war Militär und wenn du zum Arzt musstest, musst du eine Bescheinigung zeigen und mit allem Möglichen. Und du wirst dann gezwungen, wirklich nachzudenken über deine Situation und auch über die Situation der Gesellschaft. Und es kam der Punkt, wo ich einfach gedacht habe, du musst jetzt schreiben. Und dann habe ich gedacht, wo findest du einen Ansatz? Und habe dann einfach, die erste Nummer, die ich geschrieben habe, war Achterbahngedanken. Ist ja ein sehr dramatischer Text. Und habe einfach das aufgeschrieben, was mir in den Kopf kam. Und dann, von dem Augenblick an, lief das dann auch. Dann konnte ich mich hinterher hinsetzen und schreiben und assoziieren zu dem, was ich bisher geschrieben hatte. Und du denkst natürlich jedes Mal, wenn du wieder anfängst, dir fällt nie mehr wieder was ein. Südafrika war, also das war ein wirklicher Lockdown, im Vergleich. Also Straßensperren und. Ja, das inspiriert dich natürlich, ist doch klar. Aber im Endeffekt fängt es ja immer wieder an. Das Blatt Papier ist immer wieder weiß. Das kennt ihr vom Schreiben genauso. Wo du denkst, um Gottes Willen, wo fange ich an und wie. Das ist schwierig. Komponieren ist für mich spielerischer. Mir fallen einfach, also wenn du mir ein paar Akkorde gibst, höre ich das zu einer Melodie sofort. Das ist für mich ganz einfach. Melodien zu hören und zu empfinden. Das ist für mich verhältnismäßig eine sehr freudvolle Geschichte und sinnliche Geschichte. Aber Texten ist schon harte Arbeit. Schreibst du erst die Musik und dann die Texte? Meistens war es immer so die Musik, weil das schon so eine gewisse Stimmung erzeugt. Aber in diesem Fall war bei Achterbahngedanken war der Text erst da. Also ich habe jetzt nur mal den Text kurz nicht im Gedächtnis gegoogelt, sondern bei Google gegoogelt. Kannst du den Text auswendig? Achterbahngedanken foltern meinen Kopf. Ja. Krankenhausgestalten. Am lebensverlängernden Tropf. Ich will reisen, reisen. Richtig? Genau. Die Zeit verrinnt wie Sand. Und jetzt kommt der gute Westernhagen-Satz. Mit allen schönen Frauen schlafen im Schlaraffenland. Ja. Wer träumt da nicht davon? Eine Krone will ich haben aus Gold und sogar aus Dorn der Rose geflochten. Das wäre wunderbar. Ist das eigentlich, also wenn du so einen Text schreibst, denkst du da darüber nach, was andere darüber denken würden? Oder muss das so ein kindliches, spielerisches Element behalten, wie du jetzt gerade auch so spitzbübisch gegrinst hast, als ich das vorgelesen habe? Na, ich bin ja immer der Meinung, dass man immer so eine Tür zu seinem Kinderzimmer offen halten soll. Weil ich, viele Leute sehen ja Naivität als negativ, ich sehe das als was Positives an. In dem Dokumentarfilm, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, gehst du ja auch in dein Kinderzimmer rein. Und zusammen mit deinem Schulfreund von damals. Und du versuchst ja immer ständig über deinen Horizont wieder hinauszukommen, was es ja auch so gefährlich macht. Also ich habe einmal gesagt, wenn du mit der Nase an die Himmelsspitze stoßen willst, dann musst du auf einem Drahtseil wandern. Aber da ist natürlich die Gefahr, dann abzustürzen, genauso groß. Wenn du deinen Kopf aus dem Fenster steckst, dann kann es Rosen regnen. Das Rosen regnen erinnert mich immer an Jürgen Flimm. Letzte Vorstellung im Thalier-Theater. Und er hat es dann wirklich auf sich selbst Rosen regnen lassen. Oder du kriegst halt faule Eier geworfen. Das ist das Risiko, dass du eingehst. Und warst du mal an so einem Punkt, wo du das Gefühl hattest, jetzt geht es einem Ende oder jetzt wird es irgendwie richtig dramatisch? Oh, es wurde böse, ja. Aber was mich aufrechterhalten hat, erst mal weiß ich das. Du gehst ja wirklich in so einem Leben, in so einer Karriere, auf einmal bist du populär, du gehst über so einen schmalen Steg und rechts und links kommen immer so Hände raus, die so nach dir greifen. Das verläuft ja parallel. Je mehr Leute, die dich bewundern, desto mehr Leute hassen dich. Das geht so miteinander hoch. Und du wirst dann in der Popularität, und auch wenn du so zu einem jemanden wirst, mit dem man Geld verdienen kann, also fast ein Produkt wirst, was mich immer gestört hat und wo ich immer versucht habe, gegenzuarbeiten. Aber im Endeffekt musst du doch bei dir bleiben. Und die Kritik, die ich erfahren habe, über ein paar Jahre, ich war erstens nicht der Erste, ist zum Beispiel auch gerade Springsteen so ergangen, es ist Bee Gees so ergangen, die wirklich großartige Popband waren und unfassbare Lieder geschrieben haben. Die werden dann halt so erfolgreich. Und es sind immer so Jesus-Karrieren. Du fängst an, dann laufen so ein paar Wahnsinn die hinter dir her und finden dich alle ganz toll und jubeln. Und warum auch immer, es entsteht so ein gewisser Hype, es werden immer mehr, immer mehr, dann gehen die, die am Anfang dir gefolgt sind, weg, weil sie beleidigt sind. Sie sagen nur die erste Platte war gut. Ja, oder nein, ich finde ja nur die erste Platte gut. Und dann, wenn du dann nicht bei dir bleibst, dann wirst du auch nie auferstehen, weil ich bin der Meinung, dass wenn Menschen und auch die Medien versuchen, sich zu demontieren, dann wird das nur funktionieren, wenn du dabei hilfst. Also ich halte es da mit Muhammad Ali gegen George Foreman. Der wusste, der kann den nicht schlagen. Seine eigene Ecke hatte Angst, dass Foreman ihn totschlägt. Also hat er Rope-A-Dope gemacht. Und er hat das mit Intelligenz. Er hat sich in die Seile gestellt, hat abgedeckt und hat gewartet, bis der müde wurde. Das war nämlich nur Kraft, nichts anderes. Und dann bumm, 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 bumm. Und in dem Augenblick hat er dann zurückgeschlagen. Aber ich wollte einfach immer nur bei mir bleiben. Ich wollte mich nicht verlieren. Ich wollte nicht vergessen, wer ich bin und was meine Ziele sind. Alles andere ist die Meinung anderer Menschen, die mich nicht kennen, die auf mich projizieren. Und so ein Label wie Armani-Rocker ist natürlich vollkommen schwachsinnig. Weil dann hättest du auch Madonna, Dolce Gabbana Madonna nennen können oder Clapton trug zum Beispiel auch Armani. It's picking. Für mich war immer wichtig, kritisieren die deine Arbeit oder kritisieren die dich persönlich. Und das war in meinem Fall, ich würde sagen, zu 90 Prozent persönlich. meine Erscheinung. Und dagegen kann ich nichts tun. Wir sind ja immer noch bei der Anfang der Vorstellung in deiner Biografie, also am Anfang unseres Gesprächs. Ja, mach mal hin, um neunes Fußball. Ja, ja, wir arbeiten schon an der Leinbank dahinter. Keine Sorge. Stimmt es denn, dass du noch als 18-Jähriger im Auto angehalten worden bist von der Polizei, weil sie dich für einen 12-Jährigen gehalten haben? Ja. Das war, ich bin, ich habe erst mit 18, also während meines 18 zur 19. Geburt habe ich nochmal einen Sprung gemacht. Ich meine, mein Spitznammer war damals Krümel, weil ich war so klein, war aber im Fußballverein eine große Nummer. Was hast du gespielt? Ich habe angefangen auf rechts, als rechts außen und habe dann später im Mittelfeld gespielt, also mehr so halb rechts, weil meine Vorbilder waren auch damals auch Günter Netzer und also praktisch die Regisseure. Natürlich. Ich habe halt so ein so ein Leading-Ding, ich muss den immer sofort in die Hand nehmen und dann vorne weg. Und jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Sie nannten dich Krümel. Der was? Sie nannten dich Krümel. Ja. Und ich machte dann meinen Führerschein und meine Mutter hatte dann Bockweite, Isabella TS, den du aber nie schnell fahren konntest, weil da fängt der an zu kochen. Und ich musste auf dem Kissen sitzen, weil ich nicht über die Steuer hinaus gucken konnte. Und da wurde ich ständig von der Polizei angehalten. Und es war auch so deprimierend, als ich 16 war und dachte, du kannst jetzt endlich mal hier in Clubs gehen und ein Bier trinken. Musst dir eh mal meinen Ausweis zeigen. Es war grauenhaft. Also ein sogenannter Spätentwickler. Ich glaube es aber nur äußerlich. Habe ich gehört. Ja, aber wie gesagt, das war für mich in der Schauspielerei sehr gut, weil ich konnte immer viel jünger spielen, als ich war. Also aus der Erinnerung heraus. Das war von Vorteil. Stimmt eigentlich diese Geschichte, dass du die Rolle im Boot abgelehnt hast. Ja. Aber wie gesagt, Wolfgang Petersen hat mir das nie übel genommen. Das fand ich so toll. Wer hat das nie übel genommen? Der Regisseur. Ach, der dieser. Wolfgang Petersen. Ich hatte damals, ich hatte das als Schauspieler, das weiß heute keiner mehr, aber ich hatte mir eine Position entwickelt. Ich konnte mitentscheiden über meine Partnerin, über weiß ich was alles und konnte im Fernsehen alles spielen, was ich wollte, aussuchen. Und dann kam das Boot und dann habe ich den Roman gelesen und habe gedacht, ja, wo dreht ihr das? Wir bauen so ein U-Boot nach. Und da habe ich gesagt, oh Gott, das wäre noch jeden Tag mit so, für neun oder zwölf Wochen in so einem U-Boot und wollte das nicht machen. Und ich wollte, vor allem wollte er mir nicht die Rolle geben. Ich habe gesagt, ich will den Kommandanten spielen. Und dann hat Herr Petersen immer gesagt, dazu bist du zu jung. Such dir irgendeine von den, ist wirklich wahr, eine von den Rollen aus, aber nicht den Kommandanten. Ich war es aber halt mit meinem dicken Kopf, mit meinem geschwollenen Kopf so gewohnt, dass ich die Hauptrolle spielte. Und die wollte er mir nicht geben. Dann habe ich gesagt, gut, dann will ich das nicht. Hast du es jemals, also als du den Film zum ersten Mal gesehen hast, was hast du gedacht? Nichts, schöner Film. Aha. Aber ich habe ganz andere Sachen verpasst. Das ist wirklich, wie gesagt. Wieso, was hast du verpasst? Ich war, auch komisch, aber mit Petersen. Ich war, wenn ich in L.A. war, gab es immer so ein Treffen, weil ich hatte ja viele, die nach Amerika gingen, mit vielen gearbeitet. Michael Ballhaus hat seinen letzten Film in Deutschland mit mir gemacht. Ich hatte mit Dietrich Lohmann gearbeitet, mit, mit, wie heißt er noch, noch ein Kameramann. Also viele, die dann nach Hollywood gingen, mit denen hatte ich hier gearbeitet und Filme gedreht. Und dann gab es immer so ein Treffen und wir haben uns getroffen und eine Party oder ein Essen oder sonst was. Und da war Wolfgang Petersen und damals war auch meine, meine ehemalige Frau stand neben mir und Wolfgang sagte, ja, sagt er, ich habe gehört, du spielst nicht mehr und würdest du den mal wieder spielen? Ich sage, ja, kommt drauf an, kommt drauf an, kommt draufs Buch an und sagte, ja, ich habe nämlich gerade gestern mit Steven über dich gesprochen. Steven, Steven natürlich, wie wir sagen. Steven, ich wusste auch nicht, wer das war. Ich habe auch gedacht, ja gut, Steven, der macht den, der will jetzt hier einen Film machen und zwar spielt das in einem jüdischen Ghetto und so und ich habe gesagt, ja gut, kannst du ja mal mir das Buch schicken und dann sagt meine Frau, welcher Steven denn? Ja, Spielberg. die wurde ganz nervös, ich nicht und dann wurde ich zum Casting eingeladen und ich habe mich nicht getraut. Nein. Ja, nicht getraut. Das habe ich noch nicht. Also ich war, da wurde, sollte gecastet werden als, als Schindler. Als Schindler? Ja. Und der Ballhaus hat bis, immer behauptet, ich wäre der bessere Schindler gewesen. Aber ich hatte einfach nicht die Traute, dahin zu fliegen und zum Casting. Das ist jetzt nicht wahr. Doch, das ist wahr. Aber das heißt, das habe ich, aber das habe ich Peter wirklich sehr bereut. Wirklich? Ich habe auch gedacht, was ja immer kompliziert ist, weil, also zum Beispiel, mein Traum im Film war immer, einen Schwulen zu spielen, weil das sehr schwer ist. Weil dieser Grad, zu viel zu machen und zu wenig zu machen, ist ganz, ganz, ganz schmal und es gibt so viele Farben auch, da zu spielen. Das hat mich immer irre interessiert. Und das Gleiche, da war es, habe ich das Buch gelesen und habe gedacht, die besten Schwulen in Filmen waren immer Hetero-Männer. weil die Schwulen komischerweise immer übertrieben haben. Und dann habe ich gedacht, mein, so ein Film, wie Schindler's List, Spielberg ist Jude, der ist emotional so nah da dran, das wird wahrscheinlich so eine Hollywood-Soap-Opera, was es ja überhaupt nicht war. Ich habe im Kino gesessen und habe geheult wie ein Schlosshund, obwohl ich sehr viel später geboren bin, damit nichts zu tun hatte. Ich habe mich in dem Augenblick wahnsinnig schuldig gefühlt und war erschrocken und betroffen bis ins Tiefste. Aber der war ja nun unglaublich gut als Schindler. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat in dem Film, wirklich das absolut Einzige ist, diese Nummer, ja, diesen Orden hätte ich auch noch verkaufen können. Da wurde es mir zu weinerlich. Für mich hat faszinierend, was Strindberg gemacht hat, diese fast kalte journalistische Distanz, aus der er das gedreht hat. Und das machte es so erschreckend, weil er halt nicht auf diese Seite gegangen ist, jetzt große Emotionen, sondern er hat einfach nur dokumentiert. Und der Wahn ist ja dran, dieser deutsche Wahn, alles aufzuschreiben, zu dokumentieren und ist ja Wahnsinn. Ich muss eine Klammer in meinem Kopf noch zukriegen, diese Rolle, die du nicht genommen hast. Da gab es ja so was. Also ich hätte, wahrscheinlich hätten sie mich nicht genommen, aber wie gesagt, ich hatte Angst. Aber wir kamen ja drauf über das Boot, ja, diese Rolle, die du da nicht genommen hast. Es gab so einen anderen Typen, der später als Musiker minimal erfolgreich war, der auch so eine Rolle im Boot hatte. Herbert. Herbert. Ich glaube, die Rolle hatte Petersen, glaube ich, für mich vorgesehen. Aber es war toll. Ja, ja, für Herbert. Ja. Der war auch mal, war der nicht auch mal bei uns im Podcast? Und rufst du den eigentlich auch an, wenn der was Gutes macht? Würde ich machen, aber ich habe seine Nummer leider nicht. Das war auch der Grund, zum Beispiel als Anna starb, die ich auch kannte. Ja. Dass ich, dann habe ich meinem damaligen Manager gesagt, hast du die Nummer von Herbert? Ich würde ihn gerne anrufen. Und dann hat er gesagt, nee, nee, lass mal. Das versteht der falsch. Ja. Dadurch ist das nicht zustande gekommen. Und warum ist das so, dass die beiden, die sich am ähnlichsten, also Entschuldigung, ja, ihr seid ja wahnsinnig nah aneinander, was euer Werk betrifft, was euren Ansatz betrifft. Na, wir sind musikalisch schon, kommen aus einer ganz anderen Ecke. Aus der Sicht eines Laien wie mir sind das die zentralen deutschen Ikonen. Oh, vielen herzlichen Dank. Danke. So. Das darf man aber Udo nicht vergessen, ne? Ja, ja, und ich weiß schon, ich bin jetzt Laie und ich darf das sagen und mich wundert es, dass ausgerechnet die, die sich in meinem Kopf so nahe sind, ihre Nummer nicht haben. Warum ist das so? Ich habe die Nummer hier. Ich, ich. Ehrlich. Ich zeige jetzt die Nummer nicht. Ich habe. Aber schau mal, wer zufälligerweise um halb sieben hier angerufen hat. Herbert hatte ich gerade angerufen. Ja, so vorhin. Ich sehe es gerade hier. Ja, ich habe. Ich habe, ich habe absolut. Vielleicht können wir da vermitteln jetzt. Ich habe absolut nichts gegen Herbert, null, und habe dieses, was dann in der Presse, aber das ist ja, hat ja Tradition. Ich meine, das hat ja wirklich Tradition, dass dann Leute, die erfolgreich sind, was ich für idiotisch halte und auch für so wahnsinnig unwichtig halte und vor allen Dingen im Laufe der Zeit immer unwichtiger, weil da sind zwei Typen, die sehr viel Glück gehabt haben, die das machen durften, was sie machen wollten, die damit auch noch Erfolg hatten und da gibt es ja noch wirklich größere Probleme in der Welt, als ob die sich nun verstehen oder nicht. Aber ich habe nichts gegen ihn. Ich kann auch noch nicht mal sagen, ob wir uns verstehen würden, weil wir haben uns, sehen uns mal im Flugzeug oder mal in einem Restaurant, grüßen uns, freuen uns. Letztes Mal habe ich zu ihm gesagt, Herr, lass uns doch mal zusammen essen gehen. Nur wir beide, weil da wurde so viel Scheiß geschrieben, lass uns das doch mal ausräumen. Aber weiter ist es nicht gegangen. Aber ich habe nichts gegen Herbert. Ich respektiere ihn sehr. Aber obwohl wir musikalisch und textlich, glaube ich, schon eine Ecke auseinander liegen, weil es einfach eine andere, ist ja fast eine andere Generation. Herbert ist ja zehn Jahre jünger, der kam, spielt, Herbert kommt auch nicht aus dem Rock'n'Roll-Bereich. Ich weiß noch, bei Flimm in Bochum hat er Klavier gespielt, im Theater. Er hat auch lange in einer, Jazzband gespielt, mit übrigens dem Bruder von Jürgen Flimm, diesem Bühnenbildner. Das weiß ich auch noch. Aber es hat sich, glaube ich, einfach nicht ergeben. Und die Nähe von Udo und Otto ist einfach nur, glaube ich, dass wir uns sehr gut kannten, schon aus Hamburg, aus der WG, bevor wir überhaupt, ja, ich habe in der WG nie gewohnt. Ich hatte da nie ein Zimmer. Immer sogar im freien Zimmer. Und wenn alle Zimmer, im freien Zimmer, ja. Und stimmt das, wenn alle Betten belegt waren, musstest du oben in uns? Da war so eine Kammer, ich habe immer geguckt, einer war ja immer unterwegs, hatte ich immer Glück, habe ich in dem Zimmer geschlafen. Und es gab oben so eine Dachkammer. Und in dem lagen alte Zeitschriften und da lag so eine Matratze, auch nicht bezogen. Und wenn kein Zimmer frei war, habe ich da gepennt. Ja. Ist klar, ich meine, klar, ich hatte keine müde Mark. Ich bin nach Hamburg gekommen. Ich hatte, was ich sagen muss, ich hatte einen 2.8er BMW, den habe ich gekauft in der Benzinkrise von einem Bauern. Der hatte eine Anhängerkupplung. Und alles, was ich besaß, war in einer Tasche. Und ich hatte an einen Secondhand-Pelzmantel. Sehr, sehr modern heute. Und Plateauschuhe. Ja. Blaue Plateauschuhe. Gibt es da von Sigi-Phase? Bestimmt, ja. Und lernte dann gleich, meine erste Freundin war Katrin Scharke, eine Frau, die 10 Jahre älter war, Schauspielerin war. Und ihr Vater war der Prominentenarzt in Hamburg, HNO, Dr. Walter Scharke. Und die brachte mich dann nach Hause. Und das war so eine richtige, hanseatische Familie. Also die waren total begeistert von deinem Pelzmantel? Die waren total begeistert. Die haben nur gejubelt und haben gesagt, der ist ja toll. Den musst du behalten. Ich auch. Unbedingt. Und es gab, ich habe das vergessen, welche Schauspielerin das war, die über dich sagt, der kroch da irgendwie aus dem Kellerfenster dieser Villa. Also ich kann mir gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen. Was hat die gesagt? Der Westernhagen, den habe ich gesehen, wie er aus dem Kellerfenster gekrochen ist. Ach Quatsch. Irgendwie sowas. Herr Iris hat das gesagt. Aber ich kann die Iris, ich kann die Iris wirklich aus der Hamburger Zeit. Und Iris war ja ein tolles Mädchen. Und die war da auch so in der verrückten Künstlerszene in Hamburg. Und zu der Zeit war Hamburg wirklich unfassbar. Diese ganzen Villas um die Alster rum, diese wunderschönen Villas, da lebten halt so Freaks drin wie wir. Daneben an war die berühmte Drogenvilla, da lebte ein Großdealer. Die Polizei hatte ja damals noch sehr viel... Mit dem ihr aber nur flüchtig zu tun hatte. Sehr wenig, nur flüchtig. Sehr wenig Ahnung hatte von Drogen. Ich weiß das noch aus Düsseldorf, da haben die Jungs mittags im Schwarzen Peter solche Rohre geraucht und die Polizisten gingen vorbei und wussten gar nicht, was das war. Das gab es auch mal. Das war auch alles friedlich, bis dann so die härteren Drogen nach Düsseldorf reinkamen. Aber Hamburg war so und die Menschen, die Geld hatten, die wollten alle so nach amerikanischem Vorbild leben. Die wollten gerne in Hochhäusern leben. Und da waren diese ganzen Riesenvillen, wirklich für sehr wenig Geld zu vermieten. Mit Alsteranschluss und Boot und allem kann man sich heute gar nicht vorstellen. Man kann... Ich habe die Adresse vergessen, aber ich habe auf... Bondil. Habe ich auf Google Maps nachgeguckt. Das Haus kann man da sehen. Das ist auch inzwischen umgebaut. Ich habe es neulich nicht mehr gefunden, weil ich habe gedacht, weil das ist umgebaut. Ich habe nicht mehr gewusst genau, was es ist. War dieser Turm da vorne auch schon? Ja. Und Conny lebte da. Und wir haben, Conny und ich wurden dann nachts angeschrieben, weil wir voll besoffen Rolling Stones gesungen haben und dann jemand aus der Gemeinschaft, ich glaube, Wilken war das, der damals auch sang, Werdet ihr bloß im Rheinland geblieben, ihr Idioten und so. Conny Planck, wir müssen einmal, wir haben ja Zeit, wir sind ja auch im Bildungspodcast, einmal, wenn wir die Gelegenheit haben, Conny Planck zu würdigen, der in Deutschland immer noch relativ unbekannt ist, an der breiteren Öffentlichkeit dabei, ist er wahrscheinlich der wichtigste Musikproduzent aus Deutschland. Großartig. Großartig. Der hat die erste Kraftwerkplatte produziert, die ich auch immer noch am meisten liebe. Und er hat Gianna Nannini produziert und viele, viele Sachen. Und Conny war ein toller Kerl. Ich weiß noch, Conny war Assistent im Renus-Studio in Köln und hatte den Schlüssel zum Studio. Und ich hatte damals eine Band, die hieß Sinus. Wieso Bands damals hießen? Wir machten nur, das war total improvisierte Musik und jedes Stück dauerte, also Minimum 20 Minuten. War ja zu der Zeit so. Und Conny sagt, weißt du, wir können mal was aufnehmen, da schließe ich das Studio aus, dann gehen wir da rein. Dann waren wir nachts im Renus-Studio und spielten da und Conny sagt immer, der Tape ist rolling, schafft euch rein. Und ich habe sogar dann durch die Gitarristen von damals, das war Bodo Steiger, der später Rheingold war, der hatte dann so einen riesigen Hit, diese ganze neue deutsche Bälle wurde ja auch Drei-Klang-Dimensionen. Drei-Klang-Dimensionen. War sein großer Hit, ja. Der ist leider gestorben vor einem Jahr oder zwei. Der war das und dann spielte Schlagzeug Karl-Heinz Barthos, späteres Kraftwerk-Mitglied. Und was, da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, wer das war. Und dann haben wir nachts aufgenommen, heimlich, und ich habe das Tapes sogar noch. Ist nie veröffentlicht? Ja. Nee, nie für den Heimgottes Willen. Also ich habe dann auch Gesang improvisiert in Englisch und ich hatte dann aufgenommen das Geräusch von Wasser, was in so einem Abfluss sich verflüchtigt. So fing das Stück an. Und dann haben wir da gespielt und Karl-Heinz Barthos, übrigens, der später ja dann mit Kraftwerk auch Tasten drückte, war ein ausgebildeter Konzertorchester-Schlagzeuger und der war großartig. Das war ein richtig unfassbar guter Trommel. Gibt es eigentlich jemanden auf der Welt, von dem du jetzt sagen würdest, ich hätte wahnsinnig Lust mal mit dieser Musikerin oder diesem Musiker oder diesem Produzenten zusammenzuarbeiten? Ja klar, da gibt es jede Menge, aber wie gesagt, ich arbeite inzwischen mit so Leuten wie Larry Campbell, der da in Amerika schon eine sehr, sehr große Nummer ist, der auch auf dem letzten Album mit Keith Hülsert gespielt hat, der Grammys gewonnen hat als Producer mit den ehemaligen Band, The Band-Mitgliedern. Und das ist schon eine hohe Kategorie, aber es gibt natürlich Leute, von denen man träumt, mit denen mal zusammenzuspielen. Das ist klar, ob ich dann überhaupt fähig wäre, einen Ton rauszubringen, das steht auf einem anderen Platz. Glaubst du das? Hättest du da immer noch mehr? Ich glaube, inzwischen kann ich das, glaube ich. Aber diese Nervosität oder diese Angst, das hast du... Nee, was erstaunlich ist, ich habe zum Beispiel meine Frau, die ja auch singt, die war mit mir im Studio, die ist eine hervorragende Stimme und ich habe immer gedacht, wie klingt die? Wie klingt die Frau? Die erinnert mich unglaublich an was. Und dann kam es mir, die hat so ein schnelles Vibrato in ihrer Stimme. Da dachte ich, die klingt genau wie Grace Slick, Jefferson Airplane. Und dann waren wir im Studio und haben Band gesagt, ihr kennt doch Somebody to Love, ne? Ja. Dann haben wir gesagt, Lindy, hör dir das mal an und so. Und dann haben wir das aufgenommen und One Take, die hat das da abgeliefert. Und die hatte so eine Angst vor diesen Musikern, vor dieser Qualität der Musiker, aber gesagt, das ist aber nicht so. Wenn die spielen, es ist so viel einfacher. Du setzt dich als Sänger, wenn du so eine Rhythm-Section hast, die so tight ist. Und diese Musiker müssen auch nicht mehr beweisen, dass sie so gut sind. Die spielen für dich, die spielen für den Song. Die wollen nicht mehr sagen, guck mal, wie viele Töne ich spielen kann, sondern es ist einfach nur, du legst dich da in ein Bett, in dem du dich sehr viel wohler fühlst, als mit Leuten, die nicht gut sind. Sehr viel wohler. Und ich habe immer versucht, auch in der Schauspielerei mit Leuten zu arbeiten, die ich für viel besser halte als ich, weil daran wächst du. Da musst du die Arschbacken zusammenkneifen und denken, jetzt musst du aber, jetzt musst du aber, hab Achtstellung hier. Und deshalb auch der Gang ins Ausland, weil ich fühle mich da, da ist nicht ein Studio, wo alle gleich sagen, oh Marius, ah ja, gut, willst du was haben, kann ich dich hier hinsetzen, sondern die kennen mich nicht oder sind mindestens genauso erfahren und begabt wie ich. Daran kann ich wachsen und das interessiert mich noch. Wenn ich jetzt morgen aufwache und denke, ach Musik um Gottes Willen und Studio, dann würde ich nichts mehr machen, ehrlich nicht, weil ich belebe nicht auf so großem Fuß, ich komme gut aus und ich brauche auch nicht irgendwie goldene Stühle oder sonst so einen Scheiß, brauche ich alles nicht. Wie lange dauert denn so eine Produktion, zum Beispiel dieses heißes Ashfield Park, ich habe es schon wieder, wie lange arbeitet man an so einem Album? Also die Vorarbeiten sind fast länger. Du hast den Prozess, das war diesmal, dieses Album war auch sehr, sehr schwierig, weil ich hatte geschrieben in Südafrika, dann noch ein bisschen in Berlin und konnte dann nicht nach Amerika rein und meine Musiker sind in Amerika, so wie machen wir das? Dann hatte ich ein Stück geschrieben, was aber mit der Platte im Endeffekt nichts zu tun hat, aber als Bonus-Track auf so einer Special Edition ist das, das hieß Black Lives Matter, weil ich natürlich hautnah miterlebe, wie Schwarze ein Empfinden haben für diese Bewegung und auch für ein Rassismus, was wir gar nicht nachempfinden können. Das geht viel, viel weiter, als wir überhaupt empfinden können. Ich schrieb also diesen Song und habe gesagt, ich möchte das aufnehmen und dann war es so, dass ich im Studio saß hier in Berlin und die Musiker waren im Studio in New York und wir haben es so versucht. Das ging auch gut und das ist auch richtig gut geworden, aber es hat nicht so einen Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, dann lass uns lieber warten. Dann haben wir dann nach Monaten rausgefunden, dass ich dadurch, dass ich mit einer Amerikanerin verheiratet war, rein konnte auf einmal. Aber keiner hat es hier verbrieft. Also ich bin hier losgeflogen und wir wussten gar nicht, lassen die uns rein. Und als wir dahin kamen, sind wir an die Passkontrolle gekommen, die nahmen die Pässe uns ab und sagte, kommen Sie bitte mit. Der eine ging mit den Pässen in die eine Richtung und wir saßen in einem anderen Raum, wie bei den Amerikanern ja so ist, die sitzen dann alle höher, die Polizisten und so, so ein bisschen, damit du gleich so Ehrfurcht hast. Der Raum war voll, da saßen wir da zwei Stunden und wurden nach vorne gerufen und da mussten wir nichts anderes vorzeigen als unsere Heimaturkunde. Und somit war ich drin. Und als wir ins Studio kamen, wir hatten uns ja auch ein paar Jahre nicht gesehen, war das wirklich so, als wären wir gestern aus dem Studio rausgegangen. Das war sofort, ich glaube, ich habe noch nicht mal in meiner Unhöflichkeit noch nicht mal guten Tag gesagt und ging gleich los, wurde gearbeitet und ich wollte eine kleine Gruppe haben, die so verschworen ist und insgesamt waren es vier Musiker plus ein Overdub von einem Perkessionisten. Mehr war das nicht und es war ein Traum. Und Asbury Park, ich kannte es überhaupt nicht, ist genauso, wie das in Woodstock war. Die bewahren sich so eine Community, da gibt es kein Starbucks, da gibt es kein McDonalds, da gibt es kein Kentucky Fried Chip und die versuchen, das wirklich so sauber zu halten. Und Woodstock hat so seine Atmosphäre bewahrt. Ich war auch da, wo die ganzen Häuser, wo Dylan ein Haus hatte und die Band Häuser hatte und Jimi Hendrix ein Haus hatte und das war ja so ein alternatives Wohnmodell, weil da sind ja viele raus, ich schätze auch, dass sie in Ruhe ihre Drogen nehmen konnten und sonst was. Aber es war toll konzipiert, weil die hatten ihre Häuser und das nächste Haus stand dann so weit weg, dass du dich nicht stören konntest, aber bequem zu Fuß zu dem anderen gehen konntest. Und das ist natürlich so ein Kreativpool gewesen, der toll war. Und alles steht ja auch noch so, auch das Pink House, wo die aufgenommen haben, das ist ja alles da, da steht die Zeit still und das hat eine besondere Atmosphäre. Wir waren dann in einem Studio, das war gebaut in einer alten Kirche, gehörte auch eine Musiker, wo der Raum unheimlich toll klang. Wir haben sehr viel mit dem Hall von dem Raum gearbeitet, was du nicht oft kannst. Das machen wir auch immer hier im Podcast. Ja, das merkst du, aber hier verstehst du nichts, wenn du miteinander reden. Und das Studio war sehr runtergekommen, aber es hatte halt diese Atmosphäre und hat ein altes Desk und wunderschön, viele tolle analoge Sachen und alte Keyboards. Und ich war dann beim Mastern und da sagt der Masteringenieur zu mir, der übrigens fast alle Bob-Dillen-Albums gemastert hat, ihn aber nie getroffen hat. Was? Ich sage, das kann doch nicht möglich sein, der muss doch mal hierher kommen und sehen, mit wem er arbeitet und das Mastering mit dir abhören. Nee, ich sage, ich habe ihn nie gesehen. Das interessiert ihn, glaube ich, Ich glaube, interessiert ihn einfach nicht. Und der sagt, wo hast du denn aufgenommen? Das klingt ja wahnsinnig. Und wer war denn der Ingenieur? Das war ein Deutscher. Ihr habt gesagt, der und der sagt, der klingt Wahnsinn. Und wo hast du aufgenommen? Ich sage, in der Kirche, in Woodstock, sagt der, ach was? Weißt du nicht, dass es da spukt? Hat er gesagt. Da können nur gute Geister sein. Er hatte nicht das Gefühl, dass es da spukt. Man kann das auf, blendest du dann eigentlich so in die Kultur, in der du dich gerade bewegst? Das ist jetzt wirklich nochmal abgeschwiffen. Es gibt ganz tolle Bilder auf Instagram, wie du in diesem Studio bist und plötzlich trägst du Karohemden und ein Stetson oder irgendetwas. Das ist wichtig, dass man sich dann so einfühlt. Nee, mir hat das gefallen. Ja. Mir hat das gefallen. Ich trage auch jetzt noch. In Amerika, ich nenne das immer mein Broke, Break Mountain, Broke Bad Mountain. Ja. Outfit. Ja. Und ich mache diese ganze Kauber-Outfit gerne. In Amerika kannst du es ja ohne Probleme tragen. Also da guckt dich ja keiner schräg an, da laufen ja so viele so rum. Ja. Ich mache das gerne. Sag mal, wenn du, du hast über so viele Jahrzehnte ja ganz große Liebeslieder geschrieben. Danke, noch ein Hocken kommen. Wir sprachen vorhin darüber, es ist wahr. Er meint es wirklich so, ich auch. Ja, danke, danke, danke. Und diese Liebeslieder sind ja immer, also ich denke mal, einer bestimmten Frau in der bestimmten Lebenszeit gewidmet. Nicht unbedingt. Nee. Aber es ist gewidmet mit Erfahrungen, ja. Hä? Erfahrungen, die man macht. Und das war so witzig, bei den letzten Liebeslieder auf dem neuen Album war es so, dass die Musiker alle im Studio standen. Kenn ich, kenn ich. Das heißt, manchmal sind Liebeslieder, also zum Beispiel, weil ich dich liebe. Hm? Ist das einer? Fand ich übrigens schrecklich, ich mochte das nicht mehr spielen. Ah ja? Ich fand das ganz schrecklich, auch wie es arrangiert war. Und dann habe ich immer gedacht, wie macht man das, dass das besser ist, eine bessere Qualität hat. Und das hat es für mich, jetzt mag ich es, die Version, die wir auf Unplugged gespielt haben. Ja. Die finde ich schön. Und das heißt, du musst dir dann so ein Lied auch wieder selber zu dir holen, weil du sagst, Anklag, ich hole mir jetzt eine Gitarre. Ja klar, es muss ja für dich interessant bleiben. Also wenn es anfängt, dich zu langweilen, musst du irgendwie eine neue Form finden. Und man ist ja verpflichtet, und was ich auch verstehe, du hast ein Publikum und natürlich möchtest du immer nur das Neueste spielen, was du gemacht hast, weil das der Stand ist, wo du bist, und wenn du jetzt, also wenn wir dir jetzt eine Gitarre... Aber es gibt sonst, sie musst du spielen. Na, ich spiele keine Gitarre, hier, vergiss es. Nee, nee, es gibt eine Tradition in diesem Podcast, die viele, vielleicht auch einige von hier sehr vermisst haben, weil wir in der Pandemie, ich muss das kurz erklären, nicht gesungen haben. Wir haben nämlich auch remote aufgenommen. Ja, wir haben also unsere Gäste gar nicht in Wohnzimmer gespielt, oder was? Wir haben immer gesungen. Und der Trick ist, du musst gar nicht singen, aber du bist ja Profi. Nie würden wir von einem Profi erwarten, dass er einen Song singt. Aber du könntest ein bisschen uns begleiten mit dieser schlecht gestimmten Gitarre und Christoph und ich... da kann ich ja noch viel weniger. Weißt du, dass ich all die Stücke, die ich geschrieben habe, ich vergesse das alles. Schande. Ich habe aber den Text von Weide, ich liebe dabei. Und Leute denken ja auch immer von Musikern oder von Leuten, die Sachen aufnehmen, dass sie ständig ihren eigenen Kram hören. Ich habe, wenn die Arbeit für mich vorbei ist, glaubt er nicht, dass ich jemals von mir selbst was höre. Christoph, kannst du uns begleiten auf dieser schlecht gestimmten Gitarre? Das wäre keine gute Idee. Dann singen wir einfach so. Ja. Ohne Gitarre. Warum wollt ihr denn jetzt singen? Weil ihr das immer tut. Weil wir das eigentlich immer getan haben weil wir uns alle hier mal wieder... Du machst gar nichts. Ich bin ja... Du kannst einfach sagen, ihr singt aber schlecht oder so. Du musst auf keinen Fall mitsehen. Nein, ich gehöre zu diesen schrecklichen Menschen, die immer sich auf alles vorbereiten müssen. Und ich glaube, ich habe das von der Schauspielerei. Also wenn ich auf die Bühne gehe, dann habe ich geübt und gemacht und getan. Können wir mal diese Zettel durchgeben hier? Ich bin ja gar nicht so ein Spontan. Es gibt ja auch so fürchterliche Leute, die sich immer aufträgen. Wenn du irgendwo spielst und sagst, kann ich auch mal einen... Was ist das denn? Das ist der Text, den du mal geschrieben hast. Habt ihr einen Zettel für mich? Sagt er dir noch was, der Text? Ja. Weißt du noch, wo du warst, als du den geschrieben hast? Italien, glaube ich. Wo in Italien? Nee, das ist Halleluja, ne? War das Halleluja, weil ich dich liebe? Ist schwer bei so vielen Platten. Nee, du musst ja nicht singen, verstehst du? Aber wir singen doch jetzt. Also gemeinsam. Wir haben das nicht geübt. Die Wüste war heiß. Wie? Wie geht's los? Wie geht's los? Die Wüste war heiß. Nein, come on. Nee, wie geht's wirklich los? Die Wüste war heiß. Kann jemand singen hier? Natürlich, jeder kann singen. Guck mal, ich kann nicht singen, wir haben eine Riesenkarriere gemacht. Das war auch vollkommen okay. Die Wüste war heiß, die Berge waren hoch, das Wasser war tief und ich fand dich doch. Ich habe dir geschworen, dass du mir nicht entkommst. Du bist für mich geboren, ich lebe nicht umsonst. Manchmal googeln wir auch eine Playback-Version. So was schreibt man, wenn man in der Gaga-Phase ist. Wenn man so verliebt ist, ist, dass man nicht mehr gerade denken kann. Ich bin kein Rockefeller und bin auch kein Bo. Ich kann auch nicht treu sein, ich lüge sowieso. Ich habe dir geschworen, bei dir wird es anders sein. Du bist für mich geboren, bist meine Ewigkeit. Das denkt man. Können wir mal die Melodiesumme, dass man so reinkommt, dann fällt es mir auch wieder ein. Es gibt keine Ewigkeit. Also den Refrain vielleicht. Alles ist Liebe, weil ich dich liebe, noch immer und mehr, weil ich dich brauche. Ich brauche dich so sehr. Ich habe Sehnsucht, ich verzehre mich nach dir, verzeih mir. Das kommt Werbung. Bleib bei mir. Bei YouTube kommt immer erst Werbung. Es ist fürchterlich. Aha. Jetzt haben wir es gleich. Nimm mich in die Arme, seh mir ins Gesicht, versuch mir zu sagen, ich liebe dich nicht. Versuch, wir machen das jetzt. Es wird dir nicht gelingen, der Preis wäre zu hoch. Du bist für mich geboren, du wirst mich nie mehr los. Weil ich dich liebe. Und dann, wie geht es dann? Das könnt ihr nicht machen. Meine Frau ist da draußen und das habe ich vor ihr geschrieben und dann kriege ich die ganze Nacht für wen hast du das geschrieben. Aber das ist ja nicht immer für eine Person. Aber das hat die schon mitbekommen, dass du solche Lieder auch vor ihr geschrieben hast. Nein, aber wenn es so wäre, würde ich es nicht zugeben. Aber deine Frau kennt ja die Lieder. Die tretet ja auch zusammen auf. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie den Text schon verstanden hat. Achso. Die Wüste war heiß. Aufgemacht. Die Berge waren hoch. Okay. Das Wasser war tief und ich fand dich doch. Die Sänger wärt ihr nicht. Das klingt mehr wie Rap, was ihr macht. Ich habe dir geschworen, dass du mir nicht entkommst. Du bist für mich geboren. Ich lebe nicht umsonst. Ich bin kein Rockefeller und ich bin auch kein Bo. Ich kann auch nicht treu sein. Ich lüge sowieso. Das ist lustig. Ich habe dir geschworen, bei dir wird es anders sein. Du bist für mich geboren, ist meine Ewigkeit. Singt ihr mit beim Refrain. Ich liebe dich. Yeah. Noch immer und mehr. Ja, guck mal, die kennen das. Weil ich dich brauche. Ich brauch dich so sehr. Jetzt sind wir drin. Ich habe Sehnsucht. Ich verzehr mich nach dir. Vertrau mir. Bleib bei mir. Aber eins reicht, ne? Ein Refrain, oder? Nimm mich in die Arme. Nimm das Gesicht. Das ist ein geiler Song. Du musst nicht singen. Versuch mir zu sagen, ich liebe dich nicht. Es wird dir nicht gelingen, der Preis wäre zu hoch. Du bist für mich geboren, und du wirst mich nie mehr los, weil ich dich liebe. Jetzt alles. Noch immer und mehr. Oh, du bist ein Showman. Weil ich dich brauche. Ich brauch dich so sehr. Oh, wie schön. Gut. Ich habe Sehnsucht. Ich verzehr mich nach dir. Was sei mir? Bleib bei mir. Jetzt kommt das Solo. Wir waren großartig. Danke, Maria, für das Playback. Dafür ist eine Produzentin da. Wir sind ja immer noch am Anfang meiner Karriere. Das ist ja furchtbar. Und das Podcast. Aber jetzt stoßen wir langsam mal zu den späteren frühen Jahren vor. Ich habe natürlich in den letzten Tagen immer, wenn wir vor einer Folge sind, vor alles gesagt, erzähle ich eben Freundinnen und Freunden oder Menschen, die ich so treffe, wen wir demnächst in der nächsten Folge haben. Und dann gestern war ich mit einem Abendessen von ein paar Freunden. Eine Freundin hatte Geburtstag. Und ich erzählte das. Und dann sagte ein Freund, bitte lass ihn mal die ganze Geschichte zu dem Video in der neuen Nationalgalerie zu erzählen. Oh Gott. Weil für ihn war das zu dem Zeitpunkt sozusagen das Video, das für Deutschland stand. Und für sehr viele. Nun mochte es keiner. Aber es war eine tolle Idee. Die Idee war sensationell und auch neu. Und vor allen Dingen war das noch zu einer Zeit, wo du, oder wo ich damals konnte Videos machen mit Erlaubnis der Plattenfirma. dieses Video hat, ich glaube, fast eine halbe Million gekostet. Und wenn du heute ein Video machst, sagen die dir, 25.000. Ist zwar nicht möglich, ein gutes Video dann zu machen, aber so hat sich das ganze Geschäft auch geändert. Und damals hatte jemand die Idee, es gab dieses Kandidatengespräch zwischen Gerhard Schröder und Angela Merkel und wir luden alle möglichen prominenten Leute ein in die Nationalgalerie und die an Tischen saßen und diese Diskussion sich über Fernseher ansahen. Und wir haben ein Stück gespielt damals aus dem Album War das in den Wahnsinn? Ja. Und das Stück hieß Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass du endlich begreifst, dass du endlich verstehst, dass es nicht nur um dich geht. War ganz, ganz aktuell. Und danach wurden dann Leute dann noch interviewt für dieses Video. Und das war die Geschichte. Es war dann, es war ein Riesenaufwand und es war auch nicht ungefährlich, weil wir konnten das ja nur einmal, wir konnten es nur einmal drehen. Also das hieß auf die Bühne Ablieferung, zweimal kann man es nicht machen. Und erinnerst du dich noch so an die Gäste? Also das war ja eine unglaubliche Mischung von Prominenten. Ja, sehr große Mischung. Also meine Idee war vorher noch, dann verschiedene Szenen zu drehen auf der Toilette, die passierten oder diese Geschichte und so. Das ist dann alles nicht geschehen und ich würde im Nachhinein auch sagen, das ist dieses Experiment, was so für die Plattenfirma sehr teuer war, ist nicht ganz gelungen. Aber es war toll, das zu machen. Das muss man ja ab und zu auch mal machen. Und das heißt, wenn du das Video heute sehen würdest, also, glaubst du, ich gucke mir meine Videos an oder was? Die gucke ich an, solange die in der Arbeit sind, aber dann nicht mehr. Ist dann abgeschlossen? Ja. Also ich weiß, welche Videos, für mich das wirklich ein schönes Video, was wir gemacht haben damals mit Philipp Stölzel, war wieder hier. Das war wirklich ein richtig tolles, auch filmisch ein tolles Video. Und da kann ich mich auch noch an jeden Augenblick erinnern. Es wurde damals sehr viel in Prag gedreht, weil es da billiger war. Und wir hatten sehr viele Komparsen. Das waren aber alles wirklich Schauspieler von dem Theater in Prag. Und die waren großartig, zu allem bereit und so engagiert. Und nur so macht ja eine Arbeit Spaß, wenn wirklich jeder das als seine Sache auch ansieht. Das war toll. Weil du gerade gesagt hast, Gerhard Schröder, du hast vor ein paar Jahren schon mal öffentlich auch gesagt, dass du nicht verstehst, wie er sich zu Russland stellt. Es gab ja mal eine Zeit, da wart ihr, glaube ich, auch so etwas wie gut bekannt. Du hast ihn auch unterstützt in einer Kampagne damals, als er Kanzler war. Also nicht in einem Wahlkampf unbedingt, aber sozusagen vor allem dann in einer anderen Kampagne. Er hat ja auch das Bundesverdienstkreuz verliehen. Wie siehst du den Fall Gerhard Schröder heute? Also man war schon ratlos. Ich kannte, lernte Gerhard kennen, als er Kanzlerkandidat war. Da gab es ein Treffen. Da war unter anderem auch Günter Grass und Manfred Bissinger und Flimm und noch ein paar Philosophen und Schriftsteller. Und ich wurde angerufen, ob ich da teilnehmen möchte. Und da war das noch ein richtig junger Mann. Der war sehr dynamisch und krass nannte ihn immer der Kandidat und sprach ihn auch so an. Und wir haben dann gesagt, wenn wir dich unterstützen, wir sind so gebrannt schon, wenn wir einen Kandidaten unterstützen und eine Partei, die uns immer das Blaue vom Himmel versprechen, was ist für die Kultur drin? Und da wurde die Idee geboren des Kulturstaatsministers, weil wir alle der Meinung waren, die Stärke im Ausland lag ja, diese Zentrierung auch in der Kultur, ob das in Frankreich war, Jacques Lang hervorragend, oder ob das in Amerika war oder ob das in allen großen Ländern gab es immer das Zentrum und da passierte alles und von da aus ging auch alles aus oder dahin. Und das hat er uns auch glaubhaft versichert. Und er hat das, dieses sogenannte, wurde damals genannt, Kultur-Kitchen-Kabinett, also Kultur-Küchen-Kabinett. Und er hat das lange aufrechterhalten in seiner ersten Zeit, dass wir uns immer mal wieder trafen und er unsere Meinung hören wollte. Das war für mich manchmal erschreckend, weil ich wusste von politischen Entscheidungen früher als viele, viele, viele andere Menschen. Ich weiß auch noch, als er uns zusammengerufen hat und uns erzählt hat, dass er nicht am Irak-Krieg teilnehmen wollte und wir alle applaudiert haben. Und er damals gesagt hat, stellt euch das mal nicht so einfach vor, weil wenn die Franzosen jetzt umfallen, dann stehen wir ganz dumm da, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie eine Macht wie die USA, welchen Druck die ausüben können. Das glaube ich auch. Ich würde im Nachhinein nicht noch mal so nah an die Macht gehen, aber ich habe sehr viel gelernt, wie es funktioniert und vor allen Dingen auch, wie die politischen Entscheidungen nach außen kommuniziert wird, also wie Marketing betrieben wird von den Regierenden. Was er dann nachher gemacht hat und zieht sich meiner Kenntnis, ich verstehe es nicht, ich verstehe Folgendes, die Frustration unserer Spitzenpolitiker, die schlecht behandelt werden, die schlecht bezahlt werden, denen nichts gegönnt wird, gar nichts und eigentlich einen Job machen, der 24 Stunden geht. Ich könnte die, wenn du mich fragen würdest, würdest du morgen Minister werden oder Bundeskanzler, würde ich sagen, erstens fehlt mir die Kompetenz und zweitens ist mir das viel zu viel Arbeit. Es ist unfassbar, was die abdecken müssen und wie viele Stunden die für sehr wenig Geld bezahlen. Deshalb kriegen wir auch nie die Spitzenleute, weil die sind in der Industrie, in der Politik wird das nicht bezahlt und die sind auch, das anstrengende, ein politisches Amt zu haben in der Demokratie ist ja, dass du immer so viele Kompromisse eingehen musst. Das ist auch die einzige Schwäche an dieser Form, weil die Schritte immer sehr klein sind, weil sie immer aus so wahnsinnig vielen Kompromissen entstehen. Aber der Gerd war schon ein Typ, der dann auch mal alle zusammenrufen konnte, nachts, die ganze Nacht und konnte gewisse Sachen, an die er glaubte, durchsetzen. Ich kann mir vorstellen, diese Frustration, so viel gegeben zu haben, auch von deiner Kraft und auch, du siehst ja Politiker, wenn die dann Kanzler sind, acht Jahre, dann sind die ja gealtert um 30. Das ist wirklich wahr. Ich habe den getroffen, aber das ist ein junger Mann. 98, ja? Ja, junger Mann. Und diese Frustration dann halt eigentlich nichts zu haben, dass das dann dazu führt, dass du verführbar bist und er sich mit Putin eingelassen hatte und im Endeffekt, glaube ich, hat er sich erpressbar gemacht. Ich finde, was ich nicht gut finde, ist, er hätte sich äußern müssen, einfach um all denen, die ihn auch mal sehr gern mochten und auch nach wie vor halte ich ihn, dass er ein guter Kanzler war, in der Position machen alle Fehler. Das sieht man ja auch bei Frau Merkel jetzt, da ist keiner unfehlbar. Das ist ein wahnsinnig verantwortungsvolles Amt mit wahnsinnig viel, viel Risiken verbunden. Aber was er dann gemacht hat, er hätte sich jetzt klar äußern müssen, warum er für mich in diese Falle geraten ist. Weil wie kommt er da raus? Jetzt schon gar nicht mehr. Das ist verbrannt. Auch wenn er jetzt Rückzieher macht, das werden die Deutschen ihm nie verzeihen. Hast du seine Telefonnummer? Hä? Hast du seine Telefonnummer? Hast du seine Telefonnummer? Hast du seine Telefonnummer? Er sagt, das ist seine Privatsache. Das habe ich gehört. Das ist seine Privatsache und er will darüber nicht reden. Er hat einmal mit der New York Times geredet. Genau. Aber das beantwortet für mich ja schon, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hier in einer Falle und ich weiß nicht, wie ich mich daraus befreien soll. Jochen. Christoph. Findest du nicht, es wäre Zeit für ein kleines Spiel? Ja. Marius. So ein Spiel. Es gibt ein Spiel in diesem Podcast, wir haben dich auch schon zärtlich darauf... Mach nicht die Gitarre kaputt. Ja. Mein Gott. Das war da im Publikum, das Geräusch. Die Gitarre ist safe. Die Gitarre ist safe. Es gibt ein Spiel, das... Ist das von jemandem aus dem Publikum, die Gitarre? Die war hinter der... Da hätte ich auch noch eine gute Story. Ich war mal im Prozess... Zu der Gitarre? Willst du doch? Nee, nee. Ich hatte mal eine... Nee, nee. Hör auf, du kriegst mich dann nicht mehr von der Bühne. Am Eimer? Ah, okay. Kommt also... Nein, nein. Können wir die Gitarre haben? Danke. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Vergiss es. Stell dir mal hier. Mit der Gitarre habe ich auch noch eine... Können wir den Preis dieses Downloads nach oben treiben mit einem Akkord von Marius? Jesus Christ. Ja, vielleicht noch... Von... Ja. Halt, Mikro, Mikro, Mikro. Jetzt hast du einen Akkord. Das war... Das ging vielversprechend an. E79, ja. Mehr ist halt nicht. Das war... Ich wollte eine Geschichte erzählen, die ganz lustig war. Ich war auf der Bühne vollkommen euphorisch bei Unplugged und spielte Gitarre und sang. Und vorne war so ein kleines Kind, das war dabei. Das hat jemand mitgebracht. Komischerweise war das hinterher erfahren, die Tochter von dem großen Boss von Telekom. Und der macht aber so mit und macht und so. Und dann in meiner Euphorie nehme ich die Gitarre ab und gebe dem Kind die Gitarre. Und die Tochter von Tim Höttges? Und dann kam ich von der Bühne und die sagten, bist du bekloppt, das ist die und die Gitarre. Und das ist... Und dann musste ich die zurückholen und die austauschen. Hast du eine Lieblingsgitarre? Einige? Ich habe so eine Sammlung, weil immer wenn du auf Tour bist, da werden dir immer Gitarren angeboten oder gibst ein Stellt-Gitarren und da ist eine, die dir gut gefällt. Dann willst du die nicht haben. Und die kaufst du dann. Ach so. Ach so. Doch, doch. Und komischerweise, Leute denken ja immer, wenn du irgendwie zehn Akustikgitarren hast, dass die alle... Oder zehn von dem gleichen Modell, dann klickt jeder anders. Also wenn du sagst, ich möchte gerne die und die Gitarre, dann musst du wirklich sehr viele verschiedene ausprobieren, welche klingt und in deinen Ohren dann halt nicht klingt. Und ich hatte mal eine Frage, ich hatte zu der Zeit vor allen Dingen Stadienkonzerten und du stehst immer jeden Tag in der Zeitung. Ich hatte jedes Jahr eine Steuerprüfung und ich bin niemand, der die Steuer bescheißt, das ist mir viel zu gefährlich. Und eine Frage des Steuerprüfer war, ja, aber wofür brauchen Sie denn so viele Gitarren? Ja, eine reicht doch. Stell dir das mal vor. Ich habe gesagt, weil jeder anders klingt und es gibt elektrische und es gibt akustische und es gibt Gitarren aus Metall und es gibt die und jenen. Hat er nicht verstanden. Er hat gesagt, eine Gitarre muss reichen. Marius, dieses Spiel, ne? Ja. Es ist ein sehr einfaches Spiel, es geht folgendermaßen, ich sage dir Begriffspaare, Hund oder Katze zum Beispiel und dann sagst du... Katze. Genau, das ist das Spiel. Klar, Katze. Kürzer geht es wirklich nicht, ja, das zu erklären. Es gibt natürlich Sonderregeln. Ja. Eine Sonderregel ist, du sollst schnell antworten, ja, also du musst mich verstehen, wenn du mich verstehst, könntest du bitte schnell antworten. Ich bin ja nicht blöd, es ist nur eine schlechte Akustik hier. Ja, ich weiß. Es ist nicht das erste Mal, dass wir mit diesem Problem kämpfen in diesem Podcast. Ja, das ist doch schön. Erinnerst du dich an jeden anderen Bühnenaufgaben? Ich komme wieder, das macht Spaß hier. Ja. Pass auf. Das ist ein Versprechen. Ich habe, ich glaube, 103 solcher Wortpaare hier, ja, 103. 103. Alle sagen das, es ist nicht so schlimm, es sind drei, vier Minuten. 103. Es geht ganz schnell, weil du musst ganz schnell antworten. Wir fangen jetzt an. Das schaffe ich. Ja, so weit, so gut. Und du darfst, es gibt Sachen, die wirst du nicht verstehen, inhaltlich, weil sie bescheuert sind. Weil ich zu blöd bin. Nee, weil sie bescheuert sind. Du kannst auch mal weitersagen. Du darfst aber nicht unendlich offen. Wem? Mir. Du kannst sagen, ich bin weder A noch B. Ja, ich mache weiter. Ja. Du darfst aber nur in 10% der Fragen weitersagen. Ja. Okay. Christoph zählt. Ja. Ich bin der Schiedsrichter. Ach du lieber Gott. Kannst du zählen? Es sind. Ja, kaum. Nee, es sind 104 Fragen. Jetzt geht's los. Ganz schnell antworten. Das ist sehr wichtig. Schnell antworten. Snooze oder aufstehen? Snooze? Schnell, Marius. Bitte. Schnell. Oder aufstehen? Nut oder Nut? Snooze. 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 Robert Habeck hat gedacht, das ist der Kautabak. Was will er mit dem Kautabak? Mit dem Wecker will ich nichts zu tun haben. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Sein oder nicht sein? Sein. Ordnung oder Chaos? Ordnung oder? Chaos. Ordnung. Teilen oder haben? Teilen oder haben? Teil. Drinnen oder draußen? Puh, schwierig. Kommt das Wetter an. Schnell antworten. Draußen, ja. Röcherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Mann oder Frau? Frau. Gott oder kein Gott? Gott gibt's nicht. Gott oder kein Gott? Kein Gott. Ideal oder real? Real. Erfolg oder Respekt? Respekt. Respekt oder Glück? Glück gibt's ja auch nicht, also würde ich sagen Respekt. Respekt oder Liebe? Liebe. Natur oder Kunst? Puh, Kunst. Wissen oder Nicht-Wissen? Wissen. Wissen oder Googlen? Wissen. Monogam oder mir doch egal? Monogam? Ja, ich verstehe. Verstehe. Das ist aber wirklich eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Aber man muss schnell antworten. Ja, ich weiß ja. Aber ich soll antworten, ohne nachzudenken. Das möchte ich so gerne erreichen. Ja, genau. Das ist der Witz an dem Spiel. Aber das, also wenn du jetzt sagen würdest, monogam oder mir doch egal. Kann ich nicht beantworten. Weiter. Weiter. Eins. Alt oder neu? Alt, alt oder neu, 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 neu. Scham oder Wut? Scham oder Wut? Scham. Augen zu oder Augen auf? Augen. Auf. Mit oder ohne? Mit. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. Impfpflicht oder nicht? Impfpflicht. To do or not to do? To do. An oder aus? An. Frühmorgens oder nachts? Nachts. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang eigentlich, ja. Zu Hause oder auf Reisen? Zu Hause. Ankommen oder aufhören? Quatsch, ankommen oder aufbrechen? Ankommen oder aufbrechen? Ankommen. Anfang oder aufhören? Anfang. Reden oder schweigen? Reden. Geld oder kein Geld? Geld. IOS oder Android? Nochmal. IOS, IOS oder Android? Apple. Leider gut. Whatsapp oder SMS? Das muss ich dir kurz sagen. Ich musste durch meine Frau SMS lernen. Ich habe das alles abgelehnt, weil ich mich immer an Karl Lagerfeld erinnert habe, wo die gesagt haben, schreiben Sie SMS, hat er gesagt, ich bin doch keine Sekretärin, aber ich kann SMS, Whatsapp lehne ich ab, habe ich nicht, mache ich nicht, weiß ich nicht. SMS oder Anruf? Anruf, ganz klar. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch, vegan ist mir zu vernachlässig, zu radikal. Die Antwort ist vegetarisch, nehme ich an. Ja. Danke. Bio oder regional? Bio, bio oder? Ja, verstehe, ich muss bio immer essen. Regional. Bio oder regional? Der behandelt mich wie mein Alter. Die Frage war, bio oder regional? Und die schnelle Antwort lautet? Schon bio, ja. Danke. Eingeschweißte, bio-Gurke oder plastikfreie, normale Gurke? Die pflanzigfreie. Vegane Wurst oder keine Wurst? Vegane Wurst. Keine Wurst. Soja oder Hafer? Soja. Zucker oder Fett? Zucker. Bier oder Wein? Wein. 0,1 oder 0,2? Puh, in jedem Fall nicht 0,4. 0,1 oder 0,2? Hä? 0,1 oder 0,2? Äh, weil es gibt ja nur noch eins und der Rest ist Verlierer, 0,2. Düsseldorf oder Hamburg? Boah, das ist schwer. Also Düsseldorf oder Hamburg? Beides hatte riesigen Einfluss auf mich. Ja, Düsseldorf oder Hamburg? Ja, weil du jetzt sagst, ja, ne? Ja. Dann sagen wir mal Hamburg, ne? Gut. Rondel oder Hiesenstraße? Rondel oder Hiesenstraße? Äh, Rondel, Hiesenstraße war jetzt, äh... Ich weiß, Rondel oder Pöselweg? Oder wer? Pöselweg. Rondel, immer noch. Zeit, die Zeit. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Franzbrötchen. Hamburg oder Berlin? Berlin. Ost-Berlin oder West-Berlin? Gesamt-Berlin. Charlottenburg oder Mitte? Ich muss sagen, ich hatte jahrelang Vorurteile gegen Charlottenburg, aber ich würde jetzt sagen Charlottenburg. Charlottenburg. Ja. Bargeld oder Bitcoin? Bargeld. Globuli oder Aspirin? Was? Globuli. Globuli. Ja, weiß ich, die kleinen... Oder Aspirin. Aspirin. Maske oder keine Maske? Keine Maske. Oder auch Maske bei der Pandemie oder was? Maske oder keine Maske? Maske. Waffel oder Becher? Waffeln oder Becher? Becher. Aufschneiden oder Wegschmeißen? Das wusste ich. Was steht denn da hinter? Ich erkläre es nicht. Ich habe es noch nie erklärt. Ich werde es nie erklären. Die Frage ist seit viereinhalb Jahren. Aufschneiden oder Wegschmeißen? Was ist das denn für eine Frage? Der Bundespräsident fand das Spiel auch blöd. Ja, bescheuert. Kann der einer von euch beantworten, aufschneiden? Nein, Marius, du sollst es beantworten. Du sollst es beantworten. Ja, ich weiß, aber da fällt mir nichts zu ein. Weiter. Zwei. Flugscham oder Zugstolz? Flugscham oder Zugstolz? Fand der Bundespräsident auch bescheuert. Flugscham oder Zugstolz? Das ist eine blöde Frage. Auch weiter. Drei. Das ist bescheuert. Bei eurer Zeitung, also ehrlich. Ja, ja, wir schämen uns auch. Drei. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Am liebsten ohne Koffer, also kein Koffer. Ach, Marius. Christoph, du bist der Schiedsrichter. Also du musst dich entscheiden zwischen Rollkoffer und kein Koffer. Kein Koffer, mir am liebsten. Das stört mich an meinem Reißen am meisten, dieses Eingepacke und Ausgepacke. Ja, sehr gut. Danke, Christoph. Danke, Marius. Du auch? Ja, ich habe auch keinen Rollkoffer. Okay. TV oder Netflix? TV oder Netflix? Netflix. Ja, was guckst? Guck mal. Das hat noch nie jemand geantwortet wie du. Nein, aber TV, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich gucke TV, dafür, wofür es auch gemacht ist, das ist für Newsshows und für Sport. Aber ich bin halt großer Filmliebhaber und wenn ich die TV-Kanäle durchseppe, die ich habe, ist das katastrophal oft. Tut mir leid. Ich komme noch an der Zeit, wo man auch als Schauspieler im Fernsehen Klassiker spielen konnte und großartige Stoffe. Und was jetzt ist, denke ich immer, das Fernsehen ist nur gemacht wie für die Sendung Mona Lisa. Das ist Rentnerfernsehen. Ich weiß nicht, ich bin Rentner, du brauchst das gar nicht sagen, aber ist so. Aber ich finde es einfach zum großen, großen Teil sehr, sehr uninteressant. Ich gucke Arte, Sat.1. Du meinst Dreisat. Nachrichten, Dreisat, Dreisat, Nachrichten, Sport, Sportsendungen und Dokumentation. Und als Nachrichtenkanal ist mir am liebsten BBC, um ehrlich zu sein. Und manchmal Alte Siras, weil das finde ich auch besser als CNN. Ja, das ist etwas nüchterner. So, Jochen, weiter. Netflix oder YouTube? Auch da würde ich wieder sagen, das kannst du nicht fragen. Das ist so verschieden. Das ist so verschieden. Also zur Information gebrauche ich sehr viel YouTube. Marius, du musst antworten. Für Gebrauchsanweise. Für Witz ist, du musst dich entscheiden. Okay, YouTube, lass mich. Danke. Die zwingen einen hier rein in idiotische Antworten. So, ich habe Angst vor der nächsten Frage. Messi oder Kondo? Messi oder Kondo? Kondo. Du meinst Messi, den Fußballer. Ich weiß es nicht. Es steht da nicht. Hier steht Messi oder Kondo. Kondo. Ich gebe einen Tipp, weil den gebe ich manchmal. Marie Kondo. Messi oder Marie Kondo. Marius. Jetzt musst du aber sagen. Du musst dich entscheiden. Du kannst dich auch. Deine Intuition war nicht. Messi. Ja. Was? Drei sind wir immer noch. Messi oder Ronaldo? Messi. Danke. E-Auto oder kein Auto? Darfst du als Erste? E-Auto. E-Auto. Oder kein Auto? E-Auto. Porsche oder Tesla? Porsche. E-Type oder F-Type? E-Type. Mercedes. Eines der schönsten Autos, die ich je gebaut habe. E-Type. Du hattest mal eins, ne? Leider nie. Ich habe, gut, wir reden später drüber. Wer hatte denn eins? Ne, wir reden später drüber. Mercedes oder Bentley? Bentley. Links oder rechts? Ich bin Rechtshänder. Rechts. Links oder liberal? Liberal wird hier oft falsch verstanden, aber liberal. Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen oder nach Datum? Ich würde sagen, nach Datum. Nach Namen oder nach Farben? Das ist echt dreckig. Ich dachte... Das ist ein blödes Spiel, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Wir stehen zu unseren Traditionen. Nach Namen oder nach Farben? Wir gehen es einfach durch. Nach Farben. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? Was? E-Reader oder gar nicht lesen? Ja, dann lieber E-Reader. Gender-neutrale Toilette oder keine Toilette? Gender-neutrale Toilette. Sternchen oder Doppelpunkt? Sternchen. Nee. Ja. Luke oder Han? Luke oder Han? Luke. Luke oder Han? Ich finde es doch schön, wir jorgen das aus. Ich liebe es. Ich liebe es. Alter, ich bin mir solche Mühe. Es ist ein wirklich scheiß Spiel. Weiter. Weiter, 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 weiter. Vier. Vier. Siebziger oder Achtziger? Achtziger war furchtbar. In der Mode, in der Musik. Siebziger oder Achtziger? Siebziger. Achtziger oder Neunziger? Neunziger. Achtziger oder Zweitausender? Ah. Yeah. Ich würde eher sagen Zweitausender, ja. Früher oder heute? Heute. Stones oder Beatles? Stones. Looking for Freedom oder Wind of Change? Beides von Kahn. Das ist ja so. Gar nichts davon. Ja, aber wenn, dann würde ich eher sagen Wind of Change, ja. Ah. Iris oder Uschi? Iris oder Uschi? Iris. Iris oder Uschi? Luisa oder Greta? Luisa. Marius oder Herbert? Marius oder Herbert? Wie? Marius und Herbert. Marius oder Herbert? Marius und Herbert. Christoph. Nein, in dem Fall würde ich sagen, das lassen wir gelten. Was? Ja. Marius und Herbert. Ja. In dem Fall, in dem Fall, weil wir werden daran anknüpfen. Wir reden nochmal. Ja. Komm du mir nach Hause. Komm du mir nach Hause. So, Marius oder Wessernhagen? Marius. Udo oder Otto? Boah. Bringst mich aber in Konflikte hier. Beides meine Freunde. Okay, Otto. Er hat Otto gesagt. Gauck oder Steinmeier? Boah, das ist ja noch schwer. Die mache ich beide sehr gerne. So geht das Spiel nicht, Marius. Ich weiß, dass das Spiel so nicht geht. Also ich kenne Franz Walter länger. Steinmeier. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz? Borussia Dortmund. Gelb oder Schwarz? Kein und. Gelb oder Schwarz? Nein, nein, nein. Da gehört zusammen. Ich habe es auch nicht verstanden. Schwarz. Schulz oder Scholz? Scholz. Scholz oder Laschet? Habeck oder Baerbock? Oh, ich bin so ein Matschuh. Habeck. Söder oder Seehofer? Buh, schwer. Aber ich würde... Seehofer. Söder oder Schröder? Aufgrund der Vergangenheit Schröder. Spahn oder Lauterbach? Lauterbach. Esken oder Walter Borjans? Boah. Kann ich echt... Ist wirklich schwer zu beantworten. Ja, guck mich jetzt auch... Also, du bist bei vier weiter, sag ich nur. Und die Zeit rinnt. Weiter. Fünf. Kühnert oder Klingbeil? Klingbeil. Merz oder Merkel? Merkel? Schon Merkel. Oder Merkel? Merz oder Lindner? Merz. Habeck oder Lindner? Habeck oder? Lindner. Habeck. Trump oder Putin? Können wir da mal einen anderen Podcast drüber machen? Weil das ist wirklich... Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Also, du musst die ersten... Aber du musst die Frage nehmen, weil die Zeit... Das ist mir zu wichtig und zu riskiert, das zu beantworten. Okay, weiter. Weiter. Ich sag weiter. Das war die letzte Frage. Alter. Man ist nach so einem Konzert vor 100.000 Leuten, ist man ja auch ein bisschen fertig dann irgendwann. Ja. Sag mal, was ist so komplex an dieser Frage? Ja, aber wie beantwortest du das? Die sind ja beide in ihrer Wirkung so dramatisch. Du kannst ja nicht fragen, Putin oder Trump. Da kannst du ja auch sagen, Hitler oder Charles Manson. Also, Ian McEwan hat die Antwort ja so gegeben, hat gesagt, Trump, weil man ihn abwählen kann. Ja. Ist interessant, dass heute... Ja, aber es ist so interessant, weil man sich immer den Kopf zerbricht, die ganze Zeit, wird Trump... Ist es möglich, dass Trump wiederkommt? Weil ich habe mich schon damals sofort vertan, weil ich habe es nicht für möglich gehalten, dass Trump gewählt wird. Und ich habe es auch nicht für möglich gar eine lange Zeit, dass Putin in der Ukraine einmarschiert, weil es für mich zur damaligen Zeit politisch dafür keine Erklärung gab. Es gibt aber geopolitisch natürlich eine Erklärung dafür, dass er das gemacht hat. Ich glaube aber, dass die Fehler dieses Einmarsches oder die Möglichkeit, dass er da einmarschiert, viel, viel früher liegen. Viel früher liegen und auch der Westen da eine Menge mit zu tun hat. Inwiefern? In Verkennung von Mentalität, in Verkennung... Ich halte auch die Kritik an Scholz für unrealistisch und überzogen. Wir werden kein friedliches Europa haben, in dem wir so ein Riesenland wie Russland einfach in die Ecke stellen und abkapseln. Das wird nicht funktionieren. Und man kann jemandem wie Putin nicht sagen, stell dich in die Ecke und schäm dich. Und man kann auch nicht dem in Aussicht stellen, dass man nächst zu seiner Grenze, bei der ganzen Geschichte, die es gibt, wird es kein Mitglied geben der NATO. Aber er hat es natürlich jetzt selber provoziert. Und er hat es provoziert. Er bekommt es ja jetzt mit Finnland und Schweden. Ich habe da viel drüber gesprochen. Ich habe da viel mit Bissinger auch darüber gesprochen. Und natürlich ist da irgendetwas passiert, was wir nicht wissen. Ob der wirklich krank ist oder ob er verrückt geworden ist oder weiß ich was. Das weiß ich nicht. Aber das ist auch was, worauf wir uns einstellen müssen. Dass heute auch es Entscheidungen gibt in der Politik, die uns alle betreffen, wo wir wirklich Schwierigkeit haben, das nachzuvollziehen. Wo du denkst, ein gesunder Menschenverstand macht das nicht. Also jedenfalls geht mir das so, wo man sagt, nein, das machen die nicht, weil das geht ja gar nicht. Das darf man ja nicht machen. Und an dem Punkt sind wir leider. Und weil du gerade gesagt hast, Olaf Scholz, die Kritik an Olaf Scholz, also an der Haltung Deutschlands, sagen wir mal, langsamer zu agieren und erst auf Druck von anderen, die kannst du nicht nachvollziehen? Weil ich finde, dass der das natürlich vorsichtig macht und mit Bedacht macht und vielleicht nicht richtig macht. Aber was mich schockiert am Anfang ist, wir waren auf einmal alle so aufgeschreckt und engagiert und als die Russen in die Ukraine einmarschierten. Wir haben uns aber nicht dementsprechend aufgeregt, was in Syrien passiert ist und auch nicht, was im Jemen passiert. Und ich glaube, wir haben im Augenblick in der Welt fast 200 Kriege oder über 200 Kriege. Und die meisten oder viele, viele Menschen tun das, weil es einfach so nah ist. Und aus Angst, das könnte ja hierher kommen. Und ich glaube, dass man das nicht bewältigen kann, wenn man den Russen nicht so einen Türspalt offen lässt. Und jede Entscheidung, ich glaube, wir unterschätzen diese Kriegsgefahr alle sehr, das ist sehr, sehr, sehr sensibel. Und jede Entscheidung jetzt pro Ukraine, was Waffenlieferungen angeht, was das, wie weit geht man da, kann genau der Funke sein, der es überspringen lässt. Und dann hast du diesen Konflikt ausgebreitet. Und die Amis werden uns nicht helfen, bei denen ist das natürlich recht. Die Einzigen, die jetzt wirtschaftlich wieder profitieren von diesem Krieg, ist Amerika. Kann man die natürlich nicht vorwerfen, weil sie haben die nicht ausgelöst, ne? Ja. Also ich halte das nicht für so einfach, da eine Entscheidung zu treffen. Und wieder, was ich ja gesagt habe, Politik wird mir im Augenblick auch weltweit zu populistisch. Einfach nur, wenn Menschen schreien, ja, ihr müsst doch, müsst ihr doch jetzt und sofort. Und da werden dann Entscheidungen getroffen, einfach nur, um das zu befriedigen. Also wirklich die Meinung der Massen, die emotionalisierte Meinung der Massen, dass dann vielleicht die falsche Entscheidung getroffen wird. Ich finde die Kritik überzogen. Die Kritik ist sicher zum Teil berechtigt, aber ich finde sie überzogen. Wir haben öfter in diesem Podcast mal diskutiert oder die Frage gestellt, sind eigentlich unsere politischen Systeme noch in der Lage, die großen Fragen dieser Zeit zu bearbeiten? Nein, anscheinend nicht, weil wir, das finde ich ja, wir haben, Geld ist jetzt nicht mehr nur ein Mittel, dass man was verdient, seinen Lebensunterhalt oder sich schöne Dinge tun kann. Geld ist zu einem Status geworden. Und es ist fast zu einer Philosophie geworden. Und die Macht geht natürlich aus vom Kapital. Die Macht geht aus von den großen Tech-Firmen. Die Macht geht aus von, deshalb war ich immer für Legalisierung von Drogen, weil die erlangen eine politische Macht, weil du kannst mit illegalen Drogen so viel Geld verdienen, dass du politische Macht ausüben kannst. Und deshalb bin ich auch da der Meinung, legalisieren. Du erstens, und du entromantisierst das ja auch. Junge Leute, warum rauchen die Gras und Stoff, was verboten ist? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es hat was Verbotenes, Heimliches und alles. Und die meisten Menschen sterben einfach auch an Verunreinigung von Drogen. Was glaubst du, warum Keith Richards immer noch lebt? Weil der hatte immer nur total sauberes Zeug. Der Keith Richards hatte Kokain von Merck. Ehrlich wahr. Von Merck. Aus der Armstatt. Eine Premium-Information. Und es gibt eine ganze, es ist wirklich wahr. Ich habe mich da sehr informiert. Ich habe auch mal mitgearbeitet in einer Dokumentation über Drogen. Es gab eine Riesen-Clique von Bankiers-Söhnen in der Schweiz. Und sehr reiche Söhne, die alle über viele Jahre auf Heroin waren. Und dem dann irgendwann, wo die irgendwann rausgewachsen sind. Und die sind da rausgekommen und verhältnismäßig gesund, weil sie einfach einen Stoff hatten, weil die den bezahlen konnten. Und die Quellen wussten, wie sie da rankommen. Auch Kleppten war jahrelang heroinsüchtig. Hat er sein berühmtestes Lieblings. Und der ist rausge... Leila geht ja um Heroin. Und der hat mehrmals, was ich weiß, was auch nie in seiner Biografie beschrieben wurde, der hat mehrmals versucht, sich umzubringen. Der hat mehrmals seinen Ferrari gegen die Wand gefahren. Das ist überhaupt, finde ich, eine große Frage. Wie überlebt man eigentlich den Rock'n'Roll? Es war früher einfacher, weil auch früher haben Leute dieses und jenes gemacht und Heroin genommen und alles so ein Blödsinn. Aber es gab dann auch so einen Ehrenkodex mit der Presse. Wenn die dabei waren oder so, da wussten die, darüber schreibt man nicht. Und dieses ganze Plattengeschäft ist derart zynisch geworden, weil es wirklich nur noch darum geht, ich höre mal Leute, wo sie mir irgendwas vorspielen und ich sage, ja, aber das ist doch was Schrott. Und dann sagen die, aber sehr erfolgreich. Und das ist das Argument heute. Also es definiert sich alles nur noch über Erfolg, über Geld. Und es geht überhaupt nicht mehr um Qualität. Und das ist ein Riesenmanko und das zieht sich auch durch die Gesellschaft. Wir haben den gesamten Kulturbetrieb so kommerzialisiert, auch mit Malerei zum Beispiel. Also früher hat ein Maler ewig gebraucht, bis der ein Bild gemalt hat. Und wenn der heute in ist, dann produziert der wie ein Teufel, mit der, als auf einmal die chinesische Malerei populär wurde. Was meinst du, wie die Jungs da produziert haben, wie die Bekloppten? Und das ging alles raus, 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 raus. Und das ist so eine Sache, die ist halt so verwässert. Und für mich gibt es also die besten Künstler der Musik zum Beispiel, die triffst du nie in den Top Ten. Sehr, 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 sehr selten. Was hörst du gerade? Ich höre so die Popmusik heute. Die Leute, die gefällt mir nicht so, weil das wirklich so keine, also wirklich wenig Seele hat und für mich sehr oft sehr gleich klingt und auch in der Dynamik so zu Tode kompresst wird, dass alles nur noch laut ist von vorne bis hinten. Ich höre viel Jazz, bin ein unfassbarer Fan von Miles Davis und Keith Jarrett und aus der ganzen Periode, ich höre auch gerne Klassik. Ich höre aber auch gerne richtig gute Popmusik, gar keine Frage. Aber hauptsächlich ist es schwarze Musik dann auch. Was würde ich jetzt finden bei dir, also wenn ich jetzt zu Hause bei dir wäre? Gar keine Musik. Ich habe viel lieber Stille. Ich höre nicht viel Musik. Weil es einfach deine Arbeit ist und sofort dein Kopf wieder anfangen würde nachzudenken? Ich mag gerne Stille und wenn man das auch begreift, zum Beispiel in der Musik, dass es da auch freie und stille Räume geben muss, dann bist du einen ganzen Schritt weiter. Weil es gibt so viele Möglichkeiten. Man ist am Anfang auch so verführt, oh, da könnte man ja noch eine Flöte und hier gingen noch Bläser und da geht noch alles und da. Und im Endeffekt klingt es dann alles nicht, weil du die Frequenzen alle derart besetzt hast. Und wenn du mit richtig guten Leuten spielst, dann kannst du viel, viel weniger aufnehmen, weil du kannst alles laut machen, weil alles ist gut. Da deckt nichts das andere zu. Und ich glaube immer noch, immer noch diese Oldschool-Vorstellungen, da sind ein paar Menschen, die kommen zusammen, die sind committed zu dem, was du machst und die gehen dann in den musikalischen Dialog ein und dadurch entsteht Seele, dadurch entsteht Spannung, dadurch entstehen Gefühle. Es stimmt denn die Geschichte, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber deswegen frage ich, dass du lange in Berlin in einer Wohnung gewohnt hast, warst du gar nicht so weit weg von Angela Merkel da in der Nähe vom Museum? Mitte, ich habe in der Mitte gewohnt und als ich da hinkam, fand ich das auch interessant, weil das so, diese Gegend war so vermischt, es gab so kleine Espressoläden, da war zum Beispiel einer, der sah aus, vor dem hattest du Angst, er hatte alles voller Piercing und so, der hatte aber so einen kleinen Espressoladen und dann kamst du rein und der hat jeden Tag auf so einer Schiefertafel ein anderes Gedicht geschrieben. Und der verschwand dann und inzwischen ist da alles verschwunden, was Mitte mal ausgemacht hat, ein Charme, da waren ja auch die Nutten, die da rumliefen, es war so gemischt und das hat mir gut gefallen und wir wohnten in einer Wohnung, wo wir so über die Museumsinsel guckten und das hat mir gut gefallen, nur es wurden immer mehr Straßenmusikanten, das heißt, ich hatte morgens um neun, jeden Morgen um neun schlechten Bebop-Spieler und ich liebe Bebop, aber gut, aber gut, es ist so, als wenn einer keine Geige spielen kann, das ist auch schrecklich und dann bis abends, bis 1 Uhr, alles, was du dir so vorstellen kannst und ich habe ungefähr am Tag 200 Mal, When the Saints Go Machinindo und zwar so laut, dass du konntest die Fenster zumachen, aber es war immer noch und das macht dich auf Dauer fertig. Und jetzt Charlottenburg. Und jetzt Charlottenburg am Lietzensee, keine Touristen, eine gewachsene Neighborhood, richtig Berlin und Ruhe. Wir wachen morgens auf, du hörst Fugelbeswitcher, das gibt es gar nicht. Mitten in der Stadt, das ist ja zwei Minuten von der Kantstraße und zehn Minuten. Jetzt nicht noch detaillierter werden, aber... Und stimmt es, dass du auch so einen riesen Fernseher hast, weil du da vor allem Fußball schaust? Was habe ich? Weil du da einen riesigen Fernseher, auf dem du die Fußballspiele schaust? Ja, nicht nur, auch Filme oder so. Ich finde ja immer bei Filmen, ich kann ja überhaupt nicht verstehen, lehne ich auch ab, wenn du 400, die fürs Kino gemacht sind, dann auf so einem, ich sage das immer, Zerfone anguckst, verstehe ich überhaupt nicht. Und ich verstehe ja auch nicht, wie Leute auf so einem iPhone Musik anhören. Wie guckt man zu Hause einen Film, einen guten? Ich habe jetzt die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, da habe ich mir extra einen Raum, nur für den Fernseher und für Fußball, wo nicht immer einer vor dem Bildschirm ständig rumläuft. Verstehe. Ganz kleiner Raum, dann sitze ich dann mit meiner Abhöre, um Produktionen abzuhören, und habe dann so einen großen Fernseher. Einen Sessel? Mehr brauche ich ja nicht. Nur weil Jochen sich so für Fußball interessiert. Da musst du mit groß werden. Ich habe gespielt, seit ich sieben Jahre alt war. Du bist nicht der einzige verhinderte Fußballprofi auf diesem Panel hier. Bin ich, ja. Nee, du bist nicht der Einzige hier. Der Christoph hat auch eine abgebrochene Profikarriere. Wie so viele das dann auch erzählen. Aber was ist eigentlich das Tolle am Fußball? Was? Am Fußball, was ist das Tolle am Fußball? Also inzwischen interessiert mich, ich bin ja auch durch diese ganzen Phasen gegangen, wo du dich wahnsinnig aufregst, wenn deine Mannschaft verliert. Aber für mich ist das Spiel immer interessanter geworden und immer intelligenter geworden. Genau wie die Fußballer, die es betreiben, ja auch immer eloquenter geworden sind und auch immer klüger sein müssen bei viel größeren Anforderungen. Es ist inzwischen so schnell geworden, so wahnsinnig athletisch geworden, auch wissenschaftlich fast geworden in der Analyse. Und das interessiert mich. Und ich habe natürlich ein Team, für das ich halte, aber ich rege mich auch nicht auf, wenn das andere Team besser war, dann ist das halt so. Ich rege mich nach wie vor wahnsinnig auf, deshalb hätte ich auch nie Trainer werden können, wenn jemand einfach dumm spielt. Im Spiel auch Fehler macht oder so. Und einfach, wo du denkst, wie kann der da hinpassen? Wie ist das möglich? Also bei Dortmund zum Beispiel, Julian Brandt, technisch hervorragender Spieler, jeder erste Ballkontakt, der so wichtig ist, springt weg. Und das ist für mich der erste Kontakt, ist für mich der wichtigste. Genau wie ich gelernt habe von Trainern, dass die Balance im Spiel so wichtig ist. Weil das hängt davon, du musst heute im Fußball so schnell entscheiden, dass du, wenn du Ball gepasst kriegst, musst du schon einen Plan haben. Wo du hinpasst und wie die Spielsituation dann sein wird, das wird ja auch daraufhin trainiert. Und wenn du jetzt schon Standschwierigkeiten hast, dann hast du erstmal Schwierigkeiten, den Ball anzunehmen und zu verarbeiten. Die Zeit hast du heute nicht mehr. Ich weiß noch, ob du früher Netzer gesehen hast, der nahm den Ball im Mittelfeld an und konnte erstmal gucken. Alle anderen liefen los wie die Bekloppten und dann hat er seine genialen Pässe gespielt. Das geht gar nicht mehr. Der hat gar keine Zeit mehr. Ich weiß ja, dass du mich mit Borussia Dortmund ganz gut auskennst. Was ist da eigentlich los in diesem Verein? Also warum werden die seit Jahren nicht mehr deutsch am meisten? Ich glaube, der entscheidende Fehler war, natürlich war Klopp Segen und Fluch zugleich. Ich glaube, dass er zu spät gegangen ist, weil was Klopp damals gespielt hat, kann keine Mannschaft über so viele Jahre spielen. Das war ja nur gesamtes Spielpressing, gesamtes Spiel laufen, 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 laufen. Und was er in England gelernt hat, ist halt auch, dass man auch mal das Tempo variieren muss, dass man auch mal rausnehmen muss, dass man mal tiefer stehen muss. Und als er gegangen ist, war das halt eine Heldenfigur. Dann kam Tuchel, genauso verrückt wie Klopp, ganz andere Figur. Für mich fast autistisch, aber ein großartiger, unfassbarer Trainer. Und den mochte wahrscheinlich Aki nicht, weil er nicht dem Mannsbild von Aki ganz entspricht. Hat nicht so Skat gespielt mit ihm. Ja, warum die nun wirklich auseinandergegangen sind. Also Aki Watzke, der Präsident von Borussia Dortmund. Ja, und ohne Akis Wort geht da gar nichts. Und für mich der entscheidende Fehler war, einen Jungen, der gerade Pokalfinale gewonnen hat, einen Jungen, der eine Saison hatte, wo ihm zwei, drei mehr als wichtige Spieler verkauft wurden, wo ich gedacht habe, der schafft nie die Champions League mit dem Kader. In die Champions League kommen ist. Und dem dann zu sagen, auf Wiedersehen, das verstehe ich nicht. Wenn ich der große Kopf in einem Verein wäre, dann alle guten Trainer, die ich kenne, alle genialen Trainer, wie Klopp, wie früher Sevetz, wie Ernst Happel, wie Tuchel, die haben alle eine Scheibe. Die haben alle eine Vollscheibe. Und ich würde, wenn ich einen Verein zu führen hätte, würde ich sagen, du, und wenn der morgen sich Tomaten anbindet als Schlips oder sowas, um den Hals bindet oder sonst was macht, solange der gewinnt, erfüllt dem jeden Wunsch. Und das habe ich nicht verstanden. Weil Tuchel ist genial. Und das hat er ja auch inzwischen wirklich bewiesen. Mach mal Chelsea, der geht da hin und die Mannschaft war nix. Und ein paar Wochen später gewinnt er mit denen die Champions League. Wie lang Tuchel in so einem Verein bleiben kann, weiß ich nicht. Ich hoffe, er hat da gelernt. Er hat sich immer so Feindfiguren aufgebaut, und Konflikte gesucht, was gar nicht nötig ist. Und das ist die Schwierigkeit, in so großen Vereinen Trainer zu sein. Du musst nicht nur die Mannschaft managen, sondern das gesamte Umfeld. Und wer das nicht kann, ist schnell verloren und hat sich auch schnell verbraucht. Das ist ein Mördergeschäft. Ich könnte das nicht, hätte ich nicht die Nerven zu. Seid ihr fertig mit Fußball? Ja, ich habe dich angeschaut. Seid ihr fertig mit Fußball? Ich wollte ihn nicht zu sehr arbeiten. Aber was hast du für eine Position gespielt? Das war das. Mittelfeld und es gab ja noch Libero damals, habe ich auch gespielt. Libero? Das wusste ich gar nicht. Der freie Mann. Das ist ja wie ein Quarterback damals. So wie das damals gespielt wurde, war das eine interessante Position. Entweder die 10 oder hinten in Libero. Auch eine Zeit lang Verteidiger, aber jetzt wollte Jochen eine andere Frage stellen. Nee, ihr könnt gerne. Wir sitzen morgens, wenn wir anfangen über Fußball zu reden, sitzen wir morgens hier noch. Das ist wie mit der Gitarre. Das ist der Trick. Sag mal, wir kamen jetzt schon öfter auf das Geschäftsmodell des Musikers. Mich interessiert das brennend. Und offensichtlich ist es ja so, dass die Zeiten, in denen du sehr viel Geld mit Musik verdient hast, vorbei sind. Insofern, als ich das Geschäftsmodell... Sind wir alle vorbei. Ja, ja, genau. Es hat sich komplett verändert. So wie man, wenn man jetzt heute als Künstler beginnt, fängt man unter völlig anderen Randbedingungen an. Und das würde mich interessieren. Du verfolgst das ja. Deine Tochter macht Musik. Dein ganzes Umfeld besteht aus jungen Musikern. Du kriegst ja genau mit, wie das für die ist. Ist es wirklich so schlimm? Also es wirkt gelegentlich so ein bisschen dystopisch, wie du das beschreibst. Was ich als Laie wieder auf der anderen Seite wahrnehme, ist, dass es auch eine Menge junger, aufstrebender Musiker gibt, die aus dem Nichts kommen sozusagen und im Netz, sorry, sehr schnell Bekanntheit erlangen, immer noch keinen Plattenvertrag haben, aber schon richtig viel Geld verdienen. Mir fällt einer ein, den ich toll finde, ohne jetzt Fachwissen zu haben, der auf YouTube angefangen hat, in der Pandemie Sachen zu loopen, also so mit Loop viel gearbeitet hat. Und der Typ macht jetzt, füllt hier die größten Hallen in Berlin auch mit. Der kommt irgendwo aus, ich meine Texas. Marc Grebier ist ja total egal. Irgendein Mensch, den ich nicht kannte vor drei, vier Jahren, der jetzt auf Twitch Geld verdient, indem er seine Shows auf Twitch, das ist eine... Da weiß ich gar nicht, was das ist wieder. Twitch ist so ein, da streamt man eigentlich vor allem Spiele live. Und wie wird das finanziert oder wie kommt er an das Geld? Weil wir werden zum Beispiel bei der Streaming-Geschichte, werden wir alle auf übelste Art und Weise betrogen. Ja, 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 also nicht so ein Spotify-Modell, sondern der streamt live Shows, die er live spielt, auf verschiedenen Plattformen, auf YouTube. Ah, okay. Twitch ist so ein Gaming-Live-Streaming, also wo man eigentlich Computerspiele streamt, wie Leute Computerspiele spielen. Ich meine nur, ist es nicht einfach so, dass sich halt die Welt komplett verändert hat? Und wenn du heute Musiker bist, ist es halt völlig anders. Und ich habe ja auch immer gesagt, das ist anders, ich kritisiere das nicht. Die Jungen sind auch unter anderen Voraussetzungen, auch mit anderen Werten groß geworden, das muss man auch dazu sagen, weil bei uns war das wirklich, musste es sein, ein rein unkommerzieller Gedanke, weil wir uns auch nie haben vorstellen können, dass wir damit jemals Geld verdienen würden. Das war nicht vorstellbar. Und das ist aber auch wieder, wie wir vorhin wieder gesagt haben, es ist Segen und nicht. Du kannst heute, hast du die Möglichkeit, Musik zu machen, für wesentlich weniger Aufwand und Geld und du kannst es ins Netz stellen. Und es werden auch sehr gute Leute entdeckt, aber auch sehr schlechte. Und es gibt eine Menge Plattenfirmen, die seien heute Künstler, weil die so und so viele Klicks haben. Und am Anfang war es halt so, dass die in Clubs gehen mussten, die mussten sehen, wer da spielte, ob die spielen konnten. Es war eine langsamere und ich glaube ein bisschen gesündere Entwicklung. Und heute ist das halt anders. Und ich habe mal gesprochen auf der Pop-Akademie, wo ich gesagt habe, red doch mal zu den Kindern. Da haben wir übrigens, ich glaube, diese Dokumentation gezeigt, um einfach mal zu zeigen, wie eine Karriere funktioniert und über wie viele Jahre. Weil ich wollte mit ihnen reden, auch über einen moralischen Kompass in der Kunst, nicht über Moral in der Kunst, aber wenigstens einen moralischen Kompass und über eine Ethik der Arbeit. Und was ich da festgestellt habe, die hatten ja alles, alles, was wir nicht hatten. Übungsräume, Instrumente, Verstärker, die konnten sogar Musik aufnehmen, alles. Aber im Grunde genommen wurden sie da gleich geschliffen und im Grunde genommen wurde ihnen nur beigebracht, wie verhalte ich mich im Musikbusiness clever. Also sie wurden zu Geschäftsleuten erzogen und nicht zu Künstlern. Und ich glaube, dass für einen Künstler die Befriedigung nicht da liegt und auch nicht da liegen sollte, sondern dass er sich in irgendeiner Art und Weise verwirklicht, sich wirklich in dem, was er macht, wiedererkennen und sich spürt. Das ist für mich das Entscheidende. Aber ist nicht dieses böse Netz genau der Ort, wo man das tun kann, wenn man erst mal nicht kommerziell denkt? Ja, klar. Ich finde genau die Leute, die meine Musik gut hören, die mir sagen, naja, Jochen, da musst du noch mal ein bisschen, aber eigentlich cool, weltweit sozusagen in granularsten Spezialisierungen von Musik. Justin Bieber ist entdeckt worden über YouTube, glaube ich, und der ist hochbegabt. Aber den haben sie auch fertig gemacht, weil er immer gedacht hat, er muss das und das abliefern. Ich halte den für hochbegabt. Ich habe den mal getroffen, habe gesagt, lass dir von niemandem erzählen, du hast genug Geld, du hast genug Erfolg gehabt, mach verdammt noch mal, was du willst. Was hat er gesagt? Er fing an zu heulen. Ach komm. Warum? Ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr. Und das war Zufall. Komischerweise auch so Musiker und auch Schauspieler und so, die erkennen sich immer. Und wir saßen im... Wie erkennt man sich? Ja, weiß ich nicht. Das ist ganz komisch. Und wir saßen irgendwo in so einem Gartenrestaurant abends und rechts setzte sich Justin Bieber hin mit ein paar Freunden. Ich habe den gar nicht erkannt, weil der ist riesig groß. Man denkt immer, das ist ja so ein kleines, zartes Kerlchen. Das ist ja richtig. Ich dachte auch, das so. Und auf die andere Seite setzte sich Dieter von Tees. Da habe ich natürlich viel mehr hergeguckt als Justin Bieber. Und wir saßen da und der guckte, der Justin Bieber guckte mich immer so an. Und ich dachte, will der von mir? Und dann hat er auf einmal gesagt, was, what are you drinking? Ist das Cabernet Sauvignon? Sagt er, ja, habe ich auch. Der wollte anscheinend so ins Gespräch kommen. Und dann sagte er zu mir, what are you doing here? You riding? Der kennt mich natürlich nicht. Kann er nicht sein. Aber ich wieder in meinem väterlichen Gefühl für so jemanden bin dann gegangen. Und dann stand der auch auf. Und ich habe, ich bin das gesagt, pass auf, ich finde, dass du wirklich begabt bist. Und ich verstehe all deine Geschichten, wo du Sachen zertrümmert hast und die schlecht benommen hast. Normale Reaktionen auf das, was du ertragen musstest. Und das ist alles okay. Aber mach, was du willst. Lass dich nicht einnehmen von Menschen. Die werden alle dir immer sagen, du musst das machen. Und so, mach, verdammt nochmal, was du willst, weil du bist begabt. Und da fing der an zu heulen und nahm mich in den Arm und sagte, thank you so much. You don't know how much that means to me, that you said that to me. Und da denke ich mir immer, haben die alle keine Freunde, die irgendwann mal sagen... Was ist das für eine Geschichte? Aber ist das irre Geschichte, ne? Was ist das für eine Geschichte? Es ist irre, was ist passiert. Und ich habe auch gedacht, aber haben die nicht Leute, die sagen, ich bitte auch immer alle Leute, ich sage, sagt mir bitte, wenn es irgendwie auf eine Art und Weise... Ich kenne so viele Künstler, die dann noch auf der Bühne sind und wo du dann weißt, das Publikum ist eigentlich nur noch da aus leuter Mitleid. Ich habe das, ich war mit Joe Cocker mal auf einer Festival-Tournee und da waren alle immer froh, wenn der abends zum Mikrofonständer kam. Und das kann es ja nicht sein. Und ich sage immer allen Kinder, wenn das irgendwie peinlich wird oder so, sagt mir sofort, ich möchte nicht irgendwie Johannes Heesters werden, der dann immer noch mit 303 bei Wetten, dass ist und sagt, was, was, was? Und dann noch ein Bambi kriegt und noch ein Bitte, da will ich dann lange nichts mehr zu tun haben. Aber wie macht man das eigentlich? Also wie schafft man das, wenn man so viel Erfolg hat und natürlich die Menschen, die mit einem sind, wie jetzt im Fall von Justin Bieber oder auch? Habe ich nicht, die Menschen, kenne ich nicht, will ich nicht haben. Aber das ist ja automatisch so, das heißt, man ist umgeben plötzlich von einer Entourage, von Menschen, die ja in Wahrheit finanziell alle abhängig sind. Dann ist es wahrscheinlich sehr schwer, Leute zu finden, die einem noch wirklich die Wahrheit sagen, oder? Ja, das muss man natürlich herausfordern und der Kreis ist dann auch nicht so groß. Und man darf vor allen Dingen nicht anfällig sein für solche Schmeicheleien. Also, wie gesagt, mir fällt das schwer hier, ich fand es vorhin viel interessanter, als wir über das Netz gesprochen haben oder wir reden über Politik, als jetzt über mich zu reden. Das ist anstrengend. Und es ist so wahnsinnig, ich bin in einem Beruf, wo deine Präsenz vonnöten ist, wo auch vonnöten ist, dass du dein Gesicht zeigst. Wenn du eine neue Platte veröffentlichst, dann gehst du auch in die... Eben, da musst du dann arbeiten und das sind für mich aber alles Sachen, die für mich sehr anstrengend sind, weil ich im Grunde genommen sehr zurückhaltender und zurückgezogener, privater Mensch bin. Deshalb fühle ich mich auch dann sowohl beim Arbeiten im Ausbau, weil da kennt mich keine Sau, das finde ich großartig. Ich kenne natürlich viele, die das genießen, die in ein Restaurant kommen, bleiben erst mal am Eingang stehen und sagen, ich bin da. Ich gucke immer, dass ich möglichst schnell an meinen Tisch komme. Aber ist es nicht auch ganz schön, ab und zu mal erkannt zu werden? Also es wäre doch auch schrecklich... Nein, was schön ist, wenn Leute... Es wäre doch schrecklich, wenn niemand mehr... Wenn die alle sagen würden, wir sind... Machen wir nichts. Also ich finde es schön, wenn ich irgendwie einen gewissen positiven Einfluss auf deren Leben hatte. Das berührt mich sehr, wenn Leute zu mir sagen, ich bin durch deine Musik, durch Phasen meines Lebens gegangen, die für mich schwierig waren, das hat mir sehr geholfen. Oder halt sagen, ich war in der Show, das werde ich nicht vergessen in meinem Leben. Das tut mir gut, weil ich dann denke, deine Existenz hatte irgendeinen Sinn. Das möchte ich nicht, dass du dann mal in die Grube gehst und sagst, du hast eigentlich gar nichts bewirkt für niemanden. Das möchte ich nicht gerne. Denkst du darüber manchmal nach? Na, man denkt, je älter man wird, denkt man natürlich, und ich musste das sehr früh, weil mein Vater halb starb, als ich 14 war, über deine Endlichkeit nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen, dass du eines Tages gehst. Und ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt, welche Wichtigkeit oder Unwichtigkeit überhaupt deine Existenz hat. Weil im Zeitraum der Geschichte sind mir natürlich alle vollkommen unwichtig. Und wenn du diese Erkenntnis hast, das befreit. Und ich habe neulich mal, wo wir vorhin über Philipp Kehl sprachen, der Verleger vom Diogenes Verlag, der hat neulich was geprintet, weil immer, wenn wir reden, der schreibt sich immer Sachen auf. Und ich habe irgendwann mal gesagt, wenn du nach einem Sinn suchst, und da ist keiner, ist das auch eine Erkenntnis. Und gibt es einen Sinn des Lebens? Der Sinn ist, für mich liegt eher darin, was du hinterlässt, also die Energie, die du hinterlässt, weil die ist ja auch nicht sterblich, Energie stirbt nicht. Und der Sinn ist einfach auch, dass du im positiven Sinne die Entwicklung vorantragst. Also für mich ist wichtig, dass ich versuche, wenn ich gehe, dass die Welt um mich herum, dass ich da einen positiven Einfluss hatte. Und in irgendeiner Art und Weise Dinge verbessert habe und gerechter gemacht habe, als sie vorher waren. Das hat für mich eine Wichtigkeit. Ansonsten weiß ich natürlich genau, gerade heute in der Zeit, wo Leute sich sowieso an nichts erinnern, du stirbst und, also wenn du heute, zum Beispiel Karl Lagerfeld war auch für mich ein großer Kopf. Hatte ich auch mal fotografiert. Hochintelligenter Mann, unfassbar belesen und klug. Und der ist, wann ist der gestorben, vor ein paar Jahren, ist eigentlich vergessen. Vor drei Jahren sowas? Ja, das ist eigentlich vergessen. Oder wenn du heute irgendwie fragst, einen 14-Jährigen, der weiß noch nicht mal mehr, wer Bob Dylan war. Und das geht sehr, sehr, sehr schnell. Und das sollte man sich immer wieder bewusst machen, damit du nicht für dich selbst so eine Wichtigkeit aufbaust, die du gar nicht besitzt. Woran merkt man, dass man alt ist? Ich frage das deswegen, weil in deinem Album das ständig vorkommt, reflektiert wird, auf alle möglichen Weisen. Offensichtlich reflektierst du darüber gerade. Sag den letzten Satz noch einmal. Offensichtlich denkst du über das Alter nach. Ja, sicher musst du ja, bist ja gezwungen. Vor allen Dingen in der Situation denkst du sehr viel. Ich glaube auch, dass das Album hat sehr viel zu tun, das neue mit Abschieden. Aber ein Abschied ist ja auch immer dann wieder ein Neubeginn. Ich habe Gott sei Dank das große Glück in meinem Alter, das Alter bei weitem nicht so viel zu spüren wie viele. Ich tue aber auch viel dafür. Ich habe immer in meinem ganzen Leben Sport getrieben. Ich vernehme mich allen. Und natürlich spielen auch die Gene eine wahnsinnig wichtige Rolle. Da habe ich sehr viel Glück. Aber das, trotzdem muss ich mich ja damit auseinandersetzen. Und ich finde das auch in keinem Fall deprimierend, weil das wird uns ja alle ereilen. Und im Alter denkst du auch immer, wenn junge Leute gegenüber älteren Menschen respektlos sind und wenn du mal ein gewisses Alter erreichst, dann denkst du, ah, du kommst auch noch dahin. Das ist so. Und ist der Trick, dass man einfach mit sich im Reinen ist, wenn man älter wird? Also ist es sozusagen, man muss einfach nur akzeptieren, dass es so ist und dann ist es schon okay? Weil ein Philosoph hat mal gesagt, es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Das ist das Einzige, wie du im Leben Zufriedenheit erlangen kannst, was ich viel wichtiger finde als Glück. Weil Glück ist ja auch nur ein Moment. Es gibt Sachen, Momente, wo du dich frei fühlst, Momente, wo du dich glücklich fühlst. Zufrieden ist das. Das ist im Kapitalismus sehr schwer, weil jeder immer dir erzählt, du musst besser sein als der andere, du musst mehr verdienen, du musst mehr leisten, du musst mehr das. Ist ja gar nicht, du musst Steuern zahlen und sterben, das ist alles, was du musst. Und sich damit auseinanderzusetzen, also erstens macht mir das Spaß. Ich liebe Philosophie, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte zu studieren, wäre das das Erste gewesen. Und ein Philosoph hat gesagt, du kannst ja nur eine Zufriedenheit erlangen, wenn du die Dinge, die passieren und die unweigerlich passieren, die du auch nicht steuern kannst, die du nicht beeinflussen kannst, wenn du die akzeptierst. Und auch das habe ich gelernt in deinem Leben. Wenn Dinge gegen dich laufen, dann versuch nicht, gegen den Fluss zu schwimmen. Gibt es irgendwas am Älterwerden, was nicht gut ist? Ja, da gibt es eine Menge, die gut sind. Mir kann ja erzählen, es ist so toll, älter zu werden. Du wirst natürlich in Dingen langsamer und du musst einfach die Dinge akzeptieren. Du lernst Dinge dazu, die ganz toll sind. Aber es gibt auch Dinge, die du nicht mehr tun kannst, die du vor 30, 40 Jahren hast tun können. Das geht einfach nicht mehr. Das sind so wie kleine Jungs, wenn die irgendwann in den Alter kommen und begreifen, ich werde kein Nationalspieler mehr. Das ist auch schmerzlich. So wie wir beide. Ja, es tut mir leid. Ich hatte gehofft, dass du es nicht nochmal ansprichst. Aber es ist wirklich so, wenn die Panini-Bilder plötzlich, wenn man merkt, die Spieler sind jetzt älter, das wird nicht jünger. Das habe ich mir in Stadien immer gesagt. Ich sage, guck mal, du hast es als Fußballspieler nie in diese Stadien geschafft. Aber jetzt machst du die alleine voll. War das wirklich so ein Moment? Ja, aber was so geil ist, wenn du einen Soundcheck machst nachmittags und das Stadion ist leer und du kannst auf den Rasen raus und läufst über den heiligen Rasen praktisch. Das ist immer noch so ein Gefühl für mich und für mich ist auch, meine Frau versteht das ja auch nicht, die akzeptiert es, aber für mich ist Fußball wirklich eine richtige Leidenschaft. Und ich hinterfrage mich immer selbst, warum das so ist und ich mir noch ein Spiel angucke und noch eins und das auch noch sehen will unbedingt. Es ist einfach eine Leidenschaft. Ich kann es nicht erklären. Das ist wie eine Sucht. Ja, also mir hat mal ein Coach in einem Summer Camp mal erzählt, dass man sich im Leben irgendwas suchen soll, das einem nur Spaß und Freude bringt, von dem man nichts hat, was völlig unabhängig ist von Familie und Freunden und Kollegen. Ich bin so bekloppt, wenn irgendwo Kinderfußball spielen, bleibe ich stehen und versuche rauszufigern, wer wer, und du siehst das immer. Du siehst, wer wirklich das Talent hat, schon da in so einem Spiel Ordnung zu sehen, ein Spiel halbwegs zu lesen, das siehst du sofort. Ich habe mal den Klinsmann besucht, der hat so ein Camp gebaut in Kalifornien für Mädchen und für Jungs und wer sich da durchsetzt, der bekommt dann ein Stipendium, ist großartig. Und erstaunlicherweise auch, du siehst die Mädchen, die gehen viel härter hin als die Jungs, weil die einfach Ehrgeiz sind, dieses Stipendium zu bekommen. Und du bist auf einer Terrasse und hast über 20 Fußballplätze, wo die alle spielen. Und dann kannst du immer genau sehen, wo ist jemand, der was Besonderes hat, der auch auf dem Spiel fällt. Und das haben auch nur wenige Spieler, den du spürst, der so eine Präsenz hat auf dem Spiel auf einmal. Zum Beispiel Zidane oder solche Leute, du siehst ganz viele Spieler, aber die haben so eine Präsenz. Es gibt doch diesen fantastischen Dokumentarfilm über Zidane von dem britischen Künstler Douglas Gordon. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, der hat 20 Kameras mal in einem Spiel, da war er noch bei Real Madrid und hat für eine Langzeitdokumentation 20 Kameras nur auf ihn gehalten, während eines Spiels. Und die führen auch das Spiel und lesen es und setzen die anderen ein und coachen die anderen auf dem Spielfeld. Und natürlich ist so jemand wie Messi, das ist Kunst. Das ist ein ganz Besonderes. Wo ist eigentlich dein Ohrring her? Wo ist wer her? Ich sehe die ganze Zeit deinen schönen Ohrring. Wo ist der her? Oh, den habe ich lange. Den habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen. Und jetzt würde ich ihn gerne ab und zu mal abziehen, aber das Loch, das wächst so schnell zu, das ist ruckzuck. Ich weiß. Und dann willst du irgendwann mal wieder einen haben und dann geht die Schmerzerei wieder los. Hattest du auch mal einen Ohrring? Hattest du mal einen Ohrring? Ja. Ach wirklich? Hattest du auch mal lange Haare? Ja. Ehrlich? Doch. Ich hatte auch. Ich hatte auch ein Leben vor diesem Leben. Ich hatte so lange Haare. So lange? Ja, ja. Ich hatte so bis hier so. Christoph? Nee. Nie. Als Fußballer. Kann ich noch einmal zurückspulen, weil wir da vorhin nur so kurz dran langgeschraubt sind. Die Zeit, weil wir gerade über Politik schon öfter sprachen, in der du, glaube ich, mal gesagt hast, dass du politisiert worden bist, logischerweise war die Zeit, in der es zum Beispiel die RAF gab. Ja, und bei Brandts Kanzlerkandidatur. Das sagen eigentlich alle, die damals irgendwie anfingen zu denken. Ja, weil das der Erste war, der einfach die Jugend mit einbezogen hatte. Ich bin ja in der Zeit groß geworden, war ich Kind, da hattest du, bis du 40 warst, eigentlich nichts zu sagen. Du hattest absolut, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und deshalb waren auch diese ganzen Bewegungen, auch mit den Beatles und so, so wichtig. War genau die Zeit. Weil auf einmal junge Leute ihre Meinung kundtun konnten. Vorher wurde gesagt, halt die Klappe. Antworte, wenn du gefragt wirst. Das war gar nicht müde. Deshalb war es eine besondere Zeit. Und Brandt hat die Jugend mit reingezogen. Ich bin auch da der Meinung, seit Brandts Kanzlerkandidatur hat dieses, dass Menschen in Deutschland auch eine Fremdsprache gesprochen haben. Das gab es ja vorher auch nicht. Null. 1972. Ja, ja, das war schon. Aber um nochmal auf die Zeit zurückzukommen. Also wie war das damals? Und hast du zum Beispiel, ich habe das irgendwo gefunden. Du hattest ja, jeder hatte damals wahrscheinlich kannte Leute, die dann in der RAF plötzlich aktiv waren. Wie hat man damals auf die geblickt? Also erstmal glaube ich, dass die RAF, durch das da die Bild-Zeitung noch einen großen Anteil hatte, die aus der antiparlamentarischen Opposition, die hat die zu Popstars gemacht. Das war immer erste Seite. Wenn du da gegen die Brigade Rosso siehst, in Italien, die waren nie auf der ersten Seite. Bader Meinhof wurden Popstars. Genau wie Gudrun. Und die haben sie eigentlich in die Isolation getrieben. Und wo der Punkt war, wo es dann sich so radikalisiert hat, dass man Menschen umgebracht hat, konnte ich nie nachvollziehen. Würde ich aber gerne wissen, wann das passiert und wie das... Ich habe mit Christoph Wackernagel gedreht, der ja später dabei war. Ja, Schauspieler. Und ich kenne den Bruder, ich habe mal einen Urlaub verbracht in Volker Schlöners Haus in der Toskana und da kam der Bruder von Gudrun Enzlin, der Priester ist. Den habe ich kennengelernt, aber ich wollte den Wackernagel, ich habe ihn da leider nie mehr wiedergesehen. Ich hätte den gerne mal gefragt, wann überschreitet man diese Grenze? Das war ja ein relativ zurückhaltender Mensch. Das war vor allen Dingen ein Typ, den trafst du, wo du gedacht hast, wenn der jetzt sagt, ich habe heute Nacht nicht zu schlafen, dass du sofort sagst, schlaf bei mir. Oder der sagt, kannst du mir mal Geld leihen, wo du gar nicht drüber nachdenkst. Das war einfach ein grundguter Mensch, so kam der rüber. Und mit der kleinen Wackernagel, mit der habe ich ja auch Kontakt. Komische Geschichte und es war ja auch eine Geschichte, die in der Bundesrepublik, wo der Staat gar nicht wusste, wie gehen wir damit um. Für mich gab es auch gar keine revolutionäre Situation, die gab es gar nicht. Die gab es, die habe ich das erste Mal erlebt, als ich im Iran war, zu einem Filmfestival. Da gab es die, wo du dachtest, irgendwann musst du hier eine Knarre in die Hand nehmen. Das gab es in Deutschland nicht. Aber ich erinnere mich noch gut, wir haben immer bei so einem Chinesen gegessen mit der Band, da, wo einer dieser Jungs erschossen wurde. Und die haben da auch erzählt, die haben gar nicht lange gewartet. Die haben nur gesagt, sind sie so und so. Und dann haben sie gleich weggemäht. Also da war eine Hysterie. Du hattest zum Beispiel Maschinenpistolen, du hattest Kontrolle auf der Straße, hast du angehalten, da wusstest du schon, bewegt dich bloß nicht. Du hattest sofort eine Maschinenpistole im Auto, so mit dem Lauf. Und wurde es kontrolliert. Da war schon so, von beiden Seiten entstand so eine Hysterie, was ja nie gut ist. Was ich zum Beispiel auch heutzutage finde, dass auf alles sehr, sehr hysterisch reagiert wird. Es ist immer ein großes Flügelgeschlag sofort, was immer es ist. Man hat aber nicht, also man hat sympathisiert oder man hat nicht sympathisiert? Du sagst, ich habe das nicht. Man hat mit dem, was gesagt wurde, das waren ja auch, Ulrike Meinhof war wirklich für mich eine sehr intelligente Journalistin, die auch viele tolle Sachen gesehen hat. Man hat damals in der sogenannten linken Szene schon sympathisiert. In Hamburg. Aber ja, man hat auch wirklich sich dafür interessiert. Aber ich fand, dass es dann doch so eine ziemliche radikale Umkehr gegeben hat, als dann Leute ermordet wurden. Aber bis dahin hat man schon. Und es war ja auch zu Recht, also ich glaube, dass die Bundesrepublik nie so geworden wäre, wie sie waren, wenn wir die APO nicht gehabt hätten, wenn wir die Studentenbewegung nicht gehabt hätten. Weil wir hatten natürlich in allen, in sehr gehobenen Positionen, in der Politik, in der Rechtsprechung, überall saßen ja überall noch alte Nazis. Und ich habe noch alte Nazi-Lehre gehabt, wo ich geschlagen wurde, wo mir an Haaren gezogen wurde, wo ich beleidigt wurde, wo Schlüssel nach mir geschmissen wurden. Natürlich, das gab es. Und das wäre ohne die außerparlamentarische Opposition, hätte das so weitergekocht. Davon bin ich überzeugt. Ich meine, aus dieser ganzen Zeit sind ja die wichtigsten politischen Karrieren zum Teil in Deutschland dann geboren worden. Also Leute, die, weiß ich, Joschka Fischer oder so, der jetzt garantiert damals interessante Dinge getan hat und so weiter. Auch Schröder war ja ein sehr linker Mensch früher gewesen. Nur ein kleines Detail, weil ich das irgendwie gefunden habe. Du warst mal eine Weile aus beruflichen Gründen in der Kommune 1 auch aktiv. Du hast ja irgendwie gedreht. Nein, also politische Gründe hatte das nicht. Das war später. Das hatte eher menschliche Gründe. Was? Das hatte keine politischen Gründe. Das war später. Ich arbeitete als Regieassistent und Produktionsassistent in Köln bei einer Filmfirma. Und dann wurden aus München von der Kommune in der Gisela-Straße da schon, es war ja so en vogue, um Super-8-Filme zu drehen. Also Rainer Langhans. Ja, und da ich ja der Langhaarige war und sich da auskannte im Untergrund ein bisschen, wurde ich da hingeschickt. Und dann wohnte ich bei Uschi und Rainer eine Zeit lang, um auszuchecken, was steckt dahinter. Das steckte gar nichts dahinter. Das waren einfach zu viel geraucht. Also das waren so finnische Wälder. Und darunter war Deep Purple in Rock. Das war eigentlich gar nichts. Das war heiße Luft. Aber es war interessant, Uschi mag ich nach wie vor noch sehr gerne, die habe ich auch noch mal besucht, da in der L.A., die ist ja jetzt in Portugal. Und die ist wirklich, die ist toll, weil die so unverbildet ist, total bodenständig, natürlich, während Langhansjahr wohl ein bisschen abgedriftet ist. Und ich habe von Uschi damals gelernt, wie man Müsli macht. Und die waren ja auch immer, die hatten ja immer nur einen Joint. Die kniete morgens nackt vor meiner Matratze, wo ich da schlieb und rollte schon den ersten Joint. Und die war wunderschön. Und ich war so ein kleiner, kleines, dürres, langhaariges Teil. Immer nur mit großen Augen. Da raucht man halt dann mit. Ja. Wir haben noch gar nicht über Frauen gesprochen. Das ist ein seltsamer Satz aus meinem Mund. Ich weiß aber, wenn man die Jahrzehnte an Archiven über dich durcharbeitet, das ist schon so ein Leitmotiv, dein Verhältnis zur Frau an sich, kann man ja fast schon sagen. Du hast es ja vorhin selbst gesagt, das Liebeslied richtet sich zwar auch an eine konkrete Frau, aber auch an die Frau. Wie blickst du von vielleicht dem damaligen Marius mit dem heutigen Marius auf dich selbst zurück? Gibt es da eine Läuterung? Siehst du dich vielleicht auch in manchen Zeiten? Na, man hat vieles gelernt im Laufe der Zeit. Und da wird auch vieles beurteilt und verurteilt, was damals einfach so war. Und was sich geändert hat und auch durch Aufklärung geändert hat. Ich glaube, ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Frauen. Ich habe Frauen immer als gleichwertig angesehen. Ich hatte nie ein Problem, mit Frauen zu arbeiten, auch nicht mit weiblichen Regisseuren. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich bin groß geworden. Wie gesagt, als ich 14 war, war ich noch ein Kind, ein richtiges Kind. Und mein Vater starb und ich wurde dann mit meiner Mutter und meiner Schwester groß. Und vielleicht bin ich da ein bisschen sensibler der weiblichen Psyche gegenüber, als das vielleicht Menschen sind, was ich nicht hatte, so den Übervater, diesen großen, der immer stark war. Ich kannte meinen Vater nur aus dem Krieg gebrochen und krank. Das war damals noch nicht so schlimm, aber als ich in das Alter kam, wo du einen Vater brauchst, wo du da Rat suchst und so, da war der halt nicht da. Und da habe ich mir wahrscheinlich auch viele Dinge angeeignet, wie eine Frau reagieren würde auf gewisse Situationen. Das glaube ich schön. Ich habe Frauen immer vergöttert. Ich war immer verliebt, ich war immer fasziniert von Frauen. Wenn mein Vater zum Beispiel Schauspielerinnen mitbrachte und die kamen nach Hause und waren geschminkt und hatten Parfum und so, da konnte ich schon als kleiner Junge überhaupt nicht schlafen. Wirklich konnte nicht schlafen. Ich war so fasziniert von denen und fand die so unglaublich schön. Das hat sich auch nie geändert. Aber dieses ständig nach Frauen zu jagen, das hat sich radikal geändert, weil das ist einfach dann nur so ein Suchen nach Bestätigung. Das habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Wenn man heute mit Männern und Frauen redet, die, sagen wir mal, in den Zwanzigern sind, die ich jetzt vor Augen habe, die zum Teil auch zum Beispiel in der Recherche für diesen Podcast arbeiten. Und dann würden die schon bei dem Satz stolpern, die weibliche, oder bei dem Topos, die weibliche Psyche. Was soll das überhaupt sein? Kannst du verstehen, dass es eine neue Generation gibt oder dass die aktuelle Generation völlig anders auf solche Genderfragen blickt? Ist dir das niemals... Ich kann es verstehen. Ich habe nur, wo ich gerade gesprochen habe, von hysterischen Reaktionen. All diese Dinge, die passieren, zum Beispiel wie MeToo, ist natürlich absolut wichtig, absolut richtig, absolut nachvollziehbar. Aber gerade da finde ich, dass sehr viele auch Karrieren zerstört wurden und vorverurteilt wurden Menschen und in einen Topf geworfen wurden. Und ich glaube, da muss man jeden Fall individuell sehen. So ein Typ wie Weinstein, der muss natürlich ins Gefängnis und er muss bestraft werden, der ist krank. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand sagt, ja, ich war vor 20 Jahren, da war ich mal in einer schwulen Bar und der hat mir zwischen die Beine gefasst, da kann ich nur sagen, Junge, du bist naiv. Wenn du in einem schwulen Club bist und stehst dann mit dem an der Bar und der fasst dir zwischen die Beine, dann sagst du, tut mir leid, aber ich bin Hete. Und dann sagt der Entschuldigung und dann ist das erledigt. Und dadurch dann ganze Karrieren zu zerstören, was Menschen mal gemacht haben vor 20, 30 Jahren, also halte ich für fraglich. Aber grundsätzlich sind wir natürlich, Frauen und Männer, schon sehr, sehr verschieden. Deshalb macht ja auch diese Beziehungen immer so schwierig. Aber was ich heute nicht mehr machen würde, ich weiß, wenn ich mich einlasse, und das ist ein Commitment auf eine Partnerschaft, auf eine Ehe, dann ist mir immer bewusst, wenn ich denjenigen betrüge, was ich da riskiere. Und das wäre es mir nicht mehr wert heutzutage. Bist du denn mit den wichtigen Frauen deines Lebens noch befreundet? Ja. War das immer so? Ich habe Frauen in dem Sinne nie scheiß behandelt, also um Gottes willen. Und ich bin auch überhaupt kein Macho. Du spielst natürlich Machos in Rollen und auch manchmal in deinen Songs. Aber ich mochte, wie gesagt, ich habe es geliebt, Fußball zu spielen, auch in der Mannschaft, aber ich habe nie geliebt, den Schweißgeruch in der Kabine oder irgendeinen Scheiß. Und ich mochte auch nie auf Sauftouren mit meinen Kumpels gehen. Das ist nicht mein Ding. Vielleicht auch deshalb, weil ich mit Frauen groß geworden bin. Ich weiß es nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich Frauen verstehe. Und ich glaube auch nicht, dass man das so weit gehen kann. Genauso wenig, wie wir verstehen, den Schmerz der Schwarzen, den sie über Jahrhunderte erleiden müssen. Das können wir nicht nachvollziehen, weil es uns einfach nicht passiert ist. Also ich würde mich nicht so weit sehen, dass ich sage, ich kann das empfinden, was eine Frau empfindet, glaube ich nicht. Es ist schon ganz anders. Aber ich mag gerne, ich genieße die Gesellschaft von Frauen sehr, weil ich glaube, dass die unverklemmter sind als wir. Also ich bewundere zum Beispiel, dass Frauen zusammensitzen können und die ohne sexuell miteinander zu sein haben, können die sich anfassen oder die Hand halten oder so. Da sind wir überhaupt nicht zu fähig. Und die können sich auch, glaube ich, mehr öffnen gegenseitig, als wir das können. Weil bei uns gleich immer dieser Schwanzvergleich ist. Und das behindert natürlich. Und dafür bewundere ich Frauen. Und ich gucke auch wahnsinnig gerne Frauen zu, wenn die miteinander kommunizieren. Weil die lieben es, sich mitzuteilen. Und selbst wenn die beide gleichzeitig reden, sind die vollkommen zufrieden. Das finde ich faszinierend. Es war. Du kannst Frauen, da sitzen zehn Frauen am Tisch, die reden alle gleichzeitig, teilen sich alle mit und alle sind happy. Da ist nicht, jetzt halt du aber mal den Mund, ich rede. Hast du eigentlich das auch so eine Frage, wenn man so ganz viel über die... immer an wie so ein Therapeut. Ja, naja. Ganz tief. Hast du auch so eine weibliche Seite? Wenn wir in diesen... Haben wir alle. ...Klischees verbleiben. Ja, also das ist jetzt weiblich. Das ist sozusagen uns aufgefallen, wenn man so guckt, wie du mal dich gekleidet hast, wie du über Mode sprichst, wie du über Geschmack sprichst. Es erfüllt an vielen Stellen so ein Klischee von Weiblichkeit, dass du auch... Nein, durchaus. Ich liebe auch Modemagazine, ich gehe gern shoppen, ich kaufe sogar für meine... Also jedes Klischee, das meine Frau... Ich gehe auch für meine Frau, aber ich, was da wieder gegenspricht, ich hasse Musicals, außer West Side Story, hasse ich Musicals, finde ich es furchtbar. Aber ich... Meine... Also meine Erklärung ist immer, ich bin bis hier schwul und dann darunter hetero. Aber ich bin einfach auch geboren mit diesem, was man vielleicht Stil nennt, was man nicht lernen kann. Und... Ich liebe... Ich suche in allem Schönheit. Ich liebe es, Wohnungen einzurichten, zum Beispiel. Ich liebe schöne Möbel. Ich liebe geschmackvolle Dinge. Deshalb ist es für mich auch eine Pein, heute zu sehen, wohin die Mode sich entwickelt hat. Auch da, kommerziell übrigens. Brühe hat die Mode dir gesagt, was guter Geschmack ist. Heute entwerfen Top-Mode-Schöpfer Sachen, wo ihr Name groß draufsteht, weil die Verkäufer das verlangen. Weil wir haben irrsinnig viele, sehr reiche Menschen, die total ungebildet sind und eigentlich auch gar nicht wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Und die wollen gerne, dass wenn sie was tragen, dass man da sieht, das steht drauf, auf Versace, weil dann weiß man, dass er teuer war. Das ist für mich jetzt nicht der Grund. Ich habe vorhin ja schon gesagt, Mode ist für mich in erster Linie eine Sache von Form, von ästhetischer Form, die mich zufrieden stellt, die ich einfach genieße, schön finde. Und das hat auch gar nichts mit Trends zu tun. Es gibt einfach Sachen, die sind so gut und die lässt man so. Wie würdest du deinen eigenen Stil über die Jahre einschätzen? Also sozusagen, du hast mehrfach, wenn man wieder durchs Archiv scrollt. Nicht durchdacht, intuitiv. Es gibt nicht dieses Gremium, was du vorhin beschrieben hast, in der Plattenfirma, dass dein Insta-Foto-Design, das sagt, jetzt die schwarze Phase, der Mann braucht eine schwarze Phase. Um Gottes Willen, also mir hat noch nie jemand sagen können, was ich zu machen habe. Nach wie vor. Manchmal liege ich auch bestimmt falsch, aber ich bin, was meine Arbeit angeht, so wie ich aussehe, was ich sage, was ich mache, absolut beratungsresistent. Du hast aber... Ich bin sicher beeinflusst durch irgendwelche Dinge, aber was ich anziehe, ich habe auch damals, wir waren so viel unterwegs und habe gesagt, ich kann jetzt nicht mehr irgendeinen blöden Promoter, der nicht Auto fahren kann, weil dann fahre ich immer selber. Ich brauche jetzt einen anständigen Fahrer mit einem anständigen Auto. Oh, um Gottes Willen, was sollen denn die Leute sagen? Das ist mir doch scheißegal. Ich lasse mir noch nicht meine Freiheit nehmen. Also, tut mir leid. Und dieses Anziehen bei mir ist einfach intuitiv. Ich ziehe das an, wo ich denke, das könnte gut sein. Ist es eigentlich typisch deutsch, was sollen denn die Leute sagen? Ja. Und wie gesagt, genau wie der Plattenfilm gesagt hat, ihr redet mir nicht rein, so ist das bei allem anderen auch so. Das war für mich auch der große Horror, als ich mal in Einbruchungsbefehl kam, so einen Wehrdienst zur Untersuchung musste, wo ich gedacht habe, scheiße, das erste Mal in deinem Leben, wo du jetzt keinen Einfluss hast. Aber sie konnten mich ja nicht ziehen. Ich wog damals, glaube ich, 54 Kilo. Das ging nicht. Das war auch noch eine Frage, die ich hatte. Du warst nie, du warst zu dünn. Ich hatte einen Wehrpass, so als Kanonenfutter. Also, wenn es mobil gemacht wurde, wäre ich nach vorne geschickt worden. Und du hast ja damals auch so, also jetzt war ja nicht viel später, denke ich mal, als du diesen Film gedreht hast, über den Musiker, der nicht zum Bund gehen sollte, weil er eben... Und in der Zeit, irgendwann musst du ja auch... Und die wollten mich ziehen, die wollten mich so gerne ziehen. Ich war bei der Musterung und da lief so ein Offizier rum, so ein ganz kleiner Drahtiker. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, wenn man glaubt, man ist hier nicht ausreichend untersucht worden, wo kann man das dann geltend machen? Und dann hat er zu mir gesagt, wenn Sie die Haare abhaben, dann sind Sie schon gesund. Und so ging das schon mal los. Und dann war ich beim Arzt und der hat da gesagt, ich kann Sie nicht ziehen, Sie sind untergewichtig. Und da ging ich schon vollkommen glücklich zu dem Komitee und da saß dieses ganze Komitee und da waren überall Zeitungsausschnitte von dem Film. Nein. Doch. Nee. Und dann schrie einer, wenn ich Sie schon sehe, wie diese Filme, die Sie da machen, das ist ja wohl nicht zu fassen und so. Und da haben Sie noch mal richtig abgeschimpft und als ich rausgegangen bin, da habe ich mich noch einmal umgedreht und habe gesagt, kriegt man eigentlich das Fahrgeld hierhin erstattet? Mensch, aber was war das für eine Kommission? Was war das für eine Kommission? Beide, die wollten mich ziehen unbedingt. Aber die konnten dich dann nicht ziehen? Die konnten nicht. Wenn der Arzt gesagt hat, nee, das können wir nicht verantworten, der Junge ist so dünn, geht nicht. Okay. Ich war damals wirklich in der Zeit, man schlief ja nur am Wochenende, man war nur unterwegs und ich war wirklich so dünn. Und hat deine Mutter nicht manchmal gesagt, Junge, also jetzt... Die schleppte mich immer zum Arzt, aber ich nur Fußball gespielt habe und so, nein, Junge, nur zum Arzt und so. Und er hat mich gesagt, Junge, ist vollkommen gesund. Lass uns den machen, was er will. Es fiel vorhin, ich finde ja, meine Frage ist ja, die Frage danach, ob das typisch deutsch ist, nicht typisch deutsch ist. Würde aber trotzdem gerne jetzt... Absolut. Würde jetzt gerne das Spiel spielen, was ist typisch deutsch, weil du auch als deutsche Ikone giltst. Was ist denn aus deiner Sicht, was sind so zehn Sachen, zehn möglichst originelle Sachen, die typisch deutsch sind? Ja, was jeder weiß. Neid. Neid. Ist schon sehr... Habe ich eigentlich in der Welt nirgendwo so gesehen. Ich bin aber auch, dass es eine Generation jetzt ist, wo das besser ist, glaube ich schon. Ich kenne überhaupt keinen Neid, weil ich wüsste nicht, was mir das nützen sollte. Ich halte das für destruktiv. Ja, so ein allgemeines Empfinden auch für Stil, für Fashion, für solche Dinge. Das ist so deutsch. Also ich bewundere es so bei den Italienern, selbst bei den Bauern, die haben so ein Empfinden, wie man Farben zusammen... Moment, und ist es jetzt typisch deutsch, das nicht zu haben oder zu haben? Ne, das ist typisch deutsch, dieses Empfinden nicht zu haben. Ah, danke, dann ist meine... Aber ich würde... Also ich... Was ist typisch deutsch? Was ist typisch deutsch? Ich habe früher immer gesagt, wenn man zurückkommt nach Deutschland in einer langen Zeit im Ausland, kommt man immer in das Land des gebückten Ganges. Das hat sich aber sehr, sehr verändert. Ich bin noch groß geworden in der Zeit, wenn da einen Rasen gehabt hast, und da stand Rasen nicht betreten, hat das auch keiner gemacht. Oder die sind auch grundsätzlich bei Rot über die Ampel, ob da ein Auto kam oder nicht. So wie in Japan, die stehen ja da drei Stunden, ne? Wenn die Ampel kaputt ist, sterben die da auch. Naja. Also Disziplin, klar, was mir auch geholfen hat, mein ganzes Leben, finde ich wichtig, ist typisch deutsch. Aber es ändert sich auch von Generation zu Generation, glaube ich. Ich glaube, ein gutes Messkriterium ist, wenn man von woanders wiederkommt, was in letzter Zeit gar nicht so einfach war. Wenn man von woanders wiederkommt, fallen einem ja so Sachen auf, die man vielleicht auch sogar vermisst hat oder die man echt nicht vermisst hat. Wenn man zum Beispiel aus Japan wiederkommt, fällt einem auf, es ist wirklich so, wie unhöflich der normale Alltag ist. Aber auch wenn du wiederkommst, ich war zum Beispiel einmal in East Timor, kurz nachdem dieser Bürgerkrieg beendet war, mit Indonesien. Und da habe ich das erste Mal so wirklich die Erfahrung gemacht mit Dritter Welt. Ich kannte, ich war Südafrika, das ist natürlich auch furchtbar mit den Townships und so, wo Millionen Leute noch leben. Aber wenn du dahin kamst, da haben Leute gelebt unter Umständen und in Hütten gelebt und noch mit Bombenkratern in der Straße, da war noch gar keine Infrastruktur. Weil ich den Präsidenten von East Timor, mit dem bin ich sehr befreundet, der ist Friedens-Nobelspreisträger, weil ich den mal bei der Quadriga, dieser Preis, der dann wegen Putin abgesetzt wurde, da hatte ich den kennengelernt. Und der hat mich dann eingeladen nach East Timor und ich wollte da nie hin. Dann hatte der aber seine Präsidentschaft zu Ende und hat gesagt, dann musst du jetzt da hin. Das war ein Erlebnis auch. Und das war so im Nachhinein so toll, weil dir dann auch klar wird, und das ist, glaube ich, auch vielen jetzt mit der Pandemie klar geworden, wie verwöhnt wir sind. Und wie perfekt unser Leben war und wie viel Glück wir haben, seit über 40 Jahren in Frieden zu leben. Und wir sind natürlich auch in dem Sinne so verwöhnt und so degeneriert und als die Leute, das war von mir ein Argument, Leute zu mir kamen und sagten, ja, diese furchtbare Maske und gesagt, Maske, Maske, also bei aller Liebe, aber das ist ja nun nicht so ein Problem, das ist ja notwendig. Stellt euch mal vor, wenn hier Bomben fallen, sind wir gar nicht zu fähig. Ist es im Nachhinein, also glaubst du, wir sind da zu fähig, auf einmal keine Dusche und nicht das und alles und ach, herrje, und wo soll ich schlafen? Aber ist es im Nachhinein eigentlich im Grunde genommen so eine glückliche Zufallszeit, in der du geboren wurdest, in die du hineingewachsen bist, von Frieden und Wohlstand und das jetzt, dass man das jetzt... Ja, ich kann mich ja heute Zeitzeuge nennen, weil ich bin genauso alt wie die Bundesrepublik und ich habe noch genau, was mir gar nicht aufgefallen ist, aber Joschka Fischer ist ja ungefähr so alt wie ich und der auch, was man ja alles verdrängen vergisst, halt auch noch in weiß, diese Trümmergrundstücke, wo man gespielt hat und natürlich, das habe ich alles miterlebt, in der Jugend, auch weil die Jugend halt auch so stillgehalten wurde und keine Bedeutung hatte und so, kriegst du natürlich diesen wirtschaftlichen Aufstieg, der dann begann, den kriegst du nicht so mit als Kind. Ist auch als Kind, glaube ich, für dich hat das auch noch keine Wichtigkeit. Ich meine, im Nachhinein, wenn man jetzt praktisch auf diese Zeit zurückschaust und dann auch noch zufälligerweise ja vermutlich die wenigen Jahrzehnte in der Geschichte der Popmusik, in der Popmusiker tatsächlich von ihrer Musik leben konnten. Ja, das kam bei mir ja auch sehr spät, Gott sei Dank, weil ich habe auch gedacht, wenn ich meine ersten richtig großen, größeren Erfolge dann, da war ich 30, das heißt, da hat sich mein Charakter schon so weit entwickelt, dass ich damit dealen konnte. Ich habe immer, dazu habe ich auch immer Boris Becker verteidigt, weil wenn du mit 17 Wimbledon gewinnst und dann fallen alle nur noch auf den Rücken auf der Welt, wo du auftauchst, wer will das verkraften? Also ich hätte das nicht, wenn ich mit 17, 18 so erfolgreich gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich durch voll abgedreht. Er hat mir immer in einem Bühnengespräch gesagt, natürlich habe ich davon geträumt, Wimbledon zu gewinnen, aber ich habe nie davon geträumt, mit 17 Wimbledon zu gewinnen. Das war wahrscheinlich zu früh. Ja, aber mir tut ja nach wie vor leid, weil das ja klar ist, wie das bei vielen ist, die dann so ein Identitätsproblem bekommen, weil sie verwechseln, die Projektion mit der Realität, weil sie dann anfangen praktisch, die Projektion als Rolle anzunehmen und zu denken, das sind sie. Ist auch schwer zu trennen, wenn man damit aufwächst, immer der Wahrsicht zu haben. Ja, aber deshalb sage ich ja, reflektiere, wenn du in so eine Situation kommst, das ist höchst gefährlich. Und du entwickelst auch, ich weiß ja auch mal in der Stadienzeit, wo du dann so paranoid wirst, weil jeder was von dir will, jeder will an dir was verdienen und so, dass du dann anfängst, Dinge zu entwickeln, die nicht gut sind. Also was zum Beispiel? Also ich hatte nie wirklich Probleme, was mir ja unterschoben wurde, arrogant zu sein. Ich bin eher distanziert, aber ich bin wirklich auf keinen Fall arrogant. Das ist alles, nur das nicht. Aber du wirst so, du fühlst dich so gestört, weil du fühlst dich nie mehr alleingelassen. Du hast keine Zeit mehr, dich auf dich zurückzuziehen. Und dann fängst du an, unwirscht zu werden, dich halt abzublocken, diese Grenze zu schaffen, Leute ständig in deiner Aura rumspazieren. Das ist schwer zu ertragen. Wie kann man das, wie kriegt man das hin? Also gibt es einen eleganteren Weg? Ja, bei den Stadien war es ja leicht, weil ich habe mit vollem Bewusstsein gesagt, das ist die letzte Stadion-Tournee, ich will diese Größe nicht mehr, ich entferne mich von mir selbst. Rückzug ins. Dinge werden wichtiger und da haben auch alle gesagt, der hat sie nicht alle. Du hättest das natürlich noch ein paar Jahre weiter treiben können, wenn du dich dann immer wiederholst. Künstlerisch gab es für mich keine Herausforderung, weil diese Satellitengeschichte und das alles, und mit Projektion und Geschisse und Gedöns, alles, was du gesagt hast, oh, das möchte ich mal machen und was du in deinem Kopf hast, das hatte ich alles gemacht. Also es konnte nur noch größer werden. Und je größer es werdet, desto peinlicher wird es dann. Und das hat mich einfach nicht mehr interessiert, aber es war mir klar, dass das für mich ein Schnitt ist. Ich wollte mich einfach damit befreien, weil es hat mich unglücklich gemacht. Und du gibst ein Stück deiner Macht ab. Und ich kam mir auch immer darüber im Klaren. Und Leute, die mich damals interviewt haben und so, die haben mich ja nicht interviewt, weil die mich für so ein geniales Kerlchen halten oder für ein Genie oder hochintelligent, sondern die haben mich interviewt, weil ich Millionen Platten verkauft habe und Stadien gefüllt habe. Und da kannst du der größte Dummkopf sein, dann fragen dich alle Leute nach allem Möglichen. Und wenn du dann klug bist, sagst du, kann ich nicht beantworten, habe ich keine Ahnung. Das machen die meisten Leute nicht. Die sind da wie Milos Arp, der berühmte Boxer, der auf jede Frage gestellt hat, hat er irgendwie eine Antwort gefunden. Aber war das auch die Zeit, in der du auch selber keine Lust mehr hattest auf Interviews, aber sie halt gegeben hast, weil du sie halt gegeben hast? Ja, ja, das war ja auch ein Fehler. Ich habe mir halt eingebildet, es muss jetzt so eine Reinigung geben, du weißt auch nicht, wie es weitergeht, was du nun sein willst und was du befriedigen willst. Und wollte einfach diese Ruhe haben und habe mir auch so vorgestellt, du, das Mäntelchen des Superstars, ziehst du jetzt aus und dann lassen dich alle in Ruhe. Und musste dann leider feststellen, dass mir das nicht zugesagt wurde und da es dann anscheinend dann doch nicht so viele Figuren gab, die auf dieser Höhe schwebten, dass dann, wenn du dich dann verweigerst und sagst, nee, ich möchte im Augenblick nicht, dass dann Dinge erfunden wurden. Und dann auf einmal von dir ein Bild gezeichnet wird, was mit dir nichts zu tun hat. So wie du das beschreibst, also sozusagen von dir heraus... Da war ich naiv, ehrlich gesagt. Also von dir heraus ist das ja sehr nachvollziehbar, aber ich stelle mir vor, dass wenn man das dann in die Wirklichkeit umsetzt und dann von der Öffentlichkeit nicht zurückkommt, ah, er möchte jetzt sich abwenden vom großen Stadionrock, er möchte andere Musik wieder machen, er möchte... Sondern es kommt sozusagen von der Öffentlichkeit zurück, er verkauft nicht mehr so viele Tickets. Ich habe immer, Gott sei Dank, ich habe, also ich muss wirklich sagen, ein sehr loyales Publikum. Es gibt so einen Stamm. Also ich meine, vielleicht auch mehr die Medien. Wenn man das jetzt nachliest, in der Vorbereitung... Ja, aber das war mir alles klar. Ich weiß auch noch, genau ein Interview, was ich gegeben habe, ich weiß gar nicht mehr für wen, in der Garderobe vom letzten Echo, wo ich mal war, und dachte immer, Mann, die kenne ich alle gar nicht mehr. Und draußen kreischten irgendwie Leute und dann haben lauter so Kinder, die da reinliefen und alle. Und dann wusste gar nicht, wer das war. Weil du brauchst hier auch nicht weiter, zwei Jahre gibt es hier nicht mehr. Und war dann in der Garderobe und da war schon diese Tendenz, dass Musiker so alles machten, in irgendwelchen albernen Sendungen auftraten und sich zum Klauen machten, um Erfolg zu haben. Und da habe ich in dem Interview schon gesagt, ich weiß, wo das hinläuft und ich werde das nicht mitmachen. Ich mache mich nicht zum Klauen und verliere hier meine Linie, nur um Platten zu verkaufen. Also ich habe das verhältnismäßig früh erkannt, außerdem hast du es in der Geschichte ja auch gesehen. Und manche kommen halt damit klar, wenn die Aufmerksamkeit dann nicht mehr so groß ist. Ich habe das mehr genossen. Aber die Elvis-Geschichte, der dann mal rauskam nach Jahren und ihn hat nun gar keiner mehr erkannt und deshalb hat er dann auch wieder auf die Bühne, weil das konnte er nicht ertragen. Ich habe überhaupt keine Probleme damit, wenn mich einer nicht kennt. Wirklich nicht. Ich lache mich manchmal kaputt. Wir haben ein Album gemischt, es gibt ein Studio, wo nur Hip-Hopper sind. Da kommst du auch rein und kriegst erst mal so eine Wolke mit, dass du nur vom Fremdrauchen schon rein bist. Zigaretten. Und dann kam ich einmal abends aus dem Studio und dann war so ein türkisch-deutscher, der sagt, arbeite ich auch hier? Ja, 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 ja. Und was machst du für Musik? Ich sage, im weiten Begriff kann man das Rock'n'Roll nennen. Und kannst du davon leben? Und ich fand, das finde ich so toll. Also bin ich überhaupt nicht beleidigt. Überhaupt nicht. Was war deine Antwort, Was war deine Antwort, um die Geschichte einmal noch zu... Ich sage, ja, das geht schon. Ich komme schon durch. Komm, wir kommen zu Recht. Der interessantere Punkt ist doch aber, erkannt zu werden. Also sozusagen für jemanden, der eigentlich introvertiert ist, was du ja bist. Sag jetzt kokett, sagst du. Nee, ich war die Frage. Ist wirklich so. Am Anfang war das für mich so schlimm, als der erste Erfolg so kam. Und Leute fingen an, anzustarten. Dann musste ich manchmal in ein Restaurant gehen, weil ich effektiv Messer und Gabel nicht mehr halten konnte. Ja. Inzwischen ist es so, dass ich das gar nicht mehr bemerke. Aber das setzt ja auch eine Leistung deines Gehirns voraus, wenn dich ein Restaurant anstarbe, dass du das filterst. Ja, ja, das meine ich ja. Aber inzwischen merke ich es nicht mehr. Also ich habe gelernt, es zu ignorieren. Und das war für mich auch lange Zeit ein Problem, irgendwo hinzugehen, weil ich immer gedacht habe, du gehst irgendwo hin und die Leute haben so eine Erwartungshaltung an dich. An dich als Entertainer, an dich als Star. Ja, weil die sehen dich ja nur so. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist verdammt nicht wahr, gerade auch als Künstler, nicht deine Aufgabe, Erwartungen zu erfüllen. Sondern deine Aufgabe ist, auf der Bühne, auf deinen Platten, dir die für dich höchstmögliche Qualität zu bieten. Das ist meine Verantwortung gegenüber dem Publikum. Und ich habe mein Publikum, weil in dem Augenblick, wo du diesen Blick hast, ja, ich gebe dir jetzt mal, was sie wollen, das ist für mich gegenüber einem Publikum eine zynische Haltung. Das spürt das Publikum irgendwann auch, oder? Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich bin dabei geblieben, was ich machen wollte und bin immer gerade ausgegangen. Und was das nämlich erzeugt, worüber wir vorhin geredet haben, Respekt oder Liebe oder sowas, das hat im Endeffekt dann dazu geführt, dass Leute angefangen haben, mich zu respektieren. Und das ist mir wichtiger, als mich zu bewundern. Also wirklich. Was hast du deiner Tochter, als die gesagt hat, Papa, ich will dir jetzt... Sie hat alle Fehler gemacht, für die war das schwer. Die kam hierher, nach Deutschland, da war sie schon ein Teenager und war von einmal, ich habe sie immer da abgeschottet, von einem Tag auf den anderen war sie ein Celebrity hier. Und sie hat immer schon versucht, mit mir zu wetteifern, weil sie hat schon sehr früh dann Musik und dann hat sie mir auch immer geschickt, so eine CD und die Kappa gemacht, schon als kleines Kind. Wollte ihrem Papa zeigen, dass sie auch irgendwie was kann. Gott sei Dank war die immer sehr eigenartig, die hat also früher im Fernsehen nicht die Kindershows, sondern irgendwie bulgarische Volkstänze geguckt oder Singereien oder so. Die ist sehr ähnlich wie ich, also auch so ein Loner und macht so das, was sie machen möchte und lässt sich da Gott sei Dank inzwischen nicht mehr reinreden. Als die nach Deutschland kamen, kamen sofort alle und wollten mit ihr eine Platte machen. Und die waren ja alle so nett und die waren ja alle so toll und habe ihr damals gesagt, du wirst bezahlen nicht den Preis. Erstmal ist inzwischen mit der Plattenfirma, mit der ich im Augenblick bin, mit der Sony habe ich das erste Mal erlebt, dass da Leute wirklich mit Begeisterung dabei sind und das auch so sehen, wie ich sehe, habe ich nie erlebt. Für mich war immer die Industrie der natürliche Feind des Künstlers. Und es geht kein anderer Weg als das, die dich fürchten. Da hast du auch eine ganze Zeit lang und ich wollte nicht mit denen privat genauso wenig, gehst mit denen nie ins Bett. Und Mimi war total, dass alle sie so toll fanden und blablabla. Ich habe gesagt, Mimi, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren. Und all das ist passiert und die hat da derart drunter gelitten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und seitdem ist ihr Kopf gerade und seitdem fragt sie auch über jeden Scheiß, den sie macht. Ich habe ihr auch immer gesagt, ich sage, verbieten tue ich dir gar nichts, aber du solltest wissen, alles was man tut, daraus ergeben sich Konsequenzen und dafür gibt es eine Rechnung irgendwann. Aber ist das nicht die einzige Möglichkeit, etwas Neues zu machen, dass man alle Fehler selber machen muss und dabei vielleicht sogar etwas Neues entsteht, weil alle sagen, ja, das wäre schon probiert und ich mache es aber noch mal und plötzlich erfinde ich eine neue Musikrichtung. Keine Ahnung. Ja, ist das nicht der falsche Weg? Muss sie nicht jeden Fehler machen, dürfen, sollen? Ja, die Musik werde ich wahrscheinlich nicht neu erfinden. Das ist auch wahnsinnig, weil da bist du, mir macht das auch Spaß, so mal im Studio so Sachen zu machen, die so ins Avantgardistische gehen. Ja, wie heißt es? Amondül? Ja, und ich finde ja auch so Sachen toll, die so aus Tribal Musik und sowas finde ich alles ganz toll und diese ganzen Mantra-Geschichten, was ich mitunter auch in der Musik mache, einfach durch eine ganze Nummer, wo ständig die Harmonien changen, immer einen Grundton durchlaufen zu lassen, das ergibt so eine Art meditative Geschichte. Na, das mache ich ja, aber wie gesagt, wenn ich richtig großtalentierter Musiker wäre, hätte ich wahrscheinlich Jazz gespielt, aber da bin ich nicht gut genug für. Glaubst du, dass dein Vater stolz wäre, wenn er mitbekommen hätte, was aus dir geworden ist? Mein Alter ja. Er war verrückt genug. Meine Mutter hat es nie ganz verstanden, die hat es zwar gebraucht dann, aber so richtig hat sie immer gedacht, na, eines Tages hört er wahrscheinlich mit dem Quatsch auf und geht dann doch nach Remscheid und spielt den Hamlet. Ja. War das ja was Seriöses. Aber dein Vater schon, glaubst du? Der hat das toll gefunden. Der Vater hat das toll gefunden. Mein Vater war klasse, das war ein richtiger Freak. Auch vollkommen ungebunden, vollkommen unkonventionell und wirklich. Zu dieser Distanzfrage, zu der du ja eine besondere Einstellung hast. Seid ihr verrückt? Da haben wir ja gerade erst angefangen. Schon vorbeispiele. Ich glaube, den Lebenslauf haben wir grob jetzt. Bist du eigentlich noch ein paar Kleinigkeiten? Ich hätte noch ein paar Punkte, aber wir können erst mal. Wir springen jetzt mal, forsch voran, damit wir endlich mal zum Podcasten kommen. Ja, genau. Also, nachdem wir jetzt den Lebenslauf grob erzählt haben, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, du äußerst dich gelegentlich kritisch über Medien und versuchst ja auch eine gewisse Distanz der Industrie gegenüber zu halten. Aber du redest schon mit allen. Also, du trinkst mit Julian Reichelt Whisky, sag ich mal, oder sowas. Ich trinke keinen Whisky. Der hat Whisky getrunken. Der hat Whisky getrunken. Bei dem Interview. Das fiel mir zum Beispiel auf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich würde mal kurz sagen, wer Julian Reichelt. Julian Reichelt war der Chefredakteur der Dillt. Und der war wirklich, der war ja mal ein guter Reporter. Bitte? Der war mal ein guter Reporter. Ja. Ich hatte immer eine ganz hohe Meinung als Junge, das wäre auch für mich zum Beispiel als Berufsverfassend in Frage gekommen, eine ganz hehre Meinung von Journalismus. Schön. Wirklich sehr, dass die Leute sind, die aufklären, die ehrlich sind, die genau nachprüfen, ob das auch stimmt, was sie sagen. Und da ist meine Kritik. Ihr müsst das auch notgedrungen. Kann die Arbeit nicht mehr so genau sein und im Detail, weil die Konkurrenz da ist durchs Netz. Auch das ist doch richtig. Weil ihr nie so schnell sein könnt. Nö, dann werden wir langsam und machen es später. Genau. Das geht auch. Da sind wir wieder beim Geld, dass das nicht geht. Doch, uns geht es, also wie wir es uraussehen. Ja, aber ihr seid auch privilegiert bei der Zeit. Also bei Zeitungen, die kämpfen schon. Wenn ich mir vorstelle, was der Stern mal für ein Blatt war unter Henry Nann und was das heute für ein Blatt ist und was haben die damals verkauft? Eine Million? Mehr. Oder mehr sogar? Christoph weiß immer alles, aber ich glaube, deutlich mehr. Also eineinhalb, zwei. Und was verkaufen die heute? Und da geht es dann schon an die Existenz. Weiß Christoph auch besser? Ein paar Hunderttausend noch, aber nicht mehr. Nein, nicht so viel mehr. Ja gut, aber das ist sozusagen der Lauf der Welt. Mir ging es jetzt um die Frage, aber es hat immer mit Markt zu tun. Was macht man eigentlich, was macht man nicht? Was ist sozusagen eigentlich? Also für mich zum Beispiel, ich kann nicht verstehen, ich sehe jetzt auch deutsche Schauspieler und junge deutsche Schauspieler, die großartige Schauspieler sind, die dann Werbung machen. Das wäre zum Beispiel in meinem Selbstverständnis, hätte ich das nie gemacht, würde ich auch nie machen. Hast du nie Werbung gemacht? Es sei denn, es ist was ganz... Nur politische Werbung. Nee, ich habe für irgendwelche Charity, habe ich mal gemacht, glaube ich, für Job Brillen, das war aber eine Charity-Aktion. Und ich finde auch, es gibt Werbung, die kann man machen, weil die so kreativ und so gut ist. Ich fand es großartig, Bob Tillen hat einmal eine Werbung gemacht für Victoria's Secret. Da spiegst du immer hinter so einer Tür, so als alter Spanner. Und guck, da habe ich gesagt, das kann doch nur Tillen sich erlauben und machen. Das finde ich großartig, weil das so schräg ist. Das hätte ich gut gefunden, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel Geld für Werbung angeboten bekommen und habe es nie gemacht. Also unverschämt viel Geld. Also wie viel, du musst jetzt nicht sagen, welche Firma, welche Firma warst du, aber ich meine jetzt in welcher Größenordnung, wo du sagst, unverschämt viel Geld. Nein, es geht schon nur im Millionenbereich. Und ich bin da einfach immun. Das ist, also meine Macht in der Industrie war auch immer, es ist ja immer die Meinung, ach, da geben wir dem einfach ein bisschen mehr Geld und dann macht er das. Nie. Aber du, es gibt ja... Und das ist, das war, das komische ist, das ist noch nicht mal heldenhaft. Es bedeutet mir einfach nur nichts, weil das, was ist, was ich nicht machen will, nicht gut finde, dann mache ich das nicht. Und Gott sei Dank habe ich mir auch so eine Existenzgrundlage, wieder danke einem Publikum, was sehr treu war und Platten gekauft hat, dass ich das auch kann, ohne jetzt Hungersnöte zu leiden. Aber ich würde da meine künstlerische Identität nie verkaufen. Also ich bin immer der Meinung, man kann mich bezahlen, aber man kann mich nicht kaufen. Ab wann, in welchem Zeitpunkt in deinem Leben hattest du das Gefühl, ich bin finanziell unabhängig, ich muss nichts mehr verliehen? Ja, da bist du ja nie. Also ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, da waren Leute, die eine Million machten, waren für ihr Leben gesichert. Und heute, es klingt vollkommen blöd, aber Leute stellen sich jetzt immer vor, wenn sie 100.000 Euro haben, sind sie safe. Aber das ist heute alles, geht alles so schnell und alles wird so viel teurer, dass das natürlich, und du hast natürlich auch immer mehr Leute, die dann von dir bezahlt werden, von dir abhängig sind und so, das ist schon, aber wie gesagt, mich... Aber ab wann war das so? Dass es so war, es war zeitweise so, dass dann auch dann Geld geflossen ist und du dann auch dir auf einmal Dinge erfüllst, die du, wo du gedacht hast, das kannst du nie. Einfach nur, so wie so ein Kind. Aber irgendwann merkst du dann, dass das nicht geht. Und das ist auch gut, ich habe das dann gehabt und dann ist das auch in Ordnung. Aber ich bin nicht so, dass ich so viel brauche und ich habe auch nie... weil ich wusste ja auch immer, mir war immer bewusst, dass das nicht ewig geht und das ist also die Tragik, also gerade auch von Rheingold, der hatte den einen Hit und dann wird gleich eine Eigentumswohnung gekauft und so und dann passiert aber nichts mehr. Und so geht das den meisten. Du musst dir darüber im Klaren sein, du bist auch wie ein Spieler in der Bundesliga. Morgen tritt dir beim Spiel einer die Knochen durch, ist Schluss. Ist vorbei. Und man braucht zum richtigen Zeitpunkt Leute, die einem Rat geben. Also nehme ich mal an, das gilt genauso für Profifußballer wie für Musiker. Musiker oder, ich sage das auch Menschen, die zu mir kommen und sagen, wollen Schauspieler werden. Dann sage ich auch immer, willst du das wirklich werden? Musst du das werden? Oder kannst du das werden? Weil wenn du das nur werden kannst, eine Befriedigung wirst du daraus nicht erzählen. Aber wenn du das werden musst und würdest alles dafür geben, dann mach es. Aber ansonsten, um Geld zu verdienen oder Karriere zu machen, damit beschmutzt du diese Berufe. Mein Vater hat immer gesagt, der Kunst dient man. Und hast du der Kunst gedient? Nicht immer. Also wie gesagt, ich bin, weiß Gott, kein Heiliger und es gab auch mal Situationen, wo du gedacht hast, hey, scheiße, das hättest du nicht machen sollen. Aber im Prinzip, ja. Das wurde mir auch klar. Ich habe einmal einen furchtbar schlechten Film gemacht, da war ich auch noch Recherstent, bekam dieses Filmangebot. War für mich damals unfassbar viel Geld. Das waren, glaube ich, 10.000 Mark oder so für die Hauptrolle. Was damals ja auch wirklich sehr viel Geld hatte. Das war wahnsinnig viel Geld. Ich habe schon von meiner ersten Gage in der Fernsehhauptrolle, mit 14 bekam ich 1500 Mark und habe gedacht, das ist es. Du musst nie mehr irgendwas tun, damit kommst du ewig hin. War aber nicht der Fall. Und das war ja lange Zeit so. Und es hat auch viele große Schauspieler zerstört, dass hier für Leute, die gearbeitet haben als Schauspieler, verhältnismäßig wenig bezahlt wurde. Also dadurch waren die gezwungen, dann irgendwann der Kommissar zu werden oder der Alte. Oder die mussten eigentlich das ganze Jahr drehen, um einen gewissen Lebensstandard halten zu können. Während in Amerika es so ist, dass du da erfolgreichen Film drehst und dann kannst du dir in Ruhe aussuchen, was du dann machst, weil du von dem Geld, was du da verdient hast, so lange leben kannst. Das war hier nie gegeben. Ja, aber das, also weil wir vorhin kurz Boris Becker erwähnt hatten, es muss einen Moment geben, wo man Menschen an seiner Seite hat, die einem sagen, du verdienst gerade Geld, es wird nicht immer so sein, mach Folgendes damit. Investiere in Daimler-Filialen im Osten oder was auch immer, mach irgendwas damit. Ja klar, die gab es. Und es gab auch viele Sachen, also mir wurde zeitweise auch empfohlen, ja, ich sollte nur nach Monte Carlo gehen und sollte jetzt nur nach Monte Carlo ziehen oder in die Schweiz oder so, aber das war immer irgendwie auch unlauter. Und dann wurde gesagt, ja, aber da musst du dann so und so viel Zeit da verbringen und dann so und so viel Zeit da. Ich habe gesagt, seid ihr bekloppt? Es gibt doch kein Geld der Welt, was mich dazu bringt, irgendwie zu sagen, ich muss mindestens sechs Monate in irgendeinem Schwachsinnstaat sein. Mach ich nicht. Ich zahle gern Steuern, weil ich möchte sozialen Frieden haben. Ich möchte, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht so riesig werden, weil das immer, immer Konflikte erzeugt und zu Recht Konflikte erzeugt. Und ich möchte auch nicht im Staat leben, wo einer auf der Straße umkippt und der wird nicht ins Krankenhaus gebracht, sondern bleibt einfach da liegen oder der im Wartezimmer irgendwo stirbt. Möchte ich nicht. Und wenn mir morgen einer sagt, wären Sie da bereit, irgendwie fünf Prozent mehr Steuern zu zahlen, wenn damit der soziale Frieden gesichert ist? Natürlich. Weil ich denke nicht in, ich denke schon in gesellschaftlicher Dimension mehr, weil ich glaube, dass wir sowieso vergessen haben, dass wir mehr wir als ich denken müssen, weil diese Ich-Denkerei hat uns ganz schön in den Trouble gebracht. Du hast mehrmals schon heute Abend doch relativ kritisch über den Kapitalismus geredet. Und zwar hast du ihn auch so genannt. Man hat ja eigentlich jahrzehntelang in der Bundesrepublik immer nie von Kapitalismus, sondern man hat immer von der sozialen Marktwirtschaft besprochen. Ja, die besteht ja nicht. Nicht wirklich. Und ja, der Kapitalismus ist genau, der Kommunismus hat nicht funktioniert. Eigentlich eine gute Idee, aber hat wirklich nicht funktioniert. Das hängt auch damit zusammen, wie wir Menschen so sind. Also immer diese Ideen werden dann immer auch boykottiert von den Menschen, die sie zugutekommen. Ist oft der Fall. So, der ist zu einem Ende gekommen. Wir leben seit ewigen Zeiten im Kapitalismus und irgendwann hat auch der sich total entmenschlicht, weil es wird auch heute oft missverstanden, also gerade auch hier von vermeintlich liberalen FDP, dass das natürlich so ein soziales Dach bestehen muss und auch ein moralisches Dach bestehen muss. Es ist halt nicht so, wenn du, für mich ist es nicht so, wenn du den Staat regierst, dass du da eine Firma leitest. Das sind riesige Unterschiede. Das sind riesige Unterschiede. Und wir entmenschlichen uns halt immer mehr und der andere ist uns immer mehr egal und das darf halt nicht sein. Ich möchte nicht, dass mir irgendwann mal jemand die Tür einrennt und sagt, wieso geht es dir Arschloch so gut und ich habe nichts zu fressen. Im Grunde genommen ist es schon wieder egoistisch, weil ich denke, ich zahle lieber mehr Steuern und damit ist in der Gesellschaft Ruhe und es läuft fair ab, als zu sagen, die sind mir doch scheißegal. Und welches System hat diese Stabilität? Hat es keines. Und es wird ja noch schwieriger, wenn du Politiker hast, die, um wiedergewählt zu werden, populistische Entscheidungen treffen. Und das ist bei uns ja auch immer die Gefahr, weil die Legislaturperioden sind für mich zu kurz. Ich finde, das muss mindestens zweimal fünf Jahre sein. Ich glaube, du brauchst schon so einen Zeitraum, um politisch wirklich was zu verändern. Weil du auch sonst dich schon wieder in kürzester Zeit im Wahlkampf befindest. Man müsste auch dieses System verändern, dass du unsere Politiker, unsere Spitzenpolitiker auch besser bezahlst, weil du würdest da andere Leute reinbekommen. Und ihnen auch das Gefühl zu geben, dass sie wirklich Entscheidungen treffen und treffen müssen und auch können aufgrund ihrer Kompetenz. Aber jetzt ist es doch, andererseits ist es doch so, dass, also jetzt könnte man ja sagen, okay, wir haben Pandemie, Krieg, Inflation und wenn du dir die Meinungsumfragen noch anschaust und die Wahlen, die letzten Wahlen, hat doch die Mitte eher gewonnen. Also die radikalen... Die Menschen wollen ja auch die Mitte. Deshalb habe ich ja auch nicht an Trump geglaubt, weil im Endeffekt auch Amerika ja immer diese Kraft hatte, sich zu erneuern. Bei allem Scheiß, der da passiert ist, es war dann doch immer im Endeffekt, wollten die Leute, sind dann doch wieder zur Mitte gekommen. Und es gibt aber auch, und das finde ich auch, es gibt in der Gesellschaft nicht mehr diese gesunde Polarisierung. Also ich bin groß geworden, da gab es die rechte Presse und die linke Presse. Und inzwischen ist es alles so eine Kooperation, so ein Wischiwaschi, wo Geschäftsinteressen sich gegenseitig überschneiden. Das ist nicht gesund. Und meine Generation damals hätte mir auch niemals in so einer Sendung wie Hitparade aufgetreten. Da weiß ich noch, wie ich mich mit meinem damaligen Postenboss angeschrien habe, konnte ich so den Hörer weghalten. Man muss einmal, Marius, für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer einmal erklären, du redest, glaube ich, von der ZDF Hitparade. ZDF Hitparade. Dieter Thomas Heck. Haben viele vergessen, aber da traten halt... War die wichtigste Musiksendung. Ja, da traten Schlagersänger auf und als anständiger Schicht tratest du da nicht auf. Ja. Ging nicht. Aber wie gesagt, es war für mich gesünder, wenn du zwei Punkte hast, die gegenseitig gegeneinander stehen und argumentieren. Was du vorhin gesagt hast, ich rede mit jedem. Mein erster Anwalt hat mir mal gesagt, reden bringt Leute zueinander. Und daran habe ich immer geglaubt. Ich habe immer an Dialog geglaubt, auch in der Politik. Du kannst nicht einfach sagen, mit dem rede ich jetzt nicht mehr. Wenn der irgendwo gewählt wurde, dann musst du dich mit dem auseinandersetzen. Und da kriegst du auch immer schneller eine Lösung zustande, als wenn du gleich drohst und so. Im Irakkrieg ist sowas von in die Hose gegangen, durch Missinformationen. Und dabei kommt es dann doch auch wieder darum, wir haben die Araber so scheiße behandelt, wir haben ihr Öl gestohlen, wir haben ihren Stolz nicht beachtet. Im Grunde genommen wollte der Mann, glaube ich, respektiert werden. Und man hätte da hingehen müssen mit dem Verhandeln und sagen, lass uns doch mal nachgucken. Hier hat uns jemand erzählt, sie haben Massenvernichtungswaffen. Können wir da mal nachgucken. Aber das wollte Bush ja gar nicht. Der wollte da bombardieren. Der wollte da bombardieren. Ich halte den Dialog immer für richtig. Fand ich auch den Ansatz von Obama am Anfang richtig, der gesagt hat, ich rede mit jedem. Ist im Grunde der richtige Ansatz. Du kannst verarscht werden, wie alle verarscht wurden von Putin, wie wir jetzt machen. Jetzt kommt ja die Standardfrage an dieser Stelle. Es ist halt auch schon mal schiefgegangen. Ja, klar geht das auch schief. Mit Reden und wirtschaftlichem Austausch ist jedes Problem. Aber sind wir nicht alle? Haben wir nicht alle gedacht, Putin, als der im Bundestag sprach, das ist ja toll. Jetzt ist Entspannung und alles möglich. Nein, nein, nein. Ich bin kein Fan davon, die Geschichte umzudeuten aus dem Rückspiegel und zu sagen, ja, hätten wir doch da. Also auch zu sagen, das hätte man damals so oder so sehen sollen. Und das ist wohlfeil natürlich auch von heutiger Sicht. Das ist richtig, Vergangenheit. Ich habe mich, wenn man sich, ich sage mal, mit der Psyche der Deutschen beschäftigt hat über die letzten Jahrzehnte, dann war das Land schon immer die letzten 10, 20 Jahre mindestens total gespalten im Verhältnis zu Russland, auch nach dem ersten Ukraine-Krieg total gespalten. Die Hälfte der Deutschen hat nach der ersten Invasion gesagt, wir müssen mehr reden mit denen. Und die anderen hat gesagt, nee, das geht so nicht. Also auch da würde ich sagen, jeder Politiker, der versucht hat, das zu navigieren, hatte echt ein Problem. Und wahrscheinlich ist es genauso gekommen, wie es kommen musste. Ich meine, selbst Obama hat ja von Russland als Regionalmacht gesprochen. Ich glaube, dass das auch ein Riesenfehler war. Weil das so ein Typ wie Putin, der ist da so verletzt und angepisst, das hat der nie vergessen. Das hat der nie vergessen. Da bin ich, es ist ja auch so komisch, dass diese große Politik gemacht wird und aber auch da spielen Eitelkeit eine Riesenrolle. Eine Riesenrolle. Und ich finde das auch erschreckend, man muss ja immer wieder sagen, wenn du diese großen Menschen, die großen Diktatoren siehst, dass ein einzelner Mensch dann für die gesamte Welt so viel anrichten kann. Was hat Trump angerichtet? Trump hat zum Beispiel angerichtet, dass kein Mensch mehr irgendetwas glaubt. Man muss sagen, es gibt sehr viel an Trump zu kritisieren, an Diktator. Er wäre vielleicht am Ende gerne einer geworden, aber er war keiner. Er ist abgewählt worden. Ja, Gott sei Dank. Aber er ist immer noch da, leider. Und ja, und es gibt die Möglichkeit, jemand wie Trump zu wählen, Trump wurde gewählt. Und das ist doch das eigentlich Faszinierende. Und wenn man dann die Wähler fragt, dann sagen die ja nicht alle, nee, nee, also einige sagen sicherlich, ja klar, der sagt die Wahrheit ständig. Ich glaube, den allermeisten ist völlig klar, wie Trump tickt oder welches Spiel er da spielt. Ja, ja klar. Und sie haben ihn dennoch gewählt, weil sie zum Beispiel, weil sie das bestehende System einfach nicht mehr akzeptieren wollen. Ja, aber du kennst Amerika ziemlich gut. Das ist, überhaupt nicht. Aber es ist ziemlich, ist okay, wenn du nach LA und New York fährst. Aber fahr mal in den Mittleren Westen. Die Leute sind so dumm und ungebildet. Und da ist es immer noch, gibt auch immer noch dieses Männerbild, die haut die alle um. Und es ist irre. Es ist vollkommen, ich bin einmal nach Arizona gefahren und hatte da ein Hotel gebucht für den Urlaub für drei Wochen. Ich bin da reingekommen, da war gerade Happy Hour, da waren die alle in einem Cowboyhut und Cowboystiefelchen und aber alles so mit Glitzer und Geschiss und Gedöns. Und dann kam, da war ein italienisches Restaurant im Hotel und da war in der Wand ein Bild von der Mona Lisa mit dem Cowboyhut auf und da knarre, das war zu viel für mich. Dann kam noch die Bedienung, nachdem ich acht Stunden gefahren war und sang die Speisekarte vor. Und dann war ich im Zimmer und habe sofort angerufen, mein Reisebüro und habe gesagt, ich fahre hier morgen zurück, ich bin morgen wieder in LA. Alles stundiert. Mag sein, dass das eine schreckliche Geschichte ist. Aber ich will das unbedingt mal machen, ich will da mal durchfahren, weißt du, und mal überall gucken und so, weil auch meine erste Frau und auch meine zweite sagte, du kannst es dir nicht vorstellen. Und die interessiert auch überhaupt nicht, was in Europa passiert oder so. Es gibt ja nicht irgendwie in Deutschland oder Frankreich, die sagen over there. Und das ist für die alles, auch im Fernsehen, das hat mich so gestört, ich war mal drüben bei einer Olympiade, das siehst du nur, wo Amerikaner teilnehmen, wo die nichts zu melden haben, siehst du nicht. Gibt es gar nicht. Und was sie gelernt haben über das Dritte Reich, ist, dass die, die, die Hitler war der Böse, der die Juden umgebracht hat und wir waren die Guten, die, die dann alles gerettet haben. Mehr Information ist nicht. Sagst du eigentlich gerade, dass die USA nicht reif sind für eine Demokratie oder? Die sind ignorant, die sind einfach auch gar nicht fähig, da zu wählen, weil die werden, es ist, du wählst ja heute, Politiker werden ja heute oft gewählt, das ist so ein Popularitätswettbewerb. Der ist ja lustig, den wähle ich. Du kannst eine Wahl gewinnen, indem du sagst, make America great again. Hast du von Trump mal Inhalte gehört? Naja, leider. Ein paar gab es schon. Leider, ja. Ja, aber schon ein paar, wo du gedacht hast, hat der sie nicht alle? Naja, das sag ich ja leider. Und überhaupt diese ganzen Figuren. Aber war nicht, aber sozusagen war nicht immer im Grunde aus den Jahrzehnten, das spielte das nicht immer eine Riesenrolle. Ich meine, man sagt ja auch, John F. Kennedy hat die Wahl unter anderem gewonnen wegen dieses berühmten Fernsehduells, in dem Richard Nixon unrasiert da saß und viele Leute gesagt haben. Da haben Sie ja auch schon mit Showbusiness-Geschichten gearbeitet. Aber ich erinnere mich an die deutschen Fernsehdiskussionen, wo Wehner, Strauß, Brandt, Schmidt, wie die da saßen und sich bekämpft haben. Und zwar mit Argumenten. Das war faszinierend. Aber das hat natürlich nicht, der sieht so gut aus oder so. Nee, das konnte man von Strauß. Die kamen auch immer mit ihren Aktenkoffern. Und dann gab es die Argumentationen. Ja, aber dir. Und dann wurde irgendwer so ein Dokument rausgeholt und daraus vorgelesen. Da ging es richtig zur Sache. Und da ging es auch um Politik. Da ging es nicht darum, wie verkaufe ich mich am besten. Und haben die da schon Redezeit gestoppt? Nein. Die haben keine Zeit gestoppt. Das ging ewig, ne? Diese politischen Diskussionen damals. Ich habe es nicht live verfolgt damals. War live, ja. Naja. Das war ein Scherz. Aber es war natürlich schon, vielleicht kann man es so sagen, die Politikerinnen und Politiker waren viel weniger Medien geschult, weil es das Fernsehen ja auch erst seit ein paar Jahren gab. War früher auch, das war übrigens in der Popmusik ähnlich. Wenn du heute mal so ein Buch gibst, so ein Buch, wo das vor der Zeit war, es ist ja zu einem Fashion Statement geworden als MTV. Auf einmal war es eine optische. Es war ja erst ein Medium nur fürs Ohr. Ja. Du wusstest nicht, der da singt, ist der schwarz, ist der weiß, ist der dick, ist der dünn, ist der schwul, ist der das? Gar nichts. Sondern du hast nur die Stimme gehört und die hat dich angesprochen. Dann gab es Musik, Fernsehen und auf einmal war wichtig, was hatte der an, wie sieht der aus, was hat der für eine Frisur? Und das siehst du in diesen Fotos sehr genau. Da war ja keiner, der jemals gesagt hätte, fotografieren Sie mich bitte nicht von der Seite oder so. Es war viel weniger Eitelkeit und es ging einfach mehr um Musik, um Medium für die Ohren. weil die Einführung des Musikvideos, also in den 80er Jahren, durch MTV. 80er Jahre, wir nannten die immer Friseurband. so Duran, Duran und so, die dann auf einmal mit diesen unsäglichen Frisuren hinten so hier und oben. Aber, dass man im Grunde, was du sagst, seitdem Musik nicht mehr von den, von der visuellen Darstellung trennen kann. Man hat immer sofort einen Kopf im Kopf, man hört ein bestimmtes Lied und wahrscheinlich hat man irgendwie auch ein Video dazu gesehen. Ja, aber geht dir das nicht selbst so, wenn du mal Fotos anguckst über die Jahre, wo du manchmal sagst, Jesus Christ, wie konnte ich das nur anziehen? Ja, leider. Ja, klar. Geht dir das auch so? Abends isst du, ich esse ja abends keine Carbs und du haust dir hier die Pasta rein. Deswegen bist du auch so dumm. Verdammte Axt, schlechte Recherche. Das ist der Trick. Aber hier gibt es ganz viel Low Carb Salami. Ich esse auch kein Schwein. Low Carb Salami. Und das sollst du schon gar nicht essen, da sind Nitrate drin. Kann mir eigentlich, ich schau mal, bist du noch glücklich, bist du noch, bist du, Marius, bist du noch glücklich mit dem Wein? Nee, nee, ist okay. Wirklich nicht. Aber du musst wenigstens mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, das kann ich machen. Man dehydriert vielleicht. Bin ich schon heißer? Nein. Nee, gar nicht. Aber man dehydriert vielleicht auf der Bühne. Ja, ja, die Kehle. Es wird trocken. Soll ich jetzt hier einziehen, oder was? Ja, wir grooven uns gerade so ein. Jetzt fangen wir doch erst richtig an. Habt ihr noch Fragen? Sehr viele. Ja. Also mich würde zum Beispiel noch interessieren, wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst. Ob meine was? Wenn du auf dein Leben, wir hören uns manchmal hier oben tatsächlich schlecht. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, was hättest du gerne anders gemacht? Wüsste ich nicht, weil man zu den Zeiten, in denen du gelebt hast, auch anders gedacht hat. Und hoffentlich eine Entwicklung. Ich finde es ja nicht schlimmer, als wenn Leute sagen, der ist noch genau wie immer. Das ist ja furchtbar. Das ist ja eigentlich eher eine Beleidigung als alles andere. Und ich habe mir angewöhnt, ich kenne so viele Leute, die irgendwann stehen geblieben sind in der Vergangenheit, in einer gewissen Phase ihres Lebens, wo sie ihre Jugend hatten oder wo sie besonders erfolgreich waren. Und von dem Moment an bewegt sich bei denen nichts mehr. Gar nichts. Keine Vision, nichts. Oh, das würde ich mal machen oder ich könnte mir vorstellen, das ist dann nichts mehr. Und für mich ist die Vergangenheit so, dass du natürlich Dinge machst in der Vergangenheit, wo du heute sagen würdest, um Gottes Willen, konntest du dich nur so benehmen. Aber es ist die Vergangenheit. Du hast keinen Einfluss mehr darauf. Du kannst nur versuchen, aus diesen Dingen zu lernen. Und wenn du nochmal in diese Lage kommst, ist es einfach richtiger zu machen und besser zu machen. Also ist es besser, du schließt die Vergangenheit ab. Du kannst dich auch nicht mehr beeinflussen. Genauso wenig die Zukunft. Ist eigentlich dein... Weil ich habe festgestellt im Leben, dass es ein paar Dinge gibt, die passieren. Du siehst ja immer so Leute, die so einen Lebensplan haben. Ich habe das besonders, als ich in Hamburg wohnte, da in der Blumenstraße, wo so Leute wohnten, die es geschafft hatten in ihrem Leben. Und das war in ihrem Lebensplan so... Wie man das so sagte, man hat es geschafft. Man hat es geschafft. Also die Kinder haben studiert und die sind aus dem Haus jetzt und der eine arbeitet in Denver und der andere und sie ist in Paris und macht das und sagt, ah, das ist ja toll. Sind sie sicher stolz auf ihre Kinder. Die haben dann da Autos in ihrer Garage, haben ihr Haus da an der Alster und dann haben sie noch ein Haus auf Sylt und dann passiert einfach nichts mehr. Und das hat mich dann im Endeffekt auch nach Berlin ziehen lassen, weil ich in der Gegend war, wenn ich dann spazieren gegangen bin, dann sind wir so Leute, die immer gesagt haben, guten Abend, wie geht es Ihnen? Wo ich gedacht habe, ich bin ja hier nicht im Friedhof. Und das war dann auch der Schritt nach Berlin, weil egal wie alt du bist, du lebst doch nicht deine Zeit einfach so runter. Aber Charlottenburg, ich meine. Kennst du den Lielsen See? Ja. Ja, ich habe gerade eine neue Wohnung gesucht. Ich habe eine Wohnung gefunden. Charlottenburg. Ne, aber ich habe mir Charlottenburg sehr genau angeguckt. Es war auch auf der Liste, weil du musst ja Berlin, weil, also es gibt ein Problem bei sterblichen Leuten, so Kevin Kühnert und ich finden keine Wohnung in Berlin. Also findet keiner eine Wohnung? Ne, man findet keine Wohnung in Berlin. Es gab ja sehr lustige, weil Jochen hat es in mehreren Podcast-Folgen nebenbei erwähnt, dass er gerade keine Wohnung findet. Es kommen dann ja auch von Hörerinnen und Hörern Mails von freundlichen Maklern. Es kam eine Mail letzte Woche. Wo hast du denn gefunden? Eine Mail im Nordwesten an so einem Naturschutzgebiet. Meine Schwiegereltern sind eine Mail. Also ich ziehe aufs Land. Du ziehst aufs Land. Man ist ja auch verhältnismäßig nah. Das glaubt man ja gar nicht. Berlin hat ja eine unheimlich schöne Umgebung. Du bist auch schnell draußen. Ich wollte nur sagen, Charlottenburg ist jetzt auch eher so wie ein gediegener... Das hat meine Frau gesagt. Wir sind jetzt erwachsen geworden. Wir sind nach Charlottenburg gezogen. Das ist jetzt nicht... Ich weiß gar nicht, wo Berlin noch so ist, wie man Berlin sich vorstellt. Gibt es? Also habe ich zum Beispiel... Ist da so. Und da erinnert es mich auch eher an New York als alles andere. Weil das so... Du hast... Das ist so eine... Dein Neighborhood... Du bist ja auch in New York, kannst du ja auch leben, irgendwie in Brooklyn und bist nie irgendwo anders. Du bleibst da. Weil es da alles gibt. Und für mich war wichtig, ich konnte den Krach da in Mitte nicht mehr ertragen. Und inzwischen ist Mitte ja auch so die Entwicklung, die auch Soho genommen hat. Wo dann so Touristen durchwalzen. Du kriegst kaum noch, kannst du überhaupt nicht mehr gehen, weil da so viele Menschen immer durchmarschieren. Und ich habe einfach nur gedacht, ich muss jetzt was finden, wo Ruhe ist. Und da gibt es noch viele Kneipen und es gibt Cafés und es gibt das und alles, was ich schön finde, ist in dem Stadtteil. Das hat ja nichts zu tun mit dem Charlottenburg vom Kudamm. Für mich war West-Berlin auch immer so, waren immer die Männer, die in den Kaschmir-Jacken mit so einem Plate, schottisches Muster und mit den Hornbrillen, mit den teuren. Das war für mich immer West-Berlin. Aber auch da hat sich ja einiges geändert. Aber wie gesagt, Mitte, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, um ehrlich zu sein. Ich habe nur was gesucht, wo es Ruhe ist. Wenn es im Grundebald gewesen wäre, wäre es auch gut gewesen. Aber weiß ich wo. Sag mal, Marius, du hast ja wie viele Studienalben gemacht? Studioalben gemacht? 20 ungefähr, oder? Neulich wurde mir gesagt, das ist mein 22. oder 23. Studioalbum. Wenn du jetzt deine Studioalben ranken solltest, könntest du das ungefähr? Ja, das kann ich, aber das sind sie wahrscheinlich auch dann nur für mich. Ich akzeptiere ja, wenn Leute sagen, ja, aber damals und so, ist schon klar. Aber ich finde, dass ich qualitativ die besten Platten gemacht habe nach 2000. Also wenn wir anfangen würden. Ich finde zum Beispiel eine Platte, die ich wirklich liebe und die für mich wichtig ist, war in den Wahnsinn, das Album. Und was immer alle sagen, ja, meine letzte, aber im Augenblick ist es wirklich der Fall, dass ich schon sehr, sehr, sehr lange Zeit jetzt, nachdem sie fertig ist, sehr glücklich bin mit dem Ergebnis von der Platte, die wir jetzt gemacht haben. Weil ich einfach glaube, dass durch die Situation, auch die anderen Musiker endlich wieder im Studio, endlich Musik machen zu können, eine sehr große Intensität da entstanden ist und da nirgendwo Bullshit drauf ist. Da ist kein Ton, wo du sagst, da muss jetzt auch nicht sein. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendein Text ist, wo man sagt, das ist ja nun wirklich nicht nötig. Okay, weiter. Also die finde ich gut, die ist gut. Eine außergewöhnliche Platte ist auch Nahaufnahme, wo ich versucht habe, das geht ja schon so ein bisschen so in den Jazz rein auch. Die war wieder mehr so eine experimentelle. Aber welche Platten ich auch gut finde, aus ganz verschiedenen Gründen. Die allererste, weil die so wirklich aus so einer amateurhaften, auch Naivität entstanden ist. Dadurch hat die was sehr Ursprüngliches. Pfefferminz, weil die entstanden ist unter unmöglichen Bedingungen. Wieso? Inwiefern? Du, das sind so viele. Die ist ja praktisch so live aufgenommen mit allen Fehlern. Bei einem Stück, beim Dicke am Schluss gibt die Bassbox auf und die schnarrt nur noch. Und mehr Geld war halt nicht drin. Aber die hatte dann, dadurch hatte sie so was Raffes und Demo-haftes und so. Dadurch finde ich die auch gut. Halleluja nach wie vor. Finde ich auch eine gute Platte. Dann auch durch diese Stadien, diese riesen Erfolge, finde ich auch Platten, die ich überhaupt nicht mag, die dann wahnsinnig erfolgreich waren. Viel erfolgreicher als alles andere. Wo Stücke sind, die ich einfach auch gar nicht mag, weil die so in den Pop-Bereich reingehen. Auch willenlos zum Beispiel. Da wird ja rauf und runter gespielt. Nach wie vor noch auf jedem Oktoberfest und weiß ich was. Bis man eigentlich tanzt. Und da habe ich auch nie hingekriegt, dass ich dachte, jetzt mache ich das Stück aber wirklich gerne. Das konntest du nicht umorangeren? Ich habe immer versucht und das so in dem Tempo, dann so in der Art, in dem Stil und so. Nee, wir quatschen den Saal langsam leer hier. Ja, aber das ist das Prinzip dieses Podcasts. Ja, ja. Aber es ist interessant, dass man praktisch zu einem bestimmten Zeitpunkt Songs aufnimmt und ja offenbar irgendwie zumindest so gut findet, dass man sie aufnimmt. Also sonst... Ja, weil du in dem Augenblick so denkst und in dem Stand bist. Deshalb habe ich ja zum Beispiel das Pfefferminzexperiment gemacht, was ich am Anfang total abgelehnt habe, weil ich bin gar kein nostalgischer Mensch, wo gesagt wird, mach da nochmal, nimm doch nochmal das Album auf. Das hast du vor 40 Jahren geschrieben. Ich habe gesagt, was, 40 Jahre? Das kann doch gar nicht sein. Ja, wenn du das jetzt aufnehmen würdest und die Songs so runterstrippst und spielst sie nur auf der Gitarre, wie würdest du das denn heute machen? Und da fand ich es interessant. Und da waren die Stücke für mich auf einmal, die fühlten sich vollkommen anders an. Und auch in der Aussage der Texte für mich anders. Und die wollte ich dann auf einmal auch ganz anders interpretieren, weil ich sie anders sah. Das war eine interessante Geschichte. Das heißt, du selber hast auf den jungen Marius Müller-Westernhagen geschaut. Ja, sicher. Und was ich immer wieder sage, wenn ich heute irgendwo hinkomme, in eine Talkshow, dann kommt, ja, erfüllte Stadien und Dingsbums. Sorry, wir haben es auch gesagt. Das ist so lange her. Und ich kenne eine Episode von, das hat der Norbert Haugen mir erzählt, der George Harrison war ja so großer Formel-1-Fan, richtiger Racer, der war mit Racingcars vollkommen verrückt. Der war bei einem Formel-1-Rennen und saß so in einer Limousine und dann kam einer angerannt und trommelte an das Fenster und sagte, Mr. Harrison, Mr. Harrison. Und der die Scheibe so runter. Sagt der Mr. Harrison, I'd like to have an autograph. Und er sagt, why? Und dann sagt er, you're Mr. Beatles. Und sagt George Harrison, ja, but that is 30 years ago. Und die Scheibe wieder hoch. Der arme Mensch. Ja, der arme Mensch, aber trotzdem habe ich gesagt, er hat ja vollkommen recht. Und wenn ich heute Ausschnitte sehe von mir, und das ist ja auch schon, 1999 war das letzte Riesenkonzert, dann sehe ich da mich auf der Bühne rumhüpfen, und dann kenne ich diesen Menschen wirklich nicht mehr. Und das halte ich für gesund und richtig. Und deshalb geht mir das dann auch auf den Wecker, weil ich mache heute auch noch Sachen und nach meinem Zugutetun finde ich die besser, als was ich damals gemacht habe. Aber ich habe es ja damals so gemacht, weil ich damals so gedacht habe und damals so gefühlt habe. Also ist das vollkommen okay. Aber trotzdem bin ich nicht mehr der, der ich damals war. Wäre ja auch abwegig. Wobei noch weiter geht, der, der ich auf der Bühne bin, bin ich auch nicht privat. Aber das geht bei allen Performern, ist das so. Bist du heute auf der Bühne näher an dir selbst als zu der Zeit? Ja, wesentlich. Wesentlich. Ich war viel, viel selbstbezogener. Natürlich. Viel, viel eitler und kontrollfreig. Und Perfektionist. Wobei ich heute weiß, dass ich zwar eine Verantwortung habe für das, was ich mache, aber dass es nicht um Perfektion geht. Sondern um was geht es eigentlich? Na, was macht das? Ich habe auch aufgehört mit den Musikern zu sagen, so, das wird jetzt alles von vorne bis hinten durcharrangiert. Ich halte das für leblos. Also wenn mal jemand in einem gewissen Teil aus Versehen was anderes spielt, kann es so ein Fehler sein, der es zum Leben erweckt. Und heute für mich geht es darum, dass ich was aufgenommen habe, wo ich denke, das lässt sich nicht wiederholen. Das Gut, das fühlt sich richtig an. Nicht das ist richtig, sondern das fühlt sich gut an. Weil man kann so Sachen auch immer zu Tode, man kann Sachen zu Tode proben, zu Tode aufnehmen und man kann sie dadurch auch wirklich töten. Also musst du dann auch den Moment begreifen und sagen, oh, das berührt mich jetzt. Und dann ist das auch richtig. Ist ja, stelle ich mir nur vor, auch heute besonders kompliziert, weil ja die Technik so weit ist. Ja, du musst heute besser sein. Also das war ja auch so, reden wir schon wieder über die Vergangenheit, in meiner Zeit, in den 60er, 70er, da war ja das Publikum genauso besoffen und genauso bedröhnt wie die auf der Bühne. Und wenn du eine Band zehnmal gesehen hast, hast du zwei geniale Konzerte gesehen, der Rest war Schrott. Hat aber keiner gemerkt. Und heute sind alle Leute gewöhnt oder sie wollen es alle so hören, wie es auf der CD auch ist. Also kannst du dir das gar nicht mehr erlauben. Du musst sehr gut sein heute auch. Ja, weil du möchtest ja als Fan auch die Musik hören, so ungefähr so, wie du die kennst. Das ist ja das Enttäuschen immer bei den Bob Dylan Konzerten. Ja, der macht das ja extra. Ja, klar. Der ist ja zynisch. Der versucht ja, die Stücke so zu singen und wo du dann die Hälfte überlegst. Was war das jetzt? Das ist natürlich gemein auch. Ja, genau. Aber so ist der. Der hat, der Larry Campbell, mit dem ich arbeite, der hat ja elf Jahre in Dylans Band gespielt. Und er kennt ihn sehr gut und ich habe ihn mal gefragt, ich sage, Larry, why did you leave Bob? Und dann sagt er, I tried to like him for eleven years and I didn't make it. Und ich sage, warum? Ja, weil er auf sein Publikum herunterguckt. Und das konnte ich nie ertragen. Mochte ich nicht. Trotzdem ist er natürlich unfassbar, schwebt er für mich über allem. Warum schwebt er über allem? Die Texte sind einfach, und was mich an dem so fasziniert, der hat, soweit ich mich erinnern kann, hat der nie eine wirklich schlechte Platte gemacht. Und er macht sie immer noch. Kaufst du alle Platten von ihm? Ja. Also es gibt bei Western Hagens zu Hause. Und das ist auch immer so, und da bin ich aber nicht der Einzige, wenn du inspiriert werden willst, lies die Texte von Bob Dylan. Also den Literatur-Nobelpreis hat er zu Recht gewonnen? Für mich ja. Obwohl er, was ich auch wieder unmöglich fand, dass sie ihn dann nötigen mussten. Du kriegst ja da Geld. Wenn du kommst. Und der war immer sehr geldgierig und geldbezogen. Dass er dann bis zum letzten Tag gewartet hat, um sich zu bedanken, weil er war ja nicht bei der Verleihung, weil er sonst das Geld nicht gekriegt hätte. Das ist schon stark. Dann ein Freund von mir ist, der fotografiert, das ist sein Job, alle Nobelpreisträger. Und der ist der Einzige, der sich verweigert. Der Einzige, der nicht fotografiert wird. Was ja auch schon wieder ganz cool ist. Ja, schon cool, aber... Du meinst, wenn man das Geld nimmt und die Auszeichnung, dann musst du dann, finde ich, solltest du auch schon so nach den Regeln spielen. Respekt, dem sollte man dann auch Respekt entgegenbringen. Du hast ja, weil wir gerade über Auszeichnungen reden, du hast ja vor ein paar Jahren deine Echos zurückgegeben. Für mich wurde da eine Grenze überschritten. Wegen der antisemitischen Zeitung, von den Teilen der Rapper. Ja, das als Deutscher, finde ich, ist da eine Grenze überschritten. Das können wir uns mit unserer Geschichte, das geht mir zu weit. Also ich bin auch der Meinung, dass man kann nicht moralische Gründe immer anführen in der Kunst. Das geht nicht. Das hat damit nichts zu tun. Dadurch macht man Sachen oft schlechter, wenn es das Leben spiegelt. Das ist für mich auch so eine Sache. Dass wir uns auseinandersetzen mit der Wirklichkeit und mit der Geschichte und die in irgendeiner Art und Weise interpretieren oder spiegeln. Und das ging für mich einfach zu weit. Und das ging für mich auch so weit, wenn du nur aus Dummheit provozierst. Einfach nur provozierst und sagst, was kann man jetzt noch sagen, worüber die Leute sich wirklich aufregen. und das hat für mich keine Berechtigung, um ehrlich zu sein. Mir ging das zu weit. Und da dachte ich dann, die Dinger sind eh hässlich, die bedeuten eigentlich auch nichts. Dann gebe ich die mal zurück. Weil im Endeffekt war diese ganze Show ja eine Show der Industrie. Also du bekamst Echos ja nicht, weil du so tolle Platten gemacht hattest, sondern weil du so viel verkauft hattest. Und es war für mich immer so eine schaulaufende Industrie von ihren bestgeld-einbringenden Pferdchen. Die galoppierten dann über die Bühne und sagten, ich bin so gerührt und meine Echung und vielen Dank meinen ganzen Menschen und ich liebe euch alle so. Ich kenne keinen, aber ich liebe alle. Auch das stört mich immer sehr, wenn alle immer so behaupten und dass sie auch ihr Publikum und dass sie doch alles teilen wollen. Ich möchte jedem raten, der das glaubt, mal zu denen nach Hause zu fahren und versuchen, ob der die Tür öffnet, wenn die bei demjenigen klingeln, der das immer sagt, ich will mit euch alles teilen. Ich glaube nicht, dass es da viele gibt, die die Tür aufmachen und sagen, komm doch mal rein. Wir reden darüber mal. Ich glaube nicht, dass es viele gibt. Aber du warst ja auch Teil dieser Industrie. Oder du bist Teil, du warst Sony. Dieser Industrie, ja. Du bist ja auch Teil dieser Industrie. Du hast die Finger auch im Schrank stehen gehabt. Ja, am Anfang fällt dir das nicht so auf, aber ich hatte schon immer so ein, also ich glaube ja so ähnlich, also Preise verändern ja nichts. Das ist für mich, weil am Anfang faszinierend auch, weil wenn du Fußballer werden wolltest, hast du ja immer den Traum gehabt, es vom Pokal da hochzuhalten. Und das ist irgendwie, fühlst du dich dann auch am Anfang gebauchpinselt. Aber mir wurde das auch immer mehr klar und klar, weil auch einfach die Qualität, an die dieser Echo verliehen wurde, ja auch immer geringer wurde. Und es ging wirklich nur darum, der hat am meisten Geld eingebracht. Und das ist bei den meisten Preisen. Wir haben früher immer gesagt, je Preise gekrönt, je durcher gefallen. Und du kriegst heute, die Preise werden ja auch mitunter verliehen, mit Fernsehshows, ob du da dann zusagst oder nicht. Und dann für die umsonst singst, für das Programm. Und dafür bist du möglichst populär. Der Preis hat eigentlich keine Bedeutung und ändert auch nichts. Und es ist auch nicht mir, nicht so wahnsinnig schwer gefallen. Und mit der Industrie habe ich mich immer angelegt. Ich habe nie gedacht, oh, wenn du das machst. Und ach, herrje. Das habe ich so oft erledigt, erlebt, dass Leute gesagt haben, deine Karriere ist beendet. Das ist dann tot, weil ich meinen Maul aufgemacht habe. Bitte, 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 bitte. Ist nie passiert. Meine Karriere war nie beendet. Du warst ja lange, ich glaube, wie lange, 22 Jahre sowas bei Warner. Ja. Und dann hast du den Vertrag auslaufen lassen oder lief? Na, das war, wir wollten sie verfolgen. Der Vertrag, den der Sigi Loch dir damals noch unterschrieben hatte, dass Warner dir nicht reinreden durfte. Galt der noch? War das noch der alte Vertrag quasi, den dir Sigi Loch gegeben hatte, dass Warner dir nirgendwo reinreden durfte, der dann auslief? Das galt noch. Ja, genau. So wurde auch immer verhandelt, wo immer gesagt haben, Kinder, alles in Ordnung, mach das auch gerne. Das war auch jetzt bis zu der Unplugged. Und dann immer hin und her und dann wurde mir eine Setliste geschickt, wo sie spielen sollte. Ich sagte, habt ihr sie nicht alle? Und es kam der Punkt, ich sagte, pass mal auf, ihr müsst das nicht machen, aber ich müsste das auch nicht machen. Also wenn wir das machen, machen wir das nach meinen Spielregeln. Ansonsten können wir es leihen lassen. Auch da war das auch Diskussion. Und ich habe auch gesagt, wenn ich es mache, also jeder Ton auf diesem Album von Unplugged ist auch passiert in dieser Halle. Und ich kenne sehr viele, wo so geschummelt wird, wo alles neu gespielt wird im Studio und weiß ich, was ich höre. Ich habe das als Zitat gelesen, Du hast das schon mal gesagt. Ja, und für mich war wichtig, ich habe gesagt, wir müssen proben und wir müssen das sehr gut proben und sehr genau proben, damit wir das wirklich können. Und dann wird das da gespielt, dann wird aber auch das, was da gespielt wird, kommt auch auf die Platte. Also mir war nicht daran jetzt gelegen. Für mich war das immer so die Königsdisziplin an Plagt, ganz, ganz früher. Ja, ich habe das die ganze Zeit auf meiner Liste gehabt, weil du vorhin so mittelkritisch über MTV dich auch geäußert hast. Das war richtig groß. Und das war, also was du da gemacht hast, aber auch das Format an sich, das ja schon jetzt Steinzeitcharakter hat, weil das gibt es ja jetzt schon Jahrzehnte, aber als das losging, erinnere ich mich noch, da saßen alle mit offenem Mund und dachten, das ist ja toll. Also ein komplettes Konzert mit, heißt das, akustischen Instrumenten ohne Verstärker und so weiter. Ja, und du wolltest, die wollten damals auch, das hatte sich da entwickelt, dass das rauskam, dass sich das gut verkaufen lässt, wenn da Duets gesungen werden. Und du solltest praktisch jedes zweite Stück und ja, nimm doch die und nimm doch den. Und gesagt, nein, den finde ich nicht gut, den finde ich auch nicht gut, ich habe mit dem nichts zu tun. Und ich sage, wenn ich Gäste habe, sind das Leute, zu denen ich eine Beziehung habe. Ja, aber die sind doch, die kennt doch keiner, die verkaufen doch nicht oder sonst was. War mir egal. Und ich habe immer gesagt, gut, dann machen wir es nicht. Und damit habe ich dann auch alles durchgekriegt. Aber wer hat das gesagt? Warner oder? Nee, das war Universal. Die waren das so gewohnt. Das ist heute so, dass Artisten, die sind damit groß geworden, du hältst einen brennenden Reifen hin und sagt, springen da durch, dann machen die das. Und das war in meiner Gedanktion ja ganz anders. Die hielten uns alle Efe bekloppt und haben gesagt, lass sie mal machen, was sie wollen. Hauptsache, die springen uns nicht an oder bringen uns um. Aber es ist wirklich so, dass heute viele alles machen. Sich auf alles einlassen, wenn du sagst, es wird ja auch so gedacht. Ja, aber das hat, du sagst zum Beispiel, ich würde gerne mit der und der Kulturzeitung würde ich gerne ein Interview machen. Dann sagen die, ja, aber das hat ja nur so und so viele Kontakte. Also in so Dimensionen musst du denken. Du sollst auch denken, dass wenn du einen Song machst, dass der nicht länger ist als drei Minuten, weil der sonst nicht im Radio gespielt wird. Diese Vorschriften, das ist wie Bauvorschrift. Bauen Sie Ihren Zaun nicht höher als so. Ist ja vollkommener Schwachsinn. Mach ich auch nicht mit. Will ich auch nicht. Stell dir das mal vor, wenn wir hätten so Songs wie Stairway to Heaven, hätten wir nicht. Wir hätten Let it be nicht. Wir hätten unzählige, unvergessliche, große Songs nicht, weil wir sagen, ja, ist über drei Minuten, außerdem ist da ein Gitarrensolo raus. Und da ist die Kontrolle, es geht inzwischen schon sehr, sehr weit. So weit, dass ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Mir wurde vor kurzem gesagt, dass es heute so ist, dass die Plattenfirma vom ersten Ton, der komponiert wird und von der ersten Zeile, die geschrieben wird, schon drin ist. Oder da wird wirklich richtig strenge Kontrolle und Zensur ausgeübt. Und die Jungen, viele Jungen kriegen das nicht mit, weil die verlassen sich da drauf und kenne es auch nicht anders. Und gibt es nicht, ich muss das nochmal fragen, wann warst du zuletzt auf TikTok? Noch nie. Interessant. Ein Medium, das aus sehr kurzen Sequenzen besteht. Ich weiß aber, dass man da drauf sein muss, ist es anscheinend. Nee, muss man gar nicht. Musste ich auch lange nicht. Ich habe das aus beruflichen Gründen pflichtgemäß mal angeguckt und dann nochmal angeguckt. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert, was da an Kunst läuft. Das glaube ich. Und genau, wahrscheinlich ist es der Ort, wo du glücklich wärst, nach allem, was du sagst. Da redet niemand rein, da machen Leute aus ihren Wohnzimmern die genialsten Clips. Das ist da der Fortschritt. Wir haben ein Videoteam. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es so hinbekommen würden, wie dieses Mädchen aus New York im Lockdown aus seinem Kinderzimmer. Faszinierend. Ja klar, das ist ja auch das, was wenn weniger, also ich glaube, dass eine gewisse Qualität, also zum Beispiel auch bei Platten machen, auch wegen der Zeit, ab einer gewissen Qualität hat das auch was mit Geld zu tun. Aber wenn du nicht so viel Geld hast, bist du natürlich fokussierter und du musst kreativer sein. Das Gute ist auch heute an der Videomacherei, dass du als MTV noch eine Macht war, dass du da gesagt wurdest, nee, um Gottes Willen, das ist zu düster oder zu dunkel oder das können wir nicht zeigen. Das ist Gott sei Dank beim Videomachen heute weg. Weil MTV interessiert kein Mensch mehr. Also du machst praktisch für YouTube. Und was ich auch nicht wusste bis vor ein paar Jahren, dass junge Leute heute grundsätzlich Musik nur noch mit einer visuellen Umsetzung angucken. Das ist, glaube ich, das Geheimnis von TikTok, dass in den Videos die Musik in Wahrheit gespielt wird. Aber du kannst natürlich in Videos heute viel, viel weiter gehen und experimenteller sein, als du das konntest zu der Zeit, als MTV alles bestimmt hat. Und irgendwie dreht sich ja auch die Schwerkraft. Ich habe neulich eine Freundin, die erfolgreiche Popmusikerin ist und die hatte neulich einen Viral-Hit auf TikTok. Also ihr Song wurde unter ein Video von irgendeinem Typen gelegt und das war extrem lustig, ging dann weltweit einmal so durch die Maschine und die Plattenfirma ist quasi heute noch aufgeregt, weil sie, weil es sozusagen plötzlich dieser Song überall ist und was machen wir denn jetzt? Also es hat sich komplett verändert. Es ist nicht mehr das Medium, in das man so reinsendet, sondern das Medium sagt, hey, jetzt wollen wir diesen Song, die Welt will jetzt davon mehr oder will eine Reaktion von dir. Also faszinierend, wie sich auch die Welt von Musikern zu verändern scheint dadurch. Ja, klar. Und auch Plattenkonzerne müssen irgendwann reagieren auf sowas. Weißt du, was auch toll ist, wo ich immer gedacht habe, auch als ich am Brandenburger Tor gesungen habe, wenn ich jetzt da hinkomme, da sind die ganzen Jüngeren, die finden mich alle vollkommen doof. Ich habe so viel Respekt erfahren. Das war ganz, ganz toll. Das war richtig toll. Die haben sich alle unglaublich gefreut und obwohl, dass ich das gemacht habe, widersprach eigentlich so allem, was ich tun würde. Also einen Tag oder zwei Tage vorher anrufen und dann totales Chaos auf der Bühne und gespielt mit einem Pianisten, mit dem ich noch nie gespielt hatte. Das war alles so. Hier am Brandenburger Tor, jetzt vor kurzem. Ja, ja, nee, Entschuldigung. Vollkommen improvisiert. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Das geile Ding am Brandenburger Tor. Vollkommen improvisiert. Aber ich hatte da eigentlich das Gefühl, weil ich bin mit dem Song, ich gehe da sehr, sehr sparsam mit. Weil ich das immer schrecklich finde, wenn Leute aus Zufall so etwas geschrieben haben, was Menschen was bedeutet und dann inflationär das überall spielen. Ich könnte das im Jahr bei jeder Friedensfeier, bei jedem Charity-Auftritt im Fernsehen, ja, können Sie nicht Freiheit spielen? Würde ich nicht machen, weil das finde ich ganz grauenhaft. Aber da bei dem Anlass hatte ich einfach das Gefühl gehabt, du hast die Verpflichtung, dann musst du sie jetzt machen. In so einem Moment, wenn du es dann in so einem Moment wieder spielst, wird es dann wieder auch ein neues Lied für dich? Ja, das war schön. Es war eine besondere Atmosphäre. Mich hat am Anfang gestört, dass du so viele hattest da, die da so ein bisschen, Leute so negativ und ach, und die armen Ukrainer und alles. Und für mich ging es aber eher darum, diesen Kampf der Ukrainer zu würdigen, zu respektieren und diesen Leuten in der Ukraine auch Kraft zu geben. Das war für mich. Jetzt nicht sagen, ach, um Gottes Willen und ach, herrje. Und ich selbst habe auch so gelitten, weil ich konnte nicht spielen. Da war die Pandemie und hat mich keiner auf die Bühne gelassen. Und die Bühne ist ja meine Welt. Ich kann ja gar nicht atmen, wenn ich nicht auftrete. Das ist mir manchmal ein bisschen zu, wo ich denke, really? Aber die Pandemie war schlimm. Also, Klammer auf, kurz. Für mich nicht, weil ich bin ja sowieso, deshalb ist für mich auch keine Alternative, aufs Land zu ziehen. Weil ich bin so, das wäre mir dann, ich würde da nie das Haus verlassen. Das wäre mir dann zu weit in die Stadt und so. Ich bin ja so glücklich, wenn ich zu Hause bin. Marius, du darfst dem Jochen nicht, der ist noch gar nicht hingezogen. Nicht, dass der jetzt schon, ich habe gerade in seinem Gesicht, aber ist er das gar nicht gewohnt. Nee, aber diesen Gedanken hatte ich noch nie. Ja, danke, dass du mir jetzt auch geholfen hast. Na, du richtest dich jetzt da gemütlich ein und dann sagt einer, lass uns doch mal zum Essen treffen in der Stadt. Dann sagst du, könntest du nicht zu unserem Dorfgasthof kommen? Dann sagt der wieder, ach, das ist so weit. Es gibt einen sehr guten Italiener, da habe ich gehört. Da kann ich auch nichts trinken und das Taxi kostet mindestens 60 Euro. Ich könnte die S-Bahn nehmen. Marius freut sich schon. Kennst du solche Dialoge aus Hamburg auch? Oder dann rufst du deine Freunde an und sagst, ich höre gar nichts von euch, ihr besucht mich gar nicht mehr und ihr ruft mich auch gar nicht mehr an. Was ist denn mit euch los? Ja, wo du wohnst. Nein, das wird ganz toll, Jochen. Guck mal, sein Gesicht. Nein, das wird ganz toll. Das wird wirklich ganz schön. Er fliegt an zu zweifeln. Ja, nee, das ist zu früh jetzt. Nein, das ist bestimmt ganz toll. Schaffst du dir noch ein Pferd an und baust dein eigenes organisches Gemüse an? Ich kann dich da gut sehen. Deine Kleidung wird sich verändern. Deine Kleidung wird sich verändern. Du gehst dann in den Supermarkt mit einem Joggingshut. Ist dir auch egal. So wie in Mitte damals. Ja, das ist echt ein Problem. Man kriegt keine Wohnung in Charlottenburg im Moment. Ja, das ist so klasse. Aber ich bin ja genauso. Was? Um Gottes Willen. Ja. Könntest du dir vorstellen, noch mal aus Berlin wegzuziehen? Sag mal, ich müsste eigentlich mal nach meiner Frau gucken, weil die wird inzwischen gestorben sein. Vor Hunger? Lindi, bist du noch da? Sie redet. Ist sie nach Hause gefahren? Nein. Sie ist noch da. Die ist noch da. Ja, alles gut. Ist das jetzt besserer Wein? Nein, das ist neu. Wir hatten leider nur eine Flasche von dem einen Wein. Möchtest du einen Wein? Könntest du dir noch mal vorstellen? Soll ich aufhören jetzt, Lindi? Hast du keinen Hunger? Möchtest du gerne ein paar Nudeln haben? Gibt es so. Oder hier ist auch Käse. Ja, jetzt ist auch schon ein bisschen. Salami. Die arme Frau, das können wir doch nicht antun. Also, wir haben es ja nicht im Griff, aber ich frage dich noch, also würdest du denn, könntest du dir vorstellen, noch mal aus Berlin wegzuziehen? Heute noch mal neu anzufangen, oder was? Ja, also noch mal woanders hinzuziehen? In eine andere Stadt? In Deutschland nicht, nee. Weil für mich ist Berlin, es ist wirklich das erste Mal, für mich darf das gar nicht sagen, weil dann hassen die Hamburger mich, das ist schon passiert, dann hassen die Düsseldorfer mich. Für mich ist es das erste Mal so, dass ich nicht aus Amerika komme oder aus Italien komme oder wo auch immer und denke, ach. Sondern ich freue mich, wenn ich nach Hause komme, nach Berlin. Und ich mochte Berlin während der Mauer überhaupt nicht und habe viel, viele Filme hier gedreht und war aber, für mich war das immer so ein bisschen klaustrophobisches Gefühl und war immer froh, als ich wieder rauskam. Als die Mauer dann fiel, habe ich mich wirklich so verliebt, weil auf einmal ich hier was gesehen habe, was ich vorher in Deutschland noch nicht gesehen hatte. So eine Toleranz. Ich habe das erste Mal hier gesehen im Restaurant, dass zwei Mädchen zusammensaßen an einer Bar und sich küßten. Und auch in dem gleichen Restaurant eine Vermischung von ganz jungen Leuten und von ganz alten Leuten und das ging alles. Und das ist in Hamburg ja ganz anders. Das hat sich auch wieder dahin entwickelt. Hamburg war ja sehr wild, auch so in den 60ern, 70ern und auch noch in den 80ern Jahren. Aber es war dann immer mehr auch so, dass das Geld sich wieder, altes Geld sich wieder zurückzog, neues Geld nachkam und du dich in gewisser Art und Weise kleiden musstest, um zu der Gruppe zu gehören oder zu einer anderen Gruppe. Und Berlin war das für mich, so wie ich mir das vorstelle, oder multikulturell und alle Sprachen und alle Rassen und da fühle ich mich wohl. Und ich habe auch gedacht, hier sind so viele Idioten wie du, hier bist du richtig. Und die Leute haben sich auf der Straße, die haben gesagt, oh, sie sind in Berlin, die haben sich gefreut. Aber nicht so unangenehm, nicht so, weißt du? Mir hat mal ein Popmusiker, der sehr erfolgreich ist und auch in Berlin liebt, erzählt, die Berliner sind so cool, dass man kann sozusagen hier rumlaufen und wird gar nicht ständig angesprochen, weil die sind selber so cool, das ist so ganz normal, das Erde und so. Ja, kennst du eigentlich nur aus New York, also du kannst praktisch im Scharerzug gehen und kaufst Brötchen, da wird dich jetzt keiner, wie lustig. Das hat mir unheimlich gefallen, weil dadurch halt auch so eine Anonymität da ist. Also was mir auch gefällt, ich treffe Kollegen und sagen, ach, du bist so in Berlin und du lebst doch in Hamburg, ne? Ich sage, ne, ich lebe seit zehn Jahren hier in Berlin, das geht hier. Ja. In Hamburg wusste absolut jeder, dass ich in Hamburg lebe und wenn du nach München kommst, ist es ja sowieso, da brauchst du ja nur vom Flughafen in die Stadt und irgendwo reinzugehen, dann wissen die schon, dass du da bist. Das ist ein totales Dorf. Das schätze ich sehr an Berlin. Das wird sich sicher auch ändern, das wird genauso gehen, wie alle anderen großen Städte, die Kreativen und die nicht so Betuchten werden irgendwann rausgedrückt werden, so wie das London passiert ist, Paris passiert ist, New York passiert ist. Das wird enger werden und ich habe das immer anhand meiner Musiker erlebt. Ich hatte in England meine Musiker am Anfang, als ich mit denen gearbeitet hatte, lebten die alle Central London. Die sind jetzt alle irgendwo zwei Stunden mit dem Zug raus, weil es einfach nicht mehr bezahlbar ist. Ich meine, das passiert gerade oder ist passiert. Wir erleben das gerade, glaube ich. Und New York auch. Ich habe auch vor Jahren, du konntest ja in New York produzieren, billiger als in London. Das war wirklich nicht teuer. Und inzwischen ist das ja Wahnsinn. Müsste man damit nicht mal was machen? Also sozusagen, es gibt ja Städte, die das gut regeln, dass zum Beispiel die Mieten in Städten erschwinglich bleiben, dass es auch... Da leben, meinst du? Na ja, ich bin so oft da und ich war auch immer... Ich habe auch in dem Sinne nicht dieses... Also mein Nationalbewusstsein endet beim Fußball, um ehrlich zu sein. Ich habe auch nie, ich verstehe auch nicht, wie in der heutigen Zeit noch Leute, wird so eine Fahne hochgezogen und dann stehen alle stramm. Das sind Dinge, die für mich vollkommen nicht nachvollziehbar sind. Aber New York, ich hätte gerne für eine lange Zeit, also so 80er Jahre, hätte ich gerne mal in New York gelebt, aber jetzt nicht mehr. Ich finde es toll, wenn du da hingehst und bist im Studio und arbeitest da, weil da die Energie so hoch ist. Ich habe immer das Gefühl, du wachst morgen auf und willst was machen. Aber da zu leben ist mir viel zu hektisch, viel zu geldbezogen, viel zu... Leute rennen dich auf der Straße um und so zu unsensibel möchte ich nicht. Berlin finde ich ideal. Es ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich in einer großen Stadt lebe und dir das auch klar wird. Wenn ich heute nach Hamburg zurückkomme, kommt mir das wirklich sehr klein vor. Und hier gibt es alles. In Berlin gibt es alles, vom Schwerverbrecher bis zum Heiligen. Und das, finde ich, braucht eine Stadt, braucht auch eine Gesellschaft. Was ist das beste Restaurant in der Kahnstraße? Was ist was an der Kahnstraße? Das beste Restaurant in der Kahnstraße? Von denen, die ich kenne, 893. Von Dück. Ein asiatisches. Das finde ich sehr gut und auch gleichbleibend gut. Bei mir an der Ecke ist, wie heißt das, deutsches Restaurant. Das ist ein bisschen mächtig, aber, wie heißt das, Lindy? Engelbeck. Engelbeck, genau. Das ist ein gutes Restaurant. Und es gibt so ein paar kleine Bistros auch, die sehr gut sind. Belmondo finde ich auch gut, zum Beispiel. Und auch das Schwesterrestaurant. Ja. Diese kleinen da. Saint-Germain heißt das, glaube ich. Finde ich auch ganz gut. Aber die Lebensqualität ist höher. Also du hast so viele grüne Läden und Supermärkte und das ist, Lebensqualität ist höher als in Mitte zum Beispiel. Ich schluss mal kurz an. Wollt ihr was wissen nur über die Vergangenheit oder wollt ihr, was mich ja viel mehr interessiert, über die Gegenwart wissen, weil sonst würde ich das magische Wort sagen und uns alle befreien. Nein, nein, nein. Eine Frage müsst ihr noch klären. Wir haben natürlich recherchiert, also wir versuchen ja immer rauszufinden, was die Leute so essen. Wir haben offensichtlich alles falsch gemacht. Aber das Schlimmste war... Ich breche meine Regeln. Komm, einmal Karp. Ein trockenes Stück Brot. Sehr asketisch. Nee, danke. Jetzt was ist das? Danke. Ein Block Nudeln vielleicht? Kalte Nudeln. Und es gab so ein... Es gab so... Via stille Post haben wir rausgekriegt, was du gerne für einen Rotwein trinken würdest. Ja. Und diesen... Was waren das? Das ist ein Rotwein, den mir Philipp Kehl empfohlen hat, der ja großer Weinkenner ist. Und ich würde den aber jetzt hier nicht rumposaunen, weil es ist auch immer nicht so leicht zu kriegen, weil... Ja, das war genau das Problem. Ich kriege den nicht mehr. Also den Wein gibt es nicht. Ja, es ist ein Bordeaux, der sehr trocken ist und... aber trotzdem rund ist und wenig Säure hat. Und der ist sehr, sehr bekömmlich. Und das war der Lieblingswein von Kehls Eltern. Und der alte Kehl war ja auch so eine Übervaterfigur. Der hat... Ich glaube, der hat den sogar gegründet, den Bibliogenes Verlag. Und hast du so einen Weinkeller oder bist du da... Nein. Nee? Ja. Ich habe nur mal festgestellt, dass Leute sagen, ja, jeder Wein ist halt Rotwein. Und wenn du aber mal dann bessere Weine getrunken hast, ist das unglaublich schwer. Weil da sind schon massive Unterschiede. Einfach so... Es gibt ja so Weine, die sind so unfassbar, dass du, wenn du davon dann mal mehr als drei Gläser trinkst, wirst du so zu dem Wein. Wenn die Lippen so anfangen zu glühen, du bist gar nicht betrunken, aber du wirst so zu diesem Wein. Der breitet sich so aus in dir. Du hast ein wunderbares Gefühl. Aber ich könnte auch darauf verzichten, aber nicht beim Essen. Ich finde, dazu gehört das. Das hängt einfach mit dem Geschmack zusammen. Ob du was, wenn du zum Beispiel ein gutes Steak isst oder so, dazu gehört für mich, einfach um den Geschmack vollständig zu machen, ein Glas Rotwein. Also das könnte ich mir schwer vorstellen mit einem Glas Wasser. Aber ab und zu mache ich das auch mal mit dem Wasser. Das ist den Philipp Kehl schon mehrmals erwähnt, also den Verleger von Diogenes, mit dem du gut befreundet bist. Ja. Und hast du ja selber auch gerade schon gesagt, der hatte auch so einen Übervater. Ja, wie so viele. Ich hatte im Grunde genommen auch, weil mein Vater war jetzt nicht so riesig bekannt, aber er war sehr bekannt. In deiner Welt. Als ich als Kind angefangen habe, aus reiner Geldgier Schauspieler zu machen, weil ich wollte es nie werden, weil ich gesehen habe, wie mein Vater kaputt ging. Und ich immer gesagt habe, als ganz kleiner Junge haben sie mich immer gefragt, was macht dein Vater denn? Dann hat er immer gesagt, der ist Quatschmacher. Das war immer meine Antwort. Und ich wollte was genau wie du mit Sport machen. Unbedingt. Das war meine große Leidenschaft. Und dann bekam ich mein erstes Fernsehangebot mit 14. Da war ich auch noch irgendwie so groß mal gerade. Und das war gleich eine Hauptrolle. Und dann habe ich gesagt, ja, was kriege ich denn da? Und wollte unbedingt eine Eishockey-Ausrüstung haben. Und dann haben die gesagt, du kriegst 1500 Mark. So viel Geld hatte ich noch nie gesehen. Und auch nicht von gehört. Und Düsseldorf war ja eine große Eishockey-Stadt. DEG, ja. Der Vater von Heike Makatsch hat auch im Tor gespielt. Ja. Der Vater von Heike war bei der DEG. Der Makatsch war ihr Vater. Ja, ist der Vater. Okay. Gut. Und dann habe ich das also gemacht. Und als ich dann gespielt habe, dann habe ich da gemerkt, na, das wird wohl doch ein Teil deines Lebens sehr bestimmen, die Schauspielerei. Da hat es mich einfach gefangen. Und verbindet das doch auf eine Art, wenn man solche Väter hatte, die auf so eine Art... Ja, aber ich hatte genau, wir kamen ja jetzt, kamen wir ab davon mit dem Übervater. Also für mich war es natürlich auch am Anfang, wenn ich ein Hörspiel gemacht habe oder einen Film gemacht habe, dann haben die immer gesagt, das ist der Sohn von dem Hans. Und da entwickelst du natürlich so einen Ehrgeiz, dass du sagst, aus dem Schaden will ich raus. Was dir ja gelungen ist. Mir ist das gelungen. Und deshalb glaube ich auch, der wird das auch toll finden. Der wäre bestimmt stolz auf mich. Und ich hatte eine sehr enge Bindung, weil wir waren wie Kumpels. Und er hat mir nachts immer aus dem Bett geholt, weil meine Mutter hat mir nicht erlaubt, irgendwie nachts Eishockey-Weltmeisterschaft zu gucken. Und er hat mir gesagt, die Alte schläft. Ist Eishockey gekommen? Dann haben wir nachts heimlich Eishockey geguckt und haben immer nur gedacht, hoffentlich wird, wie er sagte, die Alte nicht wach. Können wir kurz über Eishockey sprechen? Von deiner ersten Gage hast du dir doch... Eishockey-Ausrüstung gehabt. Und guckst du heute noch Eishockey? Ich gucke, im Fernsehen finde ich das nicht so interessant. Aber im Stadion und auch Eishockey zu spielen, war für mich, das hat ja einen unglaublichen Spaß gemacht. Weil es kam, man denkt ja immer, das kommt jetzt drauf an, andere umzuhauen oder so. Es kommt in erster Linie an, auf Schlittschuhlaufen. Deshalb wohnen die Russen auch so gut. Weil die so wahnsinnig gut Schlittschuh gelaufen sind. Aber auch Körperkontakt-Sport mochte ich auch immer gerne. Ich hätte auch gern Tennis gespielt. Aber das war wirklich ein Elite-Sport damals. Wenn du gesagt hast, ich will in den Tennis fahren, haben deine Eltern zu dir gesagt, hast du sie nicht alle? Weißt du, was das kostet? Und ich habe Tennis gespielt dann später und alles, was ich konnte, habe ich mir im Fernsehen abgeguckt. Bei Björn Borg oder McEnroe oder so. Was hast du beim Eishockey gespielt? Was war deine Position beim Eishockey? Stürmer. Schon Stürmer, ja. Ich wollte immer Tore schießen. Ich war, egal wie, über die Grasnarbe mit dem Kopf, egal. Das Ding muss in die Bude. Und wurde auch da oft unterschätzt, weil ich halt so klein war und so, aber sehr gute Technik hatte. Als sie das dann rausfanden, wurde ich auch ziemlich rüde behandelt immer. Bodychecks. Also hochspringen hast du früh gelernt. Da ging es dann auf die Knochen, das ist ja klar. Hattest du mal eine schwere Verletzung in der Zeit? Die einzige schwere Verletzung vom Fußball hatte ich eben auf dem Gymnasium. Das war, das weiß ich noch genau, einen Tag vor den Sommerferien spielten Fußball, grätschte mich von hinten jemand ab und ich fiel nach hinten und fiel mit meinem Arm auf dessen Schienenbein. Und der Arm sah so aus. Voll durchgebrochen. Und das war raff, weil ich musste, war klar, ich musste ins Krankenhaus und dann hat der Lehrer mich ins Kranken, mit mir, ist mit mir ins Krankenhaus gegangen, eine halbe Stunde Fußweg. Da wurde kein Taxi gerufen oder sowas. Und du gingst fast kaputt vor Schmerzen unterwegs. Aber das war nicht derselbe Arm, auf den du dann später... Das war der... Gefallen bist. Das war derselbe Arm. Der selbe Arm. Ja, der selbe Arm. Einmal das und dann mit der Band, mit einem besoffenen Rodi, der den VW-Bus fuhr, Knöchelabriss, Schienenbeinbruch und alles so Sachen, wo die dich so zusammengefliegt haben, Gips und dann ging der ab und dann musstest du wieder laufen lernen. Da gab es noch keine Physiotherapie oder sowas. Musst du irgendwie gucken, wie du irgendwie die Knochen wieder bewegen kannst. Wie fliegt... Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist irre. Wie kümmerst du dich eigentlich um deinen Körper? Ich meine, hattest du schwere Krankheiten? Du hattest mal, glaube ich, eine Lungengeschichte? Ich hatte vor, ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her, wir waren in New York und ich kam nach Hause und dachte, oh, du kriegst eine Erkältung. Und ich bin dann immer so, dass ich sage, okay, kein Training, kürzer treten, wird schon weggehen. und dann nach ein paar Tagen kriege ich so schwer Luft und meine Frau hat mich dann gezwungen, ins Krankenhaus zu fahren und ihr habt gesagt, Blödsinn, und da wollte ich natürlich nicht, aber die ist ziemlich, wenn die was will, dann ist schwierig, sich dagegen zu sträuben, um ehrlich zu sein. Und dann war ich da und die sagten, ja, das ist wahrscheinlich ein Virus und so und nehmen Sie mal hier Antibiotika und gehen Sie wieder nach Hause. Das wurde aber jeden Tag schlimmer und einen Abend war es so wirklich so, dass ich nicht mehr, ich kriegte keine Luft mehr und dann ist wahrscheinlich so ein Überlebensding in deinem Kopf, wo du denkst, oh, scheiße, das fühlt sich jetzt aber nicht gut an und wir wieder in die Notaufnahme und dann wurde ich in die Röhre gesteckt, um nachzugucken und dann hatte ich auf beiden Seiten eine schwere Lungenentzündung. Die kamen sofort mit dem Rollstuhl, ich sag, was soll ich denn damit, um Gottes Willen, selbst wenn die in den Rollstuhl, und dann kam ich in so eine, in die Notaufnahme, waren ja keine Betten frei, dann bin ich halt die Nacht geblieben und mit Infusionen und Geschiss und Gedöns und dachte, morgen gehe ich wieder nach Hause und kam dann, zu meinem großen Glück auf eine Lungenstation, wo der Chefprofessor jemand war, der immer in meine Konzerte auch kam und meine Musik gerne mochte. Hat doch Vorteile erkannt. Und dann kam ich in so ein Zimmer rein und meine Frau gleich, ich bleib hier. Und er sagt, da gehen Sie beruhigt nach Hause, er ist in guten Händen hier, kommt überhaupt nicht in Frage, stellen Sie hier ein anderes Bett rein und ich bleib hier. Und die Hit ist bei mir geblieben. Die verrückte Ding, wirklich die ganze Zeit, ich lag da zwölf Tage und hat sich nicht wegbewegt und hatte dann auch die ganze Abteilung unter ihrem Joch. Das erste morgens war für mich, haben die eine Espresso-Maschine. Also Espresso ist für mich wichtig. Dann habe ich sie erst mal nach Hause geschickt, dass sie die Espresso-Maschine holt und habe der Station dann später auch eine geschenkt, weil ich finde, das sollten die schon haben. Und dann kam nach zwei Tagen der Professor rein und ich war immer noch vergnügt und er sagte, ich will Ihnen mal rein, ein Bein einschenken, Sie sind wirklich schwer krank. Und wir müssen rausfinden, weil die Antibiotika schlagen bei Ihnen nicht an. Ich kriegte drei verschiedene, den ganzen Tag immer Infusionen und Geschiss und Gedöns und habe das aber gar nicht ernst genommen. Und sagte, wir müssen rausfinden, was der Feind ist. Also wir müssen eine Lungenspiegelung machen. Lini ist, meine Frau ist sehr dramatisch, die fing schon an zu weinen und ich habe immer noch gedacht, der Joghurt... Naja, also die ist ja empathisch, dass Sie sich Sorgen gemacht haben. Ja, die ist sehr empathisch, ja. Aber ist Krebs, sehr gefühlsbetont. Und ich wurde dann, kriegte die Lungenspiegelung und dann hat er gesagt, ja, wir wissen, was das ist. Das ist ein Virus. Ich lasse dich aber trotzdem auf dem Antibiotikum, damit du hier dir keine Keime holst im Krankenhaus. Und dann habe ich da zwölf Tage mit Sauerstoff und allem Möglichen und Dingern in den Armen und ständiger Puls und die kamen immer dauernd Fieber messen und Blut abnehmen und zwölf Tage da gelegen und war wirklich so, wo ich auch später in der Pandemie dachte, wenn die Leute sagen, die Covid ist noch schlimmer als eine Lungenentzündung, dann willst du das nicht haben. Weil es war wirklich so, dass ich nicht mehr alleine ins Badezimmer gehen konnte. Ich habe jeden Tag unter der Dusche gesessen. Ich bin so ein Reinigkeitsfriger, auch ganz wurchtbar, ich muss duschen. Und dann langsam wurde das dann besser und wurde mir gesagt, ja, morgen können Sie vielleicht schon und dann morgen können Sie vielleicht, es zog sich aber hin und als ich dann endlich rauskommte und genesen war, dann wurden mir auch gesagt, aber ganz vorsichtig, den ersten Tag war ich schon in der Wohnung, laufen hin und her, laufen hin und her und dann jeden Tag ein bisschen mehr. Und nach drei Wochen war da von dem ganzen Zeug nichts mehr zu sehen. Und er hat damals gesagt, du kannst nur verdanken, dass du so davongekommen bist, weil du so fit bist. Und wenn Leute dir immer sagen, halt, bist du bescheuert, noch so zu trainieren? Du bist fit in den Ring gegangen, ansonsten wäre, würde ich sagen, in deinem Alter, wärst du wahrscheinlich, wäre es nicht so gut ausgegangen. Und als wir runtergingen im Krankenhaus und ich ganz wackelig, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, halt mich davon ab, zu laufen. Weil es waren schon Momente, in dem, wenn du in diesem Zimmer liegst und du guckst raus, wo du denkst, mein Gott, die sagen alle, das ist ernst hier, ist das das Letzte, was du siehst? Und was mir aufgefallen ist, und dann fängst du an, dir Gedanken zu machen. Und dann denkst du auf einmal, ich hatte überhaupt keine Angst, sondern ganz rational habe ich gedacht, oh scheiße, das hast du jetzt nicht erledigt und was wird jetzt mit deiner Frau und dieses und jenes. Gar keine Panik oder so. Aber wirklich keine Angst, oh Gott, das will ein Achille, sondern du wirst, ich war ganz ruhig dabei. Und dann wurde es besser und besser. Und Leni hat mir jeden Mittag, hat sie immer mir was geholt und mir gebracht zum Kochen und abends dann auch. Und dann haben wir da in diesem Zimmer verbracht, zwölf Tage. Und sie immer an meiner Seite. Und dann habe ich gedacht, der scheint doch was an dir zu lieben. Die macht dich anscheinend doch sehr gerne. Weil du gerade gesagt hast, dir gingen so die Dinge durch den Kopf, die du noch nicht geregelt hast. Ganz rational. Was ging dir da durch den Kopf? Naja, dass ich jetzt noch mal gucken muss, dass ich endlich mein Testament auch mal abschließen muss und dass ich das machen muss und dieses machen muss. Also überhaupt nicht. Und halt dieser Gedanke auch, ist das jetzt das Letzte, was ich schon bei meiner Mutter und auch bei meinem Vater, sind ja beide im Krankenhaus gestorben, immer gedacht habe. Die liegen da und sind sich eigentlich bewusst, dass es zu Ende ging. Bei meiner Mutter, da war das abzusehen. Und das ist jetzt das Letzte, was die sehen. Das fand ich erschreckend. Und das war ja von Null auf Null. Ich war immer kerngesund, immer fit, immer trainiert, immer auf Gesundheit geachtet. Schlafen muss ich sowieso viel. Und von einem Tag auf den anderen, haut dich das weg, wo du denkst, das ist doch nicht möglich. Und das hat, du brauchst wirklich nach so einer Lungenentzündung, brauchst du ein paar Monate, bis du wieder auf den Fitnessstand kommst, auf dem du warst. Das dauert. Und du musst dich wirklich quälen. Aber das ist im Endeffekt gute Erfahrungen. Das hat sie gut verstanden. Ich hatte sowieso schon mal ein Nahtoderlebnis. Wirklich wie im Film. Und ich habe das auch immer gehört, diese Geschichten, als wir diesen Unfall gebaut haben mit der Band. Da war ich ja 18. Und wir hatten ein Engagement, was damals für uns Traum war. Das war in Wuppertal. Und da konntest du vier Wochen lang immer am Wochenende spielen. Und das hatten wir. Und der, Rudi kam und hat da den ganzen Abend mit den Mädels gesoffen. Und der war eigentlich auch nur Rudi, weil der Vater hat einen VW-Bus. Und der holte uns dann ab, war besoffen, drehte dann ab, fuhr so eine Straße runter in Wuppertal und kriegte die Kurve nicht. Und der VW-Bus, ich kenne ja die VW-Busse damals, die waren ja auch leicht zu kippen. Und der kippte um, die Tür kam rein, die Tür in meinen Fuß rein, kam dann in ein Krankenhaus mit einem Notarzt, der hat alles falsch gemacht. Und ich habe gesagt, ich will nach Hause, ich bleibe nicht hier. Ich habe das irgendwie gerochen. und am nächsten Morgen war mein Fuß so dick. Und dann bin ich dann in Düsseldorf zum Arzt und dann wurde das richtig verarztet. Aber auch da, während dieses Unfalls, ist es wirklich so, als dieses Auto anfing zu schleudern, von da an ging alles in Zeitlupe. Und du bist vollkommen aus dieser Welt und mein ganzes Leben, wirklich jede Sekunde bis dahin, war ja nicht viel, ich war ja 18, jede Sekunde ist vor meinem Auge vorbei. Und ich hatte wirklich, hinterher habe ich immer gedacht, ist das eine Entscheidung, dass du sagst, nee, ich will leben oder nicht, oder beides. Das wäre eine interessante Geschichte für einen Film. Auf der einen Seite stirbst du und auf der anderen Seite lebst du weiter. Also du bist praktisch zwei Existenzen in dem Augenblick. Weird. Diese Lungenentzündung, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, und damit hattest du ja eine wirklich schwere Vorerkrankung, wenn man so will. Oder war das so komplett ausgeheilt und perfekt? Ist perfekt ausgeheilt, ja. Glück gehabt. Aber du hast sicherlich anders auf die Pandemie geblickt, als jetzt Leute, die nicht... Ich hatte auch zweimal Covid, aber beim ersten Mal ganz leicht, weil ich habe so eine Infusion gekriegt, wo du so eine Stunde eine Infusion gekriegst, auch was unser geliebter Präsident Trump bekommen hat. Und die habe ich, die erste Infektion mit dem Original Covid, habe ich gar nicht gemerkt, also kaum gemerkt. Und zweite, bei Omikron, das war dann auch immer kurz, bevor ich die nächste Impfung bekam, die war auch nicht schwer. Da hatte ich zwei Tage und Nächte schweren Husten. Aber ich hatte lange hinterher so Müdigkeitsanfälle, was ich auch von vielen, vielen gehört habe. Aber auch so eine Müdigkeit, die dich so überfällt, dass du sagst, du musst jetzt eine halbe Stunde schlafen. Also damit ist nicht zu spaßen. Aber du hast jetzt nicht besondere Sicherheitsmaßnahmen gemacht. Alles in Ordnung, auch danach, dann gleich wieder. Ich bin ja der Meinung, ich mache jedes Jahr, finde ich auch vernünftig, es gibt so viele Leute, die an irgendwelchen Scheiß sterben, wo du einfach nur sagen kannst, das ist ja selbst schuld. Also ich mache jedes Jahr alle Vorsorgeuntersuchungen, mache eine große Blutuntersuchung, weil du kannst so viel checken, nicht so die normale, weil du dann sagst, machen Sie wirklich alles, alles, was es irgendwie gibt und dann weißt du wenigstens schon mal oberflächlich, du bist gesund. Und es gibt so viele Leute, wenn jemand sagt, ja, der ist an Prostatakrebs gestorben, dann kann ich immer nur sagen, mein Gott, nochmal. Das ist ja wirklich selbst schuld. Das ist wirklich, wenn du da die Vorsorge machst, immer und immer. Und es gibt ja, der Großteil der Krebserkrankungen heute ist ja wirklich heilbar. Die sind sehr, sehr weit damit. Lungenkrebs wäre kompliziert. Ich habe drei Freunde, die an Lungenkrebs gestorben sind. Sehr verhältnismäßig jung. Starker Raucher alles. Und was habt ihr das schon jetzt zu Ende besprochen? Wie sieht eigentlich so ein Fitnessprogramm aus? Wie was? Wie sieht dein Fitnessprogramm aus? Also was machst du? Ich musste immer mein ganzes Leben Sport treiben, weil ich das einfach brauche. Um die Muskeln aufzubauen, oder? Ja, also erst mal für Muskulatur, aber auch um diese nervöse Energie, dieses ganze Adrenalin, was man so produziert, einfach abzubauen. Ich habe einen Trainer, der zweimal die Woche kommt, der so Kraft und Koordination macht. Und diese modernen Trainer sind ja so, dass die auch dann so ein neurologisches Training machen für beide Gehirnhälften und diese Geschichten. Weil so Koordination verlieren wir ja als erstes. Also Balance und diese Sachen. Und ich konnte früher einen Ball jonglieren bis zur Ewigkeit. Heute bin ich froh, wenn ich den noch treffe. Aber das lässt sich alles wieder hervorholen und trainieren. Und ansonsten dann halt ein bisschen Ausdauertraining auch laufen oder Fahrrad fahren oder gehen, irgendeinen Ausdauersport. Und ich hielt das immer für eine Verpflichtung, solange du auf der Bühne stehst, du brauchst schon so eine körperliche Präsenz auch. Und eine Ausstrahlung auf dem Publikum auch. Das brauchst du schon. Und das gehört einfach auch dann zum Programm dazu. Ich könnte auch ohne das nicht sein. Und Gott sei Dank, von meiner Mutter habe ich so die Disziplin mitbekommen. Man muss mich auch da nicht so antreiben. Ich trainiere gerne. Nicht immer, aber... Deine Mutter hatte Disziplin? Die war hochdiszipliniert. Mein Vater überhaupt nicht. Aber meine Mutter, oh Gott, oh Gott. Oft sie ist Familie. Und deine Schwester? Meine Schwester schlug mehr nach meinem Vater. Die hat sehr, sehr, sehr schnell und sehr viel gelebt und liegt jetzt leider mit einem... Die hatte einen Schlaganfall und ist bettlägerig und hat ihre Sprache verloren. Also sie kann... Versteht alles und ist vollkommen klar im Kopf. Aber sie hat... Sie kann nicht mehr sprechen an guten Tagen. Vielleicht mal einen Satz. Und ich bewundere diese Frau. Die hat erstens hat sie auch... Die war auch Alkoholikerin und ist seit, weiß ich, Jahrzehnten trocken. Da habe ich ihr immer gesagt, das ist eine größere Leistung als alles, was ich erreicht habe. Das ist unfassbar. Und wie die Frau jetzt, die nur noch im Bett liegt, immer noch Lebensfreude findet und weitermacht. Boah, das... Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Glaube nicht. Aber ich habe das auch bei meiner Mutter erlebt, die zehn Jahre gegen Krebs angekämpft hat, wo ich immer gedacht habe, das ist ja nicht mehr lebenswert. Warum macht die Frau das? Und die hat so am Leben festgehalten. Und Sterben ist für mich ja eine Entscheidung. Ich glaube, dass es eine Entscheidung ist, dass du irgendwann sagst, aufgibst, einfach sagst so. Gut. Du musst loslassen, glaube ich, um zu sterben. Aber die war richtig sauer, als sie gestorben war. Meine Schwester war bei ihr. Ich war ja in Hamburg beim Konzert. Und die wurde richtig, so in ihren letzten Sätzen, die wurde richtig bösartig. Die war richtig sauer. Sauer, weil sie... Dass sie sterben musste, ja. ...unzufrieden war, glaubst du? Und die hat nur für andere Menschen gelebt. Nur für das Bild, das andere Menschen von ihr hatten. Und wahrscheinlich so im Tod hat sie wahrscheinlich vieles erkannt, schätze ich mal. Wir hatten es ja schon mal, was ist eigentlich der Sinn eines gelungenen Lebens vor zehn Minuten oder so? Was ist der Sinn? Du hast gesagt, du hast dann ein Vermächtnis weitergegeben. Das ist der Sinn? Ist es das? Also, die Musik bleibt... Bleibt vielleicht auch nicht, aber ich würde mich freuen, wenn etwas zurückbleibt von mir. Weil, wie gesagt, Energie stirbt ja nicht. Deine Energie bleibt ja da. Und so versuche ich auch, Menschen zu trösten, die jemanden verloren haben. Im Grunde genommen ist der Körper weg, der ist weg. Aber die Energie, die der gesetzt hat in seinem Leben, bleibt ja da. Und ich vermisse, zum Beispiel, ich war sehr, sehr befreundet mit Astrid Kirchherr, die die Beatles-Fotografin war, die mit Stuart Sartgiffl zusammen war. Die hat sehr lange auch für mich gearbeitet und wir haben uns sehr, sehr befreundet. Die ist vor einem Jahr gestorben. Und das war ein Besen. Astrid mochte dich oder die mochte dich nicht. Hat die nicht den Beatles auch den Haarschnitt verpasst? Die hat, ja. Die Beatles kamen ja nach Hamburg als Teddyboys. Die waren so ganz Leder und Elvis-Frisuren und so. Und Klaus Vormann, der damals mit Astrid studierte, Kunst mit Reinhard Wolff, bei Reinhard Wolff. Klaus ging in einen Star-Club, wobei es eigentlich, die Kunststudenten gingen zu in Jazz-Clubs, weil das war intellektueller so. Und Klaus ging in einen Star-Club oder in Top Ten, eins von den beiden und kam nach Hause und sagte zu Astrid, ich habe die Zukunft gesehen. Das ist eine Band, das ist unglaublich, du musst kommen. Da gingen die da hin und freundeten sich mit denen an und haben mit denen dann hinterher noch an der Bar gesessen und so. Und Astrid und Klaus trugen diesen Existenzialisten-Look, den es damals gab. Also alles schwarz, schwarzer Rollkramenpullover. Und halt diese langen Haare, das kam von den Kunststudenten. Und das hat den Beatles gefallen. Und dann haben die gesagt, kannst du uns die Haare nicht auszuschneiden? Und das ist geschehen. Und die Beatles waren sehr, sehr treu. Also wenn Paul nach Hamburg kam, dann hat er immer Astrid angerufen, hat sie abgeholt. Wenn Astrid krank war, ist George Röhrer gekommen und hat für sie gekocht. Also das war schon toll. Ich habe auch mit Klaus noch Verbindung. Wir telefonieren auch oft miteinander. Und sie war sehr wichtig in deinem Leben. Die war wichtig in meinem Leben. Die mir auch sehr, sehr viel. Astrid mochte nicht darüber reden. Auch über sich nicht. Und ihre Fame und so, das war ja alles. Nee, geh mir weg damit. Aber sie hat natürlich über die langen Jahre und hat sie mir dann doch sehr, sehr viel erzählt über John und wie die Beatles damals waren. Und wie diese ganze Entwicklung. Sie sind ja hier unter uns. Wie waren die denn so? Naja, nicht so glatt gebügelt und einfach, wie wir sie uns vorgestellt haben. Es waren sehr, und was man jetzt das erste Mal auch sieht in dieser Beatles-Dokumentation, dieser langen, langen, dann hat man gesehen, wie ernsthaft die doch waren, auch in ihrer Musik. Und wie unprätentiös und mit wie viel Respekt sie andere behandelt haben und auch sich gegenseitig. Und wie die gegenseitig die berühmten Songs geschrieben haben. Und was sie für einen Spaß miteinander haben. und wie gut die auch wirklich waren. Wenn McCartney sich da ans Klavier setzt und singt einfach so, da ist es wirklich richtig toll, richtig gut. Und ich habe die Beatles ja auch noch gesehen, wo es kein Monitorsystem gab. Also zu der Zeit hörtest du dich nicht. Weil die Gitarren waren immer zu laut und du hast dich nicht gehört, was nämlich wichtig ist für die Kontrolle. Das muss man einmal nur... Und die sangen dreistimmig und zwar... Das muss man einmal für das Publikum erklären, weil wenn man das nicht selber erlebt hat, kann man sich das nicht vorstellen, dass du praktisch, du stehst auf der Bühne und du hörst dich selber nicht singen und spielen. Und es war aber in meiner Bände am Anfang, das war ja so vor Punk, Gitarre, Bass, Schlagzeug und ein Sänger. Da haben die Leute gesagt, als ich die ersten richtig auch stärkeren Gesangsboxen habe, der Gogo-Tänzer singt jetzt auch. Und das klang immer alles so. Ich habe noch mal Aufnahmen gehört. Ich so... Und dann hörte es nur... Und den Sänger vielleicht... Das war alles. Mehr war das nicht an Musikgenuss. Weil die Gitarren waren immer sehr laut, aber den Gesang kriegst du nie rüber. Alles immer aufgedreht war. Und wie die Jungs damals schon das im Griff hatten und wie gut die waren... Großer Respekt. Und nicht so glatt, weil sie als Persönlichkeit nicht so glatt waren? Oder nicht so... Das war eine ganz normale Jungs. Und wenn man so groß geworden ist und du hast in Clubs gearbeitet, und du hast so hart gearbeitet, entwickelt sich natürlich auch so eine Demut. Und du kriegst nicht so ein Spleen. Denn für dich ist das ja, du bist ja damit groß geworden. Und dann ist das gewachsen und du staunst und denkst, wow, toll. Weißt du, noch mal die erste Crew, die ich hatte, wo ich gedacht habe, Jesus Christus. Du bist eigentlich immer ständig noch so, dass du dich so wunderst und bewunderst. Das erzeugt Demut. Und es lohnt sich immer hart zu arbeiten, weil du daraus lernst. Und das hat auch immer ein Ergebnis. Also ich würde Leute einfach so denken, ja, der hat das Talent und das Glück, das gehört auch dazu. Also für mich ist immer so, der Talent ist irgendwie so und die Arbeit ist so und das glückt, wenn du dann erfolgreich wirst. Das ist so und hängt von so vielen Zufälligkeiten ab. Ganz platt gesagt, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Du schreibst Texte, die Menschen vielleicht fühlen, aber nicht artikulieren können. Und dann erkennen sie sich da wieder. Dadurch sozialisierst du sie. Und dann irgendwann entsteht so ein Hype und es wird größer und größer und es lässt sich gar nicht mehr aufhalten. Und du wirst wirklich platt gesagt über Nacht berühmt. Und dann wird damit klar. Kommt damit klar. Was war genau deine Nacht, als du gemerkt hast, dass du berühmt bist? Ich habe gemerkt, wir waren auf der ersten Tournee dann. Das war nach der zweiten Platte, Sekt oder Selters. Auch Pfefferminz hat ja nicht so viel verkauft am Anfang. Und dann gingen wir auf Tournee, die Plattenfirma machte so ein Research. Ja, was sind denn die Zuhörer? Und dann kam raus, ja, das sind so Mitte 30-jährige Brigitte-Leserinnen. Daraufhin wurden dann kleine Hallen gebucht und Theater auch. Und ich hatte aber dann ein Publikum, was dann regelmäßig die Theater zerlegte. Also waren nicht so viele Brigitte-Leserinnen? Nee, war raw Rock'n'Roll, sehr junge Leute. Und der Moment war, wir fuhren mit dem Bus an die Halle ran in Hagen, glaube ich, Westfalen. Und wir kamen an und du hörst es drinnen, die Leute meinen Namen skandieren. Also Marius. Ja. Und wir waren noch nicht mehr in der Halle. Und da habe ich gedacht, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Zwei Tage später war die Theo-Premiere, an der ich gar nicht teilgenommen hatte, weil ich auf Tournee war und auch gedacht habe, ja nun, ein anderer Film. Und dieses Kino damals war auch überfüllt, womit keiner gerechnet hatte. Null. Und es ist einfach so passiert. Das heißt, das passierte gleichzeitig. Ja. Und später haben mir immer Leute gesagt, ja, der ist ja so. Und dann die Musik, das war ja wegen Theo oder so. Aber das hatte damit nichts zu tun. Und ich habe 15 Jahre nach Theo sehr viel erfolgreichere Platten dann gemacht. Und es ist aber, wie es damals in der Popmusik so war, über die Straße passiert. Weil im Radio war ich verbannt. Da durfte die Texte nicht spielen. Die waren zu riské, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Aber ich war, glaube ich, der Erste, der Sexualität in deutsche Rockmusik gebracht hat. Was war für mich natürlich, aber für viele schockierend. Und die spielten es effektiv im Radio nicht. Dann war ich bei einer Premiere von Wally Bockmeyer, der hatte inszeniert Rocky Horror Picture Show. Wally ist ja auch schon tot. Und hörte Kinder auf der Straße singen, so Kinder, wie fährt man jetzt bin ich? Ich habe mir auch wieder gedacht, ach, guck mal, du hast, ich glaube, wir hatten 30.000 Platten verkauft, was für mich ein Riesenerfolg war. Und dann entstand auf einmal durch diese Tournee und diese Hysterie, die entstand, so ein Druck auf die Fernsehstation und die Radiostation. Und dann gab es wieder diesen Colli Spinnratz, der damals die Plattenküche machte und hat gedacht, scheißegal, ich lade den ein und ich lasse den Dicke spielen und ich lasse den mit 18 spielen. Und dann, das knallte dann richtig. Das war auch einfach, einfacherweise, es gab nicht 300 Stationen im Fernsehen. Es war ja auch damals so, als Schauspieler, du machtest einen Tatort, kannte dich ganz Deutschland. und ich sage mal Dicke. Ich sage mal Dicke. Ist es ein ewiges Missverständnis, das Lied, wie das wahrgenommen worden ist? Ist es ein ewiges? Missverständnis, wie das Lied wahrgenommen worden ist? Es ist ein Riesenmissverständnis. Es galt auch immer harter Gitarrenrock, fast underground Musiker und auf einmal wird etwas Erfolgreiches und du stehst in Stadien und auf einmal bist du Mainstream und dann sind alle, die dich alle ganz toll fanden, sagen, das stimmt aber irgendwas nicht und das ist ja nicht nur mir passiert, das ist ja Springsteen passiert und da ist der Punkt, wo du wirklich... Also Springsteen, wir müssen das Beispiel kurz erklären, der einen kritischen Song über Amerika geschrieben hat, Born in the USA, der dann im Wahlkampf... Der ja etwas ganz anderes meinte. Ja, genau. Das kann ja nämlich auch passieren. Das kann ja auch mit Feier passieren. Der dann von den Republikanern dann im Wahlkampf eingesetzt wurde. Aber er wurde auch kritisiert und am Anfang war er ja der neue Dillen und dann war Stadien und da kamen dann so die ersten kritischen Stimmen, weil er einfach Mainstream wurde und er ist bei sich geblieben, er hat sich den Scheiß gekehrt und hat weiter seine Songs geschrieben, so wie er das wollte. Das war sicherlich auch so ein Vorbild für mich, aber ich konnte irgendwann auch 1999 diesen Spagat nicht mehr bewältigen, diesen Spagat glaubhaft zu bleiben, aber auf der anderen Seite da vor 100.000 Leuten zu spielen. Und das wird auch immer schwer. Ich hatte mal ein Gespräch mit Brian Ferry, wo er gesagt hat, es fällt immer schwerer, Texte zu schreiben, weil wenn du jetzt schreibst über Arbeiter oder so, das nimmt dir ja kein Mensch mehr ab. Und da wird es schwieriger. Also wenn du dann in einer anderen sozialen Schicht kommst, dann wird es immer schwieriger zu schreiben. Und das ist ein Problem, genauso wie dann Leute sagen, ja, aber du hast doch früher das und das geschrieben. Ich sage, ja, aber da hatte ich auch ein Publikum, die waren 15. Ich maße mir nicht an, heute Songs zu schreiben, die sich mit ihren Problemen auseinandersetzen. Du sprichst ja aus einer anderen Perspektive. Ich verstehe vieles, was Sie heute machen, nicht und Sie verstehen vieles nicht, was ich mache. Wir können voneinander lernen und es passiert auch mal, dass sich Dinge da überkreuzen. Ich habe auch immer noch in Konzerten wahnsinnig junge Leute, wo ich denke, toll, aber ich mache es mir nicht an und will auch nicht so bleiben, weil ich finde, wenn du dann immer versuchst, so zu bleiben, wie du mal warst, als du 25 warst, dann bist du irgendwann zu deiner eigenen Karikatur und es wird auch peinlich dann. Was war eigentlich in den 80er Jahren los? Wir wollten ja eigentlich kurz deinen Lebenslauf erzählen, bevor wir endlich loslegen. Wir haben eine Phase nur gestriffen, das war als, ich glaube, das Neue Deutsche Welle war da auch und so. Wir kamen kurz, wir haben das nur so angetippt, Synthi Pop und ich habe mir Sachen von dir angeguckt. Also der Keyboarder macht so, was man halt so machte damals. Ja, wir hatten damals die Idee, Lothar Maid. Du hast so ein bisschen kraftwerkartige Frisur und beleuchtet. Kurze Haare. Das fand meine Frau gut, weiß ich nur genau. Ich schneide hier die Haare ab. Und Lothar kam und mit einer Drammaschine, so die frühen, und hat gesagt, du musst unbedingt einen Sample-Computer kaufen. Ich will dir was zeigen, wir könnten was probieren. Das hat mich gereizt. Und dann gab es diese erste Platte, die Sonne so rot und ich wollte damals immer mit Krawinkel zusammenarbeiten, mit Kralle von Trio. Von Trio ja toll. Ich werde nie vergessen, Klaus Vormann kam zu mir, spielte mir eine Demo vor und hat gesagt, würdest du das machen? Und da habe ich gesagt, das finde ich genial, das ist so wie Dadaismus. Was ist da, da, da? Ja, finde ich ganz toll. Auch in diesem wirklich total runtergefahrenen und fast dilettantischen. Aber ich fand Kralle immer so toll, weil Kralle hatte wirklich so ein Blues-Gefühl, was klasse war. Da musst du immer schnell sein, weil dann war irgendwann, war der dann so zu, dass du es dann nicht mehr aufnehmen konntest und wollte mit dem eine Platte machen. Ich habe gesagt, okay, lass uns ein Experiment machen. Wir machen Drummaschine, Bass und Kralle an der Gitarre. Und das liebe ich bis heute noch, die Sonne so rot. Und dann haben wir noch eine zweite Platte gemacht. Da hatte ich eine Band im Studio. Die mussten wir aber dann alle nacheinander rausschmeißen, weil die wirklich das nicht spielen konnten. Und dann haben wir auch da das mit Computern gemacht. Und ich glaube, dass wir da zum Teil auch wirklich weiter waren, als die Zeit war. Also diesen dummen sind die Pop und so haben wir nie gemacht. Ich habe zwar auch vollkommen, also ich glaube, das schlimmste Stück, was ich je geschrieben habe, war Lilli die Mücke. Das war in der Zeit. Warum das schlimmste Stück? Ach, furchtbar. Ich wollte ein Stück schreiben, weil ich Moskitos war mich das immer so wahnsinnig. Treibt mich zum Wahnsinn. Das ist jetzt vielleicht nicht das romantischste Thema. Und wenn dir nichts einfällt, schreibst du halt. Und ich hatte einen Plattenvertrag und die haben gesagt, du musst jetzt zehn Stücke schreiben. Und ich war am Anfang auch immer noch so faul, dass ich immer gedacht habe, so zehn Stücke fertig. Und irgendwas ist da schiefgegangen. Also schiefgegangen im Sinne von, wie hast du vorhin gesagt, man darf ja dem Publikum nicht hinterherrennen, aber es hat sich offensichtlich auch von dir entfernt. Nee, mir ist das ja klar, weißt du, es ist ja, ich habe ja wirklich eine, oder genieße immer noch eine Karriere, die so unglaublich lange dauert. Das ist ja nicht, ist ja nicht wirklich gewöhnlich. Heute sind die Karrieren ja ganz kurz. Und damals war es ja auch so, dass du dir so eine Loyalität von einem Publikum erarbeiten musstest. Das ging über Jahre mit Spielen und Machen und Tun und dann hattest du die irgendwann. Und das hat viele vom Kopf gestoßen auch, dass ich halt mit den Stadien aufgehört habe. Und dann, du redest ja immer noch von der neuen deutschen Ja, ich bin noch bei der Das ist ja noch viel, viel früher. Nee, nee, nee. Ich habe gemerkt, bei dieser Geschichte mit den Sintis, dass dann doch meine Liebe zum Rockroll und zum Blues dann doch größer war und auch gedacht, das kannst du am besten und das fühlst du am meisten und dann ging es dahin wieder zurück. Wie kam es eigentlich, dass du deinen Namen geändert hast? Also, dass du dir... Das war der Grafik geschuldet, weil ich immer gedacht habe, mein Gott, dieser lange Name und bei Plakaten für Konzerte oder so, da war immer Marius Müller, Westenhagen, ewiger Schlauch. Und ich habe das mit der Band immer so gesehen, auch als Band. Und dann haben wir gesagt, da machen wir jetzt, machen wir einfach Westenhagen. Weil das ist plakativer, das lässt sich grafisch leichter umsetzen. Das war der Grund. Das war, glaube ich, auch der Grund, wie der englische Verleger von T.C. Boyle ihn dazu überredet hat. Da heißt er eigentlich ausgeschrieben, Thomas Coruscant und so weiter. Weil er gesagt hat, dann können wir da Namen größer aufs Buchkammert drucken. Ja, 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 klar. Das war der einzige Grund. Da war keine Riesenidee dahinter und auch nicht wie P. Diddy, dass ein Jahr P. genannt werden will, so nächstes Jahr Diddy und dann weiß ich wer. Ich habe ja um meinen Namen noch gefeitet am Anfang, weil die Plattenfirma, die wollten natürlich einen einfacheren Namen haben. Ah, klar. Und er hat gesagt, tut mir leid, ich bin so geboren, so heißig und so bleibt das auch. Gab es da auch Vorschläge? Gab es da Vorschläge? Ja, es gibt ja sogar eine Platte bei Roland Klick auch bei Supermarkt gesagt, ja, das wird ein großer, internationaler Hit und wir müssen den Namen für Amerika. Und er nannte mich dann Marius West. Ja. Und ich war so froh, dass ich eine Platte machen konnte und durfte. Dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Okay. Und wer hat dann gesagt, war doch keine gute Idee? Was soll ich? Wer hat dann gesagt, na ja, vielleicht doch keine gute Idee mit dem kurzen Namen? Ich. Und dann war, als ich dann LPs gemacht habe, haben die gesagt, ja, aber der Name, der ist auch ein bisschen lang, können wir nicht irgendwie und haben gesagt, nein, das ist mein Name und das bleibt so. Aber die Verkürzung war der Grafik geschuldet? Fürs Publikum war ich ja zu der Zeit einfach Marius auch, weil das war einfach, war das auch der Name, den sie dann skandiert haben. Wo kommt der nochmal her eigentlich, der Marius? Ja, Marius kommt von meiner Mutter, wurde an die Front geschickt, um irgendwas zu tun, weiß ich, irgendeinen niederen Dienst und mein Vater spielte da am Fronttheater und die spielten Marius Efany von Marcel Pagnol und deshalb wurde ich Marius genannt, weil die sich da kennengelernt habe und mein Vater war so ein Vogel, die kannten sich ein bisschen und hatten sich ineinander verliebt und dann hat er sie an die Hand genommen, sehr machomäßig und die hat gesagt, wo gehen wir denn hin? Da hat er gesagt, wir gehen mal ein bisschen heiraten. Und dann hat er sie geheiratet. Dieser Vater scheint, oder ist ja offensichtlich, du sagst ja selber, sehr wichtig. Eine Sache, die ich nirgends gefunden habe, ist, was hat der Mann eigentlich im Krieg erlebt? Von mir erlebt, meine ich. Nee, was hat der jemals erzählt? Du sagst ja, er kam als Gebräufer. Die haben, das war ja auch komisch, mit der Generation, die wollten ja alles, die wollten nur nicht über den Krieg erzählen. Ja, deswegen frage ich. Meine Mutter später war da ein bisschen offener und hat mir Dinge erzählt und wie sie auch dann mehrmals am Tod knapp vorbei war. Und mein Vater hatte ein freches Maul, genau wie ich. Und er war ein großartiger Hitler-Imitator, aber halt mit satirischen Texten. Und den haben die dann immer geweckt, nachts, während des Krieges und haben gesagt, Hans, komm rüber, die Offiziere sind da drüben und die waren betrunken und dann musste er für sie diesen Hitler machen mit diesen wirklich satirischen Texten. Also der hätte immer erschossen werden können und den haben sie auch immer auf irgendwelche Himmelfahrtskommando geschickt, weil die gedacht haben, der hat eh keine Angst und so. Und der kam ja aus dem Krieg und die ganze Beine voller Granatsplitter und im Zug auf eine Mine und wahnsinniger Typ. Und der hat mir so ein paar Sachen auch immer eingebläut, eingebläut und eingebläut. Ich weiß nicht, was der in mir gesehen hat, aber der hat mir immer gesagt, Miles, wenn du mal viel Geld hast oder berühmt bist oder weiß ich, viel erreichst, bild dir nie ein, dass du besser bist als andere und stell dich nie über andere Menschen. Das war immer wieder peng, peng, war praktisch bei jedem Gespräch. Das hat er mir vermittelt. Und da gibt es ja dieses Telegram, was er mir geschickt hat, den ersten Film gemacht und da kam ein Telegram und da stand nur, Telegram war was, was gab es früher, vor SMS. Wie WhatsApp, nur teurer. Und dann kriegst du so ein Telegram und da stand nur drauf, Demut und Bescheidenheit, dein Vater. Mehr nicht. Da lag der schon im Krankenhaus. Demut und Bescheidenheit. Demut und Bescheidenheit stand da. Da habe ich damals gedacht, ja, okay. Aber es hat gewirkt. Es hat gewirkt. Aber was ist das für ein Vater, der so ein Telegram schickt? Der was? Ich verstehe, du musst wirklich lauter reden. Will sich mal einer hier hinsetzen, um zu hören, dass ich nicht schwerhörig bin, sondern einfach, es wirklich sehr schwer ist. Was ist das für ein Vater, der so ein Telegram schickt? Der lag im Krankenhaus. Und der ist auch im Krankenhaus gestorben, weil mein Vater hat 100 Zigaretten am Tag geraucht. Eine Marke, die es heute nicht mehr gibt, F58, habe ich nie vergessen. Und dem haben sie im Krankenhaus, da lag er wieder, weil er, nach dem Krieg wurde der WDR neu aufgebaut und es gab ein Mikrofon, was sie hatten. Und da waren diese ganzen tollen Schauspieler ums Mikrofon herum. und einer hatte Tuberkulose. Dann haben alle Tuberkulose gehabt, mein Vater war im Sanatorium und der litt da sein ganzes Leben danach auch drunter. Und er war da wieder im Krankenhaus, um beobachtet zu werden, untersucht zu werden. Und dann hat ihm eine Oberschwester von heute auf morgen die Zigaretten entzogen. Daraufhin hat er nach zwei Tagen nichts mehr gesehen, diese radikale Entwöhnung. Und nach ein paar Tagen später war er dann tot. Ich habe später auch von einem Arzt erfahren, den ich getroffen hatte, auf einem Kahn, wo sich damals in Düsseldorf so Musiker und Künstler trafen, weil ich war ja zu der Zeit, bin ich groß geworden, als Beuys an der Kunstakademie war. Und Düsseldorf war eine ganz tolle Kunstakademie. und wir haben immer gespielt mit unserer Band bei den Ausstellungseröffnungen. Es gab nicht viele Möglichkeiten auf Hochzeiten und so können wir nicht spielen, weil die immer nur gesagt haben, können Sie nicht ohne Verstärker spielen, das ist ja so laut und so schreckliches Zeug. Meine Mutter nannte das ja auch Negermusik. Und der starb und Jahre später traf ich diesen Arzt auf Koloskahn und der sagte mir, ja, dir haben Sie das wahrscheinlich nie gesagt, aber dein Vater ist obduziert worden. Und das haben die verschwiegen in dem Krankenhaus. Da ist er dann leider dann gegangen, aber der war wirklich im wahrsten Sinne ein freiheitsliebender und Mensch, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe und auch so lange gelebt hat. Bei all seinen Exzessen. Ist er dann einfach auch zu früh gestorben, um in der Lage gewesen zu sein, über die Zeiten im Krieg zu reden, glaubst du? Vielleicht. Aber ich höre das von allen Seiten, von Menschen, die in meinem Alter sind, dass die Generation, diese Nachkriegsgeneration damals ungern darüber geredet hat. Weil man hatte natürlich, und auch wenn du ein bisschen älter warst, wie gesagt, 14 war man zu der Zeit noch ein Kind, aber du hättest natürlich Fragen gehabt später. Weil es ist natürlich Blödsinn, dass es eine ganze Nation gab, die alle angaben, sie hätten nichts gewusst davon. Klar. Das ist natürlich Blödsinn. Wobei ich auch Verständnis habe, wenn du in einem Staat lebst, wo du einfach ständig um dein Leben fürchtest, wenn du was Falsches sagst, wer hat da die Größe aufzustehen und etwas zu tun. Schwer zu beurteilen. Hast du schon neue Songs geschrieben? Nee, die Musiker drängen immer. Sagt der, schreib, schreib. Ja? Ja. Schreiben die dir dann aber für mich ist so, ich muss immer erst so eine Sache total abschließen, bevor ich dann anfange, mich wieder hinzusetzen. Ich war gestern Abend allerdings, mein Toningenieur, der spielt mit einem Professor, der lehrt an der Uni Komposition und der macht, wie wir vorhin sprachen, so Avantgarde-Musik. Die machen praktisch wunderschöne Klangteppiche, auch atonale Sachen und der liest dazu die Lyrik, die er geschrieben hat. Das war hochinteressant, das hatte auch so Treibel-Effekte und das war ganz toll. Der hat so tolle Texte geschrieben, da war ich sofort, hatte sofort wieder Texte im Kopf. Das hat mich fürchterlich inspiriert. Und hast du dann auch schon was aufgeschrieben nachts, so Notizen gemacht? Ja, ich habe zwei, drei Zeilen habe ich aufgeschrieben und dann kann ich da auch weiter mitarbeiten. Es gibt sowieso, es gibt viele Sachen, die ich geschrieben habe, wo ich Texte zwischendurch geschrieben habe, aber keine Musik geschrieben hat und manchmal vergesse ich das auch und dann finde ich die wieder. und worauf arbeitest du? Also mit welchem Medium? Arbeite ich am liebsten. Meinst du? Schreibst du deine Texte auf Papier oder hackst du die in den Rechner? Ich habe, also ich habe, ich habe für lange, lange Zeit immer erst auf Papier geschrieben. Zeitweise auch heute, wenn kein Keyboard da ist. habe aber dann immer festgestellt, dass du, dass wenn du das dann abtippst, diese Texte, dass sie dann für dich abstrakter werden und du besser beurteilen kannst, ob das eine gute Zeile ist oder nicht. Und ich schreibe eigentlich heute ganz, ganz gerne. Ich mache mir zwar, machst du einen Raff, aber meine Schrift kannst du nicht lesen. Also ich selbst nach einem Tag schon nicht mehr. Da denke ich immer, was? Was denn damit gemeint? Und wenn ich das in den Computer tippe und sehe das so vor mir, dann kann ich es glaube ich besser beurteilen. Also aber Computer, nicht irgendwie iPhone oder? Ich hätte gerne noch eine Schreibmaschine. Ich habe meine erste Schreibmaschine noch. Die habe ich noch. Was war das? Ganz alte. Ganz alte. Olympus oder? Ich weiß gar nicht mehr. Triumphal. Und ich habe immer so geträumt von so einer IBM-Maschine mit dem Kugelkopf. Finde ich ein ganz tolles Objekt. Finde ich ein richtiges. Das gehört ins Museum of Modern Art. Tom Hanks ist auch so ein Schreibmaschinen-Sammler. Und ich habe ja, nachdem meine Mutter, nachdem mein Vater mich ja vom Gymnasium genommen hatte, weil ich Angst hatte, da hinzugehen, weil wir hatten so einen sadistischen Französischlehrer. Und ich habe gesagt zu ihm, du, ich habe Angst, da hinzugehen, weil da wird geschlagen und der Französischlehrer, der hat uns alle zu Idioten erklärt. Also der Klassenprimus hatte immer in der französischen Arbeit, hatte der eine 4. Das war der Beste. Der Rest waren alles Vollidioten. Das ist für so einen Jungen schwer zu ertragen, so runtergemacht zu werden. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe Angst und da sind auch schon Kinder von zu Hause weggelaufen und die Eltern haben gesagt, ja, da müssen die durch. Und mein Vater hat dann den Direktor angerufen, so war der, er hat gesagt, hören Sie mal zu, mein Sohn hat Angst, in die Schule zu kommen und bei ihm zu lernen. Das kann ja wohl nicht der Sinn sein. Der kommt nicht mehr. Dann starb mein Vater und ich war ja auch schon da auch schon ein bisschen in der Schauspielerei drin. Und dann hat meine Mutter gesagt, wie sie so war, aber du musst was Vernünftiges, was Handfestes lernen, bevor du jetzt weitermachen mit diesem Film und die fahrenden Leute. Das ist ja nicht sicher. Und dann wurde ich auf die Handelsschule gesteckt. Da waren lauter gescheiterte Söhne und Töchter. Das war ziemlich wild. Und lernte das dann. Alles Sachen, die ich nie wieder gebrauchen konnte. Buchführung, Stenografie. War aber gut im Schreibmaschinen schreiben, das konnte ich. Und das hat mir später geholfen, so mit dem Zehnfingersystem. Aber Betriebswirtschaftslehre und so, das ist alles, was so entfernt ist. Aber das machen viele, viele, viele Eltern, schicken ihre Kinder dann auf die falsche Schiene und die Kinder setzen sich da nicht durch und sagen, nein, das will ich aber gar nicht machen. Das würde ich nie machen. Für mich war auch immer wichtig, mein Kind, ob die nun Pizzabäcker ist oder Müllabfuhr oder Opernsängerin, für mich war immer wichtig, dass die glücklich werden, dass die einfach Menschen respektieren, ihre Mitmenschen und einfach glücklich sind und nicht irgendwo reingeraten, wo sie jeden Tag denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie bist du als Vater? Ich war mit meiner Tochter, als sie klein war, ein fürchterlicher Vater, weil ich einfach durch diese Riesenkarriere nicht präsent genug war. Meine Tochter ist aufgewachsen mit ihrer Mutter in London und kam dann als 17, 18-Jähriger nach Berlin, lebte hier in Berlin, lernte ihren Mann kennen, auch ein Musiker und ist jetzt nach Breiten gezogen und für den Kram, den sie macht, ist auch nicht, ist keine kommerzielle Musik, aber toll und sehr interessant. In England findet sie da offenere Ohren und hat viel mehr Jobs und auch Radio und hat auch schon in Filmen ihre Musik gehabt und so. Aber die ist da genauso radikal, die macht, was sie will und die macht das so, wie sie das will und die ist jetzt so auf so einer Geschichte mit, das fast in die klassische Richtung fasst, also sehr viel auch mit Streichergeschichten und Oboen und Geschiss und Gedöns, aber mir gefällt das unglaublich gut, was sie macht. Aber wie ist euer Verhältnis? Also die Frage war ja... Das ist toll. Das ist toll. Mimi ist sowieso, weil die ist, die ist wirklich so sehr wie ich, so ein Loner, die auch lieber, so weniger Menschen, aber dafür enger und auch erfüllender und die ist geboren worden und das habe ich schon gesehen, die kam raus und war so auf ihrem eigenen Planeten. Immer schon. Immer schon so weird und dann hat sie auch immer so Tagebücher geführt, wo ihre Mutter gesagt hat, das ist so schrecklich. Ich habe in Mimis Tagebuch gelesen und da sind immer Menschen, die sind immer alle immer fürchterlich krank und sterben und haben gesagt, ja, das ist nun die Fantasie von jungen Mädchen manchmal. Und die hatte auch so einen imaginären Freund, das hatte sie auch. Aber immer so ein bisschen morbid und lei, als sie anfing Musik zu machen, hat sie gesagt, Mimi, das ist gut und schön, aber du kannst nicht nur Lieder schreiben für Selbstmörder. Die hatte auch dann immer so ein Publikum am Anfang, so traurige, vom Leben enttäuschte Mädchen, weißt du, die immer gerade verlassen wurden oder so. Und dabei ist die so komisch, die ist ein richtiges komödiantisches Talent, die ist wirklich super witzig, so typisch englischer Humor und sehr witty und quick und so. Tolle Person. Aber ich war auch nie so der Vater, der jetzt ihr, ich war nie eifersüchtig auf ihre Freunde und da waren ein paar Weirdos dabei. Wo du gedacht hast, um Gottes Willen. Aber ich stelle mir auch jetzt vor, nicht ganz so leicht jetzt, also ich lerne mal meinen Vater Marius kennen. Nee, aber da hatte ich nie ein Problem mit, weil ich auch immer gedacht habe, wenn du jetzt sagst, oh, den finde ich aber doof oder so, dann machst du nur Feuer drunter. Ja, klar. Die soll ihr Leben genießen und als, sie ist ja mal im Playboy gewesen und da kam sie auch nach Cape Town und sagt, was meinst du, Daddy, soll ich das machen? Oder ich sage, ich kann dir nur sagen, was das für Konsequenzen haben könnte und dass es sein könnte, wenn du mal sehr erfolgreich wirst, dass dir das immer wieder um die Ohren fliegt. Und dann rief sie dann vom Flughafen an und sagt, Daddy, du weißt, ich respektiere das alles, aber ich möchte das machen, weil mein Freund macht die Fotos und sagt, ich werde dir keine Vorschriften machen, ich kann dir nur sagen, was ich denke, dass ich das nicht begrüße, aber das ist dein Leben und du musst lernen, Entscheidungen für dich zu treffen, mach es, wie du willst. Wenn du es machen willst, mach es. Wie sieht morgen dein Tag aus? Sonntag? Den Tag auch Sonntag? Nein, den Tag, dein Tag morgen, wie sieht der aus? Morgen sieht mein Tag aus, wir haben ja jetzt eine fußballose Zeit, weil ansonsten, ich sehe ja alles, ob das nun englische Liga ist oder deutsche Liga ist oder Analysen oder morgens der Stammtisch oder alles. Das war, da muss meine Frau, die nennt sich dann Fußballer Witwe, aber sie lässt das zu. Als wir uns noch gedatet haben, hat sie immer so getan, als interessiert sie sich vor Fußball. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das habe ich dann gemerkt nach der Hochzeit. Aber nach wie vor, wenn ich sage, sollen wir nach Dortmund fahren, da ist sie dabei. Mit ins Stadion? Da im Stadion vor 80.000 Wahnsinnigen. Das finden sie sehr aufregend. Das heißt, morgen gibt es keine Pläne für den Tag? Nein, morgen ist aber, morgen, Gott, das wird ja so privat hier. Ich kriege morgen die Haare geschnitten. Nein! Ja, doch, muss wieder sein. Aber es erinnert mich auch meine Frau dran, auch meine Maskenbilderin, die sagt dann auch, deine Haare müssen geschnitten werden. So, und dann bin ich gehorsam. Und ansonsten wird man sehen, morgen ist Sonntag. Hat man einen Tag frei als Künstler? Gibt es das wirklich? Nee, das gibt es nicht wirklich. Aber wir haben ja, ehrlich gesagt, wir haben kein frei und wir haben auch kein, jetzt darf ich das Wort nicht sagen, alles klar, für uns gibt es auch keinen Schluss und sagen, am Sonntag nicht arbeiten, am Samstag nicht arbeiten. Dafür haben wir aber Phasen, wo wir wirklich, wirklich nicht arbeiten müssen und zur Ruhe kommen müssen, können. Aber ansonsten ist das kein großer Unterschied. Nein. Also ich würde mich nicht beklagen. Ich habe keinen Grund, mich über mein Leben zu beklagen, weiß Gott nicht. Ich habe eher Grund, dankbar zu sein. Ich habe aber auch das Recht, das kritisch zu sehen. Montagmorgen, 8 Uhr. 8 Uhr? Ja, whatever. Einer der Gründe, warum ich keine Filme mehr gedreht habe, ist das frühe Aufstehen. Also, Montagmorgen, 11.30 Uhr. Ja. Der Wecker klingelt. Bei mir klingelt kein Wecker. Ich wache auf. Montag Mittag. Aber ich wache schon verhältnismäßig früh auf. Es ist nicht so, dass ich so, ich finde es angenehm, so um eins zu schlafen und um neun wach zu werden. Ja. Dann brauche ich aber morgens verhältnismäßig lange, bis ich die Presse so überflogen habe, mich informiert habe. Kimmick. Ich bin morgens, auch wenn ich aufwache, erst mal so ein bisschen noch nicht in dieser Welt ganz. Und dann brauche ich erst mal Frühstück und dann auch möglichst keine Musik und keiner so reden. Und dann nach dem ersten Espresso, dann tritt Leben in mich ein. Und dann geht's. Und gibt's dann so einen künstlerischen Tagesablauf? Also gibt es so eine Zeit, wo du... Wenn ich, wenn ich mich, wenn ich jetzt mich entschließe, eine Platte zu schreiben oder auch das Bedürfnis habe und denke, du musst dich jetzt hinsetzen und schreiben, dann gibt's das ja. Aber ansonsten ist der Tag auch immer gefüllt mit Telefonaten und Planung und weiß ich was. Aber ich nehme mir auch Zeit, mich dann hinzusetzen und zu lesen und das Leben auch ein bisschen zu genießen, weil ich habe ja meine Zeiten erlebt, wo ich wirklich am Tag 15, 16 Stunden gearbeitet habe und jeden Tag. Und auch zum Beispiel in meiner Zeit als Regieassistent oder Aufnahmeleiter oder so und so. Ich wollte einfach jeden Job im Filmbusiness kennenlernen und auch lernen, um die Bedürfnisse aller zu kennen, die in so einem Filmset arbeiten. Da war ich so, das wollte ich unbedingt wissen und da war es so, da musste ich der Erste im Büro sein. Ich habe angefangen bei einer Filmsetze als ZBV, das heißt zur besonderen Verfügung. Das hieß Schauspieler fahren, abholen, morgens als Erster im Büro aufschließen, Kaffee machen, Filmmaterial holen, Filmmaterial abends nach dem Dreh wegbringen. Ich war der Letzte im Hotel, konnte zeitweise, musste ich Schlaftabletten nehmen, weil ich musste um fünf, sechs Uhr wieder raus in einem Hotel, wo eine Dusche war, über einen Flur, morgens so zitternd am Morgenstisch saß und dann hinter dir der Chef, der sagte immer, gut geschlafen, und dann zuckst du immer so zusammen und das war eine harte Zeit, aber ich habe unglaublich viel gelernt, aber deshalb nehme ich mir auch heute das Recht und das ist ein wahnsinniges Privileg, mir die Zeit so einzuteilen, wie ich das gerne möchte. Wie war das? Du hast vor ungefähr 10, 15 Minuten mal in einem Halbsatz erwähnt, dass du ja jetzt Rentner bist. Das war im Scherz gemeint. Ja, aber man bekommt doch dann trotzdem irgendwann diesen Bescheid, oder? Na, es ist, muss ich wieder George Harrison zitieren, der hat ja auch gesagt, so, ich höre jetzt auf und dann hat er eine Platte gemacht und dann haben die Leute gesagt, aber sie haben doch gesagt, ich höre auf. Dann hat er gesagt, ich habe aber nicht gesagt, ich höre auf mit der Musik, ich habe nur gesagt, ich höre auf mit euch. Also das heißt, ich will in Ruhe gelassen werden. Das geht nicht, ich weiß das, aber für mich der Idealzustand wäre, wirklich eine Platte zu machen, diese ganze Promotion nicht machen zu müssen, und nicht in der Öffentlichkeit auftreten zu müssen, außer zu spielen. Das wäre dann, und das geht halt nicht. Darüber muss man sich im Klaren sein, weil das lässt sich einfach auch nicht finanzieren. Wie viele Leute hängen denn eigentlich an dem, was du machst beruflich? Wie viele was? Wie viele Mitarbeiter, oder wie viele Leute? Das sind nicht viele. Ich habe versucht, meinen Apparat immer klein zu halten, weil ich habe festgestellt, je mehr Leute du hast, das war auch immer dann schwer, bei dieses gigantische Stadienunternehmen, du musst ja diesen ganzen Apparat erst mal konstruieren, zusammenbringen und bewegen. Da hatte ich mitunter auf der Tour 150 Leute mit, fest mit, mit eigener Küche, und du bist da vollkommen autark, du wirst zu so einer Gang. Aber es geschehen dann mehr und mehr Dinge, die du halt nicht mehr überblicken kannst und es werden Dinge in deinem Namen gesagt und getan, die du nicht sagen würdest und auch nicht tun würdest. Ich gebe mal ein Beispiel. Weil Leute um dich rum werden komischerweise alle zu Stars. Ob das die Sekretärin ist oder sonst was, die denken, sie sind das dann. Ist ganz, ganz eigenartig. Also die wurden dann alle zu so kleinen Westernhagen? Ja, nein, sowas machen wir nicht. Und nein, auf keinen Fall. Und mein Manager damals war da auch ganz, ganz vorne weg, das weiß er inzwischen auch. Der war sich dann auch zu fein, um Dinge zu tun, weil er war ja, und sowas verstehe ich, so bin ich nicht groß geworden. Ich bin auf Touren nicht so groß geworden. Also auf Touren ist es auch so, dass jeder alles macht. Da kann ich dir sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Sowas hasse ich. Das geht nicht auf Natur. Und das geht auch am Filmset nicht. Wenn einer sagt, hol dir mal schnell den Stuhl für die alte Frau, dann holst du den Stuhl. Dann sagst du nicht, aber hören Sie mal, ich bin doch der Hauptdarsteller. Das ist ein bisschen so ein amerikanisches System, was ich nicht verstehe, so ein Starsystem. Da hatte ich nie Probleme. Und da musst du halt die Leute auch immer am Boden halten. Ja, weil 150 Leute ist ja wahnsinnig viel, die sich ja auch teilweise gar nicht so lange kennen. Leute, die Lampen hängen, Lichtrigger, dazu kommt ja dann auch örtliches Personal. Die Leute, die Aufbauhelfer, das ist ja auch nochmal eine Riesenarmee. Und ich weiß noch von der Steuerprüfung, die man von mir verlangte, gelegte mir 150 Namen hin und sagte, jetzt schreiben Sie mal bitte überall daneben, was Sie für eine Funktion haben. Da habe ich gesagt, haben Sie sie nicht alle? Oder was? Ich kenne natürlich nicht jeden, der irgendwie oben rechts eine Lampe hängt. Den kriege ich nie zu Gesicht. Moment mal. Und das ist schwer, weil es es zerfließt so und die Wege, Entscheidungen zu treffen, auch kreative Entscheidungen, werden immer mehr abgeblockt und immer weiter weg. Du wirst auch feststellen, selbst so Bands, die sich so mit so Riesenentourages umgeben, wenn du dann wirklich an die rankommst, sind die wahnsinnig nett und wahnsinnig bescheiden und lieb und es gibt nur die Leute drumherum, die dann so ein Theater machen und sagen, oh, das geht ja gar nicht und ach, herrje und es ist wirklich so. Also jedenfalls die richtig Großen, die ich kennenlernen durfte, die waren alle sehr, sehr zugänglich, weil die, die zum Arschloch verkommen sind, an die kommst du gar nicht ran. Ist denn diese Zeit, in der du eben diese Riesenentourage hattest, 150 Leute und plötzlich reden, viele Leute, ohne dass du davon weißt, in deinem Namen? Ja sicher, jeder tut sich wichtig. Glaubst du, dass das sozusagen dir selber auch geschadet hat in der Zeit? Na sicher schadet dir das. Wo Leute sagen, ja, wieso haben sie denn das so und so und wer hat das? Und dann habe ich immer gesagt, davon weiß ich überhaupt nichts. Geschehen ja viele Dinge, die du dann nicht mehr mitbekommst. Und es ist gleich, wie wenn du Mitarbeiter hast, du brauchst ja auch nicht viele. Also ich habe das so gelernt, ich war Produktionsassistent und musste Produktion auf die Beine stellen. Da hatte ich ein Telefon, das war alles. Und damit kannst du auch alles regeln, wenn jemand fähig ist. Ist heute alles wahnsinnig langwehrig, weil du sagst, jemand ruft den mal an und fragt den. Dann fragst du, hast du da angerufen? Ich habe eine Mail geschickt, ich habe aber noch keine Antwort bekommen. Da ruft verdammt nochmal an und fragt den, ob wir da drehen können, verdammt nochmal. eine Aufgabe von zwei Minuten. Und damals hattest du halt so eine lange Telefonliste, deine Connections, die du überall hast, und du hast alles per Telefon organisiert. Und das ging auch. Und schneller. Brauchtest du nur ein bisschen mehr Mut, weil du manchmal so Dinge fragen musst, wo du... Keine Ahnung, wo du denkst, das hauen die Leute dir um die Ohren. Sag mal, wir waren vorhin schon mal da, du sagst ja, du hast keine Werbung gemacht, aber du hast natürlich schon geworben für die gute Sache. Ja, das habe ich ein paar Mal gemacht. Bitte? Das habe ich ein paar Mal gemacht. Ja, ja. Und es gab ja, wenn ich mich recht entsinne, auch eine Kampagne für die, in der Schröder-Zeit, wo du sozusagen Hartz IV, ich vereinfache das jetzt mal. Nee, nicht für Hartz IV, sondern da ging es um die, um Kohle. Und da war ich damals noch in dem Irrglauben, dass da so viele, wahnsinnig viele Arbeitsplätze und da hatte mich reingeredet, eigentlich Klement damals, der ja in Nordrhein-Westfalen saß. Und da habe ich mich darauf eingelassen und da gab es auch eine Summe für, die dann gestiftet wurde. Und das war ein Fehler, ganz einwandfrei, ganz klar. Ich meine, es hätte auch irgendwas mit Sozialreformen mal gegeben. Nee, was wir gemacht haben damals, der Schröder sagte, hör mal, du kennst doch den Gottschalk gut und den Becker. Und dann, ihr drei seid ja nun im Augenblick die erfolgreichsten Leute hier und wir würden gerne dieses Doppelte Staatsbürgerschaft, das haben wir beworben. Da wurde ein Foto gemacht von uns dreien. Da wurde ein Porträtfoto, ne? Ja. Aber ich finde es ja auch richtig, ein Doppelte Staatsbürgerschaft. Nee, das ungenommen. Ich dachte, da wären noch mehr gewesen, irgendwelche... Für Hartz IV, nein, obwohl ich es nach wie vor immer gedacht habe, der Schröder hat ein paar Sachen gemacht, die wirklich nicht populistisch waren und das habe ich sehr geschätzt an ihm und nicht, weil er gedacht hat, oh, dann werde ich ja nicht mehr gewählt. Und er hat ein paar Sachen durchgezogen, die eigentlich geklemmt haben, seit Adenauer. Es gibt ja Sachen Adenauer auch im Rentensystem, wo die damals schon sehr, sehr genau wussten, irgendwann können wir das nicht mehr finanzieren. Und jeder, der dann zur Wahl stand, hat immer gesagt, die Renten sind fest und überhaupt kein Problem und Wohlstand für alle und da wurde ziemlich viel gelogen. Und der hatte halt, heute sagt man platt auf der Straße, der hatte die Eier, sowas durchzuziehen und durchzuboxen auch. Und das konnte der. Das war schon ein Menschenfänger, gar keine Frage. Der konnte sehr überzeugend sein. Aber das ist das, woran die Partei heute mit am meisten leidet, wenn man so mit ihr spricht. Also das ist das, was sie jetzt auch komplett zurückholen will, verändern will. Wichtiger Punkt im neuen Programm. Ja, aber wollen die überhaupt noch was verändern? Also für mich, und auch da, wenn du heute sagst, ja klar, Hartz IV damals, tolle Sache und heute, du musst natürlich immer, immer Dinge, Politik bewegt sich ja auch immer. Und es müssen Dinge immer wieder neu reformiert werden. Die Amerikaner leiden ja zum Beispiel auch an diesen, diesen vollkommen wahnsinnigen Glauben an die Verfassung. Alleine mit den Waffen, das steht in der Verfassung. Aber als die Verfassung geschrieben wurde, gab es eigentlich so Leute, viele, die so einsam lebten und wo es Räuber gab und Vergewaltiger und wo er einmal eine Waffe haben musste, um sich zu verteidigen. Jetzt konnte der aber nicht eine Waffe nehmen und 30 Leute niedermähen, sondern der konnte einen erschießen und dann musste der nachladen. Und da wurde er längst überwältigt. Also das ist einfach überholt. Daran krankt ja auch zum Beispiel der Islam, dass das die einzige Weltreligion ist, die nie reformiert wurde und in so vielerlei Richtungen interpretiert wird. Aber auch die katholische Kirche. Und deshalb, ich misstraue Religionen, weil das auch reine Machtapparate sind. Buddhismus erschließt sich für mich am meisten. Dieser Gedanke, dass du alles selbst auslöst und da denke ich auch, klar, Aktion, Reaktion. Was du rausgibst, kriegst du auch irgendwann wieder. Das liegt an dir, wie es dir geschieht und wie man dich behandelt und wie dein Leben verleuchtet. Das ist deine Entscheidung. Das gefällt mir eigentlich mit am besten. Auch diese karmische, die Idee von Karma, dass du dein Konto auffüllst und da überlegt man sich. Und ich glaube nach wie vor, man kann auch sehr erfolgreich sein und eine große Karriere machen, ohne über Leichen zu gehen. Und das glaube ich. Du hast mal gesagt, so sinngemäß, also mit dieser Vorstellung vom Gott als diesem alten Mann mit dem Rauschenbaden. Ja, ist ja Blödsinn. Kein ins Anfang, aber eigentlich so mit dem Thema Glauben an sich eigentlich schon. Ich habe ein Glauben, weil ich glaube, dass das gesamte Universum, dass es da schon eine Connection gibt, also einen Zusammenhang gibt und dass alles, was wir tun, auch immer Einfluss hat auf alles. Das glaube ich tatsächlich. Und ich glaube auch, dass es Dinge gibt, die du, ich kenne immer nur Menschen, die so gescheitert sind, weil sie ihr Leben von vornherein so durchgeplant haben und dann geschieht irgendetwas, mit dem sie nie gerechnet haben, was sie auch nie erwartet haben und damit kommen sie dann nicht klar. Das geht ja schon so mit der Liebe. Du gehst in Liebe ein, du denkst, das ist es, das wird eine Ewigkeit halten und wirst dann leider desillusioniert irgendwann und musst dir klar werden, für diesen Lebensabschnitt war das richtig und ab jetzt brauchst du einen anderen Partner, der für diesen Lebensabschnitt wichtig ist. Ist dir das umgekehrt auch schon mal passiert? Ja klar, meine erste Ehe, ich bin in die Ehe eingegangen, weil ich dachte, das ist für immer, klar. Und dann entwickelst du dich, dein Partner entwickelt sich dahin und dann ist es irgendwann, läuft die Entwicklung auseinander und ist nicht mehr, du kannst es nicht mehr mitteilbar für den anderen und viele Menschen bleiben halt dann einfach nur zusammen, weil es funktioniert, weil es ein Arrangement ist. Ja. Das heißt, man bräuchte eigentlich eine Ehe auf Zeit. Du, manche funktionieren, ich kenne auch jemanden, aber es ist ja heute, es gibt ja wirklich heute unheimlich viele Leute, die einfach nach 30 Jahren sagen, so, das Ende ist erreicht. Da gehört natürlich schon eine Menge Mut zu, eine große Veränderung. Und die anderen sagen auch, ist eigentlich egal, ist ja immer dasselbe, dann bleiben wir auch zusammen. Und es ist ja kein Stigma mehr, auch nicht für Kinder, man hat früher auch gesagt, Kinder sind durch Scheidung so geschädigt. Kinder sind geschädigt, wenn ihre Eltern unglücklich sind. Und wenn die in einer unglücklichen Beziehung leben, werden Kinder von meiner Beobachtung viel mehr geschädigt, als wenn Menschen sich trennen, sich gegenseitig respektieren und dem Kind sagen, wir haben dich lieb und dein Vater und deine Mutter, die haben sich auch noch lieb, aber die wollen einfach jetzt nicht mehr zusammenleben. Das können Kinder akzeptieren. Kinder können, ich bin auch der Meinung, dass man Kindern die Wahrheit sagen muss und nicht immer sagen, das Kind versteht das noch nicht. Die verstehen so wahnsinnig viel heute. Ich habe eine Nichte, die ist acht Jahre alt, die ist so intelligent und die versteht so viel und sagt manchmal Sachen, wo du denkst, wow. Und die für blöd zu verkaufen, weil das frustriert die unglaublich, weil sie so viel erahnen und dann die Erwachsenen erzählen es ihnen nicht. Und der habe ich auch gesagt, ich sage, du kannst, also pass mal auf, du kriegst von mir ja nicht, du wirst nicht geschenkt von mir oder sonst was und die liebt mich abgöttisch. Ich sage, wenn du irgendwas isst, du kannst immer zu mir kommen, weil du kriegst von mir immer die Wahrheit gesagt, das tut vielleicht manchmal weh oder so, aber ich sage dir immer, was Sache ist. Kannst dich darauf verlassen. Und für die bin ich wie so ein Fels. Und Lindy hat gesagt, naja, du kriegst ja von uns immer Geschenke und so, aber du liebst Marius, wie kommt denn das? Dann hat die gesagt, wer mir die Wahrheit sagt. Mit acht Jahren. Oder das war sogar zwei Jahre her. Was ist denn deine eigene früheste Kindheitserinnerung? Also ich, ich habe das als Kind so empfunden, dass ich immer außen vor gelassen wurde, obwohl du genau wusstest, was lief. Und ich hätte gerne immer, ich erfahre lieber immer die Wahrheit. Aber wirklich die Wahrheit. Ich lese zum Beispiel über mich, was über mich geschrieben wird, nicht. weil ich bin noch nicht so weit, dass mich das dann nicht in irgendeiner Art und Weise irritieren würde. Das gilt aber für das Positive wie für das Negative. Weil beides ist meistens überproportional. Und als Mensch, der mit Gefühlen und der auch verletzlich ist, liest du manchmal Dinge. Ich habe mit Kehl darüber mal gesprochen und der hat auch immer gesagt, ich bin, ich fühle mich immer falsch dargestellt und deshalb lese ich nichts. Ich fand immer toll, was Richard Burton gesagt hat, die Zeitungen, in denen ich stehe, lese ich nicht. Darf ich da kurz einhaken, weil ich mir das noch empfiehlt hatte. Wir waren da vorhin kurz abgeschwiffen. Das ist ja verrückt. Ich wollte fragen, als wir über den Tagesablauf gesprochen haben, Medienkonsum, weil wir jetzt schon fünfmal, glaube ich, bei dem Thema waren, was für Medien konsumierst du denn, in denen du nicht stehst? Was sind, was sind, was guckst du dir da an? Ich gucke ja grundsätzlich, weil meine Frau ja keine deutschen Filme angucken muss. Nee, also so, ich meine jetzt so Nachrichtenmedien, Tageszeitungen, Wochenzeitungen. Ich lese, wenn ich sie zugreifen kriege und die Zeit, aber auch die Zeit. Ich finde die FAZ eine sehr gute Zeitung. Die schon sehr böse Sachen über dich geschrieben hat. Hm? Die hat schon sehr böse Sachen über dich geschrieben. Oh ja, ja, weiß ich. Und das ist so komisch, dass da Menschen auch, ich nenne gar keine Namen, aber es gibt Journalisten, die wahnsinnig mich runtergemacht haben, über mich geschrieben haben und die dann Jahre später kamen und sagen, das bin dann immer so gemein, ich sage denen, ja, entschuldigen Sie, ich habe ja damals diesen Artikel über sie geschrieben und ich sage dann immer, habe ich gar nicht gelesen. Aber du weißt natürlich, wovon sie reden. Das Schlimme ist ja, selbst wenn du sowas nicht liest, hast du ja immer Freunde, die anrufen. Und rufen doch Leute an und sagen, hast du nicht. Das war ja eine Unverschämtheit. Das ist ja gemein, was da geschrieben worden ist. Aber immer nur bei schlechten Sachen. Wie erklärst du dir das? Also das ist ja eine interessante Psychologie, dass Leute jetzt nicht sich melden, wenn eine Hymne über einen erschienen ist, sondern immer. Na, manche machen es. Manche machen es auch, ja. Dann liest du das aber und denkst, oh, das ist ja toll, die haben was Tolles über mich geschrieben und dann denkst du, ganz schön kritisch. Du kannst, du hast nicht, du kannst es nicht beurteilen. als Mensch, weil du einfach verletzlich bist. Aber es war schon eine Zeit lang, als ich mich auch so rausgezogen habe und mit keinem gesprochen habe und so, da war es teilweise schon sehr bösartig. Medienkonsum, um nochmal darauf zurückzukommen, also was? Ich lese schon meine Tageszeitung und ich lese aber auch die Online-Geschichten auch im Spektrum auch. Also ich finde es auch wichtig und auch sehr amüsant und lustig, auch die Bild-Zeitungsschlagzeilen und so zu lesen. Auf was liest du das? Mit dem iPhone oder mit dem Android-Phone? Mit dem iPhone, ja. Nicht auf dem Computer oder so? Und ich lese halt dann auch im Flugzeug oder so greife ich mir immer eine Zeitung und ich würde auch gerne wieder eine Tageszeitung auch abonnieren. Man ist nur so faul geworden und ich habe früher immer Sonntagszeitungen gelesen und zwar von vorne bis hinten durch. Und ich finde die FAZ eigentlich eine gute Tageszeitung. Auch Süddeutsche lese ich. Und es gibt, wenn du in der Schweiz bist, Zürcher finde ich zum Beispiel auch eine Zeitung, die lesenswert ist. Einmal so quer. Und dann, wenn ich den Spiegel zugreifen kriege, auch den Spiegel. Wenn du jetzt abends zu Hause bist, wie ist denn dann dein Medienkonsum? Also schaust du Tagesschau oder Tagesthemen? Ja, ich gucke Nachrichten, also meistens auch amerikanische Nachrichten. Und ich gucke abends immer noch, vielleicht auch wie du, ich gucke immer noch die Sportnachrichten. Gerade jetzt in der Transferperiode. Was ich nicht hintenrum schon rausgekriegt habe. Hast du Nachrichten, Neuigkeiten für uns, die du erzählen könntest? Nee, kann ich nicht, weil die wissen genau... Du wüsstest welche, aber du darfst sie nicht sagen. Nee, wenn ich anrufe, im Augenblick in der Transferperiode, dann weiß ich, dass die schwer zu erreichen sind, weil die genau wissen, was ich wissen will. Und das nicht verraten wollen. Also da ist auch bei Borussia, da sind die schon diskret. Manchmal weiß ich sowas, wenn es ein bisschen früher... Ja. Und wann gehst du normalerweise ins Bett um eins, hast du gesagt? Ja. Schläfst du gut ein? Ja. Also du legst dich ins Bett und... Ja. In meinem Alter bist du dann schon so müde und liest du vielleicht noch ein bisschen. Aber auch nicht. Ich konnte früher ganze Nächte durchlesen. Das geht nicht mehr. Also ich muss wirklich Zeit haben und Ruhe, um mich dann auf ein Buch konzentrieren und nicht irgendwie kurz vorm Schlafen gehen, weil da schaffe ich vielleicht noch ein Kapitel. Und ich lese verhältnismäßig schnell. Was liest du gerade? Im Augenblick bin ich im neuen Buch von Jonathan Franzen. Oh. Hast du schon gelesen? Nein. Ich bin... Es liegt da... Großer... Hier, die rufen schon Schluss. Ich war ein großer Fan von Philip Roth und der Franzen ist für mich so der Nachfolger. Ja, wirklich? Ja, aber Roth schreibt ja nichts mehr. Ja, er kann nicht mehr schreiben. Kann er jetzt schreiben. Der ist jetzt tot. Und die letzten von ihm, wo er sich so sehr viel mit Tod und weiß nicht auseinandergesetzt hat, die waren auch heavy. Die waren schon schwer... Ja, stimmt. ...schwer zu ertragen. Da bist du dann hinterher vollkommen deprimiert. Aber amerikanische Romane habe ich schon eine gewisse Liebe für. Wirklich Franzen, ja? Wirklich Franzen? So. Ja. Wie lange liest du dann an einem Franzen? Was tust du? Wie lange liest du dann an so einem Franzen? Wie gesagt, ich lese schnell. Leni liest ganz langsam, aber ich glaube, viel intensiver als ich, weil sie auch, da sie Drehbücher schreibt, sich auch immer Dinge anstreicht und dann das dann noch mal liest und noch. Aber ich kann mich schon durch so ein Buch verhältnismäßig schnell fressen. Wie viele unveröffentlichte Buchmanuskripte liegen in deinem Schreibtisch? Bücher, die ich geschrieben habe? Nein, gar nichts. Traue ich mir nicht zu im Augenblick. Ich bewundere wahnsinnig Leute, die so dicke Bücher schreiben können und die Geduld haben. Das ist ja eine jahrelange Arbeit. Und ich finde das wirklich faszinierend, weil es ja nicht nur darum geht, einfach eine Geschichte aufzuschreiben, weil du musst ja ganze Leben konstruieren. Du musst ja ganze Backgrounds konstruieren. Das bewundere ich sehr. Und vielleicht irgendwann, wenn ich sage, ich habe keine Lust mehr, Musik zu machen oder sonst was, vielleicht würde ich mich da sogar mal ranwagen. Aber ich habe nicht so einen großen Kopf, dass ich jetzt denke, oh, jetzt schreibst du irgendwie den tollen Roman. Da setze ich eher auf meine Frau, die, was das angeht, wirklich sehr talentiert ist. Die hat auch ein großartiges Drehbuch geschrieben. Ihr erstes Kurzfilm-Drehbuch und es wurde dann gleich in Amerika prämiert. Da hat sie im Chinese Theater einen Preis entgegengenommen. Und ich wusste nichts davon. Die sagte, ja, ich muss nach L.A. nächste Woche. Ich sage, ja, wieso? Ja, ich habe für das Drehbuch. Weil sie war immer jemand, der dann ganz unsicher war mit sich selbst und was sie machte und wollte eben, müsste immer jemanden, der sagt doch mal und helft mir mal. Ich sage, so, jetzt musst du selbst lernen, dass du gut bist. Das nächste Drehbuch, was du schreibst, schreibst du alleine. Und frag nicht mich, weil ich übernehme immer alles. Deshalb kann mich auch keiner ins Studio einladen, weil ich sitze dann am Mischboot. Das geht ganz schnell. Meine Torte haben gesagt, komm doch mal vorbei. Ich sage, Mimi, das möchtest du nicht. Und dann sage ich so, der Gitarist ist scheiße raus. Du auch? Nicht gut? Geh mal zur Seite hier. Ich kann das nicht anders. Ich muss immer, ob das nur im Fußballverein, Mannschaftskapitän war, ob das war, ich muss immer die Führung übernehmen. Und mag das auch gerne. Ich mag gerne eine Gruppe motivieren und so eine Atmosphäre schaffen, wo ich mit anderen arbeiten kann und denke, da ist noch mehr rauszuholen. Das finde ich toll. Das fasziniert mich. Deine letzte Art von Memoiren sind ja, glaube ich, vor ungefähr 30 Jahren entschieden. Das ist ja schon sehr lange her. Hast du nicht Lust? Philipp quält mich immer damit. Ja, selbstverständlich. Das würde ich an seiner Stelle auch tun. Und ich halte ja mein Leben für eigentlich für nicht so wahnsinnig interessant. Ich habe auch neulich gedacht. Ach na ja, also man kann schon so ein paar Stunden man kann schon ein Stündchen drüber leben. Du verdrängst das. Ich habe neulich gedacht, was hast du eigentlich in deinem Leben gemacht? Ich habe eigentlich immer nur gearbeitet und dann habe ich mich von der Arbeit erholt und dann habe ich gearbeitet und dann habe ich mich von der Arbeit erholt. Es ist eigentlich so. Nicht viel passiert eigentlich. Ja, das ist so mein Leben. Und wenn ich so ein Buch machen würde, habe ich auch Philipp gesagt, am liebsten würde ich über all die unfassbar tollen Menschen und auch sehr berühmten Menschen lieber reden als über mich, weil ich das nicht so für so sensationell halte, dass das nun das Buch, das Buch, was ich gemacht habe mit Steidl damals, so ein Fotobuch, da kam der Steidl und kam zu mir und sagte, ja, ich würde gerne ein Buch mit Ihnen machen. Ich sage, ja, aber nicht so ein Scheiß, nicht so ein Fanbuch und habe ich kein Interesse. Ich habe gesagt, ich fände das gut, wenn, das war ja auch schon, die Karriere war ja da auch schon über 30 Jahre, ich fände das gut, wenn man aus dem Buch irgendwelche Erkenntnisse ziehen kann, wenn das so eine Zeit dokumentiert, weil so eine Karriere ist lang. Und das ist auch das Witzige, weil das ist wie so ein Bilderbuch geworden durch verschiedene, wie man sich gekleidet hat, wie die Haare waren, wie das Publikum damals war, wie sich das alles geändert hatte. Und da hat das Buch dann für mich einen Wert. Dann hatten wir damals als erstes gesagt, dann hat er gesagt, es muss aber auch Sprache und wir müssen ein Interview machen. Und das erste war dann Musikjournalist, der mich dann alle Fragen gefragt hat, die Musikjournalist hat mich so gefragt. Deine Begeisterung. Ja, und das ist nicht genug. Ich schätze den sehr und habe den auch als Musikjournalist sehr geschätzt. Das muss jemand sein, der mit mir redet über Politik und Kirche und Gesellschaft und diesen ganzen Scheiß. Und da fiel mir ein, habe ich gesagt, habe ich mit Bissinger angerufen, habe gesagt, hast du Lust, das zu machen? Und dann haben wir das gemacht, wir zwei über viele Tage, wo wir uns immer getroffen haben und miteinander gesprochen haben. und daraufhin hat ja die Bild-Zeitung dann so böse reagiert, weil ich gesagt habe, er hat dann eine Schlagzeile wahr, das war übrigens der Höhepunkt vom Durchsdorftreiben. Er hasst seine Mutter. Ich habe gesagt, in diesem Lösungsprozess von der Mutter habe ich meine Mutter teilweise wirklich gehasst, weil ich war eigentlich schon erwachsen und war zu Dreharbeiten und wenn ich wieder zurückkam, war mein ganzes Zimmer umgeräumt und umgestellt und er hatte immer noch versucht, in mein Leben so einzugreifen. Das habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten, in dem Augenblick, als ich den Schatz des Vatikans gesehen habe, womit man locker die ganze Welt, die Hungersnöte beenden könnte. Das steht da so rum und wir zahlen auch noch Kirchensteuer und finanzieren die Scheiße. Und das war für mich das Ende, Mitglied der katholischen Kirche zu sein. Darauf kamen dann die deutschen Bischöfe, die mich beschimpft haben. Und ich habe mir da viele Feine gemacht, weil ich einfach das gesagt habe, was ich denke. Ist es eigentlich, weil du sagst, ich habe gesagt, was ich denke. Leben wir in einer Zeit, in der das nicht mehr geht oder leben wir in einer Zeit, in der Gott sei Dank vieles auch nicht mehr gesagt werden darf? Da müsste ich dir sagen, wie ich überhaupt das Leben sehe. Ich sehe das Leben als wirklich einen wirklich lebenslangen Lernprozess, ein einander rein von Erkenntnissen und auch Missverständnissen und auch von Falschem Verstehen. Aber es ist für mich immer weiter ein Lernprozess. Das ist das, was mich auch antreibt, immer wieder eine neue Platte zu machen, da neu ranzugehen, weil ich immer das Bestreben habe, mich noch weiter, immer denke, da muss es noch mehr geben, da ist noch was, was ich lernen kann, da ist noch was, wo ich mich verbessern kann, wo ich auch weiß, wo ich mich nicht verbessern kann. Aber das lernst du auch auf diesem Weg. Und das ist für mich wichtig und dass ich auch der Meinung bin, dass in der Kunst halt auch, dass immer so eine Suche ist. Der Imdorf hat mal zu mir gesagt, das ist der Kampf gegen die Sterblichkeit. Das ist der Kampf dafür, unsterblich zu sein, die Kunst. Das finde ich aber nicht. Für mich ist es mehr so die Suche nach Wahrhaftigkeit und nach Wahrheit. Und hast du sie gefunden? Nein, natürlich nicht. Da würde ich ja hier nicht sitzen und versuchen meine, damit Leute erfahren, dass es eine neue Platte gibt. Da würde ich hier nicht sitzen, sicher nicht. Aber du wirst halt auf dem Weg und das hat mich auch immer so schockiert, wenn du dann durch deinen kommerziellen Erfolg so eine Wichtigkeit erlangst in der Gesellschaft, dass du dann viele Leute auf einmal der bist, der man alles fragen kann, der alles weiß und der dir auf alles eine Antwort geben kann. Das ist natürlich nicht der Fall. Also mir steht es eher, Anfragen zu stellen als Lösungen. Das ist für mich auch interessanter. Was ist eine große Frage, die du gerade hast für dich? Wie sind wir in diese Situation, in der wir im Augenblick sind, reingekommen, das wirklich zu tief zu durchdenken und zu versuchen, auch zu analysieren und rauszufinden? Und wie finden wir da wieder raus? Aber ich glaube, das ist so die Frage, die einen, die augenblicklich alle beschäftigt. Und wie kommt es, dass wir uns von so vielen Dingen, vor allen Dingen auch materiellen Dingen, wie kommt es, dass wir uns davon so abhängig gemacht haben? Könntest du auf dein Vermögen einfach so verzichten? Das wäre sicherlich schwer. Vor allen Dingen, wenn du weißt, du kannst nicht einfach wieder morgen von vorne anfangen, weil du die Zeit nicht hast. Aber ich habe Gott sei Dank nicht dieses Bewusstsein von Besitz. Also auch die Häuser, die ich besessen habe, die Wohnung, die ich besitze, da habe ich nicht das Gefühl, das gehört mir. Nie. Und ich habe in Hamburg, in dem Haus, in dem ich gelebt habe, was ich sehr, sehr geliebt habe, das habe ich und in dem ich lange auch rumgemacht habe und eingerichtet habe. Und mit allem. Und ich bin ja, Einrichtung ist ja auch eine Frage von Geduld. Weil ein Möbel, was du kaufst und hinstellst, verändert wieder alles. Das ist wirklich ein sehr kreativer Prozess, auch mit Bildern. Ich liebe Bilder. Und bin da weggefahren aus diesem Haus und habe es nie vermisst. Er will Schluss machen. Feierabend. Es sind noch Leute da. Was? Es sind noch Leute da. Ja, erstaunlich. Wahnsinn. Unglaublich. Wir waren doch jetzt gerade, haben wir gerade angefangen. Ja, wir sind gerade kurz mit der Biografie fertig. Aber es war ein fantastischer, ein etwas längerer Abend, als ich erwartet hatte. Ich habe gedacht, eine Stunde im Höchstfall zwei. Ja, ich wollte es ja Fußball schauen um neun. Ihr seid irgendwie so geschickt. Ja, das sagen die. Ich sehe schon seit über 100 Stunden, sehe ich da. Falls wir noch streamen. Habe ich so viel Blödsinn erzählt? Nein, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir noch streamen. Hattest du mir das geschrieben? Ich beende jetzt hiermit das Podcast-Festival von Zeit Online. Gute Nacht. Vielen Dank. Das ist einer der Augenblicke. Ich könnte mir heute Abend ja einen Traum verwirklichen und könnte jedem Einzelnen auf Wiedersehen sagen. Ja, bitte. Das geht meistens bei meinen Auftritten nicht. Das sind nur noch. Das würde zulassen. Wir sind leicht unter 100.000. Vielen, vielen Dank für eure Geduld und ich bewundere, dass ihr noch hier sitzt. Das bewundere ich sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. Gehen wir? Gehen wir. Ja, hier. Achtung. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, Wahnsinn. Wo ist meine Leni? Leni ist schon los. Die ist schon nach Hause, oder? Ja, ich bin... Großartig. Was ist das denn passiert? Wie macht ihr das? Großartig. Wir sind vorbereitet, oder? Zum Beispiel. Ja, gibt's ja. Wir wissen viel über dich. Weil normalerweise... Ich habe gesagt, also es ist ein Box für ein Ding, aber es ist eine Stunde, weil dann fängt man an zu labern. Ja, ich... Danke ja, nur, dass ihr es wisst. Ich habe gesagt,